Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem Tag im Parlament, an dem ausnahmsweise nicht das Thema Corona im Mittelpunkt stehen wird. Zumindest nicht laut Tagesordnung. Die vier Volksbegehren, die im Vorjahr mehr als 100.000 Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden haben, werden heute hier im Nationalrat von den Abgeordneten debattiert werden. Also das Klimavolksbegehren, das No-Smog-Volksbegehren, das Euratom-Ausstiegsvolksbegehren und das Asylvolksbegehren. Weil es auf der Welt aber auch noch andere Probleme und Krisenherde gibt, beginnt der Tag mit einer Fragestunde an Außenminister Alexander Schallenberg. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich darf Sie am dritten und letzten Tag recht herzlich begrüßen und darf die 93. Sitzung des Nationalrates eröffnen. Ich grüße auch recht herzlich die Damen an der Journalistik und die Damen zu Hause an den Bildschirmen. Die amtlichen Protokolle der 89. und 90. Sitzung vom 24. März in der Parlamentsdirektion aufgelegen, wurden nicht beanstandet. Entschuldigt sind für heute die Abgeordneten Engelberg, Himmelbauer, Schwarz, Zopf, Bures, Ecker, Köchl, Kucharowicz, Kucher, Muchitsch, Zanger und Meindl-Reisinger. Wie immer darf ich bekannt geben, dass der ORF im ORF 2 bis 13 Uhr überträgt, dann im ORF 3 bis 19.15 Uhr und dann kommentiert im Livestream. Wir gelangen gleich zur Fragestunde. Der Herr Bundesminister für Äußeres, ich darf ihn recht herzlich willkommen heißen, wird befragt. Und die erste Frage stellt da, Abgeordnete Lobatzka, Sie kennen den Usus, dass wir gleich immer wieder die Pulte bespielen. Und ich darf ein bisschen um Aufmerksamkeit bitten, weil sonst der Lärmwegel so gut. Herr Abgeordneter. Ja, Herr Präsident, Herr Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren, guten Morgen. Terrorismus macht in der Pandemie keine Pause. Die Sahelzone ist hier einer der Brennpunkte. Herr Bundesminister, Sie haben im Außenpolitischen Ausschuss auf die steigende Gefahr des islamistischen Terrors in Afrika hingewiesen. Neben Staaten in der Sahelzone wie Mali, Niger oder Burkina Faso ist hier auch der Norden von Mosambik besonders betroffen. Schwache staatliche Strukturen haben unter der Covid-Krise besonders gelitten. Andererseits konnten Terror-Milizen hier ungestört ihr Vernichtungswerk fortsetzen. Daher meine konkrete Frage, was überlegt Österreich bzw. was kann Österreich tun, um gemeinsam mit Partnern gegen die steigende Bedrohung des islamistischen Terrorismus in der Sahelzone und in Mosambik hier anzukämpfen? Danke sehr, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist tatsächlich ein Problem. Allein der Terrorangriff vom 2. November letzten Jahres, der schreckliche Terrorangriff in Wien, hat ja gezeigt, wir sind keine Insel der Seligen hier in Österreich. Und es bedarf Maßnahmen auf europäischer, internationalen, österreichischer Ebene. Und ja, wir müssen feststellen, dass sich die Terrorgruppen eigentlich vom Nahen Osten zunehmend nach Afrika verlegen. Sie haben es ja richtig genannt. Wir haben ein Ballungszentrum, wenn man so will, im Westen in der Sahelzone, Niger, Burkina Faso, Nigeria und im Osten in Mosambik und Somalia. Und das hat direkte Sicherheitsimplikationen, weil es geht zum einen auch um Transitrouten, wenn man so will, um die Menschenschmuggelrouten in Westen Afrikas und um die Drogenrouten via Asien im Osten Afrikas. Was braucht das hier in einem gesamtheitlichen Ansatz? Also ein Mittel alleine wird nicht reichen. Es muss die Sicherheitspolitik Hand in Hand gehen mit dem Aufbau von rechtsstaatlichen Strukturen, Justiz, humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Und das war im Grunde genommen auch meine Kernbotschaft beim Ministertreffen der internationalen Sahel-Koalition. Österreich ist der Mitglied. Die Konferenz hat am 19. März stattgefunden. Und da haben wir uns geeinigt auf eine Roadmap, eine Art Zeitplan für verstärktes ziviles Engagement. Denn im Grunde genommen, was machen diese islamistischen Gruppen? Sie setzen sich dort fest, wo muslimische Minderheiten sind und schwache staatliche Strukturen. Das heißt, einer der Ansätze muss sein, die staatlichen Strukturen vor Ort zu stärken. Ja, eine Zusatzfrage. Sie haben jetzt da angesprochen, der Wunsch, staatliche Strukturen zu stärken, Hilfe vor Ort zu leisten. Sicherlich der richtige Ansatz. Ein Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit ist ja Äthiopien. Hier auch neben den genannten Gebieten der Sahelzone eine ganz fragile Situation im Tigre. Meine konkrete Frage, Sie waren ja selbst im Jänner in Äthiopien. Wie ist jetzt die Lage? Gibt es Hoffnung, hier zufrieden zu kommen im Norden von Äthiopien? Die Lage in Äthiopien, Sie haben ganz recht, Herr Abgeordneter, wir waren im Januar dort und haben wir selber vor Ort ein Bild gemacht. Die Lage ist besonders brenzlig, angespannt und volatil. Es gibt überhaupt keinen Grund, da nicht so Optimismus. Man könnte sogar sagen, dass Äthiopien droht das nächste Syrien im Osten Afrikas zu werden. Es gibt gewisse Kernforderungen der internationalen Gemeinschaft, nämlich ungehinderter humanitärer Zugang zur Provinz Tigre, wo die kämpferischen Auseinandersetzung war. Einstellung aller Kampfhandlungen, unabhängige Untersuchungen, Dialog unter Vermittlung der Afrikanischen Union. Keiner dieser Bedingungen wurde bisher erfüllt. Interessanterweise scheint der Premier Abiyah jetzt ein bisschen die Flucht nach vorne einzutreten. Er hat jetzt zugegeben, dass eritreische Truppen in der Provinz Tigre präsent sind. Er hat jetzt heute früh gesagt, dass sie auch das Land verlassen sollen. Und schiebt ihnen die Schuld in die Schuhe für mögliche humanitäre, also Menschenrechtsverbrechen in der Region Tigre. Es gibt also eine gewisse Bewegung, aber ganz offen, wir sind noch lange nicht dort, wo wir sein wollen. Und Äthiopien hat das Potenzial, wirklich ein Pulverfass im Osten Afrikas zu sein. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Leichtfried. Vielen Dank, Herr Präsident. Guten Morgen, Herr Bundesminister. Ich hätte eine Frage an Sie betreffend des Projektes Nord Stream 2, an dem ja auch die OMV beteiligt ist. Und wo wir schon jetzt, denke ich, als Republik ein gewisses Interesse haben, das erfolgreich zu Ende bringen. Und wir würden da die Aktivitäten der österreichischen Bundesregierung dahingehend brennend interessieren. Und Sie haben ganz recht, das Projekt ist, glaube ich, ein sehr wesentlicher aus der Diversifizierung unserer Versorgungswege und für unsere Versorgungssicherheit im Energiebereich in Europa. Steht ja auch kurz vor dem Abschluss. Und wir sind mit allen Stakeholdern im Kontakt. Aber mir ist auch wichtig, immer wieder, weil das in der öffentlichen Debatte manchmal vermischt wird, Wir dürfen nicht Äpfel mit Birnen vermischen. Das ist in Wirklichkeit ein privatwirtschaftliches Projekt, das von Unternehmen getragen wird. Und dass wir als solches unterstützen, so wie wir auch andere Unternehmensprojekte unterstützen. Was mir sehr wichtig ist, ist, dass wir auch kleine Unterscheidungen machen. Wir haben eine klare Kante gegenüber Russland, zum Beispiel Thema Alexej Nawalny. Aber dessen umgeachtet gibt es andere Bereiche, wo wir jetzt vielen Jahren und Jahrzehnten gut mit Ihnen zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten, insbesondere zum Beispiel der Energiesorgsektor. Beides geht sich aus. Dialog, Zusammenarbeit, wo möglich, Kante, wo notwendig. Nachfrage? Bitte sehr. Die Birnen weglassen und bei den Äpfeln bleiben. Nämlich bei der Politik und der politischen Verantwortung. Und nicht bei den privatwirtschaftlichen Vorgängen. Und meine Frage geht in folgende Richtung. Die Vereinigten Staaten sehen ja dieses Projekt relativ, sagen wir, skeptisch. Und es sind auch gewisse Sanktionen im Raum, beziehungsweise geplant, beziehungsweise könnten eintreten. Und meine Frage wäre, wie die österreichische Bundesregierung hier versucht, auf die Vereinigten Staaten, als Weise ist es nicht so einfach, aber im Rahmen unserer Möglichkeiten einzuwirken, dass hier die Ruhe wieder einkehrt und die Birnen ihre Geschäfte weitertreiben können ohne staatlichen Interventionismus. Herr Abgeordneter, Sie haben vollkommen recht. Das war auch Thema zum Beispiel im Besuch des US-amerikanischen Außenministers letzten August hier in Wien. Damals noch Mike Pompeo. Das ist eine offene Frage zwischen Europa oder den betroffenen europäischen Staaten und den Vereinigten Staaten. Wir haben eine ganz klare Linie. Die extraterritoriale Wirkung von US-Sanktionen lehnen wir ab. Und das lehnen wir als Europäische Union ganz klar ab. Das ist seit Helms-Burton, seit Kubas-Sanktionen eine ganz klare Linie der Europäischen Union. Und unser Ansatz ist, unter Partner muss man den Dialog suchen. Also wir würden, und das ist unsere Erwartung, das sind eigentlich auch die Signale, die wir aus Washington kriegen. Auch wir suchen natürlich das Gespräch dazu. Und ich glaube, wenn es hier Fragen gibt, und es gibt da verschiedenste Ansätze, sei es weitere vertragliche Absicherung für die Ukraine, die USA hat einen Abstellmechanismus in den Raum gestellt. Also es gibt Methoden und Möglichkeiten, wie man hier vielleicht gewisse politische Bedenken, die durchaus da sind, ausräumen kann, ohne das Projekt selber in Frage zu stellen. Der springende Punkt ist Dialog und nicht extraterritoriale Sanktionen. Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Racker. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Hausenminister, nachdem wir wissen, dass auf der anderen Seite täglich ca. 600 bis 700 Gasschiffe aus Amerika kommen, die ebenfalls die Versorgung sicherstellen von Europa, und sollte die Sanktionsmechanismen weiter aufrechterhalten werden von Amerika, welche Maßnahmen planen Sie auf europäischer Ebene und auf internationaler Ebene, auch im Sinne der internationalen völkerrechtlichen Auseinandersetzung, eine reziproke Maßnahme zu setzen, die mit Sanktionsmechanismen verbunden ist für diese amerikanischen Schiffe? Also wir sind, Herr Abgeordneter, nicht so weit, dass wir sagen, wir wollen hier reziproke Maßnahmen setzen, also Sanktionen mit Gegensanktionen beantworten, sondern unser Ansatz ist, wir haben eine neue US-Administration, die die Hand ausstreckt, die den Dialog sucht, das auch öffentlich klar macht und einen ganz neuen Ton an den Tag legt, und genau das wollen wir jetzt machen, und da nehmen Sie auch beim Wort, wir wollen hier den Dialog suchen, und wir glauben, dass es ein Projekt ist, das wesentlich ist für die Versorgungssicherheit Europas, es ändert ja auch nicht sozusagen die Gesamtfördermenge, wir sind einfach noch energiepolitisch auf unseren russischen Partner angewiesen, in weiten Bereichen Europas, und das ist einfach ein Faktum, und da werden wir den Dialog suchen, und ich würde jetzt nicht gleich in die Sanktionslogik reingehen, und unser Ansinnen ist eben, auch die amerikanischen Freunde davon abzubringen. Nächste Frage stellt der Abgeordnete Kassecker. Morgen, Herr Bundesminister. Meine Frage bezieht sich auf den EU-Migrationspakt. Der Jahr, ab 23. September 2020, liegt der Vorschlag der Kommission vor, und es ist durchaus glaubwürdig, auch wenn Schäuble sagt, im Windschatten der Corona-Pandemie können wir das eine oder andere durchsetzen, die Vergemeinschaftung der Schulden mit den 750 Milliarden ist ja schon gelungen, und jetzt droht ein, und darum geht es, unsere Sachen, ein Kompetenzverlust in Richtung der EU. Die EU versucht mit diesem Pakt Kompetenz an sich zu ziehen, nachdem sie 2015 schon glänzend bewiesen hat, dass sie in dem Bereich total versagt. Also uns Freiheitlichen sind nationale Lösungen lieber, vielleicht nicht jene, die wir in Österreich haben, sondern solche, die die Ungarn zum Beispiel vormachen. Meine grundsätzliche Frage einmal zu Beginn, wie stehen Sie und die ÖVP zu diesem vorliegenden Migrationspakt? Ganz offen, ich glaube nicht, dass es hier darum geht, dass Kompetenzen uns abgenommen werden. Wir haben ja genau gesehen, 2015, 2016, dass letzten Endes wir eine gesamteuropäische Lösung brauchen, und die Diskussion geht da schon lange dahin. Es hat aber auch Fortschritte gegeben. Ich glaube, der Vorschlag, den die Kommission letztes Jahr vorgelegt hat, Asyl- und Migrationspakt, geht in die richtige Richtung und spiegelt vieles wider, was wir auch als EU-Vorsitzland 2018 in die Debatte eingebracht haben. Der wesentliche Punkt ist, wir können nicht einzelne Elemente rausnehmen. Ich habe immer das Bild, die Migrationspolitik ist ein dreistöckiges Haus. Der erste Stock ist die Zusammenarbeit mit Ländern, Herkunftsländern und Transitländern. Der zweite Stock ist ein effizienter und funktionierender Außengrenzschutz. Und erst das dritte Stockwerk ist dann die interne Frage, also Solidarität versus Verteilung. Und man kann nicht das dritte Stockwerk beginnen zu bauen, bevor man nicht das erste und zweite hat. Und was ich sehr gut finde, dass die Kommission das so vorlegt. Und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen. Und wir werden das jetzt sehen. Und die Experten warnen ja auch, dass mit Ende von Covid-19 vermutlich die Migrationsstürme wieder anziehen werden. Und wir brauchen in Wirklichkeit eine gesamteuropäische Lösung. Und Österreich, da können Sie sich sicher sein, wird hier mit sehr großer Kraft seine nationalen Interessen einbringen. Aber mit dem Gedanken, es muss am Schluss ein gesamteuropäisches, dreistöckiges Haus dastehen. Nachfrage? Gleich, Sie haben völlig recht. Der erste Stock und der zweite Stock funktioniert überhaupt nicht, ist nicht vorhanden. Ganz konkret, Sie haben gesagt, man muss das ganzheitlich betrachten. Ich weiß, dass Sie kritisch beim Solidaritätsmechanismus sind. Aber glauben Sie wirklich, das Problem lösen zu können, wenn wir jetzt noch weiter den Familienbegriff ausweiten, so wie es in dem Vorschlag der Fall ist, glauben Sie wirklich, dass wir in der Lage sind, das Problem damit zu lösen, wenn wir die Seenotrettung, das Wichtigste da, überhaupt nicht reinschreiben, nämlich wo werden die Geretteten wieder an Land gesetzt? Natürlich in Afrika und nicht in Italien. Und glauben Sie wirklich, dass die Rückkehrabkommen, die ja jetzt schon nicht funktionieren, Sie selbst haben im Ausschuss gesagt, sieben von zehn Abgelennten verlassen nicht das Land. Also das ist ein Thema, das überhaupt nicht geklärt ist. Und Rücknahmeabkommen haben wir auch keine, auch aus dem einfachen Grund, weil wir gar nicht wissen, in vielen Fällen, woher der Migrant kommt. Also glauben Sie wirklich, dass diese Vorschläge uns jetzt vorwärts bringen? Ich bin ganz bei Ihnen. Wir sollten hier nicht das Pferd von hinten aufzäumen. Als Außenminister würde ich sagen, das Wesentliche und das A und O dieser ganzen Politik ist die Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern. Wir haben jetzt gerade letzte Woche eine gemeinsame Sitzung der EU-Innenminister und die EU-Außenminister gehabt, wo wir gesagt haben, wir wollen diese maßgeschneiderten Migrationspartnerschaften. Ich glaube, die Stichworte für uns dabei sind Konditionalität und Kohärenz. Wir haben noch eine Schwierigkeit. Wir sind Entwicklungsgeber Nummer eins weltweit, das Europäische Union. Wir sind eine Handelsmacht, wir sind eine Finanzmacht. Wir haben auch den Visa-Hebel. Wir sind aber noch nicht kohärent genug. Es ist viel besser geworden in den letzten Jahren, aber noch nicht kohärent genug. Da können wir noch besser werden, um das zusammenzuführen und zu sagen, zum Beispiel gerade beim Cotonou-Abkommen, das demnächst auf den Tisch gelegt werden wird mit Afrika und der Karibik, dass wir hier sagen, wenn ihr wollt, dass wir mit euch zusammenarbeiten, dann gibt es aber auch gewisse Bedingungen, Konditionen. Und das betrifft Standards, aber es betrifft auch Rückübernahme. Da bin ich ganz bei Ihnen. Und in der Debatte ist ja genau die Schwierigkeit. Man greift immer einen Punkt heraus, so wie die das erwähnt haben, und vergisst, dass es in Wirklichkeit am Schluss ein ausgewogenes Gesamtpaket geben muss. Die nächste Frage stellt die Abgeordnete Cedic. Ernst Cedic. Herr Präsident, Herr Bundesminister, die aktuellen Entwicklungen in der Türkei sind mehr als besorgniserregend. Wir haben das diese Woche bereits im EU-Hauptausschuss mit dem Kanzler diskutiert und auch mit Ihnen immer wieder, von Zerschlagung der zweitgrößten Oppositionspartei, HDP, bis Unterdrückung jeglicher demokratischen Proteste, bis hin natürlich auch zu Repression gegenüber Kritikern und Kritikerinnen. Die Istanbul-Konvention war auch gestern schon Thema hier im Plenum. Da gab es einen entsprechenden Antrag dazu. Wir wissen, es wäre naiv zu glauben, dass der Präsident Erdogan jetzt aufgrund von einem Antrag im österreichischen Parlament dieses Dekret zurücknimmt. Nichtsdestotrotz meine Frage, welche Hebeln sehen Sie, um Frauen-, Menschen-, Minderheitenrechte in der Türkei gerade jetzt nach dem Austritt aus der Istanbul-Konvention zu wahren, zu schützen, zu unterstützen? Nein, ich glaube, Sie haben vielleicht recht, aber deswegen sollte man nicht davon absehen, trotzdem öffentliche Erklärungen zu machen. Naming and Shaming ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Was da in der Türkei geschehen ist, ist einfach ein Schlag ins Gesicht für jeden Menschen, der sich für Frauenrechte einsetzt. Das ist ein Versuch, zynisch sozusagen mit vorgestrigen Emotionen Politik zu machen, die Uhr zurückzudrehen ins 19. Jahrhundert, was Frauenrechte betrifft. Und das ist ja genau das, was wir beobachten. Es gab in letzter Zeit jetzt einige positive Elemente oder Signale aus der Türkei zum Beispiel betreffend das östliche Mittelmeer. Aber gleichzeitig kommt jetzt eben der Ankündigungsverbot der größten Oppositionspartei und der Austritt aus der Istanbul-Konvention. Das ist etwas, was wir nicht als solches einfach hinnehmen können und zu Tagesordnungen zurückkehren müssen. Da kann ich Ihnen versichern, wir sind sowohl vor Ort sehr eng vernetzt mit der EU-Delegation und anderen Botschaften, dass wir hier auch Aktivitäten setzen, zum Beispiel Demarschen, und natürlich auch auf europäischer Ebene. Wobei ich aber dazufügen muss, wir haben ein gewisses Handicap, weil nicht alle EU-Mitgliedstaaten diese Konvention ratifiziert haben und vor allem in einem Mitgliedstaat sogar eine Diskussion gibt, ob man nicht einen ähnlichen Schritt setzen sollte. Und ich glaube, da ist es umso wichtiger, dass auch das österreichische Parlament hier eine Position bezieht. Weil wir müssen jetzt aufpassen, dass diese türkische Maßnahme nicht eine Lawine lostritt und wir plötzlich andere Staaten haben, die auch noch austreten. Zusatzfrage? Sie haben vollkommen recht. Es darf natürlich jetzt nicht zu einer Kettenreaktion kommen. Einige Staaten haben das gar nicht erst ratifiziert. Was natürlich hier auffällt, ist, dass im Dekret die Argumentation für den Austritt eine ist, die schwer nachvollziehbar ist, nämlich, dass die Istanbul-Konvention von LGTB-Gruppierungen unterwandert wäre. Und da merkt man natürlich ein gewisses Gedankengut dahinter. Und deswegen auch meine Zusatzfrage, wie, nicht nur welche Hebeln haben wir, sondern wie können Sie als Außenminister auch hier entsprechend Gespräche führen, um vor allem auch Minderheitenrechte, also die Rechte von LGTB-Personen, die es in der Türkei wirklich besonders schwer haben, hier zumindest zu unterstützen. Ja, nein, Sie haben vollkommen recht. Und es ist ja eigentlich bemerkenswert oder ein sehr sichtbares Beispiel, was für eine negative Entwicklung die Türkei nicht durchlaufen ist. Das war die Istanbul-Konvention. Die wurde noch von Davutoglu sozusagen voller Stolz unterzeichnet. Und jetzt, wenige Jahre später, tritt genau dieses Land wieder aus. Und ja, auch gerade die Rechte der LGBTIQ, das ist ein Thema, das wir auf allen Ebenen ansprechen. Wir haben auch im Menschenrechtsrat die erste gemeinsame Erklärung überhaupt zu diesem Thema erwirkt. Und da gibt es sozusagen eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie zum Beispiel Prozessbeobachtung, dass wir uns zusammentun mit den EU-Botschaften vor Ort und sichtbar machen. Wir schauen nicht weg. Das ist ein Thema. Das ist auch Thema, das Teil der Zusammenarbeit mit der EU ist. Denken wir nur Stichwort Kopenhagener Kriterien. Die Europäische Union ist eine Wertegemeinschaft. Das gehört dazu. Und ich glaube, wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, die Türkei ist das Land mit der höchsten Mordrate an Transgender-Personen weltweit. Also das ist ein Problem, das nicht nur jetzt eine Wertethematik ist zwischen der EU und der Türkei, sondern ein wirkliches Thema der Lebenssicherheit von Menschen, die dort leben. Und ich glaube, was ich am Anfang gesagt habe, Naming, Shaming, nicht wegschauen, thematisieren, öffentlich machen, sind ganz wesentliche Mittel in diesem Zusammenhang. Zusatzfrage steht die Frau Abgeordnete Bayer. Ja, guten Morgen, Herr Minister. Sie haben es schon angesprochen, auch der Austritt aus der Istanbul-Konvention am Sonntag in der Früh war ja quasi nur das Ende einer demokratiepolitisch ausgesprochen bedenklichen Woche in der Türkei. Ein paar Tage vorher hat ein türkisches Gericht befunden, dass die HTB verboten werden soll, die drittgrößte Partei des Landes. Wir wissen einerseits über die Verfasstheit türkischer Gerichte, aber das hieße quasi ein Politikverbot für 700 gewählte Mandatarinnen und Mandatare. Und by the way, auch ein Urteil des Europäischen Gerichts für Menschenrechte im speziellen Fall gegenüber einem HTB-Politiker wird damit komplett missachtet. Was sind konkrete Schritte, die Sie setzen werden? Haben Sie schon verurteilt die Herangehensweise des Gerichts an das HTB-Verbot? Und wenn nicht, was werden Sie tun? Bilateral, aber auch gemeinsam im Konzert mit der EU. Wir haben das klar verurteilt, und zwar nicht nur aus Österreich, sondern auch auf europäischer Ebene. Es gibt auch eine klare, sehr scharf formulierte Erklärung des hohen Vertreters. Und am Montag war das Thema bei unserer Sitzung der EU-Außenminister in Brüssel. Das ist ja genau das Problem bei der Türkei. Es ist sozusagen eine Stop-and-Go-Politik. Da gibt es einmal positive Signale in einem Thema und gleichzeitig die kalte Dusche in anderen. Und wir alle wissen, Parteien sind das Grundfundament jeder Demokratie. Also was hier geschieht, im Grunde genommen ist die größte Oppositionspartei. Noch dazu sozusagen die kurdische Partei. Da haben wir noch einen Rattenschwanz an weiteren Themen in Anatolien, im Umgang mit den Kurden in der Türkei. Dass dieser Schritt gesetzt wird, ist ein wahnsinniges Warnsignal aus unserer Warte. Und ich glaube, wir haben ja in der Türkei, sozusagen jetzt gerade auch auf Ebene der Staats- und Regierungschefs, die Diskussion dazu. Wir versuchen natürlich in gewissen Themen eine Zusammenarbeit. Aber ich glaube, in solchen Fragen müssen wir ganz klare Kante zeigen. Und Sie kennen ja die Position Österreichs zum Beispiel zum Thema EU-Annäherung. Wir haben die Kopenhagener Kriterien. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass die Türkei seit Jahren die Kopenhagener Kriterien nicht mehr erfüllt und daher diese Attrappe längst entsorgt werden sollte. Die nächste Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Minnig. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Bundesminister, die Beziehungen der EU zur Türkei waren über Jahrzehnte durch eine produktive Partnerschaft geprägt. In den letzten Jahren sind die Beziehungen jedoch abgekühlt und Anlass zur Sorge geben die Lage der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie in der Türkei, da Medien geschlossen und Journalisten inhaftiert wurden, sowie die türkische Militärintervention wie zum Beispiel in Syrien und der Umgang der Türkei mit dem Thema Migration. Auch das rechtswidrige Vorgehen der Türkei in Zypern und das Eindringen in griechisches Hoheitsgebiet. Daher frage ich, wie beurteilen Sie die aktuellen und künftigen Beziehungen der EU zur Türkei? Das ist ein Thema, Herr Abgeordneter, das mich jetzt schon seit vielen Jahren begleitet. Es ist sicher die größte, herausfordernde, problematischste Nachbarschaftsverhältnis, das wir haben. Die Türkei ist ein regionaler Machtfaktor, ist ein Nachbar von uns. Aber die Beziehungen sind daher auch nicht eindimensional. Es gibt Bereiche, wo wir sicher auch Interesse hätten an Zusammenarbeit. Denken wir an Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur. Da könnte man auch an den universitären Bereich, da könnte man sich auch eine positive Agenda durchaus überlegen. Aber gleichzeitig sehen wir immer wieder wiederholt Entwicklungen, die wirklich ein Schlag ins Gesicht sind der europäischen Wertegemeinschaft. HDP-Verbot wurde erwähnt. Sie haben auch das sozusagen zynische Vorgehen, wo die Schwächsten der Schwachen, nämlich die Migranten, verwendet wurden als politisches Druckmittel. Ausstieg aus der Istanbul-Konvention. Also ich glaube, es ist sicher keine Beziehung, wo Naivität oder Blauäugigkeit am Platz ist. Wir müssen hier sehr realistisch und nüchtern vorgehen. Ja, es braucht eine Art der Zusammenarbeit mit Ihnen, aber sicher nicht aus unserer Warte ein Vollbeitritt zur Europäischen Union. Und ich glaube, wir haben auch noch Sanktionen im Raum stehen. Das halte ich auch für richtig. Und die Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, dass man sozusagen Ihnen Sticks and Carrots, würde man auf Englisch sagen, sozusagen in den Raum stellt, aber gleichzeitig gesagt, wir warten jetzt einmal ab, die nächsten Monate, was sich hier wirklich tut. Weil das Bild, das wir jetzt haben, ist einerseits besonders negative Signale, gleichzeitig Bereitschaft zur Zusammenarbeit, etwa bei Zypern und östlichem Mittelmeer. Und es gibt ja auch die bilateralen ersten Gespräche zwischen Griechenland und Türkei, was sehr positiv ist. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Brandstetter. Bitte sehr. Ja, danke, Herr Präsident. Herr Bundesminister, es sind diese hässlichen Bilder, wo manche gehofft haben, dass wir uns daran gewöhnen würden. Aber wir wollen uns nicht daran gewöhnen. Und gerade in den letzten Tagen sind wieder besonders hässliche Bilder mitten aus Europa gekommen, weil wir sind uns ja einig, dass Griechenland nicht nur mitten in Europa liebt, sondern auch besonders auch für die europäische Geistesgeschichte sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite hat man versucht, schöne Bilder zu konstruieren, indem sich ein Innenminister vor einen LKW gestellt hat und gesagt hat, da werden jetzt Zelte gebaut. Es hat aber nicht funktioniert. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, einmal darüber, wenn wir uns darauf einigen können, dass das nicht Hilfe vor Ort ist. Weil das ist nicht vor Ort, das ist mitten in Europa. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, Sie selbst haben ja vor Weihnachten gemeinsam mit der SOS Kinderdorf angekündigt, jetzt würden dort Kinder betreut in Karatepe. Wir wissen inzwischen, dass es nicht funktioniert. Und wir wissen auch, Sie haben damals gesagt, das würde schneller gehen, als Menschen aufnehmen. Nein, einen Tag, nachdem Sie angekündigt haben, eine mögliche Hilfe, wissen wir, dass 139 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Meine konkrete Frage, wie viele Hilfsprojekte vor Ort müssen noch scheitern, ehe Sie das Konzept verwerfen, dieses angebliche vor Ort verwerfen und doch Menschen, die dringend Hilfe brauchen, aufnehmen wollen. Also in einem Punkt, Herr Abgeordneter, gebe ich Ihnen recht. Wir wollen und dürfen uns nicht an diese Bilder gewöhnen. Wir wollen und nicht eine Situation und können die auch nicht tolerieren, wo solche Lage überhaupt entstehen. Das heißt, wir müssen dort ansetzen, dass solche Lage überhaupt nicht entstehen. Wo ich Ihnen aber absolut nicht zustimme, ist das immer wiederkehrende, das funktioniert nicht. Es funktioniert sehr wohl. Also zum Beispiel nur das Beispiel Zelte. Wo liegen die? Bei der UNHCR. Wer entscheidet den Einsatz UNHCR? Und ganz offen, wenn jetzt sozusagen die UNO-Organisationen nicht gut genug sind und Ihnen vorgeworfen wird, dass sie nicht funktionieren, finde ich etwas weit hergeholt. Zum SOS Kinderdorf, ein paar Worte. Ich bin froh, dass dieses Projekt vorgeschlagen wurde. Das ist ein Projekt von SOS Kinderdorf. Die Bundesregierung hat gesagt, wir finanzieren das über drei Jahre mit knapp drei Millionen Euro. Wir unterstützen sie sozusagen über die Botschaft in Athen. Ich persönlich habe auch telefoniert bei den sozusagen administrativen Wegen. Die SOS Kinderdorf sucht zum Beispiel gerade eine feste Bleibe, sei es ein Gebäude, sei es ein Container, sei es im Lager oder außerhalb. Und die Arbeit wurde de facto aufgenommen. Die Arbeit wurde mit dem Jahresbeginn aufgenommen. Noch nicht im Ausmaß, wie es am Ende im Endausbau geplant ist, aber die Arbeit hat begonnen, dass jetzt Corona-bedingt sämtliche schulische Aktivitäten in Lesbos eingestellt sind und damit auch die Tagesbetreuungsstätte. Das kann man nun wirklich niemandem zum Vorwurf machen. Auch wir sind mitten in der Pandemie. Zusatzfrage? Zusatzfrage? Corona hat es schon zu Weihnachten gegeben, seitdem sind drei Monate vergangen. Und der SOS Kinderdorf hat auch jetzt gesagt, natürlich, Sie sind bereit zu helfen. Es gibt hier Familien, die aufnehmen wollen und dort Familien, die herwollen. Warum ist das wirklich nicht möglich? Nur aus Rücksicht auf ein paar FPÖ-Wähler? Geht es gar nicht. Wir haben eine klare Linie in der Bundesregierung, dass wir, und ich stimme auch überhaupt nicht ein, mit dem Formulieren, das ist nicht vor Ort, weil das ist Europa. In Europa ist auch vor Ort, Herr Abgeordneter. Und wir helfen, wir helfen dort natürlich, so wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Wir haben massiv Hilfsmittel zur Verfügung gestellt. Wir haben viel Geld zur Verfügung gestellt. Die Europäische Union hat angekündigt, dass sie bis, glaube ich, Jahresende ein eigenes Lager dort aufbauen werden, dass sie selber mitbetreuen werden. Also, es geschieht sehr vieles. Ich sehe ganz im Gegenteil, dass hier von anderen Seiten sozusagen die Emotionalität der Debatte ist leider unmöglich, macht man mal etwas in Ruhe und nüchtern anzuschauen. Und die Sachen funktionieren, auch wenn Sie sagen, sie funktionieren nicht. Und wir erreichen einfach mehr und schneller, indem wir vor Ort tätig sind. Aber ich gebe Ihnen ganz recht, am Ende des Tages muss unser Ziel sein, eine Politik zu verfolgen, dass solche Lager weder in Europa, oder schon gar nicht in Europa, aber in Wirklichkeit auch nicht international überhaupt entstehen lässt. Und das ist mein Ansatz. Nächste Frage. Jetzt steht die Abgeordnete Holzleitner. Guten Morgen, Herr Minister. Anschließend an die Fragen vom Herrn Kollegen Brandstetter. Ich möchte Ihnen da ein bisschen widersprechen. Ich glaube, es funktioniert nicht vollumfänglich. Einige Staaten haben aufgenommen. Und vor allem, wenn ich mir anschaue, wie es um die Kinderrechte jener Kinder in den Lagern steht. Recht auf Gesundheit, Recht auf Schutz vor Krieg und auf der Flucht, Recht auf Bildung. All das funktioniert in den Lagern leider nicht. Wir kennen die Bilder von verletzten Kindern, von Kindern, die Traumata erleben. Was tun Sie, damit die Kinderrechte auch dort für die Kinder und Jugendlichen wirklich vollumfänglich zu tragen kommen? Weil das funktioniert aktuell leider wirklich nicht. Also einmal nur, um vorauszuschicken, wir sind, was unsere Politik betrifft, im absoluten europäischen Mainstream. Nur eine Minderheit von Mitgliedstaaten hat überhaupt gesagt, dass sie unbegleitete Minderjährige aufnehmen wollen. Und die Bandbreite reicht von 2 bis 150. Und das haben nur elf Mitgliedstaaten erklärt. Also hier immer wieder so zu tun, als hätte Österreich als einziger Staat diese Maßnahmen ergriffen. Und das wären wir besonders unsolidarisch. Stimmt einfach nicht. Wir sind seit 2015 in allen Statistiken in den Top 3. Sei es Pro-Kopf-Aufnahme, sei es Asylgewährung oder Schutzgewährung. Also da brauchen wir uns überhaupt nicht irgendwo verstecken. Und ja, wir sind auch regelmäßig vor Ort in Lesbos Vertreter der österreichischen Botschaft, Vertreter anderer EU-Botschaften. Das ist ein Thema, das ganz regelmäßig bei unseren Treffen mit dem Griechenland aufgebracht wird. Und natürlich ist unser Ansinnen, dass überall auf europäischem Boden die Rechte gelten müssen. Aber gleichzeitig haben wir, so wie die Mehrheit der EU-Staaten, hier eine klare Linie. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Machetti. Ich möchte zu einem ganz anderen Thema kommen, und zwar Myanmar. Da gibt es ja eine durchaus dramatische Dynamik in dem Land. Und Sie haben ja vorher auch von Naming und Shaming gesprochen. Ich glaube, das ist dort kein taugliches Tool, um ein Umdenken zu bewirken. Also jetzt einmal die grundsätzliche Frage, wie kann Österreich einen Beitrag dazu leisten, dass die Demokratie oder zumindest eine Form der Demokratie wieder zurückkehrt in Myanmar und sich die Situation dort beruhigt? Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich glaube, was wir wesentlich machen müssen, ist hier international koordiniert vorzugehen. Und das betrifft natürlich in erster Linie einmal für uns die Europäische Union. Und wir haben einen ganz klaren Forderungskatalog aufgestellt, Wiederherstellung der zivilen Regierung, bedingungslose Freilassung sämtlicher politischer Gefangener, natürlich auch an Sam Suu Kyi, Aufhebung des Ausnahmezustandes. Wir haben die Sanktionen, die Entwicklungshilfe für Myanmar auf Eis gelegt. Und wir haben gerade jetzt am Montag, letzten Montag, Sanktionen gegen die Militärjunktur verhängt. Ich glaube, das ist der wesentliche Anpunkt, der wesentliche Ansatzpunkt. Wir können nicht einfach zulassen, dass demokratische Wahlen, die noch dazu so deutlich ausgegangen sind, einfach weggewischt werden und verräumt werden. Und wir unterstützen auch die Initiative der Europäischen Union und haben uns da aktiv eingebracht, im UNO-Menschenrechtsrat dieses Thema aufzubringen. Natürlich ist auch hier die UNO-Generalversammlung gefordert. Also wir werden hier auf allen Ebenen von der UNO in New York bis Genf, bis Wien, bis Brüssel-Europäische Union tätig werden. Es kann nicht sein, dass eine Militärjunktur quasi eine Politik des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts verfolgt und die internationale Gemeinschaft zuschaut. Zusatzfrage? Ich habe die Gefangenen angesprochen. Es wurden jetzt ja 600 Gefangene entlassen. Also vielleicht dann noch ganz kurz, wie ist aus Ihrer Sicht die aktuelle Lage vor Ort? Und also unabhängig von der Position Österreich, wie schätzen Sie die Entwicklung auch über die nächsten Monate ein? Also man muss ja leider Gottes feststellen, Herr Abgeordneter, dass die Gewaltbereitschaft der Militärjunktur enorm hoch ist. Es sind ja fast täglich Todesopfer zu bedauern. Bisher mindestens 275 Todesopfer bei den Zusammenstößen auf den Straßen. Und ich glaube, die Militärjunktur hat auch unterschätzt, wie stark die Zivilgesellschaft und die Gesellschaft in Myanmar reagieren wird. Sie haben selber, glaube ich, gedacht, dass sie damit davonkommen. Das zeigt auch, dass in einem massiven Anstieg an Verhaftungen, 2.800 Demonstranten wurden verhaftet. Jetzt in den letzten Tagen wurden 600 freigelassen. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber bei Weitem noch nicht genug. Und hier werden wir auch weiterhin gemeinsam innerhalb der internationalen Organisationen mit den Vereinigten Staaten, mit den ASEAN-Partnerstaaten Druck auf Myanmar machen, damit es zu einem nachhaltigen Kurswechsel kommt. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Doch. Danke, Herr Präsident. Guten Morgen, Herr Bundesminister. Stichwort das internationale Atomabkommen mit dem Iran in Wien abgeschlossen, 2015. Welche Initiativen setzt Österreich? Können Sie sich vorstellen, dass man dieses für die Region bedeutende, aber auch für Wien als internationale Ort der Begegnung bedeutende Abkommen wiederbelebt? Nein, Herr Abgeordneter, Sie haben vollkommen recht. Das ist ein Abkommen, für das wir uns moralisch irgendwo auch verpflichtet fühlen. Es wurde in Wien verhandelt. Wir haben da auch damals schon unseren Beitrag geleistet und tun dies weiterhin. Wir sind mit allen Partnern sehr eng im Kontakt, auch zum Beispiel mit Rob Malley, der Iran-Sonderbeauftragte der USA, mit dem Vizeminister des Irans, mit Russland, aber auch mit dem E3. Wir haben momentan eine Paz-Situation. USA und Iran warten ab. Jeder will, dass der andere den ersten Schritt tut. Und ich glaube, die Europäische Union, die E3 sind in Wirklichkeit, und ich bewerbe hier ganz besonders auch den europäischen auswärtigen Dienst, und Brüssel, eigentlich berufen, jetzt hier in den Ring zu steigen und beiden Partnern Vorschläge zu machen, dass sie schrittweise aufeinander zukommen. In diesem Sinne, auch habe ich in den letzten Wochen wiederholt, sowohl mit dem Hohen Vertreter Borrell als auch mit Partnern in anderen Staaten Kontakt gehabt. Und Österreich wird sich in diesem Sinne weiterhin einsetzen. Ich glaube, wir müssen alles tun, dass dieses Abkommen erhalten wird, weil das Schlimmste, was uns geschehen kann, ist ein Zusammenbruch des Abkommens, ein Rüstungswettlauf am Golf, der unsere Sicherheitssituation in Europa massiv beeinträchtigen würde. Stichwort Rüstungswettlauf ist natürlich sehr naheliegend, allein wenn man sich anschaut, wie Saudi-Arabien aufrüstet. Nun, meine Zusatzfrage betrifft den Iran. Wie beurteilen Sie in aller Kürze jetzt natürlich die bilateralen Beziehungen Österreichs zum Iran? Also, wir haben immer danach getrachtet, und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz, gute, stabile, tragfähige, vertrauensvolle Dialogkanäle mit dem Iran zu haben. Das heißt nicht, dass wir natürlich in den Gesprächen, und ich habe mit Außenminister Sarif, bin ich vermutlich im Durchschnitt alle fünf Wochen am Telefon, dass wir da auch sehr deutlich werden. Wir haben zum Beispiel auch bilaterale Problemfälle. Denken wir nur an die österreichischen Doppelstaatsbürger, die dort in Haft sind, die wir regelmäßig ansprechen natürlich. Aber das geht eben auch nur, weil man offene, stabile Dialogkanäle hat. Und das Vertrauen des Irans, dass er uns auch Sachen sagen kann, die wir dann eventuell Partnern weitergeben, ist da. Und wir haben ja letztens in Wien auch eine Organisation, die wiederum in dieser ganzen sozusagen Iran-Thematik immens wichtig ist, die internationale Atomenergiebehörde, mit der ich fast wöchentlich in Kontakt bin, mit Raphael Grosse, dem Leiter. Also ich würde sagen, die Beziehungen sind sozusagen aus über Jahrhunderte gewachsen, muss man eigentlich beim Iran sagen. Es gibt einen Dialogkanal, aber wir scheuen uns nicht auch hin und wieder sehr deutlich, die Punkte aufzubringen, wo wir mit der iranischen Politik, sei es Exekutionen, sei es Atom-Uran-Anreicher, nicht einverstanden sind. Nächste Frage stellt der Abgeordnete Gerstl. Zusatzfrage? Sehr geehrter Herr Bundesminister, ich möchte Ihnen zu Beginn ein ganz herzliches Danke sagen, als Vorsitzender der österreichisch-iranischen Freundschaftsgesellschaft, auf Parlaments-Ebene für Ihre Unterstützung, die Sie hier für den Iran und auch für die Welt in dem Sinne eigentlich hier machen, wie Sie zuvor ausgeführt haben. Meine Frage geht jetzt noch ein bisschen weiter. Wir sprechen ja nicht nur über Non-Proliferation, sondern überhaupt über Abrüstung. Und ein Engagement, das Österreich ganz besonders auszeichnet, ist das Verbot von Killerrobotern. Können Sie uns ein bisschen sagen, welche weiteren Schritte Sie im Bereich der Abrüstung als Österreich setzen und was Ihnen da besonders wichtig ist? Danke, Herr Abgeordneter. Ich glaube, das Thema künstliche Intelligenz und humanitäres Völkerrecht, künstliche Intelligenz und Menschenrechte, ist eines, wenn nicht das, Zukunftsthema. Wir sehen es ja auch gerade wieder in anderen Staaten, auch während der Pandemie, dass man versucht, manchmal Technik einzusetzen, um Grund- und Menschenrechte in Wirklichkeit auszuhöhlen, zu unterminieren oder sogar einzuschränken. Ich glaube, das ist ein Zukunftsthema. Wir werden das auch im UNO-Menschenrechtsrat zum Thema machen. Und eine besondere Herausforderung in diesem Zusammenhang sind die von Ihnen genannten Killerroboter. Das heißt, die autonomen Waffensysteme, wo in Wirklichkeit ein Algorithmus letzten Endes in Bruchteilen von Sekunden entscheidet über Leben oder Tod. Und das geht weder rechtlich noch moralisch noch ethisch für uns. Und da wollen wir dafür arbeiten, dass es eine internationale Verbotskonvention gibt, so wie wir es schon erreicht haben, bei Streumunition, bei Antipersonenminen und letztlich auch bei den Atomwaffen. Und dass wir hier eine gemeinsame internationale Phalanx aufbauen, Experten, Zivilgesellschaft, NGOs, Regierungen. Und es wird Anfang, in diesem Herbst schon eine Konferenz geben, hier in Wien bei der UNO, wo wir genau diese Koalition, wenn man so will, zusammenführen will und die ersten Schritte in Richtung Bewusstseinsbildung, in Richtung einer internationalen Bewegung setzen wollen, um hoffentlich ein Verbot solcher Killerroboter zu erreichen. Zusatzfrage zu den Abgeordneten Litscher. Ja, danke, Herr Minister. Über den Iran haben wir jetzt schon sehr viel gehört. Ich möchte nochmal trotzdem zurückkommen. Ich bin ja froh, dass wir dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten sind. Aus England haben wir gehört, dass Hinklip und CE finanziert wird und auch die Anzahl der Atomwaffensprengköpfe jetzt wieder erhöht wird. Da sieht man, dass es sehr oft miteinander verquickt wird. Welche Bemühungen oder konkreten Maßnahmen setzt Österreich auf biomultilateraler Ebene, um die Abrüstung der Atomwaffen und gegen die Kernenergiesaison entschiedener aufzutreten? Danke sehr. Für mich ist eigentlich beides sozusagen die zwei Seiten von einer Münze. Österreich hat eine ganz klare Linie zur Kernenergie. Wir lehnen sie ab. Das ist nicht eine Quelle erneuerbarer Energie oder Nachhaltigkeit. Da haben wir eine ganz klare Politik und ich freue mich auch sehr an einen starken Konsens über alle Parteien. Und in Wirklichkeit der Einsatz gegen Kernwaffen ist dann sozusagen die andere Seite dieser Medaille. Und auch hier ist Österreichs Speerspitze. Es ist ja Gott sei Dank, dass den Vertrag, den wir seit Jahren gepusht haben, gemeinsam mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, wie Sie genannt haben, den Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft getreten. Die erste Vertragsparteienkonferenz wird Anfang nächstes Jahres hier in Wien stattfinden. Also wir sind absolute Speerspitze. Und Sie haben es ja richtig genannt, so zu tun, als wäre diese Bedrohung eine abstrakte, eine nicht da seiende, ist völlig naiv. Die Experten in Wirklichkeit sagen, dass die Bedrohung heute sogar größer ist als in Zeiten des Kalten Krieges. Und als wir gerade die Diskussion hatten in Wien um die Präsentation des sozusagen beim Inkrafttreten des Vertrages, gab es eine Headline, die Titelseite vom Economist mit einer Atompilz und sagen, who will go next. Also das ist ein Thema, das massiv präsent ist. Und ich glaube, die Maßnahmen in einigen Staaten, wie zum Beispiel UK, die Ankündigungen aufzurüsten. Andere Staaten puttern Milliarden in moderne Trägersysteme, die die Reaktionsgeschwindigkeit oder Reaktionszeit noch einmal verkürzen, damit die Risken noch einmal erhöhen. Wir haben 60 Kilometer außerhalb Österreichs in Aviano Atomsprengköpfe. Also ich sage nur Fukushima, ich sage nur Tschernobyl, das wäre ein Vielfaches davon. Also wir tun gut daran, hier dran zu bleiben, Bewusstsein zu bilden und diesen Verbotsvertrag voranzubleiben. Die nächste Frage stellt die Abgeordnete Steger, bitte. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, wir erleben zurzeit auf europäischer Unionsebene einen Tabubruch nach dem anderen. Die Corona-Krise wird von der Europäischen Union dafür missbraucht, um Stück für Stück noch mehr Kompetenzen an sich zu ziehen. Mit dem geplanten Wiederaufbaufonds sollen 750 Milliarden an Zuschüssen und Krediten an marode Staaten gezahlt werden, die vor allem deswegen so schlecht dastehen, weil sie vorher schon schlecht gewirtschaftet haben. Damit werden nicht nur alle EU-Verträge gebrochen, sondern die EU auch das erste Mal gestattet, Schulden aufzunehmen. Diese Schulden müssen natürlich jetzt finanziert werden, und zwar durch die Einführung europäischer Steuern. Und damit wären wir schon beim nächsten Tabubruch. Zuerst soll eine Digitalabgabe kommen, dann wahrscheinlich eine CO2-Steuer und dann werden noch viele weitere Steuern folgen, bis wir endgültig unsere Steuerhoheit verloren haben und damit einen der größten Lenkungsmechanismen, den ein Staat hat. Und damit wäre das auch ein gewaltiger Einschnitt in unsere nationalstaatliche Souveränität. Die ÖVP hat sich in der Vergangenheit nicht nur einmal gegen die Einführung europäischer Steuern ausgesprochen. Daher meine Frage an Sie, Herr Minister, und vielleicht können Sie das auch für die Wähler zu Hause vor den Bildschirmen einmal klarstellen. Sind Sie jetzt für die Einführung europäischer Steuern oder dagegen? Frau Abgeordnete, ich kann Sie beruhigen. Die ÖVP-Linie hat sich überhaupt nicht geändert. Die Waren gegen EU-Steuer und sind es in Zukunft auch. Zu dem Recovery-Fonds, der Next Generation, Wiederaufbaufonds post-Covid-19. Die Kapitalbeiträge müssen ja dann zurückgezahlt werden bis 2058. Das ist also nicht so, dass es ein schwarzes Loch ist. Und was Sie genannt haben, die Plastikabgabe, auch wenn sie sozusagen als Plastiksteuer in den Medien bezeichnet wird, ist keine Steuer, sie ist keine Abgabe, sie ist eine eigene Bemessungsgrundlage, die unseren Eigenmitteleinteil, das wir in Brüssel übertragen müssen, sogar verringert. Und wenn wir sehen, die interne Debatte, die wir haben, aus welchem Topf das gemacht wird, wenn wir das direkt aus dem Budget zahlen können, das ist ja schon der Beweis, es ist keine Steuer, weil das könnten wir sonst gar nicht aus dem Budget zahlen. Zusatzfrage? Herr Minister, Sie wissen, dass die Digitalabgabe nur eines von vielen Beispielen ist, einer langen Liste, die die Europäische Union vorhat, an Steuern einzuführen. Aber ich komme zur nächsten Frage. Wie Sie wissen, braucht es für den Wiederaufbaufonds, trotz der bereits erfolgten Zustimmung von Bundeskanzler Kurz, im Europäischen Rat, erst noch eine Ratifizierung des Eigenmittelbeschlusses im österreichischen Parlament? Bundeskanzler Kurz hat nicht nur einmal gesagt, dass er dem Wiederaufbaufonds nicht zustimmen wird, wenn es zu einer Dauereinrichtung werden würde oder wenn es zu einer Vergemeinschaftung der Schulden kommt. Meine Warnungen wurden von Ihnen immer ignoriert. Jetzt liegt Schwarz auf Weiß vor, und zwar in der Form eines umfassenden Berichts vom Deutschen Bundesrechnungshof, der genau Ihren Aussagen widerspricht und bestätigt, dass es zu einer Vergemeinschaftung der Schulden kommt und zu einer Dauereinrichtung wird. Er bezeichnet es sogar noch mehr, den Wiederaufbaufonds, als eine Zerreißprobe für die EU. Und der Bundesrechnungshofpräsident sagt sogar, dass der Wiederaufbaufonds die EU letztlich nicht stärkt, sondern schwächt und die Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion gefährdet. Das war das Zitat daraus. Laut den Aussagen vom Bundeskanzler Kurz dürfte die ÖVP also niemals diesem Wiederaufbaufonds zustimmen. Daher meine Frage noch einmal jetzt mit diesem vorliegenden Bericht. Überdenken Sie noch einmal Ihre Zustimmung zu dem Wiederaufbaufonds, weil Sie sonst Ihren eigenen Aussagen widersprechen würden. Das stimmt nicht ganz. Der Wiederaufbaufonds ist nur eine vorübergehende Maßnahme. Ich erinnere die Frau Abgeordnete daran, dass wir auch in Österreich in den letzten Monaten sofort Hilfsmaßnahmen und zwar sehr großzügige geschnürt haben. Wir sind in einer besonderen Ausnahmesituation, die uns noch monatelang begleiten wird. Das ist aber sozusagen ein Hilfspaket. Das heißt ja genauso wie der Aufbaufonds nach der Pandemie, nach der sozusagen wirtschaftlichen Zerstörung, die wir erlebt haben werden. Wir werden den Eigenmittelbeschluss rechtzeitig ratifizieren. Und das ist ein vorübergehendes Phänomen. Und das macht aus der Europäischen Union weder eine Schuldenunion noch eine Transferunion. Das kann ich Ihnen versichern. Nächste Frage stellt der Abgeordnete Raimond. Danke. Herr Außenminister, Sie haben ja in Ihrem Haus in den letzten 12, 15 Monaten im Bereich der Katastrophenhilfe, humanitären Hilfe einiges umgestellt, den Bereich massiv ausgeweitet und gestärkt. Wofür ich auch Danke sagen möchte, weil das vor Ort gut ankommt und ich mir da zum Beispiel im Nahen Osten auch ein Bild davon machen konnte. Da ist erst vor wenigen Tagen, sonst mittlerweile Wochen, vor wenigen Tagen die größte Tranche des AKF freigegeben worden für die Nachbarländer Syriens von 13,5 Millionen Euro. Jetzt ist die Frage, wie soll sich diese Hilfsmaßnahmen, die da gesetzt werden, die Sie in Ihrem Haus setzen, langfristig weiterentwickeln? Welche Bestrebungen gibt es? Die Leitlinie für internationale Hilfe wurde 2007 erstellt. Wird wohl Zeit, die mal wieder anzupassen oder daran zu arbeiten? Welche Bestrebungen gibt es daran zu arbeiten? Und das Thema der humanitären Hilfe in der Entwicklungszusammenarbeit, langfristig? Danke, Herr Abgeordneter, und danke, dass Sie daran erinnern, dass die Bundesregierung ja letzte Woche die größte Einzelausschüttung in der Höhe von 13,5 Millionen zu Führung gestellt hat für die österreichischen NGOs, für die Hilfe vor Ort. Es ging um vier Staaten in Afrika, Jordanien, Libanon und Ukraine. Und ja, im Regierungsprogramm haben wir eine ganz klare Linie festgelegt, nämlich die Erstellung einer humanitären Strategie. Sie haben richtig darauf hingewiesen, die jetzigen Leitlinien gehen auf 2007 zurück. Es ist also eine Zeit, sie umzuarbeiten. Und mit diesem Thema wollen wir auch das Thema der humanitären Hilfe innerhalb der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit aufwerten. Es geht auch um ein besseres Zusammenspiel der Instrumente. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, Konflikte sind immer lang andauernder, immer komplexer in ihrer Art. Und wir wissen aber gleichzeitig, dass die Finanzmittel nicht unbeschränkt sind. Ja, wir haben enormes Plus gekriegt, sowohl bei der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, eine Verdopplung des österreichischen Auslandskatastrophenfonds für die humanitäre Soforthilfe. Aber auch diese Mittel sind letztlich beschränkt. Und um sie effizienter einzusetzen, vielleicht auch um innovative Elemente hineinzubringen und mehr, Was mir wichtig ist, ist der Begriff mehr Planbarkeit. Und das war ja auch Thema der Ausschüttung letztes Wochenende, mehr Planbarkeit reinzubringen. Dazu wollen wir diese humanitäre Strategie ausarbeiten. Umsatzfrage? Der Dinger jetzt bei dieser Ausarbeitung, aktuell. Die Arbeiten haben im Herbst letzten Jahres begonnen. Und sie sollen bis Sommer heuer abgeschlossen werden. Die erste Planarveranstaltung mit allen Stakeholdern hat diesen Januar begonnen. Also auch da ist mir wichtig, dass es ein Prozess ist, den wir nicht irgendwie in einem Elfenbeinturm im Außenministerium entwickeln, sondern mit den Stakeholdern, mit den Leuten, die Expertise haben von der Arbeit vor Ort. Was funktioniert, was funktioniert nicht? Wo brauchen wir vielleicht größere Planbarkeit? Welche innovativen Elemente auch der Kohärenz und Verzahnung mit anderen Playern in diesem Bereich können wir da aufnehmen? Das ist mir auch wichtig. Es ist bitte nicht humanitäre Hilfe, war nie und soll auch nicht eine reine Veranstaltung des Außenministeriums sein. Wir haben eher, das ist mein Problem in der ganzen Thematik Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit, das Gefühl, es wird alles dem Außenministerium zugewiesen. Viele andere Ministerien, auch die Bundesländer sind aktiv und auch die gilt es hier in einen kohärenten Strategie als Teilnehmer und Ownership reinzubringen. Die Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Matznetter. Ja, danke Herr Präsident. Herr Bundesminister, Sie haben gerade gesagt, das soll nicht im Elfenbeinturm des PMI entwickelt werden, sondern unter Einbeziehung aller. Meine Frage geht ganz konkret, die Einbeziehung des Parlaments würde umschließen, dass Sie uns sehr kurzfristig im EZA-Unter Ausschuss zur Verfügung stünden, damit wir auch die parlamentarische Einbindung bei dieser Neugestaltung haben. Wann kommen Sie, Herr Bundesminister? Eine Fragestunde zu verwenden, um die Tagesordnung, den Kalender eines Ausschusses oder eines Unterausschusses festzulegen, ist ungewöhnlich. Ich stehe natürlich zur Verfügung. Wir hatten, glaube ich, einen sehr guten Unterausschuss vor einiger Zeit. Wir haben mehrere Themen von der humanitären Strategie, dem Dreijahresprogramm. Also, ich glaube, da werden wir sicher einen Termin finden. Zusatzfrage stellt die Frau Abgeordnete Salzmann. Sehr geehrter Herr Bundesminister, der Konflikt in Syrien besteht ja seit mittlerweile mehr als zehn Jahren und hat eine der am längsten anhaltenden humanitären Krisen gebracht. Mich würde jetzt interessieren aus Ihrer Einschätzung, wie sehen Sie die Chance für eine politische Lösung für diesen Syriankonflikt? Und als zweites auch, was tut Österreich, um die betroffenen Staaten in dieser Region auch zu unterstützen? Herr Abgeordneter, Sie haben vollkommen recht. Den zehnten Jahrestag, den wir letzte Woche begangen haben, war eigentlich eine bittere Erinnerung, dass das wirklich schon ein Konflikt ist mit einem unglaublichen Maß an Zerstörung, an Leid, an Todesopfern, die zu beklagen sind, in einem, ich sage es auch wirklich persönlich dazu, einem wunderbaren Land, das so tief an Geschichte ist, an Reichhaltigkeit, auch an kultureller Vielfalt. Eine der ältesten christlichen Gemeinden waren in und um Aleppo angesiedelt. Also das ist an Bitternis kaum mehr zu überbieten. Wir haben aber immer noch die Problematik in Syrien, dass einige Gruppierungen weiterhin glauben, mit Waffengewalt hier Lösungen hervorbeiführen zu können. Wir hatten ja erst vor kurzem wieder Luftangriffe auf Aleppo. Also solange einige glauben, dass Waffengewalt das Mittel ist, um etwas zu erzielen, haben wir ein Problem. Wir haben natürlich auch die Thematik Stellvertreterkrieg. Ich glaube aber, dass auch durch den Wechsel in die US-Administration hier ein Wandel stattfinden könnte. Wir dürfen einfach als internationale Gemeinschaft nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, das ist schrecklich, aber wir können nichts ändern. Wir müssen was ändern. Und Österreich leistet auch seinen Beitrag. Wir haben vor Ort ein Anti-Minen-Projekt laufen. Und das werde am 30. März, am Ende März, findet eine Pledging-Konferenz zu Syrien statt. Und Österreich wird immerhin eine sehr namhafte Summe, nämlich 18,2 Millionen Euro für Syrien, für humanitäre Hilfe zur Verfügung stellen. Die nächste Zusatzfrage stellt die Frau Abgeordnete Brandstätter. Herr Präsident, guten Morgen, Herr Minister. Also im Prinzip hat der Kollege Raimon nach Erneuerung gefragt, nach neuen Ideen und einer neuen Ausrichtung. Und jetzt ist ja die Geschäftsführer-Position der Ader heuer auch neu zu besetzen. Und der momentane Geschäftsführer ist seit zwei Amtsperioden im Amt. Es gibt keine einzige Frau in leitenden Positionen. Und das, obwohl ja Geschlechtergerechtigkeit auch ein erklärtes Ziel der Ader ist. Und es wäre natürlich jetzt auch eine außerordentlich gute Möglichkeit, gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Neue Ideen, wie Kollege Raimon sich das wünscht, neuen Schwung durch eine neue Geschäftsführung. Und endlich die Chance, auch einmal eine Frau in Betracht zu ziehen. Und deshalb meine Frage, Herr Minister, werden Sie die Chance dieser Neubesetzung, der Geschäftsführung nutzen, um die Ader wirklich zu reformieren und neu auszurichten? Also ganz offen, die Ader beruht auf einem eigenen Bundesgesetz und ist einer GmbH. Ich weiß gar nicht, bin noch gar nicht informiert. Es gab eine Ausschreibung. Die Frist ist abgelaufen. Die Kommission muss noch tagen. Ich weiß gar nicht, wer sich beworben hat dafür. Mir wurde auch noch nichts vorgeschlagen. Das ist auch richtig so, weil Sie erst die Bewertung vornehmen sollen. Und ich weiß, es gab in letzter Zeit sozusagen Medienberichte dazu aus einer Evaluierung, die 2019 stattgefunden hat. Ja, ich gebe Ihnen zum Beispiel recht, bei der Frauenquote müsste man mehr machen. Ich glaube aber, die Situation, wie mir berichtet wurde, hat sich erheblich verbessert in den letzten Jahren. Das ist auch eine Bestandsaufnahme, die teilweise vier Jahre bis fünf Jahre zurückliegt. Der Bericht wurde 2019 veröffentlicht und ging auf Informationen zurück von 2018, 2017 teilweise. Der hat sich die Situation verbessert und ich kann Ihnen eines versichern, was wir als Außenministerium machen in diesen Fällen, und das haben wir auch gemacht, ist auf die Ader einzuwirken und das mit Erfolg eigentlich, dass sie diese Kritikpunkte aufgreift und sei es im Personalmanagement, sei es bei Frauenquoten, klare Schritte setzt und eine eigene Strategie aufbaut. Und das ist auch in den letzten Monaten erfolgt. Die nächste Hauptfrage stellt wieder die Frau Kollegin Brandstetter. Herr Minister, die österreichische Entwicklungshilfe will sich in den nächsten drei Jahren für Frieden, Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratisierung einsetzen. Und in einer Anfragebeantwortung vom April letzten Jahres schreiben Sie zum Thema Kontrolle der Verwendung der österreichischen EZA-Gelder, es soll, und ich zitiere, auch die Zivilgesellschaft unterstützt werden, um genau diese Kontrolle auszuüben und Transparenz einzufordern. Jetzt ist aber gerade die Zivilgesellschaft in Ländern, in denen autoritäre Regime Wahlen verfälschen und die Opposition unterdrücken oder Bürgerkrieg führen, extrem schwach. Und die beiden Länder, die die höchsten Hilfen erhalten, sind Uganda und Äthiopien. Und das sind genau solche Länder. Und sie schreiben ja selbst auch im schriftlichen Update zur Umsetzung der OECD-A in den Schwerpunktländern, dass die schweren Menschenrechtsverletzungen im Umfeld der organischen Wahlen auch Partnerinstitutionen der OECD-A betroffen haben. Daher meine Frage, wie können Sie in Staaten mit autoritären Regimesystemen sicherstellen, dass die österreichischen EZA-Zuwendungen tatsächlich den Entwicklungszielen und nicht dem Regime zugutekommen? Das ist eine sehr wichtige Frage, die Sie stellen, Frau Abgeordnete. Es ist aber, muss ich ganz klar sagen, nicht so, dass Österreich Budgethilfen leistet, indem wir einfach eine Summe Geld einem Drittstaat zur Verfügung stellen und sagen, mach damit, was du willst. Unsere EZA-Mittel sind ganz klar geirrmarkt. Sie müssen einem gewissen Zweck zugeführt werden. Und natürlich haben wir Situationen, auch in Äthiopien, in der Provinz Tigré, sind Projekte Österreichs betroffen. Zum Beispiel das SOS Kinderdorf, Don Bosco. Also da sind verschiedene Organisationen, die Partnerorganisationen von uns sind betroffen. Aber es ist nicht so, dass wir einfach Geld blind in irgendeinen Staat reinschütten, sondern es gibt ganz klare Zweckbindungen, es gibt Monitoringmechanismen, ein engmaschiges Monitoringmechanismus. Dazu dienen ja genau auch unsere Koordinierungsbüros im Ausland in den Schwerpunktländern, die das als Hauptaufgabe haben. Und es gibt klare Berichtspflichten, die auch zum Teil externe Wirtschaftsprüfer mit einschließen oder internationale Institutionen. Also ja, es ist eine Herausforderung natürlich. Am liebsten würden wir Entwicklungshilfe immer direkt an den notleidenden Menschen geben. Aber ein gewisses Minimum an Zusammenarbeit mit staatlichen Strukturen lässt sich oft nicht verhindern. Und letzten Endes haben wir da ein gemeinsames Ziel. Ohne Good Governance, ohne Rechtsstaatlichkeit, ohne ein Minimum an Verlässlichkeit bei den öffentlichen Strukturen wird Entwicklungshilfe in einem Staat auch wenig bewirken können. Das heißt, ihr braucht es einen Dialog, aber ich kann Ihnen versichern, es gibt kein österreichisches Geld, das irgendwo versickert und das sozusagen anonyme Budgethilfe ankommt. Zusatzfrage? Die nächste Frage stellt die Abgeordnete Kugler. Guten Morgen, Herr Bundesminister. Autoritäre Regierungen haben wir auch in unmittelbarer europäischer Nachbarschaft. Und ich denke jetzt an Belarus. Sie haben diese Woche einen Mechanismus vorgestellt, gemeinsam mit 18 anderen Staaten, einen Rechenschaftsmechanismus für Belarus. Wie sieht dieser Mechanismus aus? Es gibt eigentlich zwei Ansätze. Und der Hintergrund ist, dass wir im Grunde genommen ein erschreckendes Maß an anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in Belarus beobachten müssen. Willkürliche Verhaftungen, Polizeigewalt. Und es kann nicht sein, dass hier ein Gefühl der Straffreiheit überhandnimmt und die Behörden und die Polizeiinstitutionen glauben, sie kommen davon und sie werden nicht verfolgt. Und es gibt zwei Ansätze. Das eine ist im Rahmen der UNO, im UNO-Menschenrechtsrat, haben wir sehr stark unterstützte Einrichtungen eines Untersuchungsmechanismus. Das steht im Zentrum das Büro der UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte. Dieser Mechanismus soll beim Jahreswechsel Anfang 2022 operationell sein. Um aber nicht so lange zu warten, weil wir sind jetzt im März und wir können jetzt einfach neun Monate zuwarten, haben wir jetzt schon unterstützt, politisch und finanziell, die Einrichtung einer internationalen, unabhängigen Plattform von NGOs, belarussischen NGOs und europäischen NGOs, die Beweismittel sammeln und bewahren, damit wir sie dann zur Verfügung haben, wenn wir sie brauchen und wenn wir dann sozusagen die Rechenschaftsnotwendigkeit und die Verantwortlichkeit der Täter in Belarus zutage bringen wollen. Das sind jetzt keine sozusagen Duplizitäten oder widersprüchlichen Mechanismen, sondern sie greifen ineinander über. Ich sehe das so, dass diese internationale, zivilgesellschaftliche Plattform der Beweissicherung dann ihren Bericht vorlegt, der UNO-Hochkommissarin und die dann sozusagen offiziell, wenn man will, in Anführungszeichen, die Arbeit weiterführt. Nächste Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Hafenecker. Danke, Herr Präsident. Schönen Vormittag, Herr Bundesminister. Ich möchte an die Frage von der Frau Kollegin Künzberg-Saray anschließen. Und zwar, es geht darum, wie man mit den EZT-Geldern umgeht. Und es geht auch darum, dass wir jetzt gerade in einer Krise, wo wirtschaftlich wirklich die Situation nicht einfach ist, noch die EZT-Gelder erhöhen. Und wie gehen wir damit um, dass es auch EZT-Gelder gibt, die in totalitäre Systeme laufen. Das heißt, wie können wir hier eine Sicherheitsschleife einziehen, dass eben diese Gelder, die wir zur Verfügung stellen, dem österreichischen Steuerzahler abbringen sozusagen, dass die auch vernünftig eingesetzt werden und nicht in irgendwelchen korrupten Systemen landen. Das wäre eine Frage, die ich an Sie hätte. Und vor allem sollten wir nicht auch in diesem Zusammenhang davon ausgehen, dass wir uns auch anschauen müssen, welche Länder die EZT-Gelder empfangen, haben zum Beispiel höhere Militärbudgets, als Österreich das hat. Und quersubventionieren wir damit nicht auch Militärbudgets von totalitären Systemen. Auch das sollte man sich anschauen. Und schlussendlich sollte man die EZT-Gelder nicht auch davon abhängig machen, dass es jedenfalls Rückführungsabkommen für Migranten gibt. Also alles das sind Punkte, die man gerade in Zeiten einer Krise, wo es um die Wirtschaft nicht gut bestellt ist, überlegen sollte. Und deswegen würde mich Ihr Zugang dazu interessieren. Also ganz offen, ich bin sehr dankbar, dass wir die Entwicklungszusammenarbeitsmittel erhöht haben. In Wirklichkeit waren sie lange Jahre und Jahrzehnte nicht wirklich berauschend hoch in diesem Land. Da ist noch Luft nach oben. Punkt zwei, natürlich haben Sie recht. Die Entwicklungsstaaten sind oft auch Staaten mit schwachen staatlichen Strukturen, mit einem Korruptionsproblem. Aber unsere Entwicklungszusammenarbeit richtet sich auf die Menschen. Das ist Frauenrechte, das ist Wasseraufbereitung. Das sind also ganz konkrete Maßnahmen, wo wir nicht jetzt mit dem Staat ihm Geld geben, sondern mit ihm zusammen eventuell, dass sie das Maximum Projekte durchführen, die streng gemonet worden werden, wo das Geld, was ich vorher schon ausgeführt habe, auch zweckgewidmet ist und überprüft wird. Aber es muss ein Minimum an Zusammenarbeit natürlich mit den staatlichen Strukturen geben. Letzten Endes, wenn wir ein Entwicklungsland aus seiner Situation rausführen müssen, dann müssen wir auch darauf hinführen, dass es am Schluss sinnvolle Verwaltungsstrukturen gibt. Aber Querfinanzierung von Militärausgaben oder anderen Ausgaben wird es sicher nicht geben und hat es auch nicht gegeben. Die nächste Frage stellt da. Wichtigen Zusatz, wenn ich noch darf, Sie haben vollkommen recht. Ich glaube, Kohärenz und Konditionalität sind, glaube ich, zwei ganz wesentliche Stichworte, auch bei der Entwicklungszusammenarbeit. Das ist nicht etwas, was im luftleeren Raum stattfindet. Und so wie wir auch auf europäischer Ebene darauf drängen, so mache ich das auch auf nationaler Ebene. Und da gibt es aber nicht nur die Entwicklungsgelder. Da gilt auch der Freihandel dazu und generell sozusagen die Gestaltung unserer bilateralen Beziehungen. Wenn wir bei Rückübernahmen Fortschritte erzielen wollen, da bin ich ganz bei Ihnen. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Straße. Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzter Herr Bundesminister. Vergangene Woche haben Sie festgestellt, in Bezug auf den Westbalkan, es darf kein weiteres verlorenes Jahr sein. Die Europäische Kommission und einige Länder haben sich da wirklich auf den Weg der Reformen begeben. Es laufen da Projekte und es besteht aktuell schon der Eindruck, dass da eine gewisse Frustration sich aufbaut und dass diese Frustration und dieser sozusagen Reformstau dann letztendlich auch von Russland, Kinn oder der Türkei in der Form von Einflussnahme ausgenutzt werden könnte. Welche Maßnahmen empfehlen Sie da der EU? Welche Maßnahmen können da gesetzt werden? Vielen Dank für die Frage, weil der Westbalkan ist für uns einfach eine ganz zentrale Region, mit der wir wirtschaftlich, politisch, menschlich engstens verbunden sind. Und ja, ich war sehr enttäuscht, dass wir letztes Jahr nicht die Beitrittsverhandlungseröffnung mit Nordmazedonien und Albanien erzielt haben. Wir müssen darauf schauen, dass 2021 nicht wieder ein verlorenes Jahr wird. Es bleibt einfach Europa Stückwerk, solange wir diese Region, die ja von EU-Mitgliedstaaten umringt ist, die ganz klar europäisch ist, die Teil unserer Geschichte ist, nicht auch Mitglied in der Europäischen Union ist. Wir dürfen aber auch das, was wir gemacht haben, nicht kleinreden. Zum einen hat die Europäische Union schon letztes Jahr ein massives Hilfspaket von 3,3 Milliarden Euro im Zusammenhang mit der Pandemie zur Verfügung gestellt. Heuer hat die Kommission 70 Millionen noch einmal draufgelegt für Impfstoffbeschaffung. Ich werde selber gemeinsam mit den Partnern der Central Five, also unseren Nachbarstaaten, die Region bereisen. Das wird ein sehr deutliches Signal sein, wenn vier bis fünf Minister gleichzeitig ankommen. Es ist unser Ansinnen. Es muss auf der politischen Agenda bleiben. Ich habe auch mit einer Reihe von anderen Staaten gemeinsam eine Initiative gestartet und bin sehr froh, dass wir im März eine strategische Debatte zum Westbalkan auf Außenminister-Ebene haben werden, weil ich möchte nicht, dass wir den Westbalkan immer nur auf die Erweiterung reduzieren. Wir haben sehr viel mehr mit dieser Region gemeinsam. Wir haben aus Europa sehr viel mehr mit ihr zu tun und es immer nur aus der Öffnung, Schließung von Kapiteln und Sonstiges zu reduzieren, tut weder unserer strategischen Interessen noch dieser Region recht. Zusatzfrage? Und konkret die Einflussnahme, China, Russland, Türkei. Gibt es da Projektansätze, wo man wirklich politisch ansetzen kann? Ja, es geht natürlich auch ums Narrativ. Das sehen wir jetzt zum Beispiel auch bei den Covid-19-Impfungen und es gibt in der Politik kein Vakuum. Also wenn das Gefühl entsteht, und da haben Sie ganz recht, und dagegen müssen wir ankämpfen, dass Europa sich hier abwendet, mit anderen beschäftigt ist, sich in einer Nabelschau ergeht und den Westbalkan vergisst, dann werden natürlich andere Staaten stärker auftreten. China, Russland, die Türkei. Aber ganz offen, wir müssen auch die Kirche im Dorf lassen. Wenn wir uns die Zahlen, direkte Investitionen anschauen, Handelszahlen, Handelszahlen usw., dann liegen wir noch immer Lichtjahre vor diesen Staaten. Aber man dürfte es trotzdem nicht kleinreden, weil wir sehen ja auch schon, ich habe das in Belgrad letzten März, Plakate in den Straßen, unser größter Freund ist Xi Jinping, also der chinesische Präsident, weil er uns hilft. Da muss Europa, glaube ich, sehr vorsichtig sein und sehr wachsam sein, weil es ist eine europäische Region und da müssen wir immer am Steuer sitzen. Nächste Zusatzfrage stellt der Abgeordnete Bahnstetter. Danke, Herr Bundesminister, volle Übereinstimmung. Was Xi Jinping betrifft, den Transport von Hilfsmitteln hat die Europäische Union bezahlt und der serbische Präsident hat erzählt, die Chinesen helfen meine Frage. Was machen wir, auch in dieser Region viel deutlicher zu sagen, aber auch hier deutlich zu sagen, dass Europa ja so viel macht schon dort, es kommt noch überhaupt nicht an. Also die Kommunikationspolitik der EU, wie kann die besser werden, dass die Leute dort verstehen, wie wichtig wir sind? Herr Abgeordneter, da rennen Sie bei mir sozusagen auf eine Scheunenteuer. Wir müssen viel besser werden bei der Selbstvermarktung, um es so zu sagen. Allein wenn wir denken an die Direktinvestitionen. Die EU, 70 Prozent aller Direktinvestitionen kommen aus der Europäischen Union. Von den Chinesen kommen 20 Prozent. Bei Ihnen sind es oft Kredite, die teilweise die Staaten massiv in einer Schuldenfalle fallen lassen. Bei uns sind es Zuschüsse. Ich glaube, dass wir und Österreich ist das sicher, würde ich sagen, vorbildlich, weil wir einfach immer in diesem EU-Verband dort auftreten und klar sind, dass wir immer den Link machen zwischen, die Verbindung machen zwischen Brüssel und den Partnern vor Ort. Andere, glaube ich, und das ist vielleicht ein Grundproblem, treten ja Nationalstaaten auf. Ich glaube, wesentlich für uns ist es zusammen vor Ort zwischen den Botschaften und der EU-Delegation, dass wir auch immer wieder präsent ist. Und ein zweiter Punkt, wo ich sehr stark ansetze, ist natürlich auch in den Hauptstädten in den EU-Mitgliedstaaten. In Österreich muss man niemanden überzeugen, was die Bedeutung, die Wichtigkeit dieser Region betrifft. Aber wir haben noch Überzeugungsarbeit zu leisten in Paris, in Den Haag und anderswo. Und das ist sicher bei dem Thema Darstellung, was die EU dort alles macht, ein Bremsblock. Die engste Zusatzfrage stellt die Abgeordnete Vogler. Herr Minister, der Westbalkan ist auch bekannt dafür, dass es den Roma und Romnian dort nicht gut geht. Die Entwicklungen auch in den letzten Jahren lassen zu wünschen übrig. Fördergelder kommen nicht an. Die Struktur bleibt gleich. Also wir stagnieren. Die Roma-Strategie hat nicht gegriffen. Welche konkreten Maßnahmen setzt und auch betreibt Österreich am Westbalkan für Menschenrechte, für die Rechtsstaatlichkeit gerade im Bereich des Antiziganismus? Also ich würde hier auf zwei Ebenen ansetzen. Zum einen drängen wir auch innerhalb der Europäischen Union darauf, und das ist der wesentliche Hebel, der wesentliche Motivationsfaktor, dass das immer zum Thema wird. Und ich bin eigentlich sehr glücklich, dass wir in der neuen Erweiterungsmethodik den Bereich Justiz, Grundrechte zum wichtigsten Thema erhoben haben. Das ist ja ein bisschen sozusagen die Lessons learned aus den vergangenen Erweiterungen, dass wir gewusst haben, es ist nicht getan mit dem Beitritt, sondern das ist ein jahrelanger Prozess. Und es ist jetzt so, dass das Thema Justiz, Grundrechte am Beginn steht und den gesamten Verhandlungsprozess begleitet. Und das letzte Kapitel wäre, dass man am Schluss abschließt. Aber es gibt eine Reihe auch von wesentlichen Twinning-Projekten, wo wir gemeinsam mit Partnerorganisationen als Österreich präsent sind. Das sicher sichtbarste, würde ich sagen, ist das Vetting, also die Überprüfung der Richter in Albanien. Das war ein Prozess, der sehr viel debattiert wurde, wo wir natürlich auch unsere Erfahrungswerte gemacht haben. Und das ist ein Projekt, das von Österreich betrieben wird. Also unser Ansatz ist natürlich, unser Interesse auch, und das sage ich ganz offen, als wesentlicher Wirtschaftspartner, dass wir vor Ort eine Struktur haben, wo Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit, Justiz und Korruptionsfreiheit besteht. Weil das ist auch zum Schutz unserer Wirtschaftsinteresse in dieser Region. Aber letzten Endes wollen wir diese Staaten in der EU und das ist der beste Weg dorthin. Die nächste Frage stellt die Abgeordnete Bayer. Wir haben schon gesprochen über die dramatische Situation in Myanmar heute einmal, wir werden es später am Tag noch einmal tun, wo das Militärregime hunderte Menschen, friedlich demonstrierende Menschen getötet hat, tausende inhaftiert hat. Und ich bin wahrlich nicht diejenige, die sich von einem Menschen Wunder erwartet. Aber ich bin sehr froh, dass mit Mitte April ein Österreicher, wo ich glaube, dass der sehr viel Erfahrung hat, die Leitung der UN-Sicherheitsstruktur vor Ort in Myanmar übernehmen wird. Und ich hoffe sehr, dass Markus Molle noch in der Lage sein wird, für die Sicherheit der Menschen vor Ort zu garantieren. Die diplomatischen Kontakte zur Militärrunde sind, wie üblich, sehr, sehr schlecht. Es gibt aber ein gewähltes Komitee, das aus gewählten, bei der letzten, im Herbst stattfindenden Wahlrepräsentanten zusammengesetzt ist. Ich erspare jetzt Ihnen und mir, diesen Namen auszusprechen, weil ich würde es nicht hinkriegen. Aber welche Überlegungen gibt es denn, dass man auch diplomatische Kontakte und eine Kommunikationsstruktur mit diesen direkt aufnimmt? Nein, vielen Dank für diese Frage. Ich habe, glaube ich, vorher ausgeführt, dass wir eine sehr klare Linie haben als Europäische Union. Und ich bin froh, dass wir hier sehr schnell, sehr deutlich diese Linie entwickeln konnten, jetzt aus Sanktionen verhängt haben. Es bedarf eines Dialogs von unserer Seite mit allen Akteuren in Myanmar. Und das von Ihnen genannte Komitee genießt, das merkt man, sehr starke Unterstützung in der Öffentlichkeit, auch von den Communities im Ausland von Myanmar. Aber wir haben das auch innerhalb der Europäischen Union auf Expertenebene debattiert. Die Frage ist natürlich, inwieweit die politischen Parteien alle dort, oder politischen Kräfte, sage ich mal, allgemein vertreten sind, und die ethnischen Minderheiten. Das ist ein ganz offenes Thema oder eine offene Wunde, muss man sagen, in Myanmar. Und wir sind daher als Europäische Union bis jetzt nicht zum Schluss gekommen, dass wir diese Komitee sozusagen als quasi inoffizielle Alternativregierung anerkennen. Was wir wollen, ist, dass die Wahlen anerkannt werden vom letzten November und damit der Status, der demokratische Status quo ante mit Ansanzuk hier in der Spitze wiederhergestellt wird. Das ist unser Ansinnen. Und daher würde ich mal sagen, das muss einmal die Stoßrichtung sein, bevor wir uns Alternativen überlegen, die ja per se noch keine demokratische Legitimation haben. Ja, sicherlich die beste Variante, aber ist momentan, glaube ich, nicht sehr realistisch. Also ich denke mal, das wäre durchaus auch ein erster Schritt, die Anerkennung und Aufnahme von Kontakten. Aber meine zweite Frage geht in eine andere Richtung. Aufgrund der Situation im Land und aufgrund der Angst der Menschen haben sich Hunderttausende in Bewegung gesetzt und fliehen über die Landesgrenzen hinweg. Sehr viele auch Richtung Thailand, wo sehr viele noch vor der Grenze zu Thailand auch im Gebiet der Karren Zuflucht finden. Das ist eine von Rebellenorganisationen kontrollierte Region, wo das Militär nicht präsent ist. Welche Überlegungen gibt es denn seitens Österreich für die Binnenflüchtlinge, aber auch für die ins Ausland fliehenden Burmesinnen und Burmesen humanitäre Hilfe zukommen zu lassen? Ja, also ich glaube, man muss unterscheiden, wie Sie richtig sagen, die Binnenflüchtlinge oder Binnenvertriebene ist eine andere Situation. Da müssen wir sozusagen unseren politischen Druck auf die Militärkunde aufrechterhalten, dass wieder rechtsstaatliche Situation eingeführt wird, dass die Gewalt auf der Straße ein Ende findet. Was hingegen die Flüchtlinge in benachbarten Staaten Bangladesch ist auch zu nennen, da ist, glaube ich, der Ansatz humanitäre Soforthilfe. Wir haben in den vergangenen Jahren 850, also fast eine Million Euro, zur Verfügung gestellt für Flüchtlinge und werden uns natürlich anschauen, ob wir auch in nächster Zeit nächste Schritte setzen, um humanitär zu helfen. Die nächste Frage stellt die Abgeordnete Kaufmann. Schönen Vormittag, Herr Bundesminister, auch von meiner Seite. Ich darf die letzte Frage stellen. Und zwar betrifft uns in Österreich ja nicht nur die Pandemie, sondern auch international. Das bringt natürlich Herausforderungen auch für viele Menschen, die jetzt in Schwellen oder Entwicklungsländern ja auch leben. Damit ist natürlich auch der Beschluss von letzter Woche mit den 13,5 Millionen Euro an Unterstützung besonders wichtig. Jetzt meine Frage, was passiert konkret mit diesen 13,5 Millionen? Welche Projekte werden da unterstützt? Sehr geehrte Frau Abgeordnete, es ist tatsächlich die größte Einzelausschüttung je in der Geschichte der humanitären Hilfe Österreichs. Und das Sprichwort für mich dabei ist Planungssicherheit. Ja, Sie haben richtig gesagt, wir stehen in einer besonders heiklen Situation. Die ganze Welt ist im Griff der Pandemie. Humanitäre Krisen haben sich verschärft. Instabilitäten in Staaten haben sich vergrößert. Und ich glaube, es wird dann mehr geben am Bedarf an humanitärer Hilfe. Und mit diesen 13,5 Millionen haben wir dann österreichischen NGOs, denen ich an dieser Stelle auch für die wirklich tolle Zusammenarbeit und für die Expertise danken will, damit sozusagen die Planungssicherheit und die Frauschau für dieses Jahr ermöglicht. Die wesentlichen Punkte, wo es hingehen wird, sind 7 Millionen Euro für Afrika, für vier Staaten. Das sind alle Schwerpunktstaaten Österreichs dort, Äthiopien, Uganda, Mosambik und Burkida Faso. Weiters 2,5 Millionen jeweils für Libanon und Jordanien. Hier ist das Stichwort die Syrien-Krise, die Migrationsdramatik in diesen Ländern. Pro Kopf ist Libanon ja noch härter getroffen als zum Beispiel die Türkei. Das immer wieder in den Medien genannt wird, als das Land, das Aufnahmeland von Flüchtlingen aus Syrien. Und letztlich 1,5 Millionen Euro für die Ukraine. Und da dürfen wir nicht vergessen, die Ukraine ist und bleibt der größte Krisenherd auf dem europäischen Kontinent. Und da darf nicht in Vergessenheit geraten. Und vergessen wir nicht, Lech im Allberg ist weiter weg von Wien aus Lemberg in der Ukraine. Also das ist ein Krisenherd, der unmittelbar in unserer Nachbarschaft ist. Zusatzfrage? 13,5 Millionen Euro sind viel Geld, aber unsere österreichischen NGOs sind ja gut im Einsatz und haben viele wichtige Projekte und Ideen, das auch zu unterstützen. Meine Frage, 13,5 Millionen, ist das gedeckelt oder gäbe es sozusagen für die österreichischen NGOs noch Möglichkeiten, darüber hinaus zu Mitteln zu kommen? Mit dieser Ausschüttung haben wir ca. ein Drittel des Geldes, das dieses Jahr für humanitäre Hilfe im Auslandskatastrophenfonds zur Führung steht, Entschuldigung, ein Viertel des Geldes, 25 Prozent zur Führung gestellt. Im Jahresdurchschnitt in den vergangenen Jahren haben die österreichischen NGOs immer ein Drittel bekommen. Ich glaube, dann werden wir uns auch nähern. Natürlich haben wir nicht alles verplant, weil die Problematik an Krisen ist, dass sie leider Gottes schwer vorhersehbar sind. Das heißt, wir haben eine Reserve auch zurückgehalten. Denken wir zum Beispiel nur letzten Sommer an Beirut, Libanon, die verheerrende Explosion, wo wir dann reagiert haben. Denken wir an Haiti zum Beispiel vor einigen Jahren. Also da haben wir eine Reserve und natürlich aus dieser Reserve werden auch die österreichischen NGOs dann mitbeteiligt werden. Es geht mir auch darum, dass hier ein wesentliches Know-how präsent ist, das damit auch in Österreich gehalten wird. Das sind Menschen, die mit großem Einsatz und großem Elarm bei der Sache sind und die, glaube ich, wollen wir in Österreich halten und die sollen ihre Tätigkeit fortsetzen können. Danke. Ich danke, da alle Anfragen zum Arbeiten. Damit ist die Fragestunde am Außenminister Alexander Schallenberg beendet und wir kommen, wie es so schön heißt, in die Tagesordnung der heutigen Plenarsitzung des Nationalrats. Erster Tagesordnungspunkt wird die Behandlung des Klimavolksbegehrens sein. Im Vorjahr haben 380.000 Österreicherinnen und Österreicher das Klimavolksbegehren unterzeichnet. Zu den Forderungen zählten die Verankerung des Klimaschutzes in der Verfassung und ein verbindlicher Redaktionspfad für CO2-Emissionen. Volksbegehren, die mehr als 100.000 Unterstützer finden, müssen im Parlament behandelt werden. Heute hier im Plenum. Zuvor gab es aber schon einen Umweltausschuss zum Thema Klimavolksbegehren. Und in diesem Rahmen auch vier Insgesamt-Experten hier rings zu vier Themenblöcken. Die Redner, die Sie jetzt gleich erleben werden und Rednerinnen, sind in der ersten Runde die Klima- und Umweltsprecher bzw. Sprecherinnen ihrer Parteien. Als erste wird Julia Herr von der SPÖ auftreten. 50, Grüne, 45, Neo 36. Gemäß § 57 Absatz 7 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit für den gesamten Tagesordnung von jenen Abgeordneten, die keinem Klub angehören, je 18 Minuten, je 5 Minuten pro Debatte. Wir kommen zur Abstimmung. Wer mit diesen dargestellten Redezeiten einverstanden ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Nein, das ist einstimmig, angenommen. Ich danke. Wir gehen in die Tagesordnung ein und gelangen zum Punkt 1 der Tagesordnung. Ich darf die Frau Bundesministerin recht herzlich in unserer Mitte begrüßen. Es ist dies der Bericht des Umweltausschusses und des Volksbegehren. 348 der Beilagen, Klimavolksbegehren, 697 der Beilagen. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet und zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Herr. Herr Präsident, sehr geehrtes Hohes Haus, werte Frau Ministerin und natürlich sehr geehrtes Team vom Volksbegehren, das sicher ganz genau unsere Debatte gerade verfolgt. Ich habe heute in der Früh nochmals nachgeschaut und tatsächlich meine Unterstützungserklärung gefunden vom 9. September 2019. So lange beschäftigt dieses Volksbegehren und so lange hat es auch das Team geschafft, komme was da wolle, Corona hin und her, das Thema auf unseren Tagesordnungen zu halten. Und dafür einmal ein ganz großes Dankeschön an das Volksbegehren. Da können ruhig alle Fraktionen klatschen an der Stelle, weil mit fast 400.000 Unterschriften war das ein großer Erfolg. Und was wir in der Zwischenzeit erlebt haben, seit damals, von den neuen Hitzerekorden 2020, von den erstmals mehrtägigen Waldbränden in Österreich, von Ernteausfällen, von Schädlingen im Wald etc. 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 hat uns ja noch mehr gezeigt, wie dringend wir handeln müssen. Und wir als SPÖ haben das Volksbegehren von Beginn an unterstützt. Und wir wollen das auch heute tun und wir wollen das dadurch tun, dass wir mehr noch einfordern. In dem wir für einen sozial gerechten Klimaschutz kämpfen, der alle mitnimmt. Das Wort Arbeitsplätze kommt im von den Regierungsfraktionen vorgelegten Antrag zum Volksbegehren. Wissen Sie, wie oft vor? In einer Zeit der größten historischen Krise im Arbeitsmarkt. Nullmal kommt das Wort Arbeitsplätze vor. Und wir haben wirklich nicht die Welt verlangt. Aber wir haben verlangt, dass, wenn die SPÖ Teil dieses Antrages sein soll, dass Klimaschutz sozial gerecht gestaltet sein muss. Punkt. Punkt. Wir haben gefordert, dass das ungeheure Potenzial des Klimaschutzes, was Arbeitsplätze betrifft, mit hineingenommen wird. Aber auch die Gefahren. Wir brauchen eine ehrliche Diskussion. Wenn wir uns die Industrie in Österreich anschauen, die Autozulieferindustrie, alleine 80.000 Arbeitsplätze, die Stahlindustrie, die Betonindustrie, die Papierindustrie, das sind alles Bereiche, die einen hohen CO2-Ausstoß haben. Und da wird ganz einfach Veränderung auf uns zukommen, massive Veränderungen, wenn wir, wenn Sie das ernst meinen mit der CO2-Neutralität. Und da muss ebenfalls klar sein, jetzt schon als Botschaft für alle Beschäftigten in diesen Bereichen, wir wollen die Arbeitsplätze erhalten. Niemand soll aufgrund von notwendigen Veränderungen, die wirklich notwendig sind im Klimaschutz, seine Arbeit verlieren. Niemand. Und da braucht es jetzt Gedanken dazu. Und da braucht es Geld für einen Transformationsfonds, um die Industrie dabei zu unterstützen, CO2-neutral zu werden. Da braucht es Beschäftigungsprogramme. Und da braucht es auch Arbeitsstiftungen, nämlich echte. Und nicht nur die, die man in den Pressekonferenzen verkündet, sondern die man jetzt auch auf den Boden bringt. Und nicht einmal ein Wort dazu haben Sie sich überwinden können, diese Punkte in den Antrag mit aufzunehmen. Und wir werden diese Lösungen aber brauchen. Und dahingehend bringe ich jetzt den unselbstständigen Entschließungsantrag der Abgeordneten Jule Herr, Genossinnen und Genossen, betreffend ausständige Weichenstellungen für sozialen und gerechten Klimaschutz ein. Und diese Lösungen werden wir brauchen. Wir werden sie ganz einfach brauchen. Und auch einen überparteilichen Schulterschluss werden wir brauchen im Klimaschutz. Und diesen überparteilichen Schulterschluss, den hat es wieder einmal nur medial gegeben. Ich habe davon gelesen, dass es hier einen Mehrparteienantrag geben soll. Einen überparteilichen. Nicht einmal, nicht zweimal in der Zeitung. Die Regierungsfraktionen haben sich abgefeiert dafür, dass sie hier den Schulterschluss suchen wollen. Und was war dann tatsächlich? Nichts davon. Vier Stunden vor dem Ausschuss haben wir den Antrag vorliegend bekommen. Sie haben ihn dann vorgestellt in einer Pressekonferenz. Die haben Sie genannt. Gemeinsam für den Klimaschutz. Also zumindest mit dem Humor. Da passt es schon noch. Aber ansonsten hat es diesen Schulterschluss ganz einfach nicht gegeben. Und der Antrag, auch das muss man sagen, ist großteils eine Wiederholung des Regierungsprogramms. Nicht ganz, sage ich auch fairerweise. Es gehen einige Punkte darüber hinaus. Beispielsweise auch die jährliche Klimaschutzmilliarde, die ich wirklich positiv ansprechen will. Ich kann mich erinnern, als wir das erste Mal den Antrag hier dazu eingebracht haben, hat mir der Minister Kogler ausgerichtet, das Geld wächst ja nicht auf den Bäumen. Ich freue mich, dass es jetzt verankert ist. Aber auch da haben wir gesagt, es geht nicht nur um Versprechen. Wir wollen auch die Taten. Wir wollen konkrete Vorhaben mit Fristen. Und auch die haben wir einverlangt. Weil schauen wir uns an, was wir heute beschließen. Was Sie beschließen. Einen Klimacheck. Der ist wichtig. Der ist sinnvoll. Den brauchen wir. Aber wissen Sie, den haben wir schon vor einem Jahr hier beschlossen. Überparteilich. Mit mehreren Fraktionen. Nur umgesetzt wurde er halt nicht. Und wenn wir das jetzt heute nochmal wiederholen, den Beschluss, dann ist das schon okay. Aber um die Umsetzung geht es doch. Oder beim Klimaschutz. Da beschließen Sie jetzt, es soll ein neues Klimaschutzgesetz geben. Aber das ist ja schon überfällig. Das ist ausgelaufen 2020. Das brauchen wir ja jetzt schon. Sind wir jetzt schon zu spät. Und dahingehend habe ich versucht zu erklären, warum wir heute bei diesem Antrag nicht dabei sind, weil wir mehr wollen und mehr einfordern. Nicht, weil wir den Antrag nicht auch als positiv beurteilen. Ich habe einige Punkte schon angesprochen. Aber als Fazit will ich festhalten. Gratulation an das Klimavolksbegehren. Das muss man sagen. Eine mutige, eine kritische Zivilgesellschaft braucht es ganz dringend, dass es nicht bei den Ankündigungen bleibt, dass wir all das hoffentlich bald mit Leben erfüllen und dass wir unter den Ankündigungen heute hoffentlich treu bleiben und diese Klimakrise mit dem ernst begegnen, der sie auch von uns verlangt. Dankeschön. Nächster Redner ist der Klimaschutz- und Energiesprecher der Grünen, Lukas Hammer. Fragmentarisch, wenn bis gar nicht, wirklich auch in seinen Grundzügen erläutert, aber ich gehe davon aus, dass er allen vorliegt in der Form und verteilt wurde. Dann wollen wir davon ausgehen, dass er auch dementsprechend so behandelt wird. Es wäre die Aufgabe, es gilt auch für die anderen, bitte in Grundzügen den Antrag zu erläutern. Er muss ja nicht vorgelesen werden, aber doch ein paar wesentliche Punkte herauszunehmen. Der Nächste ist bitte der Abgeordnete Hammer. Lukas Hammer. Danke, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin, ja, liebe Menschen, die uns auch heute sicherlich zuschauen, 380.950 Menschen haben das Klimavolksbegehren unterschrieben. 380.950 Stimmen, die einen klaren Handlungsauftrag an uns hier im Hohen Haus gerichtet haben. Hört auf die Wissenschaft, folgt ihren Empfehlungen. Leistet euren Beitrag, um eine Klimakatastrophe zu verhindern. Also haben wir die Wissenschaft eingeladen in den Umweltausschuss. Wir haben die Forderungen des Klimavolksbegehrens mit 15 Wissenschaftlerinnen hier im Hohen Haus im Ausschuss debattiert. Die Proponentinnen des Klimavolksbegehrens sind zu Wort gekommen. Wir haben diese sehr konstruktive Diskussion erstmals in der Geschichte auch per Livestream übertragen. Und ich möchte mich hier an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei den Mitarbeiterinnen der Parlamentsdirektion, aber auch bei Ihnen, Herr Präsident, ganz herzlich dafür bedanken, dass diese historische Premiere möglich gemacht wurde. Nach mehreren Wochen der intensiven Diskussion und harten Verhandlungen haben wir uns auf einen gemeinsamen Antrag geeinigt, gemeinsam mit unserem Koalitionspartner, aber auch mit den NEOS, auf einen Antrag, wo wir ganz zentrale Forderungen des Klimavolksbegehrens auch umsetzen werden. Ich bringe daher den unselbstständigen Entschließungsantrag der Kollegen Lukas Hammer, Johannes Schmuckenschlager, Michael Bernhardt ein, betreffend Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Klimavolksbegehren und freue mich sehr, dass ich das in den Grundzügen erläutern darf. Eine Maßnahme, die mich sehr freut, ist die Einführung eines Klimarats der Bürgerinnen und Bürger. Das hat nicht nur das Klimavolksbegehren gefordert, sondern auch haben das die NEOS gefordert in einem eigenen Antrag und den haben wir jetzt auch in einem gemeinsamen Entschließungsantrag eingebaut. Was ist der Klimarat? Das ist so eine Art Mini-Österreich, wo 100 Menschen aus ganz Österreich zufällig ausgewählt werden, aber repräsentativ und sich mit wissenschaftlicher Begleitung zusammensetzen, um gemeinsam Klimaschutzmaßnahmen auszuarbeiten. Da sind dann alle dabei, die vorarlbergerische Bäuerin, der Motorradfahrer aus der Steiermark oder der Stahlarbeiter aus Oberösterreich oder die Angestellte aus Wien. Alle sind da dabei, auch FPÖ-Wähler, auch ÖVP-Wähler, Grünwählerinnen, die sich zusammensetzen in einem Mini-Österreich. Und ich halte diese Einführung der Klimaräte, der Bürgerinnen und Bürger. Es sind auch Tiroler dabei. Danke, Herr Herr Hörl, für die Erinnerung. Aber genau das macht es aus. Genau das macht es aus. Es sind eben alle dabei. Und nicht nur die, die sich schon sehr lang mit Klimaschutz beschäftigen, sondern alle. Und internationale Beispiele zeigen uns, dass die Ergebnisse dieser Bürgerinnenräte extrem spannend sind. Und ich glaube, wir sollten auch keine Scheu haben, diese Ergebnisse dann auch umzusetzen. Wir konnten uns in diesem Antrag auf einige zentrale Punkte einigen, die das Volksbegehren gefordert hat und die aber auch Eckpfeiler eines neuen Klimaschutzgesetzes sein werden. Wir werden bis Juni 2021 eine Studie vorlegen, wo die Möglichkeiten einer verfassungsrechtlichen Verankerung des Grundrechts auf Klimaschutz überprüft wird. Eine ganz zentrale Forderung des Klimavolksbegehren. Wir werden ein Paris-kompatibles Treibhausgasbudget gesetzlich verankern. Das ist die zentrale Forderung des Klimavolksbegehrens. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das gesetzlich verankern werden. Und das ist eine ganz neue Qualität im Klimaschutz in Österreich. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir ein Klimakabinett bilden werden, auch gesetzlich verankert, wo nicht nur die alleinige Verantwortung für den Klimaschutz bei der zuständigen Ministerin sein wird, sondern bei der gesamten Bundesregierung bis hinauf zum Bundeskanzler und auch bei den Bundesländern. Wir haben uns darauf geeinigt, auf die Einrichtung eines wissenschaftlichen Klimabeirats, der die Einhaltung dieses CO2-Budgets auch überwachen wird. Und wir haben uns in der Ausformulierung sehr stark an den vom Klimavolksbegehren geforderten Klimarechnungshof gehalten. Und dieser wissenschaftliche Klimabeirat wird auch eine eigene Geschäftsstelle erhalten. Darüber hinaus, und das freut mich auch, werden wir prüfen, ob man die Arbeit des Parlamentarischen Budgetdienstes, den wir jetzt schon haben, der sehr gute Arbeit für uns alle hier leistet, ob wir die um die Aufgaben der Überwachung des Treibhausgasbudgets auch erweitern können. Wir haben, was, glaube ich, eine unglaublich wichtige Neuerung ist, auch einen Klimaverantwortlichkeitsfonds eingerichtet. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das einrichten wollen. Da geht es im Prinzip darum, dass sich Bund und Länder gemeinsam Verantwortung übernehmen. Und wenn wir den Klimaschutzpfad verlassen, dass wir, anstatt Millionen für Strafzahlungen und Zertifikate auszugeben, Klimaschutzmaßnahmen im Inland leisten. Wir haben, wie Jula Herr hat es schon angesprochen, auch reingeschrieben, dass wir diese Klimaschutzmilliarde, die wir dieses Jahr schon beschlossen haben, dass wir die auch weiterführen werden, damit das kein Einmaleffekt ist aus einer Corona-Konjunkturpolitik, sondern dass das wirklich langfristig sichergestellt wird. Der Antrag, er wurde Ihnen ausgeteilt, ist sehr ausführlich. Ich habe jetzt nur einige Punkte ausgewählt, die so nicht im Regierungsprogramm stehen, die über das Regierungsprogramm hinausgehen oder die eine wesentliche Präzisierung darstellt. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle haben uns schon oft die Frage gestellt, und auch die Menschen da draußen haben sich oft die Frage gestellt, ob sich ein Volksbegehren überhaupt auszahlt, ob sich dieses Engagement auszahlt. Und aus meiner Sicht geben wir heute mit diesem Beschluss eine sehr eindeutige Antwort auf diese Frage. Jede einzelne Unterschrift, jede Stimme, jedes E-Mail, das geführt wurde, jedes persönliche Gespräch, das geführt wurde, hat uns weitergebracht, hat uns zu diesem Beschluss gebracht. Und daher möchte ich mich wirklich ganz herzlich bei allen bedanken, die sich hier eingesetzt haben, angefangen von der Katharina Roggenhofer, der Initiatorin, über die ganzen Freiwilligen, aber auch bei jedem einzelnen Menschen, der dieses Volksbegehren unterschrieben hat. Vielen, vielen Dank. Ohne euch würde es diesen wirklich wegweisenden Beschluss heute nicht geben. Danke. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Bundesminister Hohes Haus. Ja, das Beste aus beiden Welten, so kann man es bezeichnen. Nur es sind unterschiedliche Ansätze. Und wir als Freiheitliche haben einen anderen Ansatz. Ich gratuliere zwar im Vorfeld den Initiatoren zu diesem beachtlichen Erfolg, der fast 400.000 Unterschriften für dieses Klimavolksbegehren, aber was ist am Ende des Tages jetzt rausgekommen? Ein Klimakabinett, der Kollege Hammer, wie Sie erwähnt haben, ein wissenschaftlicher Klimabeirat, der die CO2-Ziele überwachen soll und ein Klimarat, ein Bürgerinnenrat, der den lästigen Parlamentarismus aushebeln soll, auf der einen Seite, und als Paralleljustiz eingerichtet werden soll. Und das sehen wir anders. Das Parlament ist dazu da, um Initiativen einzubringen, um Gesetze vorzubereiten und auch dementsprechend hier zu arbeiten. Und das sollte unser Ansatz sein. Und, Frau Bundesminister, Sie und Ihre Kollegin von der ÖVP, die Frau Köstinger, strapazieren immer dieses Wort Hausverstand. Doch, Sie haben das auch schon mehrmals erwähnt, den Hausverstand, der ja dementsprechend hier ins Rennen gebracht werden soll, und der fehlt mir. Genau in diesem Bereich fehlt er mir, dass Sie diesen Hausverstand auch dementsprechend hier einsetzen. Auch die ÖVP in ihrer Regierungsverantwortung. Und welche Maßnahmen bringen Sie auf den Weg? Gestern haben wir beschlossen, dass 1-2-3-Ticket in einer Form, wo es einzig und allein eine 6 Millionen Euro GmbH, eine One-Mobility-GmbH, eingerichtet wird. Aber nichts davon, dass wir jetzt noch ein Ticket hätten. Auch nichts davon, dass wir jetzt sagen können, wie wird der ländliche Raum bedient. Wo ist die Infrastruktur in diesem Bereich, dass ich auch dieses Ticket in Anspruch nehmen kann? All das, das Pferd wird immer von hinten aufgezäumt und nicht schlüssig in Form von, dass ich zuerst die Infrastruktur schaffe und dann das Angebot liefere. Hier fehlt der Hausverstand, meines Erachtens. Und ein weiterer Punkt, den habe ich auch schon gestern erwähnt, aber heute noch einmal, die Nova-Erhöhung. Auch das sind Maßnahmen, die Sie ins Rennen bringen. Sie haben es bezeichnet als Lenkungseffekt. Das ist ein Lenkungseffekt. Die Familien können sich die Autos nicht mehr leisten und die Unternehmen können es sich nicht mehr leisten, dass sie ihre BKWs und ihre Pickups, ihre Kleintransporter, dementsprechend anschaffen können, um hier auch zum Klimaschutz beizutragen. Das heißt, dass sie eine neuere Flotte auf den Weg bringen. Und ich bringe es mit einem Beispiel. Im Privatbereich ein VW Charan kostet jetzt 38.100 Euro. Ohne Nova. 2021 kostet der gleiche 38.430 Euro. 2024 kostet das gleiche Fahrzeug 21.950 Euro. Genau. Das ist Ihr Lenkungseffekt. Das ist sozial ausgewogen. Das ist sozial gestaffelt in der Form, dass sich die Familien ihre Fahrzeuge nicht mehr leisten können, damit sie von A nach B kommen, weil es vielleicht in Ihrem Bereich keine Möglichkeit gibt, keine andere Möglichkeit gibt, sich das zu leisten, weil es gar keine Alternative gibt. Es gibt keinen öffentlichen Verkehr in diesem Bereich. Also das ist dann einmal plus 4.000 Euro in dem Bereich, nur bei den Familien. Jetzt kommen wir zu den Unternehmen, zu den Kleingewerbetreibenden. Ein Fiat Ducato Britsche. Aktuell, Kaufpreis ohne Nova, 24.900 Euro. 2021, 39.450 Euro. Das gleiche Fahrzeug. 2024, 46.180 Euro. Plus 22.000 Euro. Dasselbe Fahrzeug. Jetzt und in drei Jahren. Das muss jemand erklären können, wo ist da der Lenkungseffekt. Das ist eine Vernichtung der Wirtschaft. Das ist eine Vernichtung von Arbeitsplätzen. Man kann durchaus sagen, Green Jobs, alles bin ich bei Ihnen. Es gibt Alternativen. Aber gleichzeitig mit dieser Maßnahme, mit dieser Maßnahme so einen Einschnitt zu machen, das ist grenzwertig. Das ist grenzwertig. Das ist grenzwertig. Und eines noch in Richtung ÖVP, weil Sie als Wirtschaftspartei müssen dem ja zugestimmt haben, sonst wäre es ja nicht passiert. Und dann herzugehen, aber gleichzeitig, dass der Wirtschaftsbund aus Weiz dann hergeht und sagt, okay, wir sind mit dem nicht einverstanden. Das sind die konstruktiven Kräfte anscheinend in Ihren Reihen noch. Und sagen, wir machen eine Petition, dass das wieder rückgenommen wird, dass das abgeschafft wird. Das finde ich ja positiv. Aber ich bitte auch in Ihren Reihen, dass hier wieder konstruktive Kräfte kommen und sich dementsprechend wieder besinnen und die Wirtschaft nicht ganz an die Wand fahren. Und auch ein Punkt der Maßnahmen, die Sie jetzt noch auf den Weg bringen. Ich habe da schon konkrete Fragen. Was machen Sie mit dem Spritpreis? Behöden wir denn auch exponentiell in dieser Art und Weise? Was machen wir mit der Pendlerpauschale? Auch das sind alles Maßnahmen und Dinge, wo sich die Menschen, die Bevölkerung eine Antwort erwartet. Vor allem, es braucht eine Perspektive. Es braucht eine Zukunftssicht der Dinge und auch eine Planbarkeit. Diese Planbarkeit fehlt aktuell. Und die soziale Ausgewogenheit, die habe ich schon erwähnt, die fehlt in allen Bereichen, wie die Kollegin Herr ja schon gesagt hat, im Bereich der Arbeitsplätze. Also kein Wort in diesem Bereich in Ihrem Antrag. Und im Endeffekt fehlt es da, wo es notwendig wäre, am Hausverstand. Danke, Herr Minister, der Abgeordnete Schmuckenschlager. Johannes Schmuckenschlager, Umwelt- und Klimaschutzsprecher der ÖVP, ein Weinbauer aus Niederösterreich. Herr Präsident, geschätzte Frau Bundesministerin, sehr geehrte Damen und Herren, der Klimawandel ist Realität. Und wer das immer noch leugnet, der kann unsere Heimat nicht lieben. Man muss nur mit offenen Augen durch die Wälder gehen, man muss nur Berichte von Trockengebieten ansehen und man muss sich doch im Sommer nur die Extremhitzetage über 30 Grad zusammenzählen. Dann muss man auch davon ausgehen können, welche Schäden durch den Klimawandel bereits in unserer Bevölkerung stattfinden. In unseren Städten werden die Sommer zu einer gesundheitlichen Belastung für unsere Bevölkerung. All das kann man nicht übersehen. Und deshalb darf man heute den Initiatoren des Klimavolksbegehrens besonders Danke sagen. Deshalb hat es auch so einen großen Zuspruch gefunden. Und deshalb hat auch die Bundesregierung die Klimathematik ganz oben auf ihrer Agenda draufstehen. Der vorliegende Entschließungsantrag ist einzigartig im Umfang, aber auch im Inhalt, in der Tiefe der Themenlage. Wir haben uns bemüht, möglichst alle Aspekte und Lösungsansätze realistisch darzustellen. Und es wurde ja schon dargebracht, es hat doch vielfach für Verwunderung gesorgt, wie weit auch unsere Fraktion in diesen Themenfeldern geht. Wer aber genauer hinsieht, weiß, dass bei der Volkspartei Klimaschutz schon seit den 80er Jahren mit der Ökos-Implementierung der ökosozialen Marktwirtschaft immer schon im Fokus gestanden ist. Eines der größten Missverständnisse ist wohl, dass es immer die Wirtschaft sei, die bei Klimaschutz auf der Bremse steht. Denn Pauschalierungen sind immer unprinzise. Die Frage ist, wer ist die Wirtschaft? Das sind die Arbeitsplätze in diesem Land, das sind die Güter des täglichen Bedarfs über Dienstleistungen bis hin zu Luxusgütern. Und das sind auch viele Unterzeichner des Klimaschutzvolksbegehrens. Die Wirtschaft sind wir alle, wie ein Slogan einmal lautete. Und da liegt auch der Kern, wenn hin und wieder kritischer auf Maßnahmen geachtet wird. Denn es gilt die gesellschaftliche Tragfähigkeit herzustellen. Nur so werden wir auch entsprechend und hier auch den Hausverstand einzusetzen, nur so werden wir auch die Akzeptanz in der Bevölkerung dafür bekommen. Klimaschutz darf nicht zum Standortnachteil werden, er muss ein Standortvorteil sein. Und das ist unser Ziel. Und das Beispiel Photovoltaik zeigt es uns ja sehr stark auf, wo schon heute bis ins Kleingewerbe hinein zahlreiche Jobs geschaffen werden, wo diese erneuerbaren Energien ein reiner Jobmotor sind. All diese Schätze gilt es zu bergen, gilt es zu heben und das wollen wir in den nächsten Tagen und Jahren auch machen. Und hier arbeiten wir ja laufend. Das geht ja weit über den Entschließungsantrag hinaus. Wenn wir die Investprämie für Covid mit 14 Prozent betrachten, wenn wir sehen, was in den vergangenen Jahren ja auch mit dem Ökostromgesetz geschaffen wurde. Die Windparks, die Wasserkraftanlagen, die Biomasseanlagen, das lässt sich ja alles nicht wegdiskutieren. Das ist ja bereits hier. Und ein wesentlicher Schlüssel zur Senkung von CO2 ist vor allem die Infrastruktur. Wenn wir das Stromnetz betrachten, muss noch viel geschehen. Die Gefahr eines Blackout muss gebannt werden und es müssen vor allem auch die Energieversorger in ihrer Verantwortung klar angesprochen werden. Sie müssen diese auch annehmen. Es müssen neue Anlagen rasch ans Netz gebracht werden und wir müssen hier auch die Bürgerbeteiligung entsprechend stärken. Denn der Netz im Strom soll nicht nur für den Bürger sein, sondern der Netz im Strom darf auch der von den Bürgern sein. Denn dann schaffen wir es, die erneuerbaren Energiegemeinschaften wirklich entsprechend voranzutreiben. So wie es auch im Energieausbaugesetz, das ja auch bereits in Begutachtung ist, vorgesehen ist. Dieser Entschließungsantrag ist umfangreich, sondern auch weitere Gesetze, die ich bereits angesprochen habe, aber auch das alleine, was wir gestern beschlossen haben, das österreichische Klimaticket oder auch eine Mauterleichterung für alternative Antriebe. Das ist wichtig, denn gerade der Verkehrssektor ist ein CO2-Treiber. Hier dürfen wir aber auch nicht in eine Technologiesackgasse laufen. Wir brauchen auch hier die Technologieoffenheit. Ich möchte auch ganz klar den Verbrennungsmotor ansprechen. Denn es ist nicht die politische Frage, welchen Antrieb wir wählen. Die Frage ist es, sondern wie erreichen wir die Ziele, die wir uns im Verkehrssektor beim CO2 setzen. Und deshalb ist es nicht die Antriebsfrage, sondern es ist die Frage, welche Treibstoffe verwenden wir. Neben elektrischer Energie haben wir auch ein reiches Angebot an alternativen Treibstoffen. Von synthetischen Treibstoffen über Biokraftstoffe bis hin zum grünen Gas. Und hier darf es zu keiner Technologiebenachteiligung kommen. Wir brauchen alle Kräfte, um unser Ziel zu erreichen. Der Klimaschutz ist eine Menschheitsaufgabe. Da darf man in der Kleinteiligkeit keine Fehler begehen, Einzelinteressen zu stark begutachten oder auch Lobbyisten letztendlich bedienen und befeuern. Hier müssen wir absolute Technologieoffenheit herrschen lassen. Einer der wichtigsten Punkte im Antrag aber ist es meines Erachtens dieser Ausgleichsmechanismus, beim CO2-Budget. Bevor wir im Ausland teuer Zertifikate kaufen, wollen wir im Inland letztendlich investieren. Und das ist die neue Formel. Und die muss lauten, CO2 senken heißt Arbeitsplätze schaffen. In der Wirtschaft, aber vor allem auch hinsichtlich der Klimaneutralität, die wir anstreben. Man muss nicht zwingend über Verbote diskutieren, sondern wir können unseren Wohlstand, unseren Lebensstil neu konzipieren, um Klima- und Ressourcenschonend zu werden. Daher wollen wir keine gesellschaftliche Transformation, sondern eine technologische Transformation, um unser Klima zu retten. Nächster Redner zum Klimavolksbegehren wird Andreas Kollrus sein, der Bürgermeister von Trumau in Niederösterreich, SPÖ. Danke, Herr Präsident, Frau Ministerin, Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher, aber vor allen Dingen natürlich werte Zuseherinnen und Zuseher heute, die das Klimavolksbegehren initiiert, unterstützt und unterschrieben haben, möchte mich zuallererst bei den Initiatorinnen und Unterstützerinnen und Unterstützern sehr herzlich bedanken. Ich glaube, dass das eine gewaltige Leistung war und dass das ein wesentlicher Beitrag war, dass sich das Parlament, dass sich die Regierung, dass wir uns alle gemeinsam mit dem Thema noch einmal viel stärker als bisher damit auseinandersetzen. Ich muss aber leider dasselbe sagen zu den Initiatorinnen und Initiatoren, was ich auch schon im Ausschuss gesagt habe. Es tut mir leid, das Ergebnis hat sich euer Engagement eigentlich nicht verdient, weil was wir heute hier beschließen, ist letztendlich sehr viel Absichtserklärung, sehr viel, wir würden gerne, wir schauen Sie das einmal an, sehr viel Konkretes fehlt in Wirklichkeit. Es gibt in Wirklichkeit in dem Entschließungsantrag, den wir heute hier diskutieren, de facto keine Fristen. Das Volksbegehren hat sich sehr viele Fristen gewünschen. Letztendlich finden sie nicht statt. Das ist aber auch nicht verwunderlich und da muss man ja die Grüne Partei durchaus in Schutz nehmen, weil es sitzen ja hier drüben die Blockierer und Lobbyisten, die dafür sorgen, dass ja nicht sehr viel sich in diesem Bereich entwickelt. Ich möchte nur erinnern, Glyphosatverbot, über das diskutieren wir jetzt schon ewig. Was ist das Ergebnis? Es gibt es noch immer nicht. Nicht, was ihr nicht wollt, sondern weil da drüben blockiert wird. Und so ähnlich ist es jetzt endlich auch mit dem Klimavolksbegehren. Und somit befürchten wir, dass auch diese Initiative und diese Anträge, dieser Entschließungsantrag eine Absichtserklärung bleibt und sehr oft, wenn es dann um die Umsetzung geht, da drüben wieder blockiert wird, da drüben wieder lobbyiert wird und somit sehr wenig in Umsetzung kommen wird. Ich möchte nur auch zu diesem Antrag selbst inhaltlich zwei Anmerkungen machen. Nur als Beispiel der gesamte EU-Aufbauplan, wo Österreich über drei Milliarden abrufen kann oder könnte, findet sich in keinster Form in diesem Antrag. Und die Frage ist, warum findet er sich nicht in diesem Antrag? Weil in Wirklichkeit ist ja das genau dieser Aufbauplan, wo es um Gemeinden und Städte geht, um energieverändernde Maßnahmen. Und es findet sich kein einziges Wort in dem gesamten Entschließungsantrag, wie dieser EU-Aufbauplan in die Klimaschutzpolitik Österreichs eingebaut wird. Und die Frage ist natürlich, warum nicht? Warum nicht? Wir wissen doch alle, dass jetzt in ein paar Tagen dieser Antrag abgegeben wird. Oder wisst ihr von den Regierungsparteien vielleicht schon mehr? Wir wissen ja, wer für den Antrag zuständig ist und wer ihn abgeben muss, nämlich das Finanzministeriums. Wird dieser Antrag, wie so vieles andere, vielleicht gerade verblümelt und wir lassen das Geld liegen, das uns letztendlich zusteht? Und ein zweiter Punkt, den ich noch ganz kurz anmerken möchte, ist die soziale Frage. Auch die soziale Frage findet sich de facto nicht in diesem Antrag. Und die entscheidende Frage für die Zukunft wird doch sein, wir sind doch alle einer Meinung, dass wir zur Klimawende einen Beitrag leisten müssen. Aber die Frage wird sein, auch für die Zukunft, wer zahlt die Klimawende? Und das ist eine unbeantwortete Frage in diesem Antrag. Und wir möchten deshalb einbringen einen unselbstständigen Entschließungsantrag der Abgeordneten Julia Herr, Genossinnen und Genossen zum Thema sozial, naturverträgliche Verkehrs- und Energiewende, wo wir unter anderem Gesamtelektrifizierung der Bahn fordern, Verlagerung des Güterverkehrs auf die Bahn, attraktivierung der Verkehrs-, Fernverkehrsreisen der Bahn, Umstellung, Energieversorgung und so weiter und so fort, um Ihnen auch ein Stück vorzustellen. Und vielleicht noch eine letzte Anmerkung, das Zustandekommen des Antrages, das auch schon gesagt wurde. Es hat großartig in den Ausschüssen immer geheißen, wir machen das gemeinsam. Wir wollen einen allen Parteienantrag. Öffentlich ist es öfters debattiert worden, es soll einen gemeinsamen Antrag geben. Und dann kriegt man diesen Antrag eine halbe Stunde oder eine Stunde vor Ausschussbeginn, gleichzeitig mit der Botschaft, aber zum Ändern gibt es nichts mehr. Was wäre so mit der Beitrag gewesen? Was hätten Sie von uns noch erwartet, was wir tun mit diesem Antrag? Hätten wir noch so Korrektur lesen, hätten wir so schauen, ob ein paar Beistriche fehlen, das wäre unser einziger Beitrag gewesen, den wir in Wirklichkeit noch machen hätten, keiner und ansonsten nichts. Und deshalb, werte Regierungsparteien, ich glaube, dass Klimaschutz einen nationalen Schulterschluss über alle politischen Parteien braucht. Aber ein nationaler Schulterschluss bedeutet auch, dass es gemeinsames Vorgehen gibt und nicht, dass die Regierung einfach nur etwas vorlegt und die Oppositionsparteien keinen den Zustimmer oder Na sagen. Weil das ist jetzt endlich passiert, leider mit diesem Antrag. Michael Bernhardt, der Sprecher für Bürgerinitiativen und Petitionen, der NEOS, wird als nächster dran kommen. ... Personen nicht verballhornen, da würde ich Sie bitten, das zu beachten. Der nächste Redner ist der Abgeordnete. Der Antrag ist ordnungsgemäß eingebracht, ausreichend unterstützt und steht somit in der Verhandlung, weil auch in Grundzügen zumindest in Überschriften erläutert wurde, der Abgeordnete Bernhardt ist am Wort. Herr Präsident, guten Morgen, Frau Ministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher. Ich möchte mich zuallererst ganz herzlich bei allen Menschen, die beim Klimavolksbegehren mitgearbeitet haben, mitgewirkt haben, Tag und Nacht sozusagen das Thema vorangetrieben haben und auch alle, die unterschrieben haben, ganz herzlich bedanken. Ich glaube, das ist ein unglaublich wesentlicher Beitrag gewesen und man muss ganz klar sagen, wir würden heute nicht über Klimapolitik diskutieren und es gäbe nicht diesen Antrag, hätte es nicht das Klimavolksbegehren gegeben. Dafür meinen herzlichen Dank. Das Klimavolksbegehren hat nicht nur für die Klimapolitik einen wichtigen Beitrag geleistet, sondern es kann auch eine Trendumkehr sein, generell im Umgang mit Volksbegehren, die in den Nationalrat gelangen. Es kann quasi das Erste sein seit Langem, das wieder einen Unterschied gemacht hat und ich hoffe, es folgen viele weitere. Die Klimapolitik im Allgemeinen, da möchte ich schon noch ein, zwei Blicke darauf werfen, bevor ich auf den Antrag eingehe. Wo stehen wir denn heute? Ich habe bisher in meinen Reden immer verwendet, dass wir im Ranking unserer Klimapolitik zwischen Weißrussland und China stehen. Ich habe heute in der Früh noch einmal nachgeschaut, weil wir waren letztes Jahr auf Platz 36. Weißrussland ist weiter hinter uns, China ist uns deutlich davongezogen. Thailand hat uns überholt, jetzt sind wir zwischen Thailand und Indonesien. Heißt, wenn wir jetzt darüber reden, dass wir ein mustergültiges Klima- und Umweltvorzeigeland sind, dann ist das eine doch sehr deutliche Übertreibung. Und es waren nicht nur 400.000 Menschen, die das Klimafolksbegehren unterschrieben haben, sondern es sind weit über 80 Prozent der Menschen, die sich eine aktive Klima- und Umweltpolitik in Österreich wünschen. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt liberale, sozialdemokratische, konservative oder grün eingestellte Bürgerinnen und Bürger sind. Wir haben da eine große Erwartungshaltung im Land und die wurde in der Vergangenheit nicht erfüllt. Über die Gründe brauchen wir nicht so lange diskutieren. Es reicht, wenn wir es in Zukunft anders machen. Und genau da setzen wir mit diesem Antrag auch an. Was steht denn in dem Antrag drinnen und warum sind wir auch als NEOS mit dabei? Die Kollegin Herr und der Kollege Kollross von der SPÖ haben beide natürlich recht, dass der Prozess, wie dieser Antrag entstanden ist, schon sehr deutlich verunfallt ist. Es gab ursprünglich die Kommunikation, es wird einen gemeinsamen Antrag geben, alle Parteien sitzen an einem Tisch, sie verhandeln, die besten Ideen werden berücksichtigt. Real war, dass wir am 23. Dezember kurz vor Mitternacht eine fünfseitige Vorschlagliste geschickt haben und dann haben wir nie wieder was gehört von Seiten der Grünen und der ÖVP. Und die Verhandlungen haben in der Form jedenfalls nicht so stattgefunden, wie sie angekündigt waren. Das kann jetzt an der ÖVP liegen, das kann an den Grünen liegen, aber es ist in Wirklichkeit vollkommen egal. Es zählt, was da wirklich am Tisch liegt. Und ich denke, dass diese mehr als 80 Prozent der Bürgerinnen und Bürger kein Verständnis dafür haben, dass wir als NEOS jetzt heute gegen einen Antrag stimmen würden, obwohl er eine deutliche Verbesserung zum Status quo ist. Für Streiten alleine ist noch kein Argument, um gegen einen Antrag zu sein. Und an dieser Stelle auch quasi ein Danke von unserer Seite, weil die Vorschläge, die wir übermittelt haben, wurden zu einem guten Teil nicht übernommen, aber es wurde ein ganz zentrales Element auch übernommen, nämlich diese Bürgerräte, Klimaräte, da wo wirklich die Menschen zusammenkommen im Kleinen und über die Möglichkeiten diskutieren, die wir haben, um unsere Klimaziele zu erreichen, um die Emissionen zu reduzieren, um in Zukunft in einem anderen, in einem tatsächlich umweltfreundlicheren und gesünderen Österreich leben zu können. Und da freuen wir uns ganz besonders drauf. Ich möchte auch da noch einen Punkt einbringen, auch wenn heute die Sozialdemokratie gegen diesen Antrag stimmt. Es sind Elemente der Sozialdemokraten in diesem Antrag. Beispielsweise die Klimaschutzmilliarde ist auch etwas, was in deren Vorschläge enthalten war. Und wir nehmen hier, denke ich, schon die Breite der Bevölkerung mit. Inhaltlich ist es tatsächlich so, dass für uns Neosklaver – und Frau Ministerin, Sie wissen, dass wir im letzten Wahlkampf öfter darüber diskutiert haben, wir wollen weg aus diesem Klein-Klein und wir wollen dieses große Bild, wir wollen eine positive Revolution in der Klimapolitik, wo sich unser Energiesystem, unsere Mobilität, unsere Art zu wohnen, unsere Art zu arbeiten so verwandelt, dass es mehr Lebensqualität ist, dass es mehr Zeit für die Menschen ist und dass es besser für den Planeten ist und der Einbindung der Wirtschaft. Und dafür braucht es mehr, als bisher im Regierungsprogramm war. Und dieser Antrag ist jetzt einmal ein Schritt in dieses Mehr hinein. Ganz besonders – und da möchte ich jetzt noch auf zwei Punkte eingehen – ist enthalten, dass es tatsächlich geben soll ein Treibhausgasbudget in einem Ausmaß, wo wir sagen, es wird jedes Jahr entschieden, wie viel CO2-Emissionen verbraucht werden können. Und das wird dann auch, so hoffen wir, durch den Budgetdienst des Parlaments nachprüfbar sein, sodass wir in Zukunft auch jede Regierung, egal wer gerade Teil davon ist, überprüfen können, ob das, was sie versprochen haben, danach auch wirklich eingehalten ist. Und wir wissen ja, ein Faktencheck beim Budget ist manchmal auch ein sehr spannender. Der zweite Punkt, der aus unserer Sicht tatsächlich ganz zentral ist, ist, dass wir die Länder in die Pflicht nehmen. Und da ist auch viel in der Klimapolitik gewesen. Jeder, der Österreich kennt, weiß, ohne den Föderalismus zu berücksichtigen, wird es keine Lösung in der Klimapolitik geben. Ich möchte zwei Anträge in aller Kürze einbringen, die uns derzeit fehlen, nämlich erstens der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, wird aufgefordert im Zusammenarbeit mit dem BMF einen konkreten und verbindlichen Fahrplan zur vollständigen Abschaffung oder Ökologisierung aller direkt- bzw. indirekt- und umweltschädlichen Subventionen auf Bundes- und Landesebene bis 01.01.2022 vorzulegen. Und zweitens, die Bundesregierung wird aufgefordert, einen Plan für eine schrittweise grundlegende und grundsätzlich aufkommensneutrale Ökologisierung des österreichischen Steuersystems vorzulegen, welche eine Senkung der Besteuerung des Faktors Arbeit sowie die sektorübergreifende Besteuerung von klimaschädlichen Emissionen beinhaltet ab Jänner 2022. Gehen wir es an, verlieren wir keine Zeit. Sie haben unsere Unterstützung als NEOS. Wir erwarten als nächstes ganz konkrete Gesetzesvorhaben. Vielen Dank. Als nächstes hat sich jetzt die Umweltministerin zu Wort gemeldet. Die Entschließungsanträge sind ausreichend unterstützt, ordnungsgemäß Eingebrachten stehen in Verhandlungen. Die Frau Bundesminister, Herr Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, herzlichen Dank, werte Abgeordnete, aber vor allem auch liebe Zuseherinnen und Zuseher und ganz speziell liebe Initiatoren des Klimavolksbegehrens. Ich darf heute, wie schon viele von Ihnen, zum vierten Mal zum Klimavolksbegehren reden. Und jetzt könnte man sagen, schon alles gesagt. Und ja, wenn man es aus einer wissenschaftlichen Perspektive sieht, ist alles gesagt. Die Fakten liegen am Tisch. Wir wissen, wo das Problem ist. Wir wissen, was zu tun ist. Wir kennen aber auch die Lösungen. Aber natürlich reicht es nicht, die Fakten auf den Tisch zu legen und zu gehen. Natürlich reicht es nicht. Das sehen wir aus den letzten Jahrzehnten. Und wir müssen so ehrlich sein und sagen, Österreich hat in den letzten 30 Jahren die CO2-Emissionen nicht reduzieren können. Es reicht nicht, die Fakten auf den Tisch zu legen. Es fehlt oder das, was es braucht, ist nicht nur der Blick auf die Fakten, die Einbeziehung der Wissenschaft. Es braucht ein mutiges, ein ambitioniertes, ein konsequentes politisches Handeln und das müssen wir jetzt tun. Und genau das bringen wir heute, unterstützen Sie heute im Nationalrat mit diesem Antrag. Wir müssen jetzt handeln, weil die Klimakrise eine existenzielle Krise ist, weil es um nicht weniger und auch nicht mehr geht, als um das Leben auf diesem Planeten, unser gutes Leben in Österreich, in Europa. Und natürlich ist Klimaschutz auch gerade jetzt die richtige Antwort in genau dieser Zeit, weil es eine Perspektive gibt, eine Perspektive für die Wirtschaft, Herr Rauch, und zwar eine Perspektive mit Blick nach vorne, nicht zurück. Weil es eine Perspektive gibt auf Arbeitsplätze, auf zukunftsfitte Arbeitsplätze, die uns auch erhalten bleiben und weil sie die Menschen, die vielen, vielen Menschen, die den Klimaschutz in diesem Volksbegehren unterstützt haben, auch verdient haben, dass wir uns intensiv und konsequent mit ihren Anliegen auseinandersetzen und deswegen auch noch an dieser Stelle ein wirklich ganz herzliches, ehrliches, großes Danke an die Initiatoren, Initiatoren des Volksbegehrens, dass sie es geschafft haben, so viele Menschen hinter ihrem Anliegen, hinter unserem gemeinsamen Anliegen zu versammeln. Es geht um viel im Klimaschutz. Es geht um viel in den vielen Maßnahmen, die Sie heute auf den Weg bringen. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich als Klimaschutzministerin freue, dass man einen derartig substanziellen und an derartig umfassenden Antrag, dass Sie einen derartig substanziellen und umfassenden Antrag zum Klimaschutz heute hier auf den Weg bringen werden. Der Entschließungsantrag geht ganz konkret auf Kernforderungen des Volksbegehrens ein. Er entwickelt das Regierungsprogramm weiter. Er nimmt Ideen auch aus allen Fraktionen auf, von den Klimaräten, Rätinnen, die eine langjährige Forderung, auch der Neos-Wahn zur Klimamilliarde, auch mit den konkreten Aussagen, wozu sie genutzt werden kann. Mit diesem Antrag zeigen wir, wir können hier weitergehen. Wir können hier Rückenwind machen. Es findet sich so ziemlich alles drinnen in diesem Antrag, was im Klimaschutzrang und Namen hat an Maßnahmen. Es ist viel schon erwähnt worden. Ich muss es nicht wiederholen, aber das geht von der ökosozialen Steuerreform bis zu einer partizipativen Politik, vom Treibhausgasbudget bis zu einer neuen Governance. Ich glaube, es ist uns allen klar, wir brauchen all das für eine zukunftsweisende Klimapolitik. Ich freue mich wirklich sehr, dass der österreichische Nationalrat das unterstützt. Das ist ein Erfolg, den wir auch gemeinsam als einen Erfolg wahrnehmen sollten. Und das sage ich im vollen Bewusstsein, dass das nicht das Ende des Weges, sondern eine Etappe ist. Eine Etappe, aber eine enorm wichtige auf unserer Aufholjagd. Und wir sind im Klimaschutz europäisch und international auf Aufholjagd. Was ich Ihnen hier heute aber versichern und versprechen kann, ist, dass ich mit meinem Team, mit den großartigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Bundesministerium für Klimaschutz alles daran setzen werde, diesen Antrag in seiner vollen Breite auch rasch umzusetzen, dass wir all die logistischen Vorhaben, die wir im letzten Jahr sehr intensiv vorbereitet, diskutiert, aufgearbeitet haben, auch möglichst rasch der parlamentarischen Behandlung zuführen, gemeinsam mit den vielen Menschen in Österreich, die genau das von uns erwarten, die genau diesen Klimaschutz erwarten. Und wenn sich der Nationalrat auf diese Seite stellt, dann freut mich das als zuständige Ministerin außerordentlich. Herzlichen Dank. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Kasseck. Axel Kassecker, der Energiesprecher der Freiheitlichen Partei. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Bundesminister, ja. Ihre Rede, wie immer, sehr gut formuliert. Sie sind ja Kommunikationsexpertin, das haben Sie ja bei Global 2000 schon sehr, sehr gut gemacht, auch hier voll von Begriffen etc. Da bin ich jetzt nicht so gut ausgebildet wie Sie und ich versuche trotzdem, das Ganze mal von der sachlichen Seite her zu beobachten und einige Dinge klarzustellen. Weil wir natürlich als Freiheitliche Partei in dem einen oder anderen Bereich deutlich unterschiedlicher Meinung sind als Ihre Partei, die Grünen. Insbesondere was die Intensität der Betonung der Klimapolitik in unserem energiepolitischen Dreieck betrifft. Das heißt, Sie wissen es, die Freiheitliche Partei sagt, Energiepolitik muss immer ausgewogen, hat ausgewogen zu erfolgen innerhalb der drei Ziele Klimaschutz, Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit, Leistbarkeit und zwar Leistbarkeit für die Haushalte, Leistbarkeit für die Unternehmen und hinsichtlich der Rahmenbedingungen, dass die Wirtschaft, insbesondere die Industrie und da haben wir schon ernste Sorgen, nicht mit Rucksäcken belastet werden, die am Ende im globalen Wettbewerb dazu führen, dass diese Industrie in die Knie geht. Dann haben wir nämlich gar keine Arbeitsplätze geschaffen, auch keine Greenjobs, sondern Arbeitsplätze vernichtet und die Industrie ist nicht das Böse, sondern da spreche ich von Industriebetrieben wie AVL List, Miba, TLC Steins, ähnliche Betriebe, die Industrie, das sind nicht die bösen Industriellen, sondern das sind Tausende, Zehntausende Arbeitsplätze und wir haben wirklich Sorge, um auf ein konkretes Beispiel zu gehen, das klingt natürlich gut, die Verbrennungskraftmotoren zu verbieten und sich festzulegen, der Elektromotor ist jetzt die Lösung der Zukunft, der Kollege von der ÖVP hat es schon angesprochen, da geht es um die Technologieneutralität, da sind wir völlig Ihrer Meinung, ich kann doch nicht jetzt schon und die Automobilindustrie und da reden wir auch von den Zulieferern, da reden wir von der Werkzeugindustrie, da reden wir von 100.000 Arbeitsplätzen, will klare Signale und die gibt es nicht, es gibt Indizien, es gibt Ihren Standpunkt, Verbot des Verbrennungskraftmotors, es gibt Ihren Standpunkt Elektroauto und also keine Technologiedifferenzierung, das hat zumindest die Republik Österreich gegenüber der EU so artikuliert, dass wir aus einem Verbrennungskraftmotor so schnell wie möglich aussteigen. Ich weiß nicht, dann erzählen Sie in der EU was anderes, als Sie uns hier erzählen. Wir sind da wirklich in ernster Sorge, dass wir hier das Kind mit dem Bade ausschütten durch überschießende Maßnahmen, durch ein einseitiges Festlegen, durch wenig Flexibilisierung, durch wenig Flexibilität und durch keine klaren Signale für die Industrie. Da geht es um zig Zehntausende Arbeitsplätze. Wir sind uns einig, dass wir einen Umstieg auf Erneuerbare brauchen. Sie wissen das, das ist auch unser Zugang immer gewesen, aber die Dosis macht es aus. Ich kann nicht, und da haben wir schon ein Problem mit dem Klimaschutzvolksbegehren, wenn da steht in einer Forderung, das Recht auf Klimaschutz, das klingt schön, das Recht impliziert aber immer eine Verpflichtung. Und wenn dann im zweiten Halbsatz steht, diese im Recht ist gleich Verpflichtung, ist alles andere unterzuordnen, dann ist das für uns zu viel, zu much überschießend. Weil alles andere unterzuordnen heißt in dem energiepolitischen Dreieck, wir kümmern uns um das eine, die Versorgungssicherheit ist dem unterzuordnen und die Arbeitsplätze und die Wirtschaftlichkeit und Leistbarkeit ist dem auch unterzuordnen. Das ist für uns nicht ausgewogen, auch nicht gut, auch nicht im Sinne der Menschen. Um das noch einmal klarzustellen, wir freiheitlich sind ganz klar dafür, fossile Brennstoffe zu reduzieren. Wir sind nicht dafür, dass wir uns jetzt überschissende Ziele geben und den Zielen das so festlegen, dass man von jetzt schon weiß, dass die Ziele schwer bis gar nicht erreichbar sind. Und das haben wir zum Beispiel beim Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, wo wir jetzt eh zwei Jahre verschlafen haben und uns Ziele gesetzt haben bis 2030, nämlich 100 Prozent erneuerbar national-bilanziell bis 2030. Und jetzt kommen wir hinten und vorne zusammen, dass wir uns die Ziele erreichen. Und ich habe gefragt, macht es wirklich Sinn, dass man Grünflächen mit Photovoltaikanlagen zupflanzt? Macht es wirklich Sinn, dass man Windkraftanlagen an schlechten Standorten aufstellt und dann natürlich überfördert. Ja, das müssen wir machen, weil sonst erreichen wir die Ziele nicht. Da sind wir nicht dabei. Sondern vernünftige Ziele sich zu setzen, erreichbare Ziele, Ausstieg ab 2025 aus den Verbrennungskraften. Das ist ein Ziel, das wir als nicht vernünftig halten. Wir sind selbstverständlich dafür, zirkulare Ökonomie, Kreislaufwirtschaft im regionalen Bereich, wir sind selbstverständlich dafür, nachhaltige regionale Landwirtschaft etc. Aber das muss man dann auch, wir sind selbstverständlich dafür, dass wir keinen Atomstrom wollen. Österreich ist im Übrigen eines der wenigen Länder und da sind wir selbstverständlich dafür, dass keine Kohlekraftwerke hat und keinen Atomstrom. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir es überschießen und sagen, wir brauchen auch keine Gaskraftwerke, die gehören auch weg. Weil die Gaskraftwerke brauchen wir für die Versorgungssicherheit und die Gasinfrastruktur brauchen wir ebenfalls für die Versorgungssicherheit. Und wenn man das zu Ende denkt, dann nutzt es uns nichts, wenn man die Weltmeister sind im Klimaschutz und Arbeitsplätze verloren gehen. Also man muss die Dinge meines Erachtens auch zu Ende denken. Beispiel ATP Spielberg, ATP Spielberg, Obersteiermark. 350, 400 Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Warum sind die verloren gegangen? Naja, weil die chinesischen Eigentümer was beschlossen haben. Das ist schon mal das erste Thema. Das ist schon mal das erste Thema. Warum haben die chinesischen Eigentümer? Die chinesischen Eigentümer haben beschlossen, hier die Infrastruktur abzubauen und woanders aufzubauen. Wo, woanders. in Polen und in der Slowakei. In dem Polen, das zum Beispiel, und das wissen Sie, beim Effort-Sharing nicht 36 Prozent Reduktion eingemeldet hat, sondern 7 Prozent. Das heißt, Wettbewerbsvorteil für Polen. Das Polen, das von der EU Milliarden an Förderungen bekommt. Das Polen, das jetzt vielleicht nicht die Nova erhöht, die Pendlerpauschale abschaffen will und die Spritpreise erhöht. Das heißt, zu Ende gedacht, vernichtet diese Politik Arbeitsplätze und schafft keine. Und das sind unsere Sorgen, die wir haben. Ausgewogene Energiepolitik und bitte gerade in Zeiten wie diesen. Wir werden noch riesige Aufgabenstellungen jetzt haben im Anschluss an die Corona-Krise. Unsere Sachen sollten wir wirklich schauen, Arbeitsplätze sichern und alles vermeiden, was Arbeitsplätze in Gefahr bringt. Und überschießende Ziele bringen Arbeitsplätze in Gefahr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir Abgeordnete kennen das alle. Es gibt Reden, die muss man halt halten. Über die freut man sich nicht so. Sie gehören quasi zur Pflicht. Und es gibt Reden, auf die freut man sich wirklich, weil etwas Großartiges gelungen ist. Und diese Rede zum Klimaschutzvolksbegehren und zum heutigen Antrag ist eine solche Rede. Wir haben hier einen gemeinsamen Antrag zum Klimavolksbegehren eingebracht, mit dem zahlreiche Forderungen des Klimavolksbegehrens umgesetzt werden. Und nicht nur das. Es ist auch, wir gehen auf das Regierungsprogramm ein und wir haben auch zahlreiche Aspekte, die die Opposition eingemeldet hat, aufgenommen in diesem Antrag. Und dieser breite Konsens, die breite Zusammenarbeit über Partikularinteressen hinweg möchte ich an dieser Stelle besonders herausstreichen. Denn im Angesicht der Klimakrise zeigt die österreichische Gesellschaft, das österreichische Parlament und auch die Bundesregierung, dass sie die Klimakrise ernst nimmt. Dass wir alle einen Strang ziehen müssen und wir eine Vielzahl an Maßnahmen starten müssen, um die Stadt, das Land, Europa, den Planeten weiter belebbar zu halten und zu verhindern, dass sich die Situation dramatisch verschlechtert. Die Maßnahmen, die wir in diesem Antrag haben, sind beispielsweise ein Klimarat der Bürgerinnen und Bürger mit einem Klimaschutzkabinett, sorgen wir dafür, dass Klimaschutz in Zukunft in all unsere Gesetze und Verordnungen einfließt und alle Regierungsmitglieder und Bundesländer bei dieser Thematik an einem Strang ziehen. Wir haben die verfassungsrechtliche Verankerung eines wissenschaftlichen Klimabeirats, der die Einhaltung des CO2-Budgets prüft. Wir haben die Klimaschutzmilliarde bis 2030 sichergestellt und der Ausstieg aus Öl, Kohle und fossilem Gas und der Umstieg auf Erneuerbare wird bis zum Jahr 2040 festgeschrieben. Und ich habe jetzt bewusst jene Maßnahmen herausgegriffen, die jetzt nicht morgen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes führen. Denn uns ist vollkommen klar, es ist ein großer Wunsch unserer Wählerinnen und Wähler, so schnell wird es leider nicht gehen. Aber die besten Ideen und Maßnahmen können wir nur schaffen, wenn sie breit getragen sind, wenn wir alle mitnehmen, wenn es nicht nur die Umweltschützerinnen aus dem siebten Bezirk sind, sondern auch meine Eltern zum Beispiel im Stubaital in Tirol. Also im Stubaital, da gibt es einen Gletscher, der ziemlich schnell schmilzt. Dementsprechend radikalisiert sich die Stubaier Bevölkerung auch ziemlich, was die Fragen des Klimaschutzes betrifft. Wir müssen alle Menschen mitnehmen in der Bekämpfung dieser Krise. Und ja, da gilt es auch, die Angst zu nehmen bei jenen, die Angst haben, dass sie bei der Bekämpfung der Klimakrise auf der Strecke bleiben. Eine Maßnahme möchte ich gerne herausgreifen, weil sie gut illustriert, wie man gute Klimapolitik und Demokratiepolitik verbinden kann. Bürgerinnenräte sind beispielsweise in Vorarlberg verankert, schon lange. Da werden 12 bis 16 Bürgerinnen- und Bürger-Palos-Verfahren ausgewählt, um dann über mehrere Tage zu beraten, wie man es denn löst. Und natürlich ist das keine einfache Angelegenheit. Da krachen sehr unterschiedliche Ansichten aufeinander und es gibt durchaus extrem intensive Diskussionen. Aber am Ende raufen sich alle Beteiligten zusammen, um eine Lösung zu finden. Und das gilt bei den Bürgerinnenräten im Vorarlberg. Aber es gilt natürlich umso mehr bei der Frage, wie wir unser Klima schützen, wie wir die Klimaerwärmung hintan halten können, damit wir alle ein gutes Leben auf einem guten Planeten haben können. Also Sie merken, ich bin ein großer Fan des vorliegenden Antrags. Selbstverständlich reicht aber nicht nur der Klimarat, sondern wir haben viele, viele andere ganz konkrete Maßnahmen auf den Weg bereits gebracht und there is more to come. Wir haben beispielsweise das Erneuerbare-Ausbau-Gesetz, wir haben das größte Bahnpaket der österreichischen Geschichte, wir haben die Sanierungsoffensive mit einem Rekordbudget von 650 Millionen Euro für klimafreundliche Sanierungen und nachhaltiges Heizen, wir haben die Ökologisierung der Nova, wir haben statt der Waldviertelautobahn den Bahnausbau, wir haben Elektroautoförderungen und vieles, vieles mehr. All diese Veränderungen im Land können wir Grüne niemals alleine schaffen. Wir brauchen ganz, ganz viele Menschen dafür. Es gibt in der Bildung ein Sprichwort, nämlich es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen und ich denke, das lässt sich auch auf die Lösung der Klimakrise umlegen. Es muss heißen, es braucht ein ganzes Land, um die Klimakrise zu bewältigen und an dieser Stelle möchte ich mich ganz explizit bei allen bedanken, die dieses Anliegen unterstützen und vorantreiben und Druck machen, dass da was weitergeht. Ich möchte mich bedanken bei all den Aktivistinnen und Aktivisten, die das Ziel eines klimaneutralen Planeten nicht aus den Augen verlieren. Bei den Vertreterinnen der Wissenschaft, die ständig neu thematisieren mit ihren Daten und Fakten, wie viel wir noch vor uns haben und was wir genau schaffen müssen. Und ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken für die Zusammenarbeit. Wir ziehen an einem Strang bei der Bewältigung der Klimakrise und nur so können wir es schaffen. Vielen Dank. Das war die grüne Klubchefin Sigi Maurer. Als nächstes kommt Carmen Jeitler-Zinzeli, Nachhaltigkeitssprecherin der ÖVP zu Wort aus Baden in Niederösterreich. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Ministerin, Johanna Rogenhofer, Stefan Weiß-Fanzlau, Katrin Resinger, Stefan Nikunisch, Daniela Nikolasch, Susanne Stückler und Helmut Anker. Das sind die Namen der Protagonisten, das sind die Namen der Proponenten in erster Reihe des Klimavolksbegehrens. Die Gesichter, die für alle anderen stehen. 380.590 Menschen, die dieses Klimavolksbegehren unterschrieben haben, in einer sehr herausfordernden Zeit unter Corona. Hunderte E-Mails sind bei uns bekommen und ich möchte mich an dieser Stelle mal entschuldigen, wir konnten wirklich nicht mehr alles beantworten. Wir haben es zu Beginn versucht und irgendwann war es dann ein, es ging nicht mehr. Vielen, vielen Dank dafür. Es hatten alle Glaubensorganisationen, haben das Anliegen unterstützt, zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer, Künstler, Prominente. Es war weit getragen und ich muss zugeben, zu Beginn war ich skeptisch aufgrund der Initiative am Anfang, wo das aus der Taufe gehoben worden ist, weil das eine parteipolitische Initiative zugrunde war und dann eine breite Initiative wurde. Und für mich war es deswegen so, weil ich glaube, dass genau das ist, wir müssen diese Klimathematik in der Breite sehen, als kein parteipolitisches Instrument mehr, sondern als gesamtgesellschaftliches Anliegen, dass sich alle breit anschließen können. Das ist mein Anliegen. Es kam dann ein älterer Herr, ein sehr rüstiger Pensionist, der Herr Meyerhofer, zu mir und hat mit mir in Baden einen Termin ausgemacht, wir waren im Café Zentral und haben unseren Cappuccino getrunken und er hat mich extrem berührt. Das war dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, da ist ein Jungpensionist, der wirklich ein Anliegen hat, der mit seiner Leidenschaft versucht, mir jetzt zu erklären, warum das so wichtig ist. Und da habe ich mich dann wirklich eingelassen drauf und dachte, ich schaue mir das in der Tiefe an und beschäftige mich mit diesen Forderungen. Und diese Forderungen haben ihre Legitimität. Die letzten fünf Jahre waren die wärmsten seit Aufzeichnungsbeginn. Um hier noch etwas drehen zu können, müssen wir aktiv werden und müssen auch die Verbrennung fossiler Rohstoffe langfristig durchdenken. Nur was können wir jetzt tun? Drei Milliarden, über drei Milliarden Menschen leben mit offenem Feuer, Kochen auf offenem Feuer. Wir in Österreich mit der grünsten Industrie der Welt, muss man sagen, wo wir schon viele Maßnahmen setzen, können wir das wirklich schaffen? Und ich glaube, ja. Ich glaube, wir können es schaffen. Ich bin überzeugt. Aber wie? Und dafür braucht es meiner Meinung nach drei Punkte. Das eine ist Anreize statt Verbote. Diese Zeigefinger in der Weltverbesserung funktioniert nicht. Und wir sehen es gerade jetzt unter Corona. Die Leute wollen mitgenommen werden. Wir müssen sie motivieren. Wenn das Gegenteil passiert zu uns, es passiert Widerstand. Wenn ich Ihnen jetzt ein Sarkastiker sage, Sie dürfen da draußen das Leberkäse-Semmel nicht mehr essen, dann gehen Sie woanders hin. Oder Sie werden uns hier mit Ihrem Fanclub, übrigens, by the way, Sie haben vorher gesagt, Sie bringen sachliche Argumente. Sie haben mehrere Studien, Sie sind immer sehr sachlich. Ich weiß aber nicht menschlich gesehen, ob der Fanclub von fünf Herren, die da jetzt sitzen, die über 50 sind, und die das vielleicht nicht mehr in der Form betroffen macht, ob das das Richtige in so einer Thematik sein kann. Wir brauchen zudem Genehmigungsverfahren und alles muss schneller gehen. Wir sind zu langsam. Und ich glaube, CO2 senken, das heißt immer Arbeitsplätze schaffen. Sie haben gesagt, die Arbeitsplätze gehen verloren. Nein, CO2 senken heißt Wohlstand und Arbeitsplätze schaffen. Zweitens, wir brauchen eine Wahlfreiheit statt Verzicht und Einschränkungen. Der Mensch hat sich in den letzten 100 Jahren ein extrem klimafeindliches Verhalten angeeignet. Und das zu durchbrechen müssen wir, da braucht es einen Weg, wo wir diese Leute mitnehmen. Es geht nicht mit radikal zu sagen, das und das darfst du nicht mehr. Wir müssen sie auf die Reise mitnehmen und einladen. Und da braucht es eine freudvolle Haltung. Und da komme ich zu dir, Julia. Es braucht positive Zukunftsbilder. Ich glaube, es braucht Szenarien. Nicht diese Weltuntergangsszenarien. Weil ich habe das immer das Gefühl, es ist ein bisschen, kommt mir immer so nach so einem negativen, depressiven Gewerkschaftsseminar der 70er so mit. Mit Pinolboden sehe ich da immer vor mir. Das ist nicht die Haltung. Wir brauchen diese, können wir das schaffen? Haltung. Bob, der Meister, brauchen wir. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das gemeinsam. Das brauchen wir. Und ich bin unglaublich zuversichtlich, gerade im Moment, was wir mit den Impfstoffen geschafft haben. Vor einem Jahr hat diese Krise begonnen und wir haben es geschafft, die Menschheit hat es geschafft, über Kollaboration innerhalb eines Jahres einen Impfstoff zu entwickeln, den wir in der Breite jetzt verteilen können. Und da reden wir mal nicht über die Details. Alle anderen Seuchen haben ein Drittel der Weltbevölkerung weggerafft. Und wir haben es geschafft und es ist die Brillanz der Menschheit. Und ich glaube, das sollten wir mal sehen. Wir können es gemeinsam. Zu guter Letzt danke ich für diese konstruktiven Gespräche. Für mich war es ein Erlebnis. Danke, Lukas, für deine Sitzungsführung, für das Einladen der Experten. Danke vielmals, du hast das sehr souverän und großartig gemacht. Und ich kann nur versichern, für uns von der Volkspartei sind diese Anliegen von fundamentaler Wichtigkeit. Die ÖVP in ihrer Verbindung mit der Wirtschaft und der Umwelt. Ja, die Wirtschaft ist mit uns in Verbindung. Das ist der Geist der ökosozialen Marktwirtschaft, der schon vor Jahrzehnten geprägt worden ist. Und wir sind dem tief verbunden. Und ich glaube, es darf auf Klimaanliegen kein Copyright geben. Das ist in unserer DNA genauso wie in ihrer. Und wir müssen das zu unserem gemeinsamen Thema machen, denn sonst werden wir es nicht schaffen. Heute ist Freitag ein ganz spezieller, freudvoller, sonniger Friday for Future. Und zur tatsächlichen Berichtigung der Abgeordneten Kassecker. Vielen Dank, Herr Präsident. Die Kollegin Jertler-Cincelli hat in ihrer Rede ausgeführt und hier in diese Richtung gedeutet, dass die fünf Herren Mitte 50 sich über dieses und jenes nicht mehr so viele Gedanken machen müssen. Ich berichtige tatsächlich, der Herr Kollege Christian Ries ist erst 49. Das ist keine tatsächliche Berichtigung, außer eine politische Anmerkung. Die fünf Leute sind nicht in dieser Form genannt worden. Es können andere fünf auch gewesen sein. Zunächst ist der Herr Abgeordneter Janik Schettin. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Initiatoren, Initiatoren des Klimavolksbegehrens, die Sie sicher zuschauen. Dieses vorliegende Volksbegehren, das Klimaschutzvolksbegehren ist wohl das wichtigste Volksbegehren der letzten Jahre gewesen. Vor allem für meine Generation war es ein Aufschrei. Ein Aufschrei gegen Stagnation, ein Aufschrei gegen Ambitionslosigkeit, ein Aufschrei gegen Gleichgültigkeit. Ein Aufschrei dagegen, dass wir Jungen das ausbaden müssen, was diese Generation an Entscheidungsträgern in Österreich und weltweit die letzten Jahre verbockt hat. Klimaschutz meiner Generation wird oft als Hobby, als Lifestyle oder als jugendlicher Aktivismus abgedaun. Es ist es aber weder noch. Es ist schlicht das beinharte Verständnis, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, dass wir eine Welt erben werden. Eine Welt von Hungersnöten, Konflikten, massiver Destabilisierung und einer Welt, die von einem Umweltkollaps geprägt sein wird. Und je jünger man ist, desto stärker ist man betroffen. Easy as that. Ich könnte jetzt stundenlang reden über ökologische Kipppunkte, welche Dominoeffekte für das Weltklima auslösen. Über hunderte Millionen Klimaflüchtlinge, wo die schlimmsten FPÖ-Albträume wahr werden würden. Über Ernteversagen und Waldsterben. Überall. Auch bei uns. Und über solche Dimensionen, dass die ÖVP noch so viel fördern kann, es wird die Landwirtschaft nicht überleben. Ich könnte reden über Wassermangel oder über extreme Wetterereignisse oder über Ressourcenkriege. Aber stattdessen möchte ich darüber sprechen, wo wir nicht genug tun, wo wir mehr tun müssten und was wir tun müssten, um gegenzusteuern. Jedes Land, auch Österreich, muss endlich seine Hausaufgaben machen. Und genau das ist es, was das Klimavolksbegehren fordert. Nicht mehr und nicht weniger. Die Politik, die Regierung soll ihre Hausaufgaben machen. Sie soll das machen, wofür sie gewählt worden sind. Wofür sie bezahlt werden. Und hier macht unsere Regierung zu wenig. Ich möchte das ein bisschen entkoppelt betrachten von diesem Entschließungsantrag. Ich komme dann auch gleich darauf zu sprechen, wo wir mitgehen. Ich bin da vielleicht ein bisschen weniger optimistisch als mein Kollege Michi Bernhard für einen Minimalkompromiss. Im Sinne der Konstruktivität gehen wir da mit. Aber ich finde das immer noch viel zu wenig. Und das ist deswegen enttäuschend, dass diese Regierung zu wenig macht, weil natürlich von den Grünen auch mehr erwartet wurde im Klimaschutz. Ihr Versprechen war es, als sie in die Koalitionsverhandlungen gegangen sind, wir opfern alles für den Klimaschutz. Wir opfern Menschenrechte, Kontrolle, Parlamentarismus für den Klimaschutz. Und dafür geht im Klimaschutz einfach viel zu wenig. Und da wird kein 1-2-3-Euro-Ticket reichen. Da müssen wir echte Meter machen. Eine Steuerrevolution, eine umfassende CO2-Besteuerung. Dafür runter mit der Lohnsteuer, runter mit der Mehrwertsteuer, runter mit den Lohnnebenkosten, aber ein ordentlicher Preis für CO2. Oh ja, Gott, jetzt geht's wieder. Wir brauchen endlich ein Ende dieser umweltschädlichen Subventionen. Und Sie brauchen sich auch nicht abfeiern für ein paar Millionen Euro mehr im Klimaschutz, wenn gleichzeitig Milliarden an umweltschädlichen Subventionen bestehen. Ich möchte das nochmal aufzeigen, den Kontrast. Das hier ist die Erhöhung im Klimaschutzbudget. 0,22 Milliarden. Die Erhöhung in der UG 43. Und das sind die umweltschädlichen Subventionen, die weiter aufrecht bleiben. Und diese Dimensionen, die muss man sich vor Augen führen. Wissen Sie, was das ist? Das ist gleichzeitig aufs Gas steigen und gleichzeitig auf der Bremse stehen. Leicht aufs Gas steigen. Und diejenigen von Ihnen, die einen Führerschein haben, die wissen, was das bedeutet. Das bedeutet Stillstand. Das ist einfach zu wenig. Dieser unverbindliche Entschließungsantrag ist ein erster Schritt. Ein allererster Schritt. Und er ist einzig und allein der Erfolg von Katharina Rogenhofer und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern, dass wir überhaupt hier stehen und darüber diskutieren. Wir tragen diesen Schritt mit. Wir tragen ihn mit, obwohl ein Minimalkompromiss ist. Und ich möchte es nochmal wiederholen, für Zuseherinnen und Zuseher, ein unverbindlicher Entschließungsantrag mit unverbindlichen Fristen oder gar keinen Fristen. Also das ist kein Gesetz, was wir hier heute beschließen, sondern ein unverbindliches Blatt Papier, was mit Leben noch erfüllt werden muss. Und wir werden ganz genau drauf schauen. Ich kann Ihnen versprechen, auch noch genauer als im letzten Jahr, das von Covid überdeckt. Aber wir werden ganz genau drauf schauen, ob diese Versprechungen, die Sie hier machen, ob die mit Leben erfüllt werden. Und vielleicht noch etwas Konkretes zum Schluss. Unser Sorgenkind Nummer eins ist die Mobilität. Das wissen wir. Während die Emissionen in fast allen anderen Bereichen gefallen sind... Bitte? Wenn du dich um die Mobilität sorgst, dann schau, dass die Öffentlichkeit wieder funktionieren. Okay. Also, das Sorgenkind Nummer eins ist die Mobilität. Und was der Zwischenruf... Der Zwischenruf ist akustisch nicht wirklich verstanden. Ich glaube, es war eine Schuldzuweisung zu Wien. Ich glaube, das hilft uns nicht wirklich weiter. Also, was wir brauchen, ist, dass wir die Emissionen im Verkehrsbereich senken. Seit den 1990er Jahren haben die um 75 Prozent zugenommen. Und dieser Minimalkompromiss, der hier zu finden ist, der reicht uns nicht. Und deswegen bringe ich noch folgenden Schließungsantrag der Abgeordneten Johannes Margreiter, Janik Schetti, Kolleginnen und Kollegen betreffend konkrete Zielsetzungen im Mobilitätsbereich ein. Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, wird aufgefordert, konkrete verbindliche Maßnahmen für die Ausweitung der klimafreundlichen Mobilität zu setzen. Inklusive der folgenden Punkte. Formulierung einer ambitionierten bundesweiten Zielsetzung zur Erhöhung der in Österreich mit dem Fahrrad zurückgelegten Wege auf über 16 Prozent, sowie des Anteils der in Österreich zu Fuß zurückgelegten Wege auf über 21 Prozent, bei gleichzeitig entsprechender Senkung des Anteils des motorisierten Individualverkehrs bis 2030. Schaffung eines Gesetzentwurfes für eine fahrradfreundliche StV ohne Welle, welche das Fahrrad im Straßenverkehr aufwertet und damit mehr in Österreich lebende Menschen zum Umstieg auf das Fahrrad ermutigt. Verdoppelung der Mittel im Bundesbudget für die Fahrradinfrastruktur und Zweckbindung für den Ausbau von direkten, baulich getrennten Fahrradinfrastrukturen zwischen Ortschaften, sowie zur Anbindung überregional-öffentliche Verkehrsmittel. Verbesserung von Rahmenbedingungen für die Schaffung von direkt, baulich getrennten Fahrradinfrastrukturen zwischen Ortschaften und Gemeinden, sowie Maßnahmen zur Stärkung und Koordinierung der Planung der Fahrradinfrastruktur über Landes- und Gemeindegrenzen hinweg und der Erarbeitung eines Anreizmodells, das durch finanzielle Förderung die Errichtung von Begegnungszonen in Ortskennen von Gemeinden unterstützt. Vielen Dank. Das war Yannick Schetti von den NEOS. Nächste in der Debatte zum Klimavolksbegehren ist die Umweltsprecherin der Grünen Astrid Rössler, die ehemalige Landeshauptmannsstellvertreterin in Salzburg. Sehr geschätzte Herr Präsident, sehr geschätzte Frau Bundesministerin, Kollegen und Kolleginnen und Zuseherinnen und Zuseher zu Hause an den Bildschirmen. Ich starte auch mit Freude und Dank an die Initiatorinnen des Klimavolksbegehrens, denn ohne dieses Klimavolksbegehren hätte das wichtige Thema nicht diese Breite bekommen und nicht in diesen großartigen Antrag gemündet. Heute ist es der Beschluss des Klimavolksbegehrens. Es ist die Weichenstellung für die Umsetzung. Wir haben damit das Klimathema noch nicht erledigt. Es beginnt jetzt. Es ist der Arbeitsauftrag. Es ist ein Arbeitspaket, das wir heute beschließen. Und sozusagen ab heute heißt es noch mehr Ärmel hochkrempeln und die Dinge wirklich auf den Boden bringen. Das heißt die Energiewende, das heißt die Mobilitätswende. Da steckt schon noch viel Arbeit und einiger Diskussionsbedarf auch drinnen. Das ist uns bewusst. Aber es ist unbedingt notwendig, damit zu starten. Auf den Boden bringen heißt, es ist ein Auftrag an alle Menschen in der Politik und in politischen Funktionen, den Klimaschutz zu einem starken Bestandteil in allen ihren Entscheidungen zu machen. Auf Bundesebene, auf Ebene der Länder und bis in die Gemeinden. Das heißt, Einfluss zu nehmen, dass der Klimaschutz in alle politischen Entscheidungen auch Eingang findet. Und zwar nicht nur in Regierungsverantwortung, sondern ganz besonders auch als Opposition. Das ist die Einladung. Es ist aber auch ein Auftrag und ein Appell an alle Parteien hier im Nationalrat, diesem Antrag beizutreten. Und mein Respekt an die NEOS, dass sie heute diesen Schritt gemacht haben. Und es ist immer noch die Einladung auch an die SPÖ und an die FPÖ, wenn man den Klimaschutz ernst nimmt, sich dazu auch zu bekennen. Klimaschutz in allen politischen Entscheidungen heißt, auch auf allen Ebenen, heißt bei den gesetzlichen Grundlagen, heißt aber auch in der öffentlichen Beschaffung. Und wenn ich sage hinunter bis auf Ebene der Gemeinden, heißt es auch, diesen Einfluss und dieses Engagement hineinzubringen in alle Unternehmungen mit öffentlicher Beteiligung. Auch das ist ein großer und wichtiger Hebel, in dem wir Klimaschutz besser verankern müssen. Der heutige Beschluss ist auch ein Auftrag und eine nochmalige Einladung an die Wissenschaft und die Wirtschaft nicht locker zu lassen. An die Wissenschaft mit ihrer Expertise, mit ihrer kritischen und konstruktiven Haltung und auch mit ihren Appellen nicht locker zu lassen, uns dabei zu unterstützen, den heutigen Beschluss auch umzusetzen. Und letztlich ist es ein Auftrag und ein Appell an die Gemeinschaft und an die Gesellschaft, an alle, alle hier in unseren unterschiedlichen Rollen und Funktionen. Wir sind Unternehmerinnen und Unternehmer, wir sind Eltern, wir sind Großeltern, wir sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Wir sind in so vielen verschiedenen Funktionen und überall dorthin heißt es, den Klimaschutz ab heute mit allen seinen wichtigen Konsequenzen mitzunehmen. Es braucht ein ganzes Land, es braucht ein ganzes Land, um den Klimaschutz umzusetzen und das heute ist der Beschluss. Danke an die Initiatorinnen des Klimavolksbegehrens. Als nächstes zu Wort kommt Joachim Schnabel, Bürgermeister der Gemeinde Lang in der Südsteiermark ÖVP. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Frau Bundesministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Damen und Herren vor den Monitoren, vor allem geschätzte Initiatoren des Klimavolksbegehrens. Auch ich möchte mich eingangs bedanken für die tolle Initiative, für die umfassende Diskussion, für den regen Austausch, den wir hier im Hohen Haus hatten, der möglich wurde durch die über 380.000 Unterstützerinnen und Unterstützer und der uns allen politischen Verantwortlichen hier im Haus aufgezeigt haben, wie umfassend, wie wichtig und wie klar das Thema ist, was den Klimawandel betrifft. Wir beschließen heute mit diesem Entschließungsantrag durch drei Parteien einen wichtigen Meilenstein im Bereich der Klimapolitik für Österreich. Und der Diskurs in den Hearings hat gezeigt, wie wichtig und klar diese Schritte sind. Und ganz verstehe ich die freiheitliche Partei nicht, die muss in einem anderen Umweltausschuss gesessen sein, weil, was wir dort alles gehört haben an Zahlen, Daten und Fakten belegen ja eindeutig, dass hier etwas gemacht werden muss und dass wir in diese Richtung gehen müssen. Ihre Politik zusammengefasst ist Besitzstand waren und es darf sich nichts verändern, aber das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen, um eine enkelfitte Welt für unsere nachfolgenden Generationen zurückzulassen. Aus Sicht der ÖVP hat 1990 unser ehemaliger Obmann, Diplom-Ingener Josef Rieger, die ökosoziale Marktwirtschaft postuliert, mit vielen Experten ein Buch herausgegeben und quasi vor 30 Jahren schon aufgezeigt, wie ein Weg für die Marktwirtschaft, für eine Volkswirtschaft klima- und umweltverträglich sein kann. Drei Säulen hat er genannt, das Wirtschaftswachstum, den sozialen Ausgleich, aber auch den Klima- und Umweltschutz. Und alle drei sind gleichberechtigt im Einklang zu bringen und gleichzuentwickeln, um hier vor allem jetzt in die Zukunft unsere Wirtschaft, unser Sozialsystem zu transferieren und für die Zukunft Klima- und auch enkelfit zu machen. In seinen Ausführungen nimmt die Kostenwahrheit ein zentrales Element ein. Und im Entschließungsantrag gehen wir auch nochmals zum Regierungsprogramm hinauf, dass wir uns zu einer CO2-Besteuerung bekennen. Hier gibt es verschiedene Modelle, da haben wir auch schon inhaltlich einiges diskutiert. Meine Frage an den Experten war auch, wie schaut eine CO2-Bepreisung aus, in welcher Höhe? Europaweit gibt es hier eine Spannweite von 1 Euro oder 1 Dollar bis 140 Dollar die Tonne. Der Kollege Schäte verlangt 250 Euro die Tonne. Die Antwort war bei den Experten, das ist eine politische Entscheidung. Und die müssen wir ganz genau und ganz bewusst fassen, wenn wir diese ökosoziale Steuerreform angehen. Wir müssen sie so fassen, dass wir keinen überfordern, dass wir den Standort erhalten, dass wir nicht unsere Wirtschaft überfordern und Produktionsbetriebe absilfen. Stichwort Carbon Leckage. Das nutzt uns nichts, wenn dann woanders in klimaschädlicheren Regionen produziert werden. Ob das jetzt eine CO2-Steuer ist, ein ETS-System auf nationaler Ebene mit Upgrading- oder Downgrading-System, das müssen wir in den nächsten Monaten erarbeiten. Aber es ist wichtig, dass es hier, und da zitiere ich die Frau Dr. Schratzenberger von WIFO, dass wir ein Gesamtpaket schnüren. Wir dürfen nicht wieder Einzelmaßnahmen herausgreifen, sondern wir müssen ein Gesamtpaket schnüren, das die Vor- und Nachteile der Steuerveränderung aufzeigen und somit die breite Bevölkerung, somit das Unternehmertum und somit auch die arbeitnehmende Bevölkerung mitnehmen. Zum Schluss, geschätzte Damen und Herren, ich bin in meinem Leben schon mehrfach einen Marathon gelaufen. Und wenn ich am Start zu mir gesagt hätte, das ist zu weit, das werde ich nicht schaffen, das Wetter passt nicht, ich wäre nie an das Ziel gekommen. Und so muss es auch beim Klimawandel gehen, weil wenn wir hier nur mit Pessimismus, mit Schreckensbildern oder auch mit Wirtschaftsfeindlichkeit oder mit überforderten oder überbrauchten planwirtschaftlichen Instrumenten herangehen, werden wir das Ziel nicht erreichen. Wir werden das Ziel nicht erreichen, einen Planeten zu hinterlassen, wo unsere Kinder und Enkelkinder sorgsam wirtschaften können und auch die wieder für die Nachwelt eine gute Umwelt hinterlassen. Von der Südsteiermark jetzt jetzt nach Tirol. Herr Baden-Weratschneck, Verkehrssprecher der Grünen aus Schwarz in Tirol, ist nun an Bord. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Abgeordnete, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, geehrte, sehr verehrte Unterzeichnerinnen, Unterzeichner, liebe Initiatorinnen. Klimaschutz ist keine Klientelpolitik. Klimaschutz ist nicht Politik einer einzigen Partei, sondern eine gesamtgesellschaftliche, sozial-ökologische Verantwortung. Klimaschutz ist eine Verantwortung aller Entscheidungsträger. Die Jungen nehmen uns mit der Zukunft beim Wort, verehrte Abgeordnete. Was lernen wir aus der Corona-Krise für die Klimakrise? In der Analyse und Bewertung braucht es einen breiten wissenschaftlichen Diskurs, Beteiligung und dementsprechende Kommunikation. Wenn unser Planet auf der Intensivstation liegt, dann hat eine überbordende Überhitzung bereits begonnen. Da hilft uns kein Testen, kein Impfen, da helfen auch keine Absichtserklärungen. Klimaschutz ist Menschenschutz. Das muss uns allen klar werden. Es ist keine Glaubensfrage, ob es eine menschenverursachte Zuspitzung des Temperaturanstiegs gibt. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Glauben sollten wir daran, dass Anträge, Absichtserklärungen, Maßnahmen wir auch dazu berufen sind, diese auch umzusetzen. Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Politik hat dabei das Leadership ganz klar zu übernehmen. Was aber, glaube ich, auch ganz deutlich wird, es braucht Anreize, es braucht aber auch Lenkung. Ein Wellness- und Wohlfühlausflug alleine wird es nicht sein, dass wir die Klimaschutzziele erreichen werden, die Abgeordnete. Im Verkehrsbereich ist es deshalb so wichtig, weil wir wissen, dass seit den 90er Jahren wird die Klimaschutzziele, die CO2-Emissionen, weit verfehlen. 75 Prozent angestiegen. Der Mobilitätssektor ist ein Schlüsselsektor, wenn es darum geht, die Klimaziele einzuhalten und die Klimabremse einzulegen. Wer hier bremst bei den Maßnahmen, der überhitzt. Wer hier leugnet, der ist verantwortungslos. Deshalb ist dieser Antrag, den wir heute mehrheitlich beschließen, ein Startpunkt für viele konkrete Maßnahmen, die es braucht. Wir haben uns gestern über das Klimaticket unterhalten und, glaube ich, Grundlagen geschaffen, die ganz wichtig sind. Da gehört natürlich dazu ein ambitionierter ÖBB-Rahmenplan. Die aktive Mobilität, vor allem auch in größeren Orten mit Bus, Bahn, Fahrrad und zu Fuß gehen, das muss noch viel stärker Realität werden. Die Dekarbonisierung raus aus dem Öl, rein in die erneuerbaren Energien, das EAG. Die Umstellung auf Elektromobilität, neue Antriebsformen, das alles sind Aufgaben im Rahmen des Antrages, den wir heute beschließen. Und ein wichtiger Punkt noch zum Schluss. Der Kampf gegen den überbordenden Transitverkehr ist ein zentraler Punkt, der mir persönlich als Tiroler am Brenner ein besonderes Anliegen ist, hier Maßnahmen zu setzen und in aller Entschiedenheit zu kämpfen. Ich möchte mit einem Zitat, einem Appell von Fridays for Future enden. Eine mutige Umweltschutzpolitik in Übereinstimmung mit dem 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens und globale Klimagerechtigkeit, das sind unsere Aufgaben. Dankeschön. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Hammer. Michael Hammer, Bürgermeister der Gemeinde Altenberg im Müllviertel, ÖVP. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Bundesminister, Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Wir setzen heute mit diesem Beschluss einen ganz wesentlichen Meilenstein für den Klimaschutz. Und ich sage bewusst auch Meilenstein, weil es vor allem für uns als ÖVP ein Meilenstein ist auf einem Weg, den wir schon sehr, sehr lange bestreiten. Auf einem nachhaltigen Weg. Mein Kollege Schnabel hat das auch schon ausgeführt. Wir haben vor mittlerweile 32 Jahren das Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft beschritten. Und wir gehen diesen Weg schon ganz konsequent und haben das Thema Klimaschutz und Umweltschutz schon zu Zeiten ernst genommen, wie das Thema auch in der Öffentlichkeit noch nicht so diskutiert worden ist. Und ich möchte das ganz bewusst auch an die Adresse der SPÖ sagen, die immer wieder so tut, die ÖVP wäre irgendwo im Bereich des Klimaschutzes ein Blockierer oder Verhinderer. Ganz im Gegenteil, wir haben diesen Weg schon sehr, sehr lange beschritten. Und es ist uns ein Anliegen gewesen, in diesem nachhaltigen Weg zu gehen. Und ich glaube jetzt beim Klimaschutz und wir setzen bei vielen Maßnahmen, die wir setzen, auch auf diesen Dreiklang. Weil das wird ja auch immer wieder diskutiert. Wir brauchen die Umwelt, wir brauchen die Wirtschaft und wir brauchen auch das soziale Gefüge, die Gesellschaft. Und wenn wir Klimaschutz erfolgreich umsetzen wollen, braucht es diese Komponenten, dass wir den Standort erhalten, dass wir Arbeitsplätze erhalten und dennoch viel für unsere Umwelt und das Klima tun. Ich selber komme aus Altenberg, die Nachbargemeinde von Linz. Linz war in Zeiten früher eine Problemgemeinde, was den Luft-, den Umweltschutz betroffen hat, den Klimaschutz. Und mittlerweile ist Linz eine Vorreitergemeinde und wir haben dort Leitsbetriebe wie die VÖS, die schon sehr, sehr viel gemacht haben. Und solche Betriebe sind auch das Beispiel, warum man darauf achten muss, dass die nicht belastet werden. Der Kollege Kassecker hat das auch ausgeführt, dass wir natürlich wettbewerbsfähig bleiben müssen, dass Betriebe nicht abwandeln. Aber ich glaube, diesen Weg beschreiten wir auch entsprechend. Also uns war dieses Thema immer wichtig und wir brennen auch dafür, für den Klimaschutz etwas zu tun. Und weil uns der Klima- und Umweltschutz so wichtig ist und wir nehmen die Signale aus der Bevölkerung auch überaus ernst und wir spüren auch, was dieses Zeichen des Klimavolksbegehrens, was auch die jungen Menschen bei den Fridays for Future Protesten ausdrücken wollen. Wir spüren diese Wünsche, diese Anliegen und wir nehmen das auch sehr, sehr ernst und vor allem die 400.000 Menschen, die dieses Klimavolksbegehren unterschrieben haben. Und weil es uns so ein Anliegen ist, setzen wir mit diesem Beschluss, den wir heute hier auch haben, ganz zentrale Forderungen des Klimavolksbegehrens um. Und wir beschließen heute und das ist ein ganz konkreter Weg und das haben Vorredner von mir auch schon gesagt, den wir hier aufzeichnen. Denn dem Klima hilft nicht, darüber zu reden, sondern das konkrete Tun und das konkrete Handeln. Und wir sind dafür auch immer eingestanden, Konkretes zu tun, auf der anderen Seite diesen Klimaschutz auch mit Hausverstand zu machen. Und was auch Vorredner schon von mir gesagt haben, es braucht das Tun jeder und jedes Einzelnen in unserem Land, dass wir diesen Klimaschutz auch bestreiten können und vor allem auch der Gebietskörperschaften, Bund, Länder und vor allem auch dort, wo die Menschen zu Hause sind in den Gemeinden. Und ich darf selber für meine Gemeinde sagen, ich bin stolz, dass wir Klima- und Energiemodellregion sind. Wir haben Biomasse-Gemeinschaftsheizungen, wir haben auf fast allen öffentlichen Dächern Photovoltaikanlagen und viele weitere Maßnahmen. Das ist konkreter Klimaschutz und den sollen wir auch umsetzen. Zuwort gemeldet ist der Abgeordnete. Achso, Entschuldigung. Ich bin nicht ganz fertig. Es geht daher ums Konkrete Tun und wir sollten jetzt handeln. Und was ich auch noch einmal an die Adresse der SPÖ und der Freiheitlichen sagen soll, wir sollten auch im Sinne der Unterstützer des Klimavolksbegehrens hier ein Zeichen der Geschlossenheit für dieses Thema zeigen. Und ich lade Sie ein, unseren Antrag und unseren Beschluss mitzutragen. Danke sehr. Nach Michael Hammer gleich noch ein Bürgermeister, Erwin Angerer aus Mühling-Kärnten, FPÖ. Danke, Herr Präsident. Aus Mühldorf, Entschuldigung. Herr Minister, hohes Haus, geschätzte Damen und Herren. Zu Beginn möchte ich vielleicht der ÖVP wieder einmal den Spiegel vorhalten, weil ja der Begriff Klimaschutz mit Hausverstand immer etwas belächelt wird. Vor kurzem hat der Herr Karl-Heinz Kopf, ich weiß nicht, wer ihn kennt in den Reihen, er ist heute leider nicht hier, Vertreter der Wirtschaftskammer gemeint. Kopf und Neumauer fordern Klimaschutz mit Hausverstand. Die Gefahr, dass Industriebetriebe ihre Produktion dorthin verlagern, wo sie geringere Emissionskosten haben, bei allzu hoch gesteckten Klimazielen ist hoch. Hierzu kommt noch, dass die wirtschaftliche Lage aufgrund der Corona-Krise derzeit bereits sehr angespannt ist. Kann man nichts hinzuzufügen, hat er recht, Herr Kopf. Leider ist zwischen etwas Sagen und Handeln mittlerweile bei der ÖVP sind da meistens Welten dazwischen. Und jetzt wissen wir nicht, was da wirklich passiert und auf unsere Wirtschaft zukommt. Klimaschutz mit Hausverstand sehen wir natürlich auch so, dass wir ressourcenschonend mit unserer Umwelt umgehen sollten. Wir müssen unsere Bevölkerung schützen. Es sollen künftige Generationen natürlich in einer möglichst unbelastenden Umwelt und in einem lebenswerten Klima aufwachsen können. Unsere Aufgabe muss es aber dabei sein, dass wir realistische Klima- und Umweltziele definieren. Und es ist einfach hier das Thema der Wirtschaft, der Auswirkungen auf die Wirtschaft, das wurde heute schon mehrfach angesprochen vom Kollegen Kassecker und auch vom Kollegen Rauch, und auf unseren Sozialstaaten nicht einfach auszublenden. Es muss eine Balance geben zwischen den ökologischen, nachhaltigen und gesetzten Maßnahmen und den Wettbewerbsbedingungen der Leistbarkeit und der Versorgungssicherheit in unseren Systemen, in unserer Wirtschaft und auch in unseren Sozialsystemen. Und man sollte bei den ganzen Maßnahmen auch im Auge behalten, dass es nicht nur darum geht, Arbeitsplätze abzusichern hier in unserem Land, sondern auch vielleicht neu zu schaffen, die volkswirtschaftliche Relevanz der Maßnahmen zu beurteilen. Umweltbewusst handeln, habe ich schon erwähnt, selbstverständlich zukunftsorientierte Technologien zu fördern, aber auch zu kritisch zu hinterfragen. Und jetzt möchte ich Ihnen ein paar Beispiele geben, welche zukunftsorientierten Technologien Sie massiv fördern, die ich aber auch kritisch hinterfrage. Das Beispiel Wasserkraft, Frau Minister. Auf der einen Seite, selbstverständlich, positiv, Ausbau 362+, bei uns in der Region Pumpspeichkraftwerk, sehr positiv. Man muss sich aber auch Gedanken machen, wie belastet so ein Kraftwerk die Umwelt, speziell was die Stromableitungen betrifft. Windkraft, ja, dort wo es passt, wo die Bevölkerung nicht beeinträchtigt wird, nicht über die Maßen beeinträchtigt wird, selbstverständlich, aber nicht auf den Kärntner Bergen. Da brauchen wir keine Windkraft. Dort passen auch die Voraussetzungen nicht, auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht, weil einfach die Situation das nicht hergibt, dass dort solche Anlagen wirtschaftlich betrieben sind. Biomasseanlagen, ja, dort wo es den Rohstoff gibt, warum nicht? Aber wenn wir heute Lebensmittel in Biogasanlagen verbrennen, dann muss ich das kritisch hinterfragen. Auf der anderen Seite sterben täglich zehntausende Kinder an Hunger und wir verbrennen Lebensmittel. Das muss man kritisch hinterfragen dürfen. Und die E-Mobilität, aus meiner Sicht ganz ein kritisches Thema, wird zurzeit massiv gefördert und sie machen einen Feldzug gegen die diesel- und benzilbetriebenen Fahrzeuge aus meiner Sicht völlig zu Unrecht. Und aus vielen Bereichen der Wirtschaft und der Forschung kommt ja auch großer Gegenwind, weil es natürlich auch hier Weiterentwicklungen gibt und Treibstoffe gibt, die ökologisch und nachhaltig sind in Zukunft. Und man kann hier diese Antriebsmöglichkeiten nicht einfach abschaffen und das ist der falsche Weg. Wenn ich mir heute anschaue, wie Sie E-Mobilität überfördern, 5.000 Euro Direktförderung, keine Nova, bevorzeiten Zug der Abschreibung, Investitionsprämie 14 Prozent, kein Selbstbehalt für den Dienstnehmer gegenüber jeden anderen BKW, der heute in Einsatz ist, dann ist das einfach eine Überforderung und Überförderung von solchen Technologien. Und wenn ich mir anschaue, wo die Wertschöpfung dieser E-Mobilität liegt, sicher nicht hier in Europa, sondern überall anders auf der Welt, aber nicht hier in Europa. Und wenn ich jetzt die Frage stelle, wie schaut es mit der Emissionsfreiheit eines E-Autos aus, dann schaut das auch nicht so gut aus, wenn man den gesamten Lebenszyklus betrachtet und vor allem auch die Erzeugung der Batterien. Und ich habe Ihnen auch schon entsprechende Anfragen gestellt, wie es ausschaut mit den Menschenrechtsverletzungen, was diese Technologien betrifft. Kobalt wird in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut zu 68 Prozent des Kobaltvorkommens, das wir heute, oder von dem Kobalt, das heute in Akkus hier in Europa eingesetzt wird, kommt aus der Demokratischen Republik Kongo mit schwersten Menschenrechtsverletzungen, wo Kinderarbeit tagtäglich hier, Kinder missbraucht werden und hier diesen Rohstoff unter bedenklichen, menschenrechtbedenklichen und umweltbedenklichen Bedingungen abbauen müssen. Die Sicherheitsbedenken, was die E-Mobilität betrifft. Es gibt jetzt heute keine Standards, wie heute Sicherheitskräfte, Feuerwehren und so weiter mit diesem Problem umgehen müssen. Die Entsorgung von den Akkus, nicht geregelt. Ein E-Auto ist kaum recycelbar. Das alles wird einfach ausgeblendet und als klimafreundliches, klimaneutrales Fahrzeug hier dargestellt. Und das ist aus unserer Sicht der falsche Weg. Und dann müssen Sie uns noch die Alternativen sagen zum Schluss. Vielleicht noch ein Thema, wird ja auch noch in einem Tagesordnungspunkt heute behandelt. Wenn wir Atomkraftwerke direkt in unserer Umgebung, direkt an der Grenze zu Steiermark, zu Kärnt mit Grischko, ein Schrottkraftwerk, das hier unterstützt wird von der Europäischen Union, noch in der Weiterentwicklung, ein Atomlage hier entstehen soll. Wenn das die Zukunft unserer Klimapolitik sein soll, dann sind wir meines Erachtens am falschen Weg. Dankeschön. Applaus Franz Höro, Gastronom, Seilbahnbetreiber, Landwirt aus dem Zillertal, ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Kärlos übrigens, ist nun an Bord. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Minister, Herr Minister, wir stehen natürlich auch hinter diesen Volksbegehren. Meine zahlreichen Vorredner von der Volkspartei haben das ja auch schon gesagt. Und wir treten natürlich bedingungslos für alle Maßnahmen ein, die zum Ausstieg aus dem Karbonzeitalter führen. Aber es ist natürlich zu überlegen, Augenmaß, ist auch schon gesagt worden, und es nützt dem Klimaschutz wenig, wenn wir unsere Wirtschaft und Beschäftigungsstandort schwächen. Eine starke und potente Wirtschaft brauchen wir gerade jetzt, natürlich in erster Linie, um die Corona-Krise zu überwinden und die Türen vieler und tausender Unternehmer wieder aufzumachen, ihnen die Möglichkeit zu geben, wieder zu wirtschaften. Aber eine potente Wirtschaft brauchen wir auch, um weiterhin die Kraft und die Mittel zu haben, um die Klimakrise zu begegnen. Eine kluge, ambitionierte und gleichzeitig realistische Klima- und Energiepolitik muss den Standort eingebettet sein. Überzogene Ziele, resultierende Kosten aus diesen ungefähren Investitionen und führen dazu, dass es zu Standortverlegungen kommen und Produktionen in Standorte verlegt werden mit viel geringerem Umweltschutz und viel billigeren Produktionsbedingungen, die gerade auch das Klima dann wieder noch mehr belasten. Also Achtung, bei falsch verstandener Klimaschutzpolitik ist schnell Wohlstand weg und auch dem Klima nicht höher belastet. Wir müssen global denken, mit 0,2% Anteil an dem globalen CO2-Ausstoß werden wir Österreicher die Welt nicht alleine retten können. Und wenn man sich alleine die Zahlen anschaut, China 30%, USA 13%, die Europäische Union übrigens mit 10% gar nicht so schlecht bei 500 Millionen Einwohnern, die auch im Übrigen 40% der Kosten der globalen Klimaschutzfinanzierung trägt, dann denke ich, sollte Österreich klar Vorreiter sein. Das schon. Aber die Rettung des Weltklimas schaffen wir nicht alleine. Dafür sind wir zu klein. Und Fanatismus, Engagement und Träumerei von einer heilen Welt mögen Triebfeder sein, gute Triebfedern sein. Der Lösung der Probleme sind sie aber eher hinderlich. Klimaschutz mit Maß muss die Chance sein. Dazu braucht es Partnerschaft von Regierung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Und wenn wir über die Erwärmung des Klimas reden, müssen wir von 100% der Erwärmung reden und nicht nur von dem Anteil, den wir Österreicher daran haben. Natürlich können Arbeitsplätze entstehen, ist ja auch schon gesagt worden, Expo-Chancen in sich entwickeln. Und da ist der Ausstieg aus dem Kau-Bahn-Zeitalter, nach meinem Dafürhalten, auch eine Frage des Charakters und des Anstandes der nächsten Generation gegenüber. Ich höre Ihre Zwischenrufe nicht. Viele Punkte. Außerdem ist es auch eine wirtschaftliche Überlegung. Alleine die Wertschöpfung, die im Land bleibt, ungefähr 7,4 Milliarden für den Import von Öl und Glas, sind natürlich auch ein starkes Indiz dafür, dass wir in diese Richtung auch wirtschaftlich etwas tun müssen. Viele Punkte des Klimavolksbegehren, die von 380.000 Österreichern unterzeichnet wurden, werden nun in diesem Antrag auch... Wir beginnen, sie umzusetzen. Es ist natürlich gut, wenn wir die Verwaltung überprüfen und schauen, dass dort alles klimafreundlich geht. Wir müssen nur aufpassen, dass es nicht zu mehr Bürokratie führt, weil ich bin angetreten, um die Bürokratie abzubauen und sie nicht noch zu verstärken, wobei wir in Österreich ohnehin sehr viel an Bürokratie haben. Steuerreform eine große Aufgabe angesichts der finanziellen Situation nach dieser Corona-Krise und fixe CO2-Budgets stelle ich mir schon etwas schwierig vor. Wollen Sie im Dezember die Heizung abdrehen, wenn das CO2-Budget erreicht ist? Wollen Sie die Produktion im September einstellen? Also, ein Weg wäre, Frau Bundesminister, Genehmigungsverfahren zur Beschleunigung. Und da hätte ich gleich eine Frage. Warum stellen Sie eigentlich den Bericht über die Dauer der UVP-Verfahren ein? Mit heuer wurde dieser laufende Bericht, wo die Dauer der UVP-Verfahren wurde eingestellt. Ich glaube, der falsche Weg. Ich glaube, wir brauchen schnellere Verfahren und Transparenz gerade in diesem Bereich. Also, nachweisorientierter Klimaschutz, Tools mit ganz konkreten CO2-Rolleträdern, Produktionsmaßnahmen, diese Dinge brauchen wir. Auch den Ausbau unserer Wasserkraft, Sonne und Wind, Energiesparen, wo es geht, Kreislaufwirtschaft, da glaube ich, bin ich bei Ihnen. Das alles brauchen wir. Wir von der UVP stehen für Klimaschutz durch Innovation und Weiterentwicklung. Wir stehen auch für den Standort und damit für den Wohlstand. Oder wie Julia Herr sagen würde, für die soziale Ausgewogenheit des Klimaschutzes. Herzlichen Dank. Franz Hörl hat die Klimaschutzministerin angesprochen. Die hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Bundesministerin. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Abgeordnete, ich spreche jetzt zu den Initiatoren und Initiatoren des Klimavolksbegehrens. Ihr habt uns jetzt zugehört, ihr habt die Wortmeldungen gehört, ihr habt gesehen, dass wir euch brauchen. Ihr habt die Wortmeldungen gehört, ihr könnt sie einschätzen, ihr könnt aber auch den Entschluss einschätzen, den Beschluss, den hier dieser Nationalrat heute feilen wird, weil ihr euch engagiert habt, weil ihr den Klimaschutz so auf die Agenda gebracht habt, dass wir heute einen mutigen Entschluss fassen werden im Klimaschutz. Und ich glaube, die Botschaft, die aus diesem Haus heraus getragen werden muss, die Botschaft, die von euch ausgeht und die wir jetzt aufnehmen, heißt, wir dürfen uns nicht mehr länger mit der Vergangenheit beschäftigen. Wir müssen mutig Zukunft gestalten. Das ist der einzige Weg, wie wir es schaffen werden, wirtschaftlich zu florieren, wie wir Arbeitsplätze schaffen und den Klimaschutz und ein gutes Leben. Nicht zurück in die Vergangenheit, nicht ins Gestern, nach vorne schauen, mit Weitblick Zukunft gestalten. Über Klimaschutz reden, ohne konsequent danach entscheiden, das wird sich nicht ausgehen. Das wird sich für uns nicht ausgehen, das wird sich für unsere Zukunft nicht ausgehen, das wird sich für euch als Generation nicht ausgehen. Wir werden in diesem Haus mutige und konsequente Entscheidungen brauchen. Und wir werden uns alle brauchen, um diese Entscheidungen zu erklären, um diese Entscheidungen einzubetten, um für diese Entscheidungen zu kämpfen und argumentieren. Wir müssen nach vorne gehen. Wir müssen nach vorne gehen und dafür uns weiter einsetzen. Und das wird ein langer Weg. Das wird ein langer Weg. Das wird kein einfacher Weg. Das wird ein Weg, der viel Überzeugungsarbeit braucht. Das ist ein Marathon. Deswegen alle Marathonläufer in diesem Haus ganz besonders hervorgelebt. Das ist ein Sprint-Marathon jedes Jahr in jeder Sitzung. Aber das und genau das brauchen wir. Und deswegen meine Botschaft an euch, liebe Initiatoren und Initiatoren des Klimavolksbegehrens. Deswegen an die vielen Menschen, die mir in den letzten Tagen und Wochen geschrieben haben und mich gefragt haben, wie kann man beim Klimarat teilnehmen, die sie einbringen wollen, die unser Land zum Besseren verändern wollen. An die 80 Prozent der Österreicher, die sagen, ja, jetzt ist Zeit, tun wir was im Klimaschutz. Wir brauchen euch. Engagiert euch, seid laut, fordert den Klimaschutz auf, dann bringen wir hier auch die mutigen Entscheidungen zusammen, die wir brauchen. Danke. Nach der Grünen-Ministerin, eine grüne Abgeordnete, die stellvertretende Klubchefin, Mary Disowski. Danke, Herr Präsident, Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, Hohes Haus, kommen wir aus den 1980er-Jahren um den Westen, den Kollege Hörl zitiert hat, in die Gegenwart und in den Osten zurück. Auch ich möchte mich anfangs bei den Initiatoren des Klimavolksbegehrens und bei allen, die unterzeichnet haben, bedanken. Danke dafür. Sie geben uns wirklich großen Rückenwind für den Kampf gegen die Klimakrise und für den Klimaschutz hier im Parlament. Und das ist wichtig und das ist gut. So danke auch meinerseits. Und ich habe den Antrag, den die Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ hier im Zug der Debatte eingebracht haben, mit einem gewissen Erstaunen mir angesehen. Oder ich war eigentlich gar nicht so erstaunt. Ich habe mich eher bestätigt gefühlt, bestätigt darin, dass die SPÖ immer dann, wenn es um den Klimaschutz geht, in einem permanenten Widerspruch ist. Dort, wo Sie in der Verantwortung sind, machen Sie nichts oder Sie gehen Schritte zurück in die Vergangenheit. Dort, wo Sie nicht in der Verantwortung sind, fordern Sie zum Teil sehr vollmundig. Und ich mag das anhand von zwei Beispielen, die ich aus dem Antrag herausgreife, auch illustrieren. Zur Flugticketabgabe. Wissen Sie, Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ, wissen Sie, was 2016 zur Flugticketabgabe passiert ist? Können Sie sich erinnern? Die ist damals unter einem SPÖ-Infrastrukturminister, der heute hier im Plenum sitzt, halbiert worden. Halbiert worden. Halbiert. Und in Ihrem Antrag fordern Sie jetzt eine Erhöhung der Ticketabgabe. Brauchen Sie nicht fordern, wir haben diesen umwelt- und klimaschutzfeindlichen Fehler der SPÖ schon im Vorjahr ausgebessert, nämlich indem wir die Flugticketabgabe vervierfacht haben. Zweites Beispiel. Die Verdichtung des Taktfahrplans fordern Sie in Ihrem Antrag. Gute Forderung. Unterstützen wir nicht, nur wir setzen das schon um. Wir sind da total dabei. Wir haben dafür das größte Bahnausbaupaket, das es in Österreich jemals gegeben hat, mit 17,6 Milliarden bis im Jahr 2026 zur Verfügung gestellt. Das ist eine Ansage im Kampf gegen die Klimakrise. Was für eine Ansage, was für eine Ansage, Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ, machen Sie dort, wo Sie selbst in der Verantwortung sind, übrigens gemeinsam mit dem Neos-Kollege Schetti. Zurück in die Vergangenheit, zu seinem Einstand als Öffi-Stadtrat hat der Wiener Öffi-Stadtrat Hanke massive Verschlechterungen von U-Bahn-, Bus- und Bahnintervallen mitgebracht. Seit dem 9. Jänner verdünnen die Wiener Linien ihre Intervalle massiv aus. Straßenbahnen fahren zum Teil nur mehr dreimal in der Stunde. Auch bei U-Bahnen und bei Bussen ist zusammengekürzt worden. Wieso? Zehn Jahre lang waren wir Grüne in der Wiener-Stadtregierung der Garant dafür, dass Öffis attraktiv gestaltet werden, dass sie leistbar sind. Stichwort 365 Euro Jahresticket und auch dafür, dass Intervalle verdichtet werden. Und was macht die rot-pinke Stadtregierung jetzt in Wien, Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ und auch von den Neos, ihr positioniert euch als klima- und umweltfeindliche Bremser und das mitten in der größten Klimakrise, die wir haben. Mitten in der größten Klimakrise. Und das steht nicht nur in einem deutlichen Gegensatz zu den umwelt- und klimapolitischen Lippenbekenntnissen, die es von der rot-pinken Stadtregierung dauernd gibt, sondern auch im krassen Widerspruch zu dem, was sie in ihrem eigenen Antrag fordern. Und da habe ich über den Lobautunnel, den die SPÖ möchte, da habe ich über die dritte Piste am Flughafen Wien, den die SPÖ für Wien schwächert möchte, noch gar nicht gesprochen, noch überhaupt nicht gesprochen. Und ich komme zum Schluss. Ich nehme es einzelnen Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ, insbesondere auch der Kollegin her, wirklich ab. Ich sehe und ich spüre, dass ihr der Klimaschutz wichtig ist. Über ihre Partei kann ich das so nicht sagen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, den wirklichen Kampf, den müssen die Kolleginnen und Kollegen der SPÖ in ihrer eigenen Partei führen. Und ich wünsche Ihnen dafür alles Gute, vor allem auch als Wienerin. Bitte setzen Sie sich für den Klimaschutz ein. Der Weg, den Sie jetzt eingeschlagen haben, ist der falsche. Mit Meri Dysoski ist die Debatte zum Klimavolksbegehren beendet. Es geht aber dann weiter mit Debatten zu Volksbegehren. Drei insgesamt kommen noch. Auch das nächste Thema kommt aus dem Umweltausschuss. Es ist das Volksbegehren Euratom-Ausstieg Österreichs. Der Rednerliste steht zwar der FPÖ-Umweltsprecher Rau, aber möglicherweise wird die Liste gerade aktualisiert. Ist der Abgeordnete Schallmeiner? Also das Rednercomputersystem des Parlaments weist als Erstredner beim Tagesordnungspunkt Volksbegehren Euratom Walter Rauch von der Freiheitlichen Partei aus. Und der steht auch schon bereit. Ja, danke, Herr Präsident. Heuss-Haus, Frau Bundesminister, Herr Bundesminister. Tagesordnungspunkt 2. Ausstieg aus dem Euratom-Vertrag. Auch hier gibt es ein Volksbegehren. Auch hier in diesem Bereich bedanke ich mich bei den Initiatoren und auch bei allen Unterstützern. Es haben hier insgesamt um die 100.000 Menschen dieses Volksbegehren unterzeichnet und hier eine Initiative gesetzt, aus dem Euratom-Vertrag auszusteigen. Und das ist auch unser Ansatz. Wir sagen ja klipp und klar, Österreich hat auf die Nuklearenergie verzichtet. Und wir möchten auch in diesem Bereich keine indirekten oder direkten Förderungen in diesem Bereich in Richtung EU, in Richtung Euratom, dementsprechend auch finanzieren. Und das ist unser Ansatz in dem Bereich. Wir haben ja insgesamt an Steuermitteln, die wir hier verwenden aus Österreich, um die 40 Millionen Euro, die wir jährlich einzahlen in dieses Vertragswerk und erwarten hier natürlich auch dementsprechende Ergebnisse. Und diese Ergebnisse kann man natürlich auch im Internet absehen und abzeichnen. Aber wir würden uns hier in dem Bereich oder wir erwarten uns hier in dem Bereich auch eine Berichtspflicht hier im Hohen Haus. Was passiert in dem Bereich? Was wird hier gemacht, um die Nuklearenergie in ganz Europa, aber natürlich auch in der ganzen Welt hin anzuhalten? Und es gibt ja zig Beispiele, wo es schon Nuklearunfälle gegeben hat. 1969 in der Schweiz, 1977 in der Slowakei, 1979 in den USA, 1986 in der Ukraine, im Atomkraftwerk Tschernobyl, 1987 in Brasilien, 2011 in Japan in Fukushima. All das sind die Beispiele, die uns in dem Bereich massiv gefährdet haben, massiv. Tschernobyl 1986 war ja genau, was den Osten und große Teile von Österreich in dem Bereich betroffen hat und wo es auch nachweislich immer noch gesundheitliche Auswirkungen gibt, vor allem im Schilddrüsenbereich, in den Gebieten, wo es auch zu dem Zeitpunkt geregnet hat. Also hier sind wir massiv dran und angehalten, hier dementsprechend Initiativen zu starten und auch in Ihre Richtung, dass Sie auch hier diese Berichtspflicht einfordern oder hier auch einen Bericht starten im Parlament, im Hohen Haus, damit hier auch alle Volksvertreter dementsprechend gleich informiert sind. Und einen Punkt, den muss ich noch erwähnen, das AKW Krüschko, das ist ja direkt an der Staatsgrenze zu Österreich, im Süden, zur Steiermark und zu Kärnten. Und hier gibt es ja auch aktuell eine Petition. Diese Petition haben die beiden Landesparteiobleute und Klubobmänner, der Gernot Darmann und der Mario Kunasek, gestartet, wo man hier unterschreiben kann, dass es hier in dieser, in dieser, in dem Ausbau des Atomkraftwerkes Krüschko keinen zusätzlichen Meiler gibt, aber natürlich auch gleichzeitig, weil dieses Atomkraftwerk auf einer Erdbebenlinie steht, hier auch geschlossen werden muss. Nach dem Umweltsprecher darf Freiheit liegen, der Antiatomsprecher der Grünen, Martin Litschauer aus dem Waldviertel. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Ministerin, US-Haus, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, ich möchte mich auch bedanken bei den über 100.000 Österreichern, die dieses Volksbegehren unterstrieben haben und unterstützt haben und auf diese Problematik des Heuratomvertrags nochmal hingewiesen hat. Das hat auch zu einem Expertenhearing im Umweltausschuss geführt und ich denke, das war ein sehr, sehr interessantes Hearing, weil es sehr viele Dinge an den Tag gebracht hat. Und wenn jetzt eine Berichtspflicht sozusagen gefordert wird vom Kollegen Rauch, dann würde ich bitten, dass man beim Umweltausschuss über diese Dinge auch diskutieren, auch zugehört wird. Wir haben in diesem Expertenhearing gehört, dass es keine Direktzahlungen in das Euratom-Budget aus Österreich gibt. Das heißt, diese Zahlungen können wir nicht einstellen, weil dieser Topf direkt aus dem EU-Budget gespeist wird. Und aus dem Grund muss man sich überlegen, wie kann man das Ganze umgestalten und das kann nur eine Reform des Euratom-Vertrags sein, weil ein einseitiger Ausstieg, der übrigens auch rechtlich nicht geregelt wäre, diese Zahlungen gar nicht verändern würde. Das heißt, diese Reform des Euratom-Vertrags muss unser oberstes Ziel sein. Und wir haben das im Umweltausschuss auch diskutiert. Wir haben einen gemeinsamen Antrag, zumindest von vier Parteien, zustande gebracht, der hier eine Reform des Euratom-Vertrages vorsieht. Und das soll ein Ausstiegsvertrag werden. Ein Ausstiegsvertrag für Europa, ein Ausstiegsvertrag für die ganze Welt, weil die Atomindustrie hat sich überholt. Am 25. März 1957 wurde dieser Vertrag unterschrieben, also gestern vor 64 Jahren. Jetzt kann man sagen, eigentlich ist der Vertrag bereit, in die Pensionsgeschichte zu werden. Wir brauchen aber jetzt neue Regelungen. Und genau für das treten wir an. Und genau für das wollen wir uns Verbündete in ganz Europa suchen, damit das ein Ausstiegsvertrag werden wird. 64 Jahre hat man mit Euratom versprochen, dass man eine Industrie aufbaut, die nachhaltig wird und die Energieprobleme löst. Das wesentliche Problem hat sich aber überhaupt nicht gelöst. 64 Jahre lang wird uns versprochen, der Atommüll wird beseitigt werden. Und wir haben nach 64 Jahren noch immer kein Konzept, wie eine Atommülllagerung ausschauen könnte. Ein Totalversagen des Euratom-Vertrages, das muss man hier ganz klar sagen. Dass das Ganze rechtlich nicht so ganz leicht aufgelöst wird, hat der Austritt Großbritanniens gezeigt. Die wollten nämlich bei Euratom eigentlich dabei bleiben, mussten jetzt aber aussteigen, weil Euratom und die EU sich gewisse Organe nämlich teilt. Die Europäische Kommission, das Parlament, der Gerichtshof, der EU-Rat sind Institutionen, die für beide Dinge gleichzeitig arbeiten. Damit lässt sich das rechtlich auch gar nicht so leicht auseinandertrennen. Und wir brauchen ganz klare neue Regelungen. Und für die wollen wir eintreten und für die wollen wir kämpfen. Und deswegen lade ich nochmal alle ein, diese gemeinsame Initiative zu unterstützen, weil wir eben eine Reform brauchen. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, wir steigen aus, wir tun jetzt nichts mehr, wir sind halt nicht mehr dabei. Wir müssen die treibende Kraft in Europa sein, die hier zu einem Atomausstieg kommt. Viele Länder haben das schon eingesehen. Schweden sperrt Atomkraftwerke bereits zu, weil sie unwirtschaftlich werden. Und genau das müssen wir klar machen. Und wenn die Franzosen berechnen, dass ein Unfall wie Fukushima 430 Milliarden Euro Schaden produzieren kann, dann ist uns klar, warum das niemand versichern will. Und das oberste Ziel der Unterstützer dieses Volksbegehren war Sicherheit für unsere Bevölkerung. Und um das wollen wir kämpfen. Danke. Peter Schmid-Lechner, der Landwirtschafts- und Forstwirtschaftssprecher der FPÖ aus der buckligen Welt, ist nun an Bord. Danke, Herr Präsident. Frau Minister, sehr geehrte Zuseher, über 100.000 Österreicherinnen und Österreicher haben das Volksbegehren, Ausstieg aus dem Euro-Atom-Vertrag unterschrieben und ihr demokratisches Recht genützt. Und wir als Vertreter sind verpflichtet, die Wünsche der Bevölkerung ernst zu nehmen und diese auch umzusetzen. Wir als Freiheitliche haben sie immer schon gegen die Atomkraft ausgesprochen. Und wir sehen uns eigentlich sehr bestätigt in diesem Weg. Jetzt liegt es aber an uns, hier im Parlament ein klares Zeichen zu setzen und den ersten Schritt zu setzen. Was machen die anderen Parteien? Sie wollen es thematisieren. Sie wollen über den Vertrag überarbeiten. Mit anderen Worten, es ändert sich nichts. Es bleibt so, wie es ist. Wo werden die Wünsche der Bevölkerung berücksichtigt, Frau Minister? Wozu weiter diskutieren? Die Menschen haben ihre Meinung kundgetan. Euro-Atom kostet Österreich um ca. 40 Millionen Euro jährlich. Umgerechnet ca. 40 Millionen Euro jährlich kostet es Österreich, da dabei zu sein. Dieses Geld wird verwendet, um AKWs zu fördern, um die AKWs, die auch rund um Österreich stehen, zu fördern. Und gleichzeitig importieren wir dann in Österreich Atomstrom. Genau, genau und genau das ist das, was die Leute nicht wollen. Das ist genau das, was die Leute nicht wollen und darum haben sie auch dieses Volksbegehren unterschrieben. Unsere Position ist klar. Diese 40 Millionen Euro werden in Österreich besser investiert. Wir könnten jährlich, also nehmen wir mal an, wir könnten jährlich, wir bauen Photovoltaikanlagen auf die Dächer der Einfamilienhäuser, wir könnten jährlich 8.000 Dächer mit Photovoltaikanlagen ausstatten. Mit dieser Investition könnten wir jährlich so ca. 40.000 kW sauberen Strom erzeugen. Das alles, das alles käme den Österreichern und Österreicherinnen zugute und alles, und es würde auch die Abhängigkeit von Atomstrom reduzieren. Und natürlich auch einen positiven Nutzen, es würde auch Arbeitsplätze schaffen. Gerade jetzt in der Krise ist es doch sinnvoller, diese 40 Millionen Euro zu nehmen und ins eigene Land zu investieren. Da muss man sich anschauen, wo sie sind. Herr Abgeordneter, ob man 40 Millionen Euro im eigenen Land investiert oder ob man das der Atomenergie, dem Euratom-Vertrag, dem Euratom-Verein einfach gibt als Spülgeld, ist was anderes. Eins ist klar. Eins ist klar. Wenn man nicht will, wird sich nichts ändern. Und es schaut so aus, als ob sie nicht wollen. Nächster Redner ist der Bürgermeister von St. Nikolaus an der Donau im Mühlviertel Nikolaus-Prinz. Entschuldigung, ich habe einen unterschlagen, nämlich Robert Leimer von der SPÖ aus St. Pölten. Verehrte Minister, Ministerin, meine Damen und Herren, wir schreiben das Jahr 1969. Die ÖVP-Alleinregierung unter Josef Klaus hat die Pläne zum Bau eines Kernkraftwerkes in Österreich genehmigt. In Niederösterreich wurde es errichtet, das Atomkraftwerk Zwendendorf. Zwei weitere Kraftwerke entlang der Donau sind ebenfalls in Planung. St. Pantaleon und im Everdinger Becken. Zusätzlich soll ein Reaktor in Kärnten gebaut werden. Neun Jahre später, im Jahr 78, war die österreichische Bevölkerung beim Thema Atomkraft bereits tief gespalten. Es zeichnete sich so etwas wie ein Generationenkonflikt ab. Die Jugend sah in der Kernenergie nämlich nichts Fortschrittliches. Es folgten hitzige Debatten. Und so kam es nach der Errichtung des Kernkraftwerkes zu einer Volksabstimmung, bei der 50,47 Prozent gegen die Inbetriebnahme des AKW Zwendendorf stimmten. Österreich hat damit ein weltweites Alleinstellungsmerkmal in Form eines fertig gebauten Atomkraftwerkes, das nie in Betrieb gegangen ist. Die Geschichte hat uns rückblickend Recht gegeben. Denken wir bloß an Tschernobyl, Sellafield, Harrisburg, oder Fukushima und die zahlreichen weiteren AKW-Störfälle, die teilschwerwiegenden Nuklearkatastrophen, erinnern uns noch heute daran, dass Atomkraft weder sicher noch sauber ist. Daher kann unser erklärtes Ziel nur der schrittweise Ausstieg aus dem Euratomvertrag sein. Das gleichnamige Volksbegehren wurde von mehr als 100.000 Menschen unterstützt. Wie wir jedoch wissen, ist ein einseitiger Ausstieg aus dem Euratomvertrag aufgrund des EU-Rechts nicht möglich. Ein Schritt in die richtige Richtung wäre allerdings, den Euratomvertrag in einen Atomenergie-Ausstiegsvertrag umzuwandeln. Parallel Forschungsaktivitäten auf dem Bereich des Strahlenschutzes und der Entlagerung legen. Das könnte mittelfristig auch dazu führen, dass bestehende Kernreaktoren europaweit stillgelegt werden. Und das muss unser Ziel sein. Eine weitere Maßnahme, um die Renaissance der Kernenergie im Keim ersticken zu können, wäre, die EU-Subventionen von neuen AKWs zu unterbinden. Die europäischen Fördermittel müssen stattdessen in Forschung ausbau erneuerbarer, alternativer Energien gesteckt werden. Innovative, kreative und saubere Lösungen. Am besten made in Austria. Und dabei meine ich wirklich made in Austria. Österreich und Europa sollten gemeinsam und kompromisslos alle Anstrengungen unternehmen, um die Energiewende flächendeckend einzuleiten und als positives Beispiel voranzugehen. Die Energiefrage entscheidet maßgeblich über den Erhalt einer lebenswerten Zukunft. Wir müssen dementsprechend ein klares Signal an die übermächtigte Atomlobby-Richtung Brüssel senden. In der Hoffnung, dass wir auch über Europas Grenzen hinaus Gehör finden. Vor allem bei den Menschenaktivistinnen, den NGOs, der Wissenschaft, den Parteien, die für eine atomfreie Zukunft sich engagieren. Diese verantwortungsbewussten Interessengruppen müssen gestärkt werden. Aber auch in Europa ist hier noch viel zu tun. So gibt es auch die Grüne Partei in Finnland, die pro AKW ist. Während EU-Ratspräsidentschaft 2018 unter Kanzler Kurz ist es leider nicht genungen. Es muss aber gelingen, in der Anti-Atomkraft-Politik eine Vorreiterrolle einzunehmen. Wir dürfen hier nicht hochnäsig, nicht belehrend und nicht mit dem Fingerzeig vorgehen. Wohin das führt, haben wir diese Tage bei den Anwürfen des Kanzlers zur EU-Impfstoffverteilung eindrucksvoll gesehen. Meine Damen und Herren, ob Klima- oder Umweltschutz, Energiewende, eine ökologische Verordnung funktioniert nicht. Wie es funktioniert? Klimafragen müssen auch die sozialen Fragen mit beantworten. Klimafragen ohne Antworten auf Arbeitsplätze der Zukunft laufen es leere. Denken Sie die sozialen Fragen in der Transformationsdebatte einer ökologisch gestärkten Zukunft bitte mit. Sonst werden wir kläglich Schiffbruch erleiden. Danke. Das war Robert Leimer von der SPÖ. Nikolaus Prinz aus dem Mühlviertel ÖVP. Bürgermeister von St. Nikola in Stroden-Gau ist nun an Bord. Danke, Herr Präsident, geschätzte Regierungsmitglieder, meine Damen und Herren. Einige Gedanken zum Euratomausstieg, Volksbegehren, also Ausstieg Österreichs aus Euratom. Insgesamt wie 100.482 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner sind genau 1,57 Prozent der damals berechtigten Bevölkerung. So gesehen aus meiner Sicht doch eher etwas bescheiden. Wobei man vielleicht auch unterscheiden muss, was war die Motivation? Ich glaube, dass für viele, die unterzeichnet haben, die Motivation war, dass man ein kleines Signal setzt, Österreich hat mit Atompolitik oder Atomstrom nix am Hut. Und Österreich muss sich überall, wo es geht, einsetzen, sozusagen in eine Anti-Atom-Haltung. Das ist das eine. Ich glaube, dass die Unterzeichner, und denen ist auch dafür zu danken, sehr viel, die es im Hintergrund gehabt haben. Der Initiator, der erste Unterzeichner, der hat sich, glaube ich, ein bisschen andere Gedanken gehabt. Der hat das Euratomausstieg Volksbegehren dafür verwendet, um sozusagen zu postulieren, Österreich muss aus der Europäischen Union austreten. Das, glaube ich, war da der wahre Hintergrund. Und für 100.000 Unterzeichner, glaube ich, ist das Volksbegehren im Parlament wirklich sehr prominent behandelt worden, wenn man an das Hearing denkt, an die letzte Ausschusssitzung denkt. Was für mich persönlich überblieben ist, vom Herrn Erstunterzeichner und Initiator, dass er offensichtlich ein Problem hat mit der Akzeptanz anderen Meinungen gegenüber. Oder etwas direkter gesagt, die gute Kinderstube hat gefehlt, wenn man an die Ausschusssitzung denkt, wie es da abgelaufen ist. Und Faktum ist aus meiner Sicht schon, dass wir mit dem Beitritt zur Europäischen Union 1995 sind wir schlicht und einfach sozusagen auch Euratom beigetreten. Und ein Ausstieg aus Euratom ist nur möglich mit einem Ausstieg aus der Europäischen Union. Und für Österreich hat es immer eine klare Position gegeben, nämlich Antiatom. Es ist schon von Vorrednern viel dazu gesagt worden, die ganz klare Position zu Antiatom. Und wir haben, meine Damen und Herren, der Antrag, den wir ja im Ausschuss schon beschlossen haben und heute hier im Plenum beschlossen werden, wird ja von vier Parteien getragen, also eine breite Mehrheit. Und ich will nur drei Punkte ausgreifen, weil es ja mehrere sind, die aus meiner Sicht wirklich wesentlich sind. Denken wir an die Sicherheitsfrage. Sicherheit, Kernkraftwerke, Kollege Litsch hat da einiges, Schandsprung, auch andere. Wie wichtig das ist, dass wir da entsprechend mit eingebunden sind. Es geht um die gegenseitige Information und Mitspracherecht. Denken wir an die gestrige Diskussion, wo es um Atom-Endmüll-Lagerstätten gegangen ist. Ja, bei der Suche, was es in anderen Ländern da anspielt, ob das in Deutschland ist, in Tschechien oder wo auch immer. Und die Weiterentwicklung des Atomvertrages zu einem Ausstiegsvertrag aus der Atomenergie. Und wenn wir nicht dabei sind, werden wir nicht mitbringen können. Und wenn es in Europa derzeit noch Länder gibt, die in irgendeiner Form der Bevölkerung weismachen wollen, dass Atomenergie irgendwas mit Umwelt und mit Nachhaltigkeit oder mit günstiger Energie zu tun hat, dann sind die in Wirklichkeit weit weg. Das soll ich ein bisschen schauen, welche Position Österreich und auch andere Länder in Europa haben. Und für mich persönlich geht es durchaus darum, bei der Geschichte genauso wie beim letzten Tagesordnungspunkt. Wir müssen nachdenken. Wir können mal was bewegen und wir kann es gehen und nicht warum geht es nicht. Und wenn wir vorher das Klimafolksbegehren diskutiert haben, dann sind wir, und ich bin selber Bauer, die Landwirtschaft ist eigentlich der Bereich, der als erstes betroffen ist. Und wir spüren es ja dort und da schon. Und alle miteinander können mal was dazu beitragen. Denken wir an die regionale Versorgung mit Lebensmitteln. Aber es ist ja wichtig, dass wir die richtigen Schlüsse draus ziehen. Daher Nachhaltigkeit in allen Fragen. Denken wir an die zukünftigen Generationen. Wir sind auf einem guten Weg. Jetzt kommt noch einmal Janik Schetti, der junge Abgeordnete der Neos. Vielen Dank, Herr Präsident. Lassen Sie mich vielleicht noch einen Satz zur vorigen Debatte zum Klimafolksbegehren sagen. Es war ja wirklich als Zuhörer schwer auszuhalten. Eine ÖVP-Abgeordnete nach der anderen ist rausgegangen und hat sich hingestellt, als ob die ÖVP die Vorkämpferin für den Klimaschutz gewesen wäre. Und da muss man ja direkt dankbar sein für den Abgeordneten Hörl, der der einzige ehrliche Abgeordnete der ÖVP war, der mit seiner Retro-Rede alle Bekundungen seiner Vorrednerinnen und Vorredner zur Makulatur gemacht hat. Aber vielleicht zu diesem Erfolgsbegehren, zu dem jetzt schon viel gesagt wurde, wo wir uns auch sehr viel anschließen können. Wir unterstützen das Anliegen dieses Volksbegehrens. explizit nicht, wie wenn wir natürlich auch die Partizipation und die breite Unterstützung und das Einbringen mit einem Volksbegehren natürlich unterstützen, aber das Anliegen ist nicht unterstützenswert. Warum? Weil die Expertinnen und Experten im Ausschuss das ganz klar auch auf den Tisch gelegt haben, die Juristinnen und Juristen, dass ein Austritt aus Euratom nicht möglich ist. Euratom ist in der Europäischen Union spätestens mit dem Vertrag von Lissabon aufgegangen. Und deswegen müssen die Kollegen und Kolleginnen der FPÖ auch ehrlich sein, wenn sie wirklich einen Austritt aus Euratom wollen, dann wollen sie eigentlich einen Austritt aus der Europäischen Union. Und darum geht es ihnen ja eigentlich auch, um diesen Text zwischen den Zeilen. Es ist aber auch in der Sache nicht richtig, aus Euratom auszutreten, weil wenn wir bei Sicherheitsstandards, wenn wir bei Kontrollen mitreden wollen, dann müssen wir am Tisch sitzen. Gerade jetzt, wo durch den Brexit eine Atomnation ausgestiegen ist, ist es wichtig, Allianzen zu bilden und sich einzubringen und nicht davon zu laufen. Und lassen Sie mich vielleicht zum Schluss noch eines sagen. Die Diskussion und die Debatte rund um dieses Volksbegehren, das war absolut unwürdig. Vielleicht muss man das für jene, die da nicht dabei waren, dazu sagen. Der Proponent des Volksbegehrens, der ja auch nicht irgendwie ein einfacher Bürger ist, der hat ja auch schon eine eigene Partei gegründet. Da gibt es eine lange Geschichte. Er hat die EU-Austrittspartei gegründet. Und er hat sich hier im Ausschuss wirklich unter jeder Würde verhalten. Er hat die Abgeordneten beschimpft und hat dann darin gemündet, dass der Ausschussvorsitzende eigentlich den Proponenten oder den Initiator rausbegleiten hat lassen müssen. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal wirklich auch für dieses Durchgreifen danken. Das war, glaube ich, keine Art, wie wir hier im Parlament miteinander diskutieren. Und ich glaube, das war auch richtig, dass wir nach diesem wiederholten Verhalten, das war in beiden Ausschüssen so, dass du, Lukas Hammer, hier gezeigt hast, auch wie wir miteinander diskutieren und was nicht geht. In der Sache jedenfalls dieses Volksbegehren aus unserer Sicht nicht unterstützenswert aus den von mir genannten Gründen. Vielen Dank. Am Wort ist nun die Frau Bundesministerin Eleonore Gewessler. Bitteschön, Frau Bundesministerin. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, Österreich lehnt die Kernenergie ab. Da gibt es kein Wenn, da gibt es kein Aber. Das geht über alle Fraktionsgrenzen hinweg und das wird auch so bleiben. Atomkraft ist keine Energiequelle der Zukunft. Die Zukunft gehört den erneuerbaren Energien. Da gehört die Atomenergie nicht dazu. Atomenergie ist kein Klimaschutz. Da sind wir uns alle einig. Aber es ist immer wieder gut, dass Menschen dranbleiben, sich engagieren, sich für diese Sache einsetzen und diesen Konsens auch immer wieder unterfüttern. Und deswegen auch an dieser Stelle ein Danke an die vielen Menschen, die im guten Glauben, davon bin ich überzeugt, dieses Volksbegehren unterschrieben haben, an die vielen Menschen, die sich engagieren gegen die Atomkraft und die auch in den Zeiten vor Corona wöchentlich Unterschriften gesammelt haben, Petitionen starten, in den Nachbarländern, Zivilgesellschaft aufbauen, damit wir hier gegen die Atomkraft auch noch besser, noch gestärkter auftreten. Aber, und ich möchte deswegen auch die Zeit nehmen, auch aus meiner Perspektive noch einmal kurz zu erklären, anschließend an die Reden vom Abgeordneten Prinz und auch Schetti, warum der Inhalt dieses Volksbegehrens, warum die Forderung des Volksbegehrens nicht möglich ist, auch und ich glaube, nicht sinnvoll ist zu erfüllen. Der Austritt aus Euratom, das haben sämtliche Experten, das hat der Verfassungsdienst, das Völkerrechtsbüro dutzende Male geprüft und immer wieder festgestellt, der Austritt aus Euratom ist nicht möglich ohne den Austritt aus der EU. Und ich würde die Freiheitliche Partei durchaus auch auffordern, sich da jetzt zu deklarieren, aber ich glaube, für alle anderen Fraktionen in diesem Haus ist das vollkommen klar, dass das damit kein Weg ist. Also der Euratom-Vertrag und die Verträge, die in der EU zugrunde liegen, sind schlicht und einfach viel zu stark verflochten, als dass sie eine Trennung zulassen würden. Also sowohl juristisch, strukturell, institutionell und wenn jemand den Verfassungsexperten, Expertinnen nicht glaubt, dann würde ich einen Blick auf den Brexit werfen. Da haben wir nämlich den umgekehrten Fall gehabt. Die Großbritannien wäre gerne in Euratom geblieben und aus der EU ausgetreten und das war nicht möglich. Die zwei Themen sind zu eng miteinander verflochten, als dass ein isoliertes Handhaben von Euratom und der EU insgesamt möglich wäre und der Brexit ist der praktische, schlagende letzte Beweis dafür. Es existiert auch kein eigenes Euratom-Budget, Herr Schmid-Lechner. Ich möchte es wirklich ganz deutlich sagen. Es gibt kein eigenes Euratom-Budget. Es gibt den Gesamthaushalt der EU. Und aus all diesen Gründen möchte ich wirklich auch noch einmal unterstreichen, auch das ist schon gefallen, das sind die rechtlichen Argumente, warum es nicht möglich ist und warum es aber nicht nuklearpolitisch und strategisch nicht sinnvoll ist, soll an dieser Stelle schon auch erwähnt werden. Wir können nur mitreden, auch das hat, glaube ich, mehrere Abgeordnete bereits gesagt, wenn wir am Tisch reden. Und wir können nur auf Reform drängen, wenn wir am Tisch sitzen. Und wir können auch nur Irrsinnigkeiten verhindern, wenn wir am Tisch sitzen. Und wenn ich drei ganz kurze Beispiele aus den letzten Wochen und Monaten erwähnen darf. Wir haben verhindert, dass der Abbau von Nuklearkraftwerken als Klimaschutz gilt, nach den Regeln des EU-Budgets. Wir haben verhindert, dass der Forschungsreaktor als Klimaschutz durchgeht. Und wir haben auch verhindert, dass die globale EU-Außenhilfe Kernkraftbetreiber unterstützt. Drei sehr konkrete Dinge, die wir in den letzten Wochen, Monaten durchgefochten, durchgestritten und verhindert haben. Das sind drei von ganz vielen Situationen, wo wir sehen, dass es einen Unterschied macht, wenn Österreich am Tisch sitzt. Dass es einen Unterschied macht, wenn ein Land am Tisch sitzt, das eindeutig, und da sage ich es wirklich mit Selbstbewusstsein und Überzeugung, als Vorreiter in der Antinuklearpolitik in Europa agiert und darauf drängt, dass wir den Vertrag reformieren. Und das ist das, woran wir arbeiten. Daran setze ich mich mit all meiner Kraft auch ein auf der europäischen Ebene. Das macht Sinn. Das ist das, worauf wir hinarbeiten sollen. Und deswegen auch danke für die Unterstützung auch mit dem heutigen Antrag. Wir werden uns weiter dafür stark machen, dass wir hier die nächsten Schritte machen. Danke. Andreas Kühlberger, Bauer und Bürgermeister in Mautern, in der Steiermark, wird der letzte sein in der Debatte über das Euratom-Ausstiegs-Volksbegehren. Geschätzter Herr Präsident, sehr geehrte Regierungsmitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Österreicherinnen und Österreicher. Ich spreche heute zum, auch wie meine Vorredner, Volksbegehren raus aus Euratom. Und ich sage es gleich vorweg, mit der ÖVP wird es diesen Austritt nicht geben, weil dieser Vertrag wichtige Inhalte hat. Vielleicht kurz erklärt, um was geht es da? Um Sicherheit, um Forschung, aber auch um die friedliche Nutzung hier in Zukunft, was die Atomkraft betrifft. Und meine Damen und Herren, der Vorredner hat vorher gesprochen, auch über die Auswirkungen von Atom in Österreich. Und das geht mir auch persönlich sehr nahe und im wahrsten Sinne auch, würde ich sagen, fast unter die Haut. Wir erinnern uns alle an Tschernobyl, diese nukleare Katastrophe. Zwei Tage nach meinem zwölften Geburtstag, am 26. April 1986, geschah dieses Unglück. Und meine Damen und Herren, ich erinnere mich noch sehr genau daran, als uns meine Eltern, meinen Geschwistern und mir das Spielen im Freien verboten haben, vor allem bei Regen. Ich denke hier aber auch daran, als es ein ganzes Jahr kein Gemüse aus dem eigenen Gemüsegarten gab oder keine Eierschwammerl und Pilze, eigentlich jahrelang. Aber in der Rede von Abgeordneten, Herrn Kollegen Rauch, hat mich auch eines betroffen gemacht, und das betrifft sehr viele Österreicherinnen und Österreicher und auch mich tagtäglich. Und da erinnere ich mich tagtäglich an diese Katastrophe, indem ich jeden Tag eine Tablette zur Unterstützung meiner Schilddrüse nehmen muss. Und ich hatte aber Glück, Herr Kollege, denn tausende Menschen, und auch in Österreich gibt es Studien, bis zu 1600 haben hier durch diese Katastrophe ihr Leben verloren. Und meine Damen und Herren, man sieht aus diesem Beispiel und aus anderen Beispielen, wie gefährlich diese Atomkraft ist. Und darum ist es auch wichtig, dass wir bei diesem Vertrag festhalten, damit wir hier auch mitbestimmen können, damit wir hier, wir haben von Position gesprochen vorhin, die Position von Österreich müssen wir vertreten können, in Zukunft in diesem Vertrag. Die österreichische Position, wenn es darum geht, wenn Atommülllager an den Grenzen geplant sind. Die österreichische Position müssen wir in Zukunft auch einbringen können, wenn es um die schrottreifen AKWs in unseren Nachbarländern geht. Und genau diese österreichische Position müssen wir auch einbringen, wenn es um die Atomkraft in ganz Europa geht, dass wir hier auch Atomkraft frei werden. Die FPÖ ist jetzt aufgebracht, mich wundert es auch nicht, denn ihr seid die einzige Partei hier im Hohen Haus, die sogar gestern noch einen Antrag eingebracht haben, dass wir aus diesem Vertrag aussteigen. Das ist verantwortungslos und Verantwortung für die Österreicherinnen und Österreicher sieht anders aus. Meine Damen und Herren zu Hause an den Bildschirmen, Sie werden es jetzt nicht sehen, aber mein Kollege, auch ein Steirer, ist gerade aufgestanden und ein bisschen nervös geworden. Ich verstehe es eigentlich, weil wo ist denn die Position Österreich? Bei dir, dein Heimatbezirk, Krischko, ist 75 Kilometer entfernt. Krischko, Dämenlin, Mohowtse. Das ist in unmittelbarer Nachbarschaft, quasi ums Eck. Und radioaktive Strahlen kennen keine Grenzen. Und darum müssen wir in Zukunft auf diesem Verhandlung sitzen bleiben, die Stimme für Österreich erheben, eine laute Stimme für die Sicherheit. Und nicht so wie die Freiheitliche Partei, kopfinsessant wie in anderen vielen Dingen zur Zeit und laut schreien. Danke. Mit Andreas Kühlberger ist die Debatte über das Euratom-Ausstiegs-Volksbegehren beendet. Nein, der Umweltsprecher der Freiheitlichen hat sich zu einer tatsächlichen Berichtigung zu Wort gemeldet. Die emotionale Rede, wenig Inhalt. Ganz einfach erklärt. Atomstrom macht keine Grenzen, das ist richtig. Aber eins ist auch klar. Was haben wir in den letzten Jahren verhindert? Sie hätten sagen sollen, seit dem Zeitpunkt, wo wir im Euratom-Vertrag drinnen sind, was wir in dieser Zeit verhindert haben. Erklären Sie das den Menschen. Nichts haben Sie verhindert. Nichts haben Sie verhindert. Das ist die Konklusio aus Ihrer Wortmeldung. Herstellen leere Phrasen, leere Versprechungen. Nichts haben Sie verhindert. Ein zweiter Atomreaktor in Krüschko soll gebaut werden. Nichts können Sie machen. Nichts haben Sie verhindert. An der tschechischen Grenze in Niederösterreich. Nichts haben Sie verhindert. Das ist die Politik, die Sie vertreten, Herr Kollege. Sonst nichts. Und da geht es nicht um die Vogelstrauß-Politik. Das ist Ihre Politik in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die Sie verbreitet haben. Sonst nichts. Sobald ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen, wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort. Das ist nicht der Fall. Wie vereinbart, dann lege ich die Abstimmung an. Als nächstes gibt es einen neuen Tagesordnungspunkt, die Debatte über das Volksbegehrensmog. Nein, ein Bericht aus dem Gesundheitsausschuss, den Initiatoren weiß, oder ist es wichtig, dass das generelle Rauchverbot in Österreich in der Verfassung festgeschrieben wird. Erster Redner wird der Gesundheitssprecher der Grünen sein, Ralf Schallmeiner. Ich bitte jene Damen und Herren, die Hitze der Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist einstimmig angenommen. Weiters gelangen wir zur Abstimmung über... Bevor wir aber zu dem Bericht kommen, Smog9, der eben aus dem Gesundheitsausschuss kommt, werden jetzt die Anträge, die dem Umweltausschuss zugesandt werden müssen und heute eingebracht wurden. Abgestimmt, diese Abstimmung, können Sie gerade mitverfolgen. Wie gesagt, es werden heute da keine Gesetze beschlossen, keine Novellierungen etc. Es handelt sich um Entschließungsanträge, um Aufforderungen an die Regierung, in bestimmten Bereichen auf bestimmte Art und Weise tätig zu werden. Kolleginnen und Kollegen betreffend sozial- und naturverträgliche Verkehrs- und Energiewende. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit der Antrag, ist abgelehnt. Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Michael Bernhardt. Kolleginnen und Kollegen betreffend klarer Pfad zur Abschaffung oder Ökologisierung umweltschädlicher Subventionen. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit der Antrag, ist abgelehnt. Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Michael Bernhardt. Kolleginnen und Kollegen betreffend Konkretisierung der Ökologisierung des Steuersystems. Wie gesagt, nach dieser Abstimmung, die jetzt läuft, kommen noch zwei Kurzdebatten über Volksbegehren, das Mock9-Volksbegehren und das Asyl-Europa-gerecht-Umsetzen-Volksbegehren. Es geht dann weiter mit einer Kurzdebatte aus dem Bereich der Außenpolitik-Situation in Myanmar und eine Debatte über die Verurteilung von Alexej Nawalny in Russland. Wahrscheinlich emotionaler Höhepunkt wird dann zum Schluss des heutigen Tages sein. Die dringliche Anfrage der SPÖ an den Bundesminister für Finanzen und Gernot Blümel betreffend Sparen bei der Impfstoffbeschaffung um 15 Uhr. Mit dem Beurater und Volksbegehren ich bitte jene Damen und Herren, die dafür eintreten, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mehrheitlich angenommen. Wir gelangen nun zum dritten Punkt der Tagesordnung. Bericht des Gesundheitsausschusses über das Volksbegehren. 346 der Beilagen. Smoke9-436 der Beilagen. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet. Und am Wort ist nun der Abgeordnete. Ralf Schallmeiner, bitteschön, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Sehr geehrter Herr Minister. Sehr geehrte Damen und Herren zu Hause an den Bildschirmen. Das Smoke9-Volksbegehren war ja durchaus eine spannende Sache, weil das wurde ja von den Initiatoren angesetzt. Das Abstimmung, sozusagen die große Abstimmung über das Rauchverbot in der Gastronomie. Es gab ja zeitgleich von denselben Initiatoren auch ein Volksbegehren Smokejahr. Diejenigen, die das Smokejahr-Volksbegehren unterstützen, sprechen sich gegen ein Rauchverbot in der Gastronomie aus. Diejenigen, die das Volksbegehren Smoke9 unterstützen, sprechen sich eben für nicht nur das Rauchverbot in der Gastronomie aus, sondern das war die Idee dahinter der Initiatoren. Sie wollten das Ganze eben dann auch noch in den Verfassungsrang heben. Die Abstimmung ist recht eindeutig ausgegangen. 140.526 Stimmen haben für ein Beibehalten des Rauchverbotes in der Gastronomie sich ausgesprochen, wollen eben auch eine entsprechende verfassungsrechtliche Verankerung. Ca. 33.000 oder ganz genau 33.265 Menschen haben sich gegen ein solches Rauchverbot ausgesprochen. Also von daher, die Tendenz ist recht eindeutig, die Österreicherinnen und Österreicher wollen oder können gut damit was anfangen, eben mit diesem absoluten Rauchverbot in der Gastronomie. Warum es überhaupt dazu gekommen ist oder warum es überhaupt dieses Ansinnen gibt, das Ganze eben in Verfassungsrang zu heben, erklärt sich eigentlich aus der Historie. Zuerst hat eben Österreich ein Gastro-Rauchverbot verankert, dann kam die FPÖ in die Regierung, dann wurde es wieder aufgehoben, dann war die FPÖ heraus aus der Regierung, dann haben wir eben zum Glück wieder das entsprechende Rauchverbot wieder verankert und die Initiatoren wollen das Ganze sozusagen verfassungsrechtlich verankern, damit eben nicht beim nächsten Eintritt der FPÖ in eine Regierung, der uns hoffentlich noch lange erspart bleibt, eben das Ganze wieder ausgehebelt wird. Dem kann ich durchaus etwas abgewinnen, nichtsdestotrotz müssen wir halt auch so ehrlich sein, was gehört in den Verfassungsrang, welche Gesetze gehören in den Verfassungsrang und das sehe ich halt eben bei einem Rauchverbot in der Gastronomie nicht unbedingt. Noch dazu, wo eben das Grundrecht auf Gesundheit abgesichert ist durch die Europäische Menschenrechtskonvention und die steht zum Glück in Österreich auch im Verfassungsrang. Also von daher denke ich, dass dieses Ansinnen ein bisschen auf allen nach Athen tragen ist. Was es aber braucht in Österreich, das ist eben dieser Common Sense, den es braucht, dass uns allen miteinander klar ist, dass die persönliche Entscheidung zu rauchen nicht meine persönliche Entscheidung allein ist, sondern auch durchaus eben Auswirkungen auf meine Umwelt hat. Weil stehe ich da und rauche, dann verbreite ich eben den Rauch und dann gibt es andere, vielleicht Nichtraucherinnen und Nichtraucher, die davon betroffen sind. Ich habe selber 24 Jahre lang schwer geraucht. Ich habe, ich habe das auch in meiner letzten Rede zu dem Thema gesagt, ich habe, ich glaube, 170.000 Zigaretten in meinem Leben geraucht, davon sehr, sehr viele im direkten Umfeld von Menschen, die ich nicht davor gefragt habe, sondern ganz im Gegenteil, die halt das eben mit aushalten mussten. Und von daher ist es auch richtig so, wenn wir eben dort, wo Menschen arbeiten, es eben nicht erlauben, erlauben, dass dort geraucht wird. Ich finde das auch richtig. Das ist einfach eine Frage des Gesundheitsschutzes. Warum sollen andere Menschen den Qualm von mir oder von jemand anderem eben aushalten müssen? Von daher, das Verbot ist richtig, das Verbot soll bleiben. Und ich würde mir wünschen, dass die FPÖ das auch langsam sich endlich anerkennt, weil dann hätten wir wirklich einen Common Sense hier herinnen und dann wären alle Parteien ähnlich wie bei der Atomfrage endlich alle einmal auf der richtigen Seite. Aber ich schätze, der Kollege Wurm wird uns jetzt genau das Gegenteil erklären. Dankeschön. Nächster Redner ist aber der Herr Abgeordneter Dietmar Keck. Bitteschön, Abgeordneter. Du kannst es haben. Herr Präsident, Herr Minister, meine Damen und Herren, eine unendliche Geschichte. 2008 hier in diesem Haus beginnend, da ist uns das Rauchverboten in den ÖBB-Zügen gegangen und da hat es einen Lutz Weinzinger gegeben bei euch, der massiv dagegen aufgetreten ist, dass das Rauchen in den ÖBB-Zügen ja nicht verboten werden darf, denn das würde bedeuten, dass in Zukunft keine Menschen mehr mit den Zügen fahren, weil die Anscheinendet nur von den Rauchern benutzt werden. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt gerade zum Rauchen aufgehört, auch ich war ein sehr starker Raucher, habe bis zu 60 Zigaretten am Tag geraucht und habe mir gedacht, na ja, ein bisschen könnte der Recht haben, weil ich bin auch mit dem Zug gefahren und da hat mir den Eindruck gehabt, ja jeder raucht den Zug. Aber es war nicht so. Das heißt, die Züge fahren und noch stärker als vorher sind gut besetzt. Das heißt, das Rauchverboten in den Zügen hat nichts eingeschränkt, das hat geholfen, dass man gesund mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sprich mit den Zügen der ÖBB fahren kann. Das Zweite, das dann passiert, das war die Diskussion Rauchen in der Gastronomie. Wir haben wirklich sehr, sehr viele heftige, inhaltliche Diskussionen unter Euren Kopeter. Also wir haben sich heftig gematcht und ich muss sagen, ich verstehe beide Seiten. Ich war ein Raucher und da habe ich mir immer gedacht, jetzt Raucher, was will der Nichtraucher, soll ich halt woanders hingehen, ich störe mich nicht mit meinem Rauchen. Jetzt als Nichtraucher weiß ich, was ich den Nichtrauchenden angetan habe, nämlich wenn ich mit meinen Zigaretten da um und umgegangen bin, hat das alles einatmen müssen, speziell im Gasthaus, wenn er gegessen hat, hat er meinen Rauch mitgekriegt von dem Ganzen. Neben mir hat seine Kleidung noch zum Stinken angefangen, weil er merkt das auch bei mir, wenn ich jetzt mit einigen Rauchern beieinander bin. Sehr geehrte Damen Damen und Herren, auf ORF 2 müssen wir jetzt die Live-Übertragung aus dem heutigen Parlamentstag beenden. Hier kommt wie immer die Zeit im Biff. Rauchen ist eine Sucht und es dauert unheimlich lange. Man braucht eine starke Gewöhnskraft, bis man das Rauchen ablegen kann, bis man sich vom Rauchen trennen kann. Da wäre es notwendig, Herr Minister, vielleicht, dass wirklich sehr, sehr intensiv doch noch von Seiten des Ministeriums Maßnahmen getroffen werden, die Leute vom Rauchen zu entwöhnen. Das wäre wirklich ganz super, aber das Rauchen in der Gastronomie wieder zu öffnen. Nein, danke mit uns sicherlich nicht. Und ich glaube, es ist wichtig, was die Initiatoren sagen, sie wollen eine Absicherung haben. Es kann nicht sein, dass beim nächsten Regierungswechsel dann wieder kommt, jetzt dürfen wir wieder Rauchen in der Gastronomie und dann haben wir wieder einen Regierungswechsel und dürfen wir wieder nie mehr Rauchen in der Gastronomie, gerade wie es lustig ist. Ich denke, es brauchen die Gastronomen eine Absicherung, es brauchen die Konsumenten eine Absicherung. Das heißt, wir wären durchaus bereit, hier eine derartige verfassungsrechtliche Absicherung mitzutragen und wir unterstützen dieses Volksbegehren wirklich zur Gänze. Am Wort ist nun der Herr Abgeordneter Peter Wurm. Bitte, Herr Abgeordneter. Ja, danke, Herr Präsident. Herr Minister, Hohes Haus, Worte, Zuseher. Ja, ein Volksbegehren wie aus einer anderen Welt oder einer anderen Zeit, das waren noch Sorgen damals in der Gastronomie. Jetzt bekommen Sie seit fünf Monaten in der Gastronomie nicht einmal ein Glas Wein, ein Gulasch oder ein Bier. Seit fünf Monaten ist die Gastronomie tot und wenn ich dem Minister Anschober zuhöre, die letzten Monate, dann wird es für gewisse Betriebstypen wahrscheinlich ein ewiger Shutdown bleiben. Denkt nur an die Nachtgastronomie, Diskotheken, Bars. Also das ist ja alles ganz furchtbar. Das ist ja ganz, ganz schlimm. Also das heißt, das, was bei diesen Volksbegehren herausgekommen ist, 140.000 haben das unterschrieben. Ich glaube, 1,7 Prozent, die jetzt noch einmal darüber bestimmen wollen, was so quasi auf Dauer in Österreich passiert. Und ich habe es ganz deutlich gesagt, ich sage es noch einmal, Demokratie ist ein lebendiger Prozess und kann und wird sich auch verändern. Man sieht die letzten zwölf Monate, was alles möglich ist, was wir es nie gedacht hätten und was auch die Verfassung wert ist, die seit zwölf Monaten da in Grund und Boden gestoßen wird. Position unsererseits ist vollkommen klar, wir haben diesen, sage ich es bewusst, diesen Kampf für Freiheit und diesen Kampf für die Gastronomie verloren, aber noch nicht den Krieg. Wir werden auch weiterhin für die österreichische Gastronomie kämpfen. Ich glaube, dass man einfach sieht, dass sehr, sehr viele Menschen auch die Gastronomie jetzt, nachdem sie 500 dazu ist, sehr, sehr stark vermissen. Und man könnte ja auch die These aufstellen, dass genau jene, die immer solche Volksbegehren unterschreiben, wenn es gegen die Gastronomie geht, genau die sind, die sowieso nie in die Gastronomie gehen und sich lieber, keine Ahnung, irgendwo beim Bestellservice irgendwas liefern lassen. Und wir wollen aber auch zukünftig eine lebendige lokale Gastronomie haben. Die ist auch für die Kreislaufwirtschaft wichtig und wir werden für das kämpfen. Was man dazu sagen sollte, vielleicht noch einmal alles das, was damals an Scheinargumenten gekommen ist, ist natürlich nicht eingetreten. Die Raucherquote ist nicht gesunken, ganz im Gegenteil, es wird mehr geraucht, denn jede Leute rauchen jetzt halt zu Hause und dementsprechend mehr. Es wäre überhaupt kein Problem gewesen, eine Regelung zu finden, wo man alle auch Nichtraucher im Boot hätte haben können. Jugendschutz sowieso, alles kein Thema. Ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, dass sie natürlich in ganz Europa weiterhin Ausnahmen in der Gastronomie und Hotellerie haben. Wer es nicht glaubt, ich lade ihn ein, kann mit mir gerne nach Italien fahren, da haben sie selbstverständlich Raucherräume in der Gastronomie. Also da war halt sehr viel Fake News unterwegs, aber es funktioniert, man sieht es ja auch bei Corona, auch hier kann man halt, wenn man dementsprechende Rückendeckung hat, die Leute doch einige Zeit lang für dumm verkaufen. Aber summa summarum, ich glaube, die Messe ist noch nicht gelesen, ich bin gespannt, was nach der Corona-Krise an Programmen für die Gastronomie kommen wird und da kann durchaus ein Programm dabei sein, stelle ich mir vor, um speziell der Nachtgastronomie hier zumindest einmal eine Zeit lang die Möglichkeit zu geben, auch die Raucher wieder retourzuholen. Man wird sehen, wir werden uns bemühen, einen Antrag zu formulieren in den nächsten Monaten, aber wie gesagt, wir stehen nach wie vor für die Freiheit der Gastronomie und für die Freiheit der Raucher. Danke. Am Wort ist die Frau Abgeordnete Angela Baumgartner. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Dankeschön, Herr Präsident, Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseher und Zuseher. Zuerst möchte ich mich bei den Initiatoren und Initiatoren des Volksbegehren herzlich für ihr Engagement bedanken. Ich denke, Sie haben damit bewiesen, dass das Rauchverbot in der Gastronomie in Österreich kein Thema mehr spielt. Es ist gesellschaftlich akzeptiert und nicht mehr wegzudenken. Man kann sich eigentlich gar nicht mehr erinnern, vor allem die Jugend wird sich schwer tun, wie das war, als man noch in Zügen, in Büros, in Restaurants oder bei Flügen rauchen hat können, Bilder aus einer fast längst vergangenen Zeit. Dann kamen die getrennten Zonen und schlussendlich das Rauchverbot in der gesamten Gastronomie. Und Herr Kollege Wurm, die Gastronomie, die wird wiederbelebt werden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, du wirst den Gulasch essen können, aber halt ohne Zigaretten. Da stößt du halt dann vor das Gasthaus und rauchst dort die Zigaretten. Applaus Im Volksbegehren geht es nun darum, das Rauchverbot in der Verfassung zu verankern. Das halte ich nur nicht notwendig, es ist gesetzlich gut geregelt. Und nach heutigem Wissensstand wird sich die Tatsache, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist, nicht mehr ändern. Also ich glaube, das bleibt so. Da sind wir uns einig. Die Regelung, die wir für die Gastronomie getroffen haben, ist ein Ergebnis des Arbeitnehmerschutzes und das ist ein europäisches Thema. Die Verfassung schafft den Rahmen für den Aufbau des Staates. Sie legt die Grundregeln des Handels der Staatsorgane fest und sie sichert die Grundregeln der Menschen. Das sind die Säulen des Staates. Uns ist die Pflege der Verfassung ein großes Anliegen und es sollen nur solche Bestimmungen in den Verfassungsrang erhoben werden, welche diesen Standard erfüllen. Die bestehenden gesetzlichen Regelungen das Rauchverbot betreffend sind gut, eindeutig und wirksam und die Menschen haben diese akzeptiert. Es gab jetzt bereits zwei Volksbegehren, es wurde schon erwähnt, eines für das Rauchen mit 140.000 Unterschriften, welches wir jetzt behandeln und eines gegen das Rauchen mit 33.000 Unterschriften das es nicht in den Nationalrat geschafft hat. Diese Ergebnisse zeigen eindeutig, dass dieses Thema gesellschaftlich abgehandelt ist. Das Verhältnis dieser beiden Volksbegehren zeigt, wie gut die jetzig gültige Regelung in der Gesellschaft akzeptiert ist, weil es für die Menschen in Österreich selbstverständlich geworden ist. Danke. Am Wort ist die Frau Abgeordnete Fiona Fiedler. Bitte, Frau Abgeordnete. Sehr geehrter Herr Präsident, hohes Haus, werter Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause, liebe gehörlose Menschen. Ich kann die Initiatoren des Volksbegehrens verstehen, wenn sie das Rauchverbot für die Gastronomie in der Verfassung haben wollen, weil man in Österreich ja nie weiß, was in Bezug auf das Rauchverbot in den nächsten Monaten passiert. Die Planungssicherheit ist hier ähnlich chaotisch und unsicher wie das Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung. 2015 wurde das Rauchverbot in der Gastronomie für 2018 beschlossen. Kurz vor dem Inkrafttreten wurde das Gesetz wieder gekippt und 2019 wurde es dann Gott sei Dank wieder beschlossen. Bei so einem Hin und Her fragt man sich natürlich, was fällt der Politik als nächstes ein? Die Gastronomie hat hier viel Zeit und Geld investiert, musste zwischenzeitlich sogar Gasträume baulich trennen, um Raucher- und Nichtraucherbereiche zu ermöglichen, mit dem Effekt, dass sich schlussendlich das Rauchverbot durchgesetzt hat. Bei FPÖ, SPÖ und Grünen gibt es klare Positionen, aber die ÖVP ist bei jedem Schwenk dabei, einmal hü, einmal hot. Welche Position die ÖVP beim Rauchen gerade vertritt, hat ja auch direkten Einfluss auf die Wahl des Gesundheitssprechers. So war ja der Kollege Dr. Smolle leider zur falschen Zeit für das Rauchverbot in der Gastronomie und schwupps, war er nicht mehr Gesundheitssprecher. Ersetzt wurde er durch jemanden aus dem ÖVP-Raucher-Club, Kollegin Schwarz hat übernommen, die dann auch mehrfach in den vier Don't-Smoke-Experten-Hearings das Rauchen der Gastronomie vehement verteidigt hat. 2019 waren die schrägen Raucherpositionen der ÖVP Gott sei Dank wieder obsolet. Gesundheitssprecherin ist Kollegin Schwarz aber immer noch. Wie auch immer, man kann nur hoffen, dass der ÖVP-Raucher-Club nicht wieder wie ein Segel im Wind umschwenkt. Vor allem im Sinne der Gesundheit, aber auch im Sinne der Gastwirte, deren Planungssicherheit durch Corona im Moment nicht vorhanden ist. Danke. Am Wort ist die Frau, der Herr Abgeordneter Rudolf Silvan. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Herr Präsident, Herr Bundesminister, Hohes Haus, danke an die Initiatoren dieser beiden Volksbegehren, an die Initiative gemeinsam entscheiden. Es hat ja zwei Volksbegehren gegeben, aber recht interessant, eindeutig ausgegangen, mit 80 Prozent aller der unterschriebenen Unterschriften zu Smoke, nein. Es war ein interessanter Prozess. Die letzten Jahre der Kollege Genosse Kek hat es ausgeführt, Rauchen in Zügen. Ich kann mich noch erinnern, dass man Rauchen hat, die für Flugzeuge heute unvorstellbar. Und es ist gut, dass es hier auch eine sehr breite Diskussion gegeben hat über Beschränkung der Freiheit, der persönlichen Freiheit, über das Krankheitsbild oder über die Schädigung bei Passivrauchen. Et cetera, et cetera. Ich glaube, es war eine ganz gute Diskussion. Und wie es der Bundesminister auch bei der letzten Diskussion darüber gesagt hat, das Ding ist jetzt endgültig durch. Ich glaube, es ist entschieden und es ist auch in der Bevölkerung so angekommen, weil die Gesundheit der Bevölkerung ist nicht verhandelbar. Und ich kann nur aus eigener leidlicher Erfahrung erzählen, dass meine Eltern, beide Elternteile sehr starke Raucher waren und beide sind viel zu viel gegangen aufgrund Krankheiten, die durch das Rauchen verursacht wurden. Was aus meiner Sicht aber noch offen ist und das ist auch, glaube ich, aus unserer Sicht ganz, ganz wichtig, ist eine gesetzliche Regelung für ein Rauchverbot auf Kinderspielplätzen, wie es auch die ÖVP in Graz fordert. Und ich denke auch, dass wie Genosse Keck und auch die Kollegin Fiedler ausgeführt hat, dass das Rauchen, das Nichtrauchen in der Gastronomie in den Verfassungsrang kommen sollte. Das würden wir auch von Seiten der Sozialdemokratie unterstützen, denn wir wissen auch aus der Erfahrung, dass die ÖVP gemäß eben auch dem, mit wem sie gerade koaliert, einmal so und einmal so entscheidet. Und das Rauchverbot auf Kinderspielplätzen wäre ein sehr, sehr wichtiges Anliegen für uns, denn der Schutz der Kinder sollte uns allen ein wichtiges Anliegen sein. Dankeschön. Die Gesundheit der Bevölkerung sei nicht verhandelbar, betont Rudolf Silbern von der SPÖ und der Schlusswart in dieser Debatte hat der Gesundheitsminister Rudolf Anschober die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Gesundheitsschutz, das ist tatsächlich oft ein bohrendicker Bretter und das dauert manchmal, aber am Ende des Tages machen wir Fortschritte im Lauf der Zeit, manchmal werden wir wieder zurückgeworfen, aber dieses Thema zeigt das eigentlich so drastisch wie wenige auf. Wenn wir ein bisschen zurückdenken, ich glaube, hat jeder Bilder noch vor sich, wo die Normalität unter Anführungszeichen des Rauchens noch eine ganz andere gewesen ist. Ich erinnere mich an Fernsehdiskussionen, wo drei von vier Teilnehmern und Mitdiskutantinnen vor den Kameras geraucht haben. Ich erinnere mich an Zugfahrten ausgeprägter Natur, wo ich dann, wie soll ich denn sagen, sehr stark duftend nach Hause gekommen bin aufgrund der Rauchtätigkeit. Ich erinnere mich an Situationen, wo bekannte Freundinnen von mir in der Gastronomie gearbeitet haben und wirklich nach so einem Arbeitstag im dicken Qualm völlig fertig gewesen sind. Aus meiner Sicht ja die Hauptbetroffenen in der Situation gewesen. Und ich erinnere mich daran, dass es dann im Jahr 2018 das Tont-Smog-Volksbegehren gegeben hat, damals mit weit über 800.000 Unterstützerinnen und Unterstützern. Und ich glaube, das war die eigentliche große Wende in Österreich, was dieses Rauchen in der Gastronomie betrifft, den Nichtraucherschutz, darum geht es ja eigentlich, in der Gastronomie betrifft. Und ich möchte deswegen an dieser Stelle den Proponentinnen und Proponenten dieses großen Volksbegehrens auch an dieser Stelle wirklich danken. Sie haben sehr, sehr viel investiert, sie haben die Meinung verändert in diesem Land und sie haben einen großen Erfolg erreicht. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, und dann haben wir jetzt gehabt, zwei Volksbegehren, die gleichzeitig zur Unterschrift vorgelegen sind, nämlich Smog-Ja und Smog-Nein. Das war eine gute Alternative, da hat man sehr ein Bild machen können, wenn man hingegangen ist, um seine Position kundzutun. Das eine, Smog-Ja mit 33.000 Unterschriften, Smog-Nein mit 140.000. Und das entspricht dem, was ich eigentlich beobachte in Österreich. Wir haben mittlerweile einen Grundkonsens erreicht und für fast niemanden mehr vorstellbar, dass da das Rad der Zeit und der Realitäten noch einmal zurückgedreht werden würde. Wir haben einen Grundkonsens, den wir auch im Gesundheitsausschuss gemerkt haben, mit Ausnahme einer Partei. Und ich denke, die Veränderungsprozesse werden auch vor dieser Partei nicht Halt machen. Und irgendwann wird die FPÖ auch den Weg hin in Richtung Nichtraucherschutz finden. Und wir werden dann diesen Grundkonsens weiter verbreitern müssen. Was ich sehr beachtlich empfinde, das ist die Tatsache, dass die Gastronomie es ja wirklich nicht leicht gehabt hat, mit sehr unterschiedlichen Vorgaben, die es im Laufe der letzten Jahre gegeben hat. Und dass jetzt die Situation und mein Haus ist ja für die Kontrolle dieser Fragen zuständig im Bereich der Gastronomie wir feststellen können und feststellen dürfen, dass die Gastronomie diese Vorgaben des Nichtraucherinnenschutzes zu 100 Prozent einhält. Wir haben keine Vergehen mehr in Österreich. Das wird akzeptiert. Das wird gelebt. Und das ist gut so. Von daher auch danke den Kollegen und Kolleginnen in der Gastwirtschaft, in der Gastronomie, die das tatsächlich auch jetzt leben. Letzter Punkt. Wir werden noch viel zu tun haben, was den Gesundheitsschutz und die Frage des Nichtraucherinnenschutzes betrifft. Vor allem Informationsarbeit, Bewusstseinsarbeit. Es wurden ein paar Themen auch angezogen, wie wir weiterarbeiten können und was noch Themen sein können. Ich lade alle dazu ein, diesen Prozess gemeinsam zu realisieren, denn wir merken nicht nur in Zeiten von Covid, dass es nichts Wichtigeres gibt als unsere Gesundheit. Vielen Dank. Applaus Zu Wort ist nun niemand mehr. Gemälde, die Debatte ist geschlossen. Wünscht der Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Ich frage wieder die Clubs, ob sie vor dem Abstimmungsvorgang eine kurze Unterbrechung wünschen. Das ist offenbar nicht der Fall. Wir kommen nun zur Abstimmung, die ich über den Antrag des Gesundheitsausschusses, den Bericht 436 der Beilagen, zur Kenntnis zu nehmen. Ich bitte die Damen und Herren, die für diesen Antrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig angenommen. Wir gelangen nun zum vierten Punkt der Tagesordnung, Bericht des Ausschusses. Und es ist das letzte Volksbegehren in der heutigen Sitzung, in der heutigen Tagesordnung. Es ist das Begehren Asyl-Europagerecht umsetzen. Europaweite Solidarität bei der Flüchtlingsbetreuung, das hat das von mehr als 135.000 Menschen unterstützte Volksbegehren Asyl-Europagerecht umsetzen. Zum Ziel und der erste Redner ist am Pult Ernst Gödel, ÖVP. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, meine geschätzten Damen und Herren, Hohes Haus, Europa, Asyl-Europagerecht umsetzen, so lautet der Titel des Volksbegehrens, das wir nun unter diesem Tagesordnungspunkt behandeln. Es war übrigens das erste Volksbegehren nach der neuen Rechtslage und ich darf den Initiatoren sehr, sehr herzlich gratulieren und danken. Mit 135.000 Unterschriften ist dieses Volksbegehren eben auch ins Parlament gelangt und wird hier heute debattiert und vorangegangen ist bereits ein breites Hearing, wo wir die verschiedenen Aspekte auch von verschiedenen Seiten bereits auch beleuchtet haben. Also danke den Initiatoren, dass sie sich diese Mühe gegeben haben und ich glaube, dafür dürfen wir auch einen Applaus aussprechen. Was wollen die Initiatoren? Was wollen die Initiatoren? Sie fordern eine gerechtere, solidarische Verteilung der Kosten für Asylwesen innerhalb der europäischen Mitgliedstaaten und sie fordern ein funktionierendes Management an den EU-Außengrenzen. Also Forderungen, die wir prinzipiell, denke ich, alle unterstützen, aber es zeigt eben, dass es eine sehr, sehr starke europapolitische Komponente hat und der Professor Obwechser von der Uni Innsbruck hat es dann auch ausgeführt bei seinem Vortrag hier beim Hearing, in dem er gesagt hat, ja, dieses Hauptbegehren, das kann, wenn, dann nur auf europäischer Ebene erledigt werden. Und tatsächlich hat ja die Europäische Kommission voriges Jahr im September ein Paket vorgelegt, ein Paket für Asyl und Migration, das derzeit in Diskussion ist und wo auch Österreich aktiv teilhint an der Diskussion, wo wir einige Punkte für sehr gut befinden und einige Punkte aber auch noch überdenken wollen. Der zweite Vorschlag in dem Asylvolksbegehren war, dass quasi Österreich Verfassungsgesetze beschließt, um einen europaweiten Asylfinanzausgleich zu erzwingen, indem man auch Beiträge an die Europäische Union einhält. Auch hier war die klare Aussage von Professor Obwechser, dass dies aufgrund des Unionsrechtes so nicht möglich ist und so auch nicht umgesetzt werden kann. Dennoch ist dieses Volksbegehren, glaube ich, ein sehr guter Grund, hier aktiv zu diskutieren, weil es tatsächlich den Finger auf eine offene Wunde innerhalb der Europäischen Union legt, nämlich die Europäische Union braucht dringend ein krisenfestes Asyl- und Migrationssystem, das dieser globalen Herausforderung der Migration, wirklich eine globale Herausforderung, auch gewachsen ist. Denn was hat sich in Europa in den letzten Jahren gezeigt? Es hat sich gezeigt, dass einige wenige Staaten überproportional belastet werden. Und Österreich gehört zu jenen Staaten, die ein großes Zielland für viele Migranten und Migrantinnen waren, für viele Asylsuchende in den letzten Jahren waren. Und die Zahlen, und ich glaube, wir sollen jetzt doch sachlich auf Zahlen diskutieren, Grüß Gott, Herr Innenminister, auf Zahlen fokussieren, 200.000 Asylanträge, über 200.000 Asylanträge wurden in den letzten Jahren in Österreich gestellt. Und über 125.000 Menschen haben einen positiven Asylbescheid bekommen. Also eine Schutzgewährung wurde ausgesprochen. Darunter waren 55.000 minderjährige Burschen und Mädchen, die auch eben einen Asylstatus erfahren haben. Also Österreich hat wirklich Außerordentliches geleistet. Und ich denke, Frau Dr. Krisper und viele, die immer wieder sehr kritisch hier argumentieren, niemand in Österreich, niemand vom Kaunertal bis zum Neusiedlersee, vom Waldviertel bis nach Hermagor, niemand braucht sich für diese Leistungen im Bereich des Asyl- und Fremdenwesens für Österreich genieren. Ich glaube, das muss einmal ganz deutlich ausgesprochen werden. Denn die Folge von Zuwanderung ist natürlich auch, dass wir eine große Aufgabe im Bereich der Integration haben. Und hier sehen wir auch, dass auch andere Länder in der Europäischen Union, die ähnlich belastet sind und waren wie wir, hier auch den gleichen Weg gehen. Und Sie werden wahrscheinlich in der folgenden Wortmeldung vielleicht auch noch das Thema Moria zum Beispiel ansprechen. Und schauen Sie da zum Beispiel nach Dänemark, wo eine sozialdemokratische Ministerpräsidentin in einer Alleinregierung, in einer Minderheitsregierung zum Beispiel, auch ganz klar gemacht hat, wir müssen jetzt integrieren. Null Asyl hat sie sogar als Devise ausgegeben. Oder schauen Sie nach Schweden, wo eine rot-grüne Regierung derzeit die Geschicke des Staates leitet und auch festgehalten haben, wir müssen zuerst in die Integration investieren, bevor wir weitere Zuwanderung und weitere Asylsuchende aufnehmen können. Also es ist keine Frage einer politischen Färbung oder einer politischen Farbe, sondern sie sind die Fakten, die uns hier ganz klar den Weg in die Zukunft weisen. Und daher steht Österreich auch für eine ganz klare Linie, nämlich, dass wir Integration ganz an den Vordergrund stellen und keine weiteren Asylsuchende bei uns aufnehmen wollen. Und meine Damen und Herren, Österreich hat, wie gesagt, Ausordentliches geleistet. Und es ist unbestritten, dass das Asylwesen zu jeder Zeit auf einer rechtsstaatlichen Basis stehen muss, dass die Europäische Menschenrechtskonvention gelten muss, dass die Genfer Flüchtlingskonvention gelten muss. Das ist unbestritten. Aber es muss auch klar sein, dass wir ganz klar zwischen Asyl und Migration unterscheiden müssen. Und Österreich, meine Damen und Herren, das über 125.000 Menschen in den letzten Jahren Schutz gewährt hat. Österreich, das an zweitmeisten unbegleiteten Minderjährige aufgenommen hat, an zweiter Stelle in Europa, hinter Schweden. Österreich, das, und das habe ich auch erwähnt, in den letzten Jahren, im letzten Jahr 2488 Menschen ein humanitäres Bleiberecht gewährt hat. Und Österreich, das ganz massiv sich engagiert in der Hilfe vor Ort, nämlich auch in Griechenland und in anderen Regionen dieser Welt. Dieses Österreich, meine Damen und Herren, ist ein christlich-soziales Land. Und darauf dürfen wir stolz sein. Meint Ernst Gödel von der ÖVP, die EU braucht ein krisenfestes Migrationssystem, denn einige wenige Staaten in der EU würden überproportional belastet, wie zum Beispiel Österreich. Norden Jilmaz, SPÖ ist am Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen. Ja, Kollege Gödel, Sie haben vollkommen recht, wir brauchen uns wirklich nicht genieren. Aber ich scheniere mich seit zwei Jahren schon. Da hat sich nämlich Österreich schon verabschiedet von dem, was in den letzten Jahren von Österreicherinnen und Österreichern, aber auch von der Bundesregierung bis jetzt geleistet wurde, ja, verabschiedet. Und jetzt scheniere mich schon. Werte Kolleginnen und Kollegen, 135.087 Menschen haben im letzten Juni das Volksbegehren Asyl-Europagerecht-Umsetzen unterschrieben. Viele von Ihnen folgen uns wahrscheinlich an den Bildschirmen. Ich möchte mich auch bedanken, dass Sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Bedanken, dass Sie sich mit Ihrer Unterschrift für ein gemeinsames, solidarisches Asylsystem in Europa einsetzen. Weil genau das ist es, was wir brauchen. Das Volksbegehren selbst ist für mich oft vage und unkonkret formuliert. Es fehlt auch eine tiefergehende Analyse an eine Rückbindung an Debatten, wie sie seit Jahren im Europäischen Parlament oder in der Kommission geführt werden. Seine Forderungen sind europarechtlich so auch nicht umsetzbar. Aber die Intention ist völlig wichtig und richtig. Und ich stimme dem Begehren in einigen Punkten wirklich zu. Sie schreiben, dass das Volksbegehren keinesfalls gegen Flüchtlinge gerichtet sein darf. Und weiter, dass unser Land stolz sein kann, dass Österreich in seinen internationalen Verpflichtungen im Flüchtlingsschutz nachkommt. So ist es. Ich würde sogar noch hinzufügen, wir sind auch stolz, was wir in den Flüchtlingskrisen als Gesellschaft geleistet haben. Weiters schreiben Sie, alle Flüchtlinge sollen in jeder Phase des Asylverfahrens eine menschenwürdige Betreuung und ein faires und rechtsstaatliches Verfahren samt der Möglichkeit des humanitären Bleiberechts in begründeten Sonderfällen erhalten. Ich bin wieder völlig bei Ihnen. Und diese Verfahren sollten so schnell wie möglich sein. Sie sollten auch in ganz Europa einheitlich sein. Das Volksbegehren fordert zu Recht eine europaweite Solidarität bei der Flüchtlingsbetreuung. Daher muss eine faire Teilung der Kosten innerhalb der EU erfolgen. Ich bin wieder völlig bei Ihnen. Wer EU-Recht missachtet, wie zum Beispiel, na, so geht jetzt keine Namen, das sind jetzt mehrere mittlerweile, oder keine schutzsuchenden Menschen aufnimmt, soll finanziell abgestraft werden. Jene Staaten, die keinen humanitären Beitrag leisten, könnte man dazu verdonnen, in einen Fonds einzuzahlen. Wir als SPÖ haben bei der letzten EU-Wahl auch einen europäischen Solidaritätsfonds eingefordert, der die Städte und Gemeinden, die Geflüchtete aufgenommen haben, direkt unterstützt, um eben sicherzustellen, dass ausreichend Mittel zur Integration vorhanden sind. Das wäre eine Möglichkeit, um Blockaden der Mitgliedstaaten aufzubrechen und wegzukommen von einem Strafregime hin zu einem Anreizregime. So gibt es zum Beispiel in Polen viele Städte, die ebenso gerne Flüchtlinge aufnehmen würden. In diesem Sinne danke für die Aufmerksamkeit und wir müssen, ich erwarte mir auch von unserer Bundesregierung, dass die Diskussion auf EU-Ebene weitergesetzt wird, um diese faire Verteilung zu gewährleisten, wie auch immer, und die Situation auf den griechischen Inseln und an der bosnisch-kroatischen Grenze nicht außer Acht zu lassen. Dankeschön. Betont Norden Jelmatz von der SPÖ die Forderung des Volksbegehrens, sei europarechtlich nicht umsetzbar, meint Sie, und Hannes Ames-Bauer von der FPÖ ist am Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Damen und Herren, zum gegenständlichen Volksbegehren, das wir intensiv im Ausschuss auch behandelt haben und wo es regen Kontakte auch der Initiatoren gegeben haben, möchte ich mich nochmal an dieser Stelle auch bei den Initiatoren bedanken. Volksbegehren sind ein wichtiges Instrument der direkten Demokratie und es ist immer zu begrüßen, wenn sich Bürger an diesen demokratischen Möglichkeiten auch entsprechend beteiligen. Wir sind Freunde der direkten Demokratie und haben uns auch wirklich bemüht, die Abhandlung dieses Volksbegehrens ordentlich zu begleiten und zu unterstützen. Ich verstehe sehr wohl die Intention dieses Volksbegehrens. Ich zweifle aber an der Umsetzbarkeit stark dieses Volksbegehrens und an der Realisierung der Idee, die dahinter steht und das haben uns in Wahrheit im Innenausschuss auch die Experten, die wir dazu gehört haben, die EU-Experten, aber auch die Rechtsexperten eindrucksvoll dargelegt, warum das in der Praxis nicht realisierbar sein wird. Dass das Thema Asyl natürlich ein wichtiges Thema ist, das wissen wir. Wir wissen ja aus Einschätzungen des Innenministeriums haben wir erst kürzlich im Innenausschuss wieder gehört, dass sich in der Balkanregion ja bis zu 100.000 illegale Migranten befinden. Wir wissen, dass die Situation mit dem EU-Türkei-Flüchtlings-Deal sehr fragil ist und Erdogan ja da immer ein Druckmittel hat und das auch schon Europa vor Augen geführt hat, wie er dieses Druckmittel einsetzen kann und wird, wenn er seine Forderungen und die Milliardenzahlungen, die damit verbunden sind, nicht ordentlich erfüllt sieht. Wir wissen auch, dass obwohl es die Ankündigung gegeben hat im März des Vorjahres, als die Corona-Krise ausgebrochen ist, hat es ja die Aussage des Innenministers gegeben, wir haben eine de facto Null-Zuwanderung in Österreich und ohne Gesundheitszeugnis kommt niemand herein. Die Wahrheit hat, wie wir mittlerweile wissen, leider so ausgesehen, dass wir eine massive Steigerung haben, dass wir plus 10 Prozent im Jahr 2020 an Asylanträgen haben, im Vergleich zu 2019 und sogar die anderen traditionell zuwanderungsfreundlichen Länder in der Europäischen Union, wie die Bundesrepublik Deutschland und wie auch Schweden teils eklatante Rückgänge in diesem Bereich haben. Positiv zu erwähnen ist, wie wir es erst kürzlich im Bericht gesehen haben, dass der Polizei wirklich gute Erfolge im Kampf gegen das Schlepperunwesen gelungen sind, aber man muss schon auch sagen, und das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, das kommt zu der Situation am Balkan und zu der Situation mit EU-Türkei im Asylbereich dazu, das ist dieses neue Migrations- und Asylpaket der Europäischen Union, das ja jetzt in Verhandlung ist in Brüssel und das schaut für Österreich in mehreren Punkten nicht sehr gut an. Ich würde da nicht zu sehr ins Detail gehen, ich glaube, der Kollege Kassecker wird das noch ein bisschen ausführen, aber da sind mehrere Punkte drinnen, die für uns hochdramatisch sind, die hochdramatisch sind und zum Nachteil Österreichs in der gesamten Asyl- und Migrationsfrage, zum Beispiel dieser verbindliche Solidaritätsmechanismus, der ja nichts anderes als eine Zwangsverteilung von illegalen Migranten auf die gesamte Europäische Union bedeutet, aber auch im Bereich der Souveränität über unseren nationalen Grenzschutz und die Souveränität im Asyl- und Fremdenwesen insgesamt, also das ist sehr, sehr bedenklich, was da geplant ist, vor allem im Hinblick, dass der EU-Außengrenzschutz ja noch immer nicht ordentlich funktioniert. Und es hat im Innenausschuss, aber auch im EU-Hauptausschuss ja auch kritische Positionen von Ihnen, Herr Innenminister, gegeben zu diesen Punkten und wir würden uns erwarten, dass wir das auch parlamentarisch hier festmachen, dass Österreich dem auch offiziell, mit der offiziellen Position in Brüssel auftritt, dass wir diese Punkte so nicht akzeptieren können und nicht wollen. Daher bringe ich einen Entschließungsantrag ein, betreffend Ablehnung der EU-Verordnung zur Bewältigung von Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt im Bereich Migration und Asyl. Der Nationalrat wolle beschließen, der Bundesminister für Inneres wird aufgefordert, sich auf europäischer Ebene gegen den gegenständlichen Vorschlag einer Verordnung zur Bewältigung von Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt im Bereich Migration und Asyl auszusprechen. Sich gegen jegliche Art von zwangsverpflichtender Aufnahme irregulärer Migranten im Zuge der Verhandlungen über das neue Migrations- und Asylpaket einzusetzen und für die Beibehaltung der nationalen Souverität und Zuständigkeit in Fragen des Grenzschutzes und Asyl- und Fremdenwesens einzutreten. Darüber hinaus wird der Bundesminister für Inneres aufgefordert, sich bei den Verhandlungen über das neue Migrations- und Asylpaket für eine gemeinsame Lösung hinsichtlich eines starken und lückenlosen Außengrenzschutzes eine Rückbesinnung auf die Grundprinzipien der Genfer Flüchtlingskonvention, dass Asyl und internationaler Schutz für tatsächlich nachweisbar verfolgte Personen nur als Schutz auf Zeit zu verstehen ist und eine Einrichtung von Hotspots zur Bearbeitung von Asylanträgen außerhalb des europäischen Territoriums einzusetzen. Vor allem an die ÖVP geht der Appell, wenn sie es mit einer harten Asyl- und Zuwanderungspolitik, wie sie es ja immer wieder nach außen versprechen und vor Wahlen auch versprechen, ernst nehmen, haben sie aus meiner Sicht gar keine andere Möglichkeit als diesem Antrag zuzustimmen. Der Entschließungsantrag ist ausreichend unterstützt, er ist ordnungsgemäß eingebracht und steht somit auch in Verhandlung. Am Wort ist nun Mag. Georg Bürstmeier. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Bundesminister, Hohes Haus. Respekt vor der direkten Demokratie, und den haben wir Grüne und den haben, glaube ich, alle Parteien in diesem Haus. Dieser Respekt bedeutet nicht, dass wir, die Repräsentantinnen und Repräsentanten der sogenannten repräsentativen Demokratie unbesehen alles umsetzen, was von mehr aus 100.000 Menschen befürwortet wird. Worum geht es in diesem Volksbegehren? Das Ziel ist vereinfacht gesagt zu einer solidarischeren Haltung, zu einer solidarischeren Zusammenarbeit der EU-Staaten im Umgang mit Geflüchteten, in der Aufnahme mit Geflüchteten beizutragen. Das vorgeschlagene Mittel ist aber sehr problematisch, denn es besteht im Wesentlichen in der Androhung der Zurückbehaltung von Österreichs EU-Mitgliedsbeiträgen. Das erinnert stark an die I-Want-My-Money-Back-Politik von Margaret Thatcher und wir wissen, wohin dieser Weg führt, wenn er einmal eingeschlagen wurde in die zunehmende Isolation eines EU-Mitglieds und am Ende Stand der Brexit. Das ist ein Ergebnis, das wir uns für Österreich unter keinen Umständen wünschen können. Das vorgeschlagene Mittel dieser Einbehaltung wäre auch eindeutig unionsrechtswidrig. Das haben uns alle Expertinnen und Experten in dem ausführlichen Hearing, das wir im Innenausschuss zu diesem Volksbegehren abgehalten haben, bestätigt. Angesichts dieses Ergebnisses, welches dieser Politikvorschlag, dieses Volksbegehren würden wir Abgeordnete es umsetzen haben würde, kommen wir daher mit Respekt und nach ausführlicher Auseinandersetzung zum Ergebnis, dass wir dieser Idee nicht näher treten können. Danke fürs Zuhören. Das Zurückhalten von EU-Mitgliedsbeiträgen im Zusammenhang mit der Aufnahme von geflüchteten Menschen sei eine schlechte Idee, aber im Volksbegehren vorgeschlagen, betont Georg Bürstmeier von den Grünen, er ist Sprecher für Inneres und Stefanie Krisper von Linneos ist am Wort. dem Volksbegehren widmen und war deswegen ein wenig erstaunt, dass die ÖVP hier Eigenwerbung betreibt für ihre vermeintliche Menschlichkeit der vermeintlich christlich-sozialen Partei und möchte zurück zum Volksbegehren, das einen schönen Titel hat, nämlich Asyl europagerecht umsetzen, aber eine sehr schwierige Forderung in sich birgt. Wir unterstützen die erste Forderung natürlich sehr, nämlich, dass sich die österreichische Regierung einsetzen sollte für ein funktionierendes gemeinsames EU-Asylsystem und ich hätte vom Kollegen Gödel viel lieber gehört als diese Eigenwerbung, wie er denn glaubt, dass die jetzige Position der ÖVP zu einem solchen führt, weil mir ist es auch immer nicht ersichtlich. Wir bedauern aber in der Folge der zweiten Forderung, dem nach dem Volksbegehren nicht zustimmen zu können, nämlich der vorübergehenden zweckgebundenen Aussetzung ungerechter Asylkosten von den EU-Beitragszahlungen. Abgesehen davon, dass völlig unklar ist, welche Asylkosten über diesen gerechten EU-Anteil hinausgehen, ist Österreich auch nicht berechtigt, wie schon von den Vorrednern gesagt wurde, von den der Union verpflichtend zur Verfügung gestellten Eigenmittel, Beträge einfach abzuziehen. Und demnach ist dieser Vorschlag Union- und verfassungswidrig und nicht realisierbar, abgesehen davon, dass uns auch vorgerechnet wurde in dieser Diskussion mit den Initiatoren, was für Verzugssinnungen theoretisch sogar anfallen würden. Dementsprechend finden wir diesen zweiten Vorschlag nicht konstruktiv und auch nicht solidarisch und können dementsprechend dem ganzen Volksbegehren hier die Unterstützung nicht geben. Und ich glaube, es wäre für die Zukunft gut, insbesondere mit Blick auf die vielen Menschen, die dieses Volksbegehren unterstützt haben, wenn Initiatoren und Initiatoren mehr darauf schauen, ob der Text und die Forderungen dem Verfassungsrecht und dem EU-Recht entsprechen und dem entsprechend konform sind oder nicht, weil dann hier Frustrationen auch verhindert werden können. Sagt Stefanie Grisper von den NEOS, sie ist Sprecherin für Inneres ihrer Partei. Der Titel des Volksbegehren sei schön, der Inhalt aber problematisch. Mein Ziel der Innenminister ist am Wort. Damen und Herren des Hohen Hauses, zunächst einmal auch von meiner Seite als Innenminister eine Anerkennung für die Initiatoren des Volksbegehrens. Volksbegehren sind ein wesentliches Element unserer Bundesverfassung im Rahmen der direkten Demokratie und jedes Volksbegehren, das so viel Erfolg hat, dass es dann tatsächlich auch hier im Hohen Haus diskutiert wird, ist ein gutes Zeichen für die Demokratie und ein wichtiges Zeichen auch für die Diskussionskultur. Die Asyl- und Migrationspolitik ist tatsächlich ein forderndes Thema, nicht nur für die Republik Österreich, sondern für die gesamte Europäische Union. Und aus meiner Sicht gibt es drei Eckpfeiler unserer Politik, die wesentlich sind, dabei hervorgestrichen zu werden. Zum einen gibt es eine externe Dimension. Die externe Dimension umfasst all das, was mit dem Thema sichere Drittstaaten zu tun hat. Und da braucht es eine starke, eine geschlossene Europäische Union, eine Kommission, die bereit ist, Verhandlungen aufzunehmen und im letzten Innenministerrat gemeinsam mit den Außenministern war diese Aufforderung auch klar, mit großer Mehrheit an die Kommission gerichtet, denn dieses Ziel eint alle Europäischen Unions Mitgliedstaaten, dass, wenn es darum geht, Menschen zurückführen zu können, die keine Bleibeberechtigung haben innerhalb der Europäischen Union, es verstärkte Anstrengungen braucht. Und das klingt jetzt so technisch, aber heißt nichts anderes, wenn wir in der Lage sind, durch Rückführungen glaubhaft zu machen, dass es tatsächlich eine Asyl- und Migrationspolitik innerhalb der Europäischen Union gibt und damit aber auch mit Konsequenzen verbunden ist, wenn man weder einen Asylgrund hat, noch eine Berechtigung der Zuwanderung hat in die Europäische Union, auch wieder die Europäische Union verlassen zu müssen, dann schaffen wir es in der Diskussion innerhalb der Mitgliedstaaten auch wirklich voranzukommen. Daher Abkommen mit sicheren Drittstaaten, gebündelte Rückführungsaktionen, jetzt schon beteiligt sich Österreich immer wieder an gemeinsamen Rückführungschartern und das mag am ersten Augenblick, wenn man es betrachtet, dann immer schon die harte Seite einer Asylpolitik sein oder auch einer Migrationspolitik, aber in Wahrheit bedeuten effiziente Rückführungen auch, dass das Geschäftsmodell der organisierten Kriminalität, der Schlepperei, die sich am Leid der Menschen bedienen, zusammenbricht. Und wir machen das in vielerlei Hinsicht auch mit Kampagnen in sozialen Medien, um den Menschen klarzumachen, wo wir wissen, dass es keine Bleibeberechtigung gibt in der Europäischen Union, dass sie sich gar nicht erst auf den Weg machen, dass sie gar nicht erst 5.000 Dollar, 5.000 Euro für eine unsichere Überfahrt Richtung Europa bezahlen und dann nichts vorfinden außer Leid, Elend und die bittere Erkenntnis, dass sie nicht bleiben können und dem Falschen sich anvertraut haben, nämlich den Schleppern unterorganisierten Kriminalität. Es braucht hier viele Initiativen, das passiert, die Kommission ist bereit, viel stärker als jemals zuvor, genau auf diese inhaltlichen Themen einzugehen. Es gibt einen intensiven Austausch, es gibt mit dem Kommissar Vaheli derjenigen, einen, der es ernst nimmt mit dieser Frage, sie vorantreibt auch in der Kommission, genauso mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission Skinners und auch mit der Kommissarin Johannsen gibt es dazu intensive Gespräche und Bereitschaft, dieses wichtige Thema voranzutreiben, zu stärken, um hier klarzumachen, dass wir alle gemeinsam in der Europäischen Union daran arbeiten, dass die organisierte Kriminalität, die Schlepperei, die Geschäftsgrundlage in der Zukunft verliert. Der zweite Eckpfeiler aus unserer Sicht ist ein effektiver Grenzschutz, aber der beginnt nicht an der österreichischen Grenze, sondern nach unserer drei Sicherheitsnetz Strategie ist das erste Sicherheitsnetz gegen illegale irreguläre Migration, gegen die organisierte Kriminalität, der Grenzschutz an der EU-Außengrenze. Und auch hier gibt es starke Bestrebungen, Frontex auszuweiten, das ist die Europäische Grenzschutzagentur, und darüber hinaus nationalstaatlich zu unterstützen, so wie es Österreich getan hat, als Griechenland in Bedrängnis gebracht worden ist von Seiten der Türkei. Das waren knapp vor einem Jahr dramatische Szenen an der Landgrenze Griechenland, Türkei, gewaltbereite, irreguläre Migranten, die von der Türkei dort bewusst hingeführt worden sind und mit türkischen Sicherheitsbehördenunterstützung versucht haben, den Grenzzaun einzureißen, Tränengasgranaten wurden auf europäisches Territorium abgefeuert, und Österreich hat durch seine Leistung der Solidarität in polizeilicher Hinsicht gezeigt, dass Griechenland nicht alleine gelassen wird. Aber österreichische Strategie der Sicherheitsnetze geht weiter. Es ist nicht nur der EU- Außengrenzschutz, es ist der Grenzschutz der Westbalkanstaaten, die heute schon erwähnt worden sind, die besonders herausgefordert sind. Und dem Engagement der Staaten des Westbalkans ist es zu verdanken, dass wir keine massive Migrationswelle in großen Massen derzeit spüren, weil auch dort die Behörden sich bemühen, die dort aufhältigen, irregulären Migrantinnen und Migranten auch tatsächlich dort zu belassen. Aber auch da müssen wir ein Zeichen setzen, auch da müssen wir signalisieren, dass Bosnien-Herzegowina, dass Serbien, dass Nordmazedonien nicht alleine gelassen werden und dass auch ein EU-Außengrenzland wie Kroatien genauso unsere Solidarität spürt und weiß, denn die Kroaten leisten derzeit einen intensiven und geschlossenen Kampf gegen die organisierte Kriminalität, gegen die Schlepperei und das gilt es zu unterstützen. Und der dritte wichtige Bereich des Sicherheitsnetzes ist dann der eigene Grenzschutz. Ich komme gerade von der burgenländisch-ungarischen Grenze. Gemeinsam mit der Verteidigungsministerin haben wir einen Einsatz jetzt begleitet, wenn es darum geht, Schlepperei, organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Gemeinsam mit dem österreichischen Bundesheer in einer gewohnten Partnerschaft seit mehr als 30 Jahren im Assistenzeinsatz. Es ist gelungen, die Festnahmequote von Schleppern, die ein gewissenloses Geschäft verüben, sei es im Menschenhandel oder tatsächlich in der irregulären Migration deutlich zu erhöhen. Wir haben die Rate um 30 Prozent steigern können, das ist das Verdienst der Soldatinnen und Soldaten, der Polizistinnen und Polizisten, die hier einen wesentlichen Beitrag im Kampf gegen die organisierte Kriminalität leisten, der auch weiter entschlossen weitergeführt wird und auch immer eine internationale Dimension hat, denn die organisierte Kriminalität ist grenzenlos, ist multinational und muss genauso auch da multinational bekämpft werden. Die dritte Dimension, der dritte Eckpfeiler der Sicherheitsstrategie, wenn es um das Thema Asyl und Migration geht, ist aber auch die Frage, wie gehen wir selbst mit den Vorschlägen um, die schon heute auch angesprochen worden sind, von den Vorlagen der EU-Kommission betreffend, des Paktes für Asyl und Migration. Wir haben ganz klar der Europäischen Kommission zu verstehen gegeben, dass wir mit vielen Ideen und Vorschlägen im höchsten Maße einverstanden sind, wenn es darum geht, Asylverfahren zu beschleunigen, wenn es darum eben geht, Rückführungen schneller, effizienter, nachhaltiger zu organisieren. Und damit es nicht so technisch bleibt, es ist unannehmbar für die Europäische Union, dass Staaten wie Marokko immer wieder neu beginnen zu verhandeln, wenn es darum geht, Staatsbürger zurückzunehmen, die sich hier unrechtmäßig aufhalten. Es braucht hier Klarheit, es braucht die Geschlossenheit, aber es braucht natürlich auch die Perspektive. Das heißt, es braucht die Perspektive für Marokko, gute Handelsbeziehungen zur Europäischen Union unterhalten zu können, klare Visa-Abkommen zu haben, klare Perspektiven für die Menschen vor Ort aufzubauen. Es braucht aber auch die Klarheit, wenn nicht die Bereitschaft besteht, mit den Sicherheitsbehörden zu kooperieren, dass das die Kommission, dass das die Union so nicht zur Kenntnis nimmt und auch ihre Möglichkeiten geltend macht, wenn es darum geht, auch hier Stärke, Geschlossenheit, aber auch Klarheit zu zeigen. Wogegen wir uns definitiv aussprechen, ist das sehr oft sehr sperrig und emotional diskutierte Thema Verteilung. Wir sind auch gegen eine Verteilung über die Hintertür. Wir sind für eine verpflichtende, flexible Solidarität im Unterschied zur Kommission, was bedeutet, dass die 27 EU-Mitgliedstaaten in der Lage sind, nach ihrer Maßgabe und ihren Möglichkeiten zu helfen und tatsächlich ihren Beitrag zu leisten. Alle anderen Möglichkeiten einer Einigung in der europäischen Union herzustellen, ist geradezu unmöglich. Es gibt ganz klare Ablehnungen. Das, was uns alle aber eint, ist, ganz egal, ob Visegrad-Staaten oder nicht, von Frankreich eben bis nach Bulgarien, dass es wichtig ist, klarzumachen, dass wir eine geschlossene, eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik vorantreiben und uns dort beginnen zu finden, wo Einigung besteht, dann haben wir eine Chance voranzukommen. Doch, Frau Abgeordnete, es gibt deutliches Weiterkommen in der Frage schnellerer Asylverfahren. Es gibt eine hohe Einigung und Bereitschaft, den Grenzschutz der Europäischen Union auszubauen. Ich habe jetzt erst unnächst mit dem französischen Innenminister gesprochen, der dazu bereit ist, da auch mehr noch zu investieren. Und darüber hinaus gibt es eine Bereitschaft, und das sind jetzt schon drei Punkte, wo 27 EU-Mitgliedstaaten sich einig sind, eine effizient organisierte, klar strukturierte Rückführung und eben verbunden, und das ist immer wichtig, mit den Rückführungsabkommen, sodass für die Länder auch eine Perspektive besteht, warum sie mit der Europäischen Union oder Europäischen Unions-Mitgliedstaaten kooperieren sollen. Ich bin viel zuversichtlicher als noch vor vielen Jahren, dass uns tatsächlich etwas gelingen kann, wenn wir damit beginnen, darüber zu sprechen und zu entscheiden, wo wir uns einig sind und das, wo wir uns uneinig sind, hintanzustellen. Menschen ohne Bleibeberechtigung in der EU rückzuführen, müsse einfacher werden, es brauche Abkommen mit sicheren Drittstaaten. Innenminister Karl Nehammer von der ÖVP spricht sich außerdem für eine flexible Verteilung von Geflüchteten in der EU aus. Die 27 Mitgliedstaaten sollten selber entscheiden, ob sie einen Beitrag zur Verteilung leisten, könnten andere sei in der EU nicht umsetzbar. Am Wort ist Reinhold Einweiner, SPÖ. Ja, ich glaube auch, dass es, dass Flucht und Migration eine Herausforderung ist, die wir nur gemeinsam und in Zusammenarbeit auf europäischer Ebene lösen können und der wir nur auf europäischer Ebene begegnen können. Die europäischen Staaten sind da in der Pflicht und müssen ihren Beitrag leisten. Es braucht endlich eine gemeinsame Flucht-, Asyl- und Migrationspolitik der Europäischen Union und ich gebe Ihnen schon recht, Herr Bundesminister, es braucht auch einen effektiven Grenzschutz, der funktioniert. Zu Recht fordern das die Volksbegehrensinitiatoren ein, dass es eine europäische Lösung braucht und notwendig ist. Der Verteilungsschlüssel, den Sie angesprochen haben, oder die Verteilung der finanziellen Belastungen, da haben uns allerdings die Experten im Hearing des Volksbegehrens gesagt, dass da unsere Spielräume auf nationaler Ebene gleich Null sind. Das ist etwas, was man auf europäischer Ebene lösen muss. Und da gibt es eben zwei Zugänge, Herr Minister, wie man auf europäischer Ebene agiert. Es gibt den Zugang, Lösungen zu finden oder es gibt den Zugang, dass man jegliches Vorankommen auf europäischer Ebene eigentlich behindert und verzögert. Und das ist das Problem, wenn wir im Bündnis mit den Visegrad-Staaten sind, Herr Minister, dass wir leider in der zweiten Gruppe sind auf europäischer Ebene, die verzögert und keine Lösungen finden will, offenbar. Eine Reform des bestehenden Systems ist dringend notwendig, denn das bisherige Dublin-System zeigt uns tagtäglich, dass es so nicht funktionieren kann, weil es zu einer überproportionalen Belastung der Mittelmeerstaaten führt. Wir sehen es tagtäglich und wir sehen die humanitäre Katastrophe auf den griechischen Inseln an der Grenze Kroatien-Bosnien. Die sind Zustände, die können wir und wollen wir nicht akzeptieren. Die Bilder aus den Flüchtlingslagern, wo Kinder in Schlamm und Kälte liegen müssen, kennen wir leider. Wir wissen von den Rattenbissen, wir wissen von Kindern, die frieren, weil wir offenbar nicht imstande sind, das Problem zu lösen. Und meine Damen und Herren, da dürfen wir nicht zuschauen. Da darf Österreich nicht zuschauen und da darf die Europäische Union nicht zuschauen. Diese Elendslager, diese Elendslager müssen geschlossen werden. Und Integration, wir wissen es alle, findet im Prinzip vor Ort statt. Städte und Gemeinden über alle Parteigrenzen hinweg, über alle Parteigrenzen hinweg in Österreich, haben sich bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen. Und wir müssen die Gemeinden, die bereit sind, das zu tun, nicht behindern, sondern unterstützen. Gemeinden, die freiwillig bereit sind, hier einen Beitrag zu leisten, in einem Bereich, wo wir wissen, dass es am besten funktioniert, braucht die Unterstützung einer Bundesregierung. Und das darf kein Hemmnis sein, das da an den Tag gelegt wird. Und wir geben den Regierungsparteien heute eine weitere Chance. Meine Damen und Herren, wir geben Ihnen eine weitere Chance, hier eine Lösung zu finden. Eine Lösung zu finden in einem Problem oder in dieser humanitären Katastrophe, die sich eigentlich vor unseren Augen abspielt. Ganz besonders den Grünen geben wir heute eine weitere Chance, hier Farbe zu bekennen, ob sie auch für das einstehen, was sie sonst gerne twittern oder sonst irgendwie auf sozialen Medien verbreiten. Ich bin ja gespannt, ob der Kollege Reimann im Anschluss dann darauf eingeht. Daher bringe ich folgenden Entschließungsantrag der Abgeordneten Reinhold Einwalner und Genossinnen und Genossen, betreffend Kindern aus den griechischen Flüchtlingslagern Schutz und Hoffnung geben. Der Nationalrat möge beschließen, die Bundesregierung wird ersucht, gemeinsam mit Griechenland und den anderen Mitgliedsstaaten der EU die erforderlichen Schritte zu setzen, die eine menschenwürdige Unterbringung der Asylwerberinnen auf den griechischen Inseln und rasche humanitäre Hilfe sicherstellen. In diesem Zusammenhang wird die Bundesregierung ersucht, die Aufnahme von Kindern und minderjährigen Jugendlichen aus den griechischen Flüchtlingslagern als humanitäre Notmaßnahme zu ermöglichen und dies mit den europäischen Partnerinnen zu koordinieren. Die Bundesregierung kann sich darauf auf die Aufnahmebereitschaft und Initiativen zahlreicher Bundesländer, Städte und Gemeinden stützen. Ich danke recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke schön. Kinder und minderjährige Jugendliche aus Griechenland aus den Lagern in Griechenland aufnehmen, das fordert Reinhold Einwallner von der SPÖ in einem eingebrachten Antrag von der Bundesregierung. Und Philipp Schrangl, FPÖ, ist am Wort. Herr Nehammer, es hat mir wirklich gut gefallen, was Sie heute gesagt haben. Das hat sich wirklich super angehört. Ich glaube, dass diese Rede von einem Ihrer Vorgänger übrig geblieben ist. Und Sie haben ganz im Geiste von Sebastian Kurz genau das Gleiche gemacht. Nämlich Sie haben nur ein bisschen die gleiche Rede genommen, aber ein bisschen weicher formuliert. Genauso wie das Ihr Vorbild Sebastian Kurz ja auch macht, der ja gern eine FPÖ mit ein bisschen einem menschlicheren Gesicht sein will. Aber ich sage Ihnen was, das haben die Herrinnen trotzdem alle kapiert und Ihr grüner Koalitionspartner hat nämlich zum Beispiel gar nicht geklatscht. Ist Ihnen alles aufgefallen? Das heißt, Sie haben den falschen Koalitionspartner. Sie hätten vielleicht doch ein bisschen mehr überlegen sollen, wen Sie sich aussuchen, mit wem Sie Ihre Linie durchführen wollen. Weil mit den Grünen wird das, was Sie heute wieder einmal gesagt haben, nicht funktionieren. Und damit lügen Sie die Österreicherinnen und Österreicher an. Sie versprechen Ihnen, aber können leider nichts umsetzen. Mir fällt dazu ein Songtitel ein von den Prinzen. Vielleicht kennen Sie den. Alles nur geklaut. Nur so nebenbei. Oder in den USA sagt man dazu eine Lame Duck. Ich glaube, Herr Innenminister, vielleicht sind Sie eine Lame Duck. Gut im Ankündigen, schlecht im Umsetzen, so wie die gesamte ÖVP. Ich bedanke mich trotzdem bei den Volksbegehreninitiatoren. Es ist wichtig, wir sind besonders für direkte Demokratie und auch die Intention hinter diesem Volksbegehren war richtig. Und zwar, dass Österreich einen überproportional hohen Anteil an Asylsuchenden hat und auch für diese aufkommen muss. Worum geht es denn eigentlich? Und auch in diesem hohen Haus und von diesem Platz wird immer wieder etwas vermischt. Es gibt einen Unterschied zwischen Asylsuchenden und Schutzsuchenden aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention, die so gerne hier zitiert wird. Und Migration. Sie wollen alles in einen Topf werfen und versuchen eigentlich Migranten nach Österreich zu ziehen. Und das ist das, was wir eindeutig nicht wollen und was auch nicht im Sinn der Genfer Flüchtlingskonvention ist. Die Genfer Flüchtlingskonvention sagt Menschen, die Schutz suchen, Schutz auf Zeit bieten und das am möglichst nahe an der Heimat. Besinnen wir uns zurück auf die Ideale der Genfer Flüchtlingskonvention, wozu glaube ich alle hier im Parlament vertretenen Parteien stehen. Machen wir genau das, geben wir Schutz auf Zeit, möglichst nahe in der Heimat und holen wir nicht Menschen zu uns, die bei uns vielleicht unglücklich sind und dann auch nämlich beim Wiederaufbau ihrer Heimatländer fehlen. Daher kann dieses Volksbegehren leider nicht in innerstaatliches Recht umgeführt werden, auch weil Europarecht vorzieht. Trotzdem bleiben Sie dran, meine Damen und Herren, machen Sie viele Volksbegehren, nehmen Sie von Ihrem direkten Recht auf Demokratie Gebrauch. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, für den Vorwurf der Lüge habe ich, wie Sie wissen, einen Ordnungsruf zu erteilen. Am Wort ist nun der Herr Abgeordneter Michel Reimann. Bitte Herr Abgeordneter. Danke Herr Präsident, Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen. Das wurde schon ein paar Mal gesagt, der Text, die Forderung dieses Volksbegehrens ist rechtlich nicht umsetzbar, weil Europarecht vorgeht. Sie wäre auch inhaltlich vollkommen falsch und würde strategisch etwas Falsches auslösen. Also einfach einen Grund, Geld einzubehalten und die EU-Verträge zu brechen, um etwas durchzusetzen gegen die EU-Verträge, macht man bei einem Thema. In dem Moment machen es dann alle anderen Mitgliedstaaten natürlich bei dem, die innen passen und innerhalb von drei Monaten hat man 47 Vertragsbrüche und es geht überhaupt gar nichts mehr weiter. Das löst exakt die gegenentsetzte Reaktion aus. Ein Beispiel dafür, wie sowas nicht geht, wenn auch juristisch ein bisschen anders gelagert, ist die griechische Regierung und deswegen stehen wir auch da. Die wollen durchsetzen eine Verteilung von Flüchtlingen in ihren Lagern, was ich inhaltlich vollkommen richtig finde und sind nicht auf den Verhandlungsprozess eingestiegen, sondern haben das am Schluss damit versucht, diese Lager auf den griechischen Inseln so schrecklich, so grässlich, so brutal wie möglich zu gestalten. Das muss man auch einmal in dieser Deutlichkeit so sagen. Je schrecklicher die Bilder in Griechenland waren, desto mehr war das die Absicht der griechischen Regierung. Die Reaktion, die darauf gekommen ist, ist, dass andere Regierungen gesagt haben, so lassen wir uns nicht erpressen, wir verteilen nicht um. Und dort stehen wir jetzt in dieser Blockade und das kann es ja wirklich nicht sein, weil die Rechnung zahlt nicht die griechische Regierung, die Rechnung zahlt nicht die italienische Regierung, die ein ähnliches Problem hat, die Rechnung zahlen die Menschen, die in diesen Lagern sitzen und leiden und die können wir nicht im Stich lassen. Deswegen, das sage ich auch deutlich, deswegen wären wir als Grüne auf diese Erpressung der griechischen Regierung eingestiegen und hätten dort Kinder rausgeholt. Das ist, aus unserer Sicht wäre das notwendig. Der Antrag der SPÖ, nur um das zu sagen, sorry, aber ich habe einmal im Burgenländischen Landtag den Antrag gestellt, fünf Kinder von Dreiskirchen ins Burgenland zu holen, da hat die SPÖ den verhindert und zwar die echte Mehrheit, nicht an symbolischer Abstimmung. Fünf Kinder von Dreiskirchen ins Burgenland und die SPÖ dagegen. Die SPÖ war übrigens dafür, die Freiheitlichen wollten die Kinder aus Dreiskirchen halten. So, was wir machen werden, was wir machen werden auf europäischer Ebene, es kommt der Asyl- und Migrationspakt. Wir werden versuchen, da eine Lösung hinzukriegen, die ganz sicher nicht im grünen Sinn sein wird. Es ist nicht möglich, wenn wir versuchen, zwischen Italien und Griechenland eine gemeinsame Lösung hinzukriegen, aber es muss letztlich trotzdem eine gemeinsame solidarische geben, damit diese Erpressungsversuche auf der einen Seite und die Abwehrversuche auf der anderen Seite aufhören und wir ein gemeinsames Paket zusammenkriegen. Das gemeinsame Paket wird kein gemeinsamer Verteilungsschlüssel sein, das wissen alle, aber es muss ein humanes und humanistisches System als solches sein. Und das ist erreichbar, das ist erreichbar dann, wenn man auf beiden Extremseiten ein Verhandlungsangebot macht. Und ich glaube, dass Österreich da in einer vernünftigen Mittelposition ist, auch weil wir versuchen, diese Mittelposition als solche zu finden. Das ist zu kriegen. Aber eines möchte ich auch sagen und deswegen, heute Vormittag war der Außenminister hier und wir haben auch über die humanitäre Situation gesprochen. Es kann kein gerechtes Asylsystem geben, wenn Asyl und Migration vermischt werden, wenn Migration nicht möglich gemacht wird in der Europäischen Union und deshalb Menschen, die aus Armut und Not migrieren wollen, flüchten und das Asylsystem verstopfen. Wir werden auch darüber reden müssen, den Migrationsdruck in der dritten Welt zu mindern und genau deswegen setzen wir uns dafür ein. Langfristig werden wir es ein bisschen besser machen. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte im Rahmen dieser Diskussion wieder grundsätzlich auf die unterschiedlichen Zugänge der politischen Parteien zu diesem Thema sprechen. Der Kollege Reimann hat es gerade gesagt, wir müssen die Migration fördern und es muss eine Selbstverständlichkeit sein, dass Menschen aus Armut und Not, wenn sie den Wunsch haben, nach Europa zu kommen, das auch ihnen ermöglicht werden sollte. Das ist natürlich nicht unsere Meinung, aber ist eine Meinung im politischen Spektrum, ist die Meinung der Grünen. Neos haben ähnliche Meinung, auch die SPÖ. Und die ÖVP, und ich habe beim Abgeordneten Gödel sehr genau zugehört und bei Ihnen, Herr Minister, genau zugehört, die ÖVP spielt hier immer den harten, den harten Kurs. Bei Ihnen habe ich nur gehört, es besteht die Bereitschaft, es sind Sicherheitsnetze, dann natürlich in einer harten Diktion das Schlepperunwesen zu kritisieren. Das sind die Worte, die sprechen von Initiativen, es wird etwas vorangetrieben etc. Der Kollege Gödel sagt, ja, die Integration ist eine große Herausforderung. Der Herr Minister Faßmann löst die Integrationsherausforderung so, dass er Eltern von Migranten Dolmetschunterricht, gratis Dolmetscher zur Verfügung stellt. Ich weiß nicht, das ist jetzt nicht gerade eine gute Linie und eine gute Lösung der ÖVP. Da widersprechen Sie sich ein bisschen. Also die ÖVP spielt sozusagen und ich sage bewusst spielt, weil sie werden das beweisen müssen mit ihrem Abstimmungsverhalten im Rahmen des EU-Migrationspaktes, der ja da einige Dinge vorsieht, die wir Freiheitliche so nicht haben wollen. Und das ist unser gutes Recht im Rahmen eines demokratischen Pluralismus das auch zum Ausdruck zu bringen. Warum wollen wir bestimmte Dinge nicht haben? Wir wollen erstens nicht, dass diese Kompetenz auf die Ebene der Europäischen Union geht. Das ist auch ein Ziel dieses Migrationspaktes sozusagen. Die EU sagt jetzt, die Länder sind nicht in der Lage, das zu lösen. Wir ziehen die Kompetenz an uns. Ähnlich war es in der Energiepolitik. Das ist ja der springende Punkt im Rahmen der Europäischen Union. Welche Kompetenzen sind in der EU? Welche sind gemischte? Da haben wir dann des Subsidiaritätsbetriebs. Und welche Kompetenzen verbleiben bei den Nationalstaaten? Hier krallt sich die EU sozusagen diese Kompetenz. Eine EU, die ja grenzend bewiesen hat, dass sie in dieser Frage ja ein Totalversager ist im Rahmen der Krise 2015. Da hat ja nichts von dem, über das Sie hier diskutieren, das Sie hier vorantreiben wollen und ähnliche Dinge. Funktioniert weder der Außengrenzschutz noch die Balkanroute noch das Thema Mittelmeer, wo es zu menschlichen Tragödien kommt. Und das ist ein Wahnsinn, weil wir falsche Signale setzen. Wir sagen der Welt, wir retten euch, indem wir euch bei uns in Europa aufnehmen. Das ist der Tenor auch dieses vorliegenden Migrationspakts. Wir brauchen Migration und wir helfen euch. Wir wollen sie nur besser managen. Und das Managen besteht darin, dass einfach Länder im Rahmen eines Solidaritätsmechanismus werden zwangsbeglückt sozusagen. Also das ist völlig egal. Wobei das auch eine eigenartige Interpretation des Begriffs Solidarität ist. Wenn man von oben was befiehlt und derjenige, der diesen Befehl nicht durchführt, dann auf einmal unsolidarisch ist. Also ich glaube, Solidarität ist was anderes. Aber es sind einige Punkte auch drinnen, die wir einfach so nicht haben wollen, weil wir der Überzeugung sind, dass sie nichts zur Lösung des Problems beitragen, sondern das Problem sogar noch verschärfen. Zu Lasten derer, denen falsche Hoffnungen gibt. Man spielt da mit Menschen, denen man falsche Hoffnungen macht, denen man ein Geschäft macht, denen man ein paar Tausend Dollar oder Euro abnimmt und sie dann irgendwo auf Moria ihrem Schicksal überleistet. Das ist ja nicht in Ordnung. Aber die Europäische Union sendet hier falsche Signale aus. Sie sendet die Signale aus, wir differenzieren nicht mehr zwischen Asyl und Migration, das ist egal. Also komm, auch wenn ihr individuell keinen Asylgrund erfüllt, trotzdem die Chance ist da, nach Europa zu kommen. Wir sind auch nicht so genau, wenn es darum geht, Familiendefinition in diesem Migrationspakt. Jetzt steht drinnen, eine Familie ist auch dann, wenn man sich auf der Reise nach Europa sozusagen kennenlernt und sich zur Familie deklariert, dann ist man Familie. Und das implizierte natürlich dann einen erhöhten Schutz, inklusive dann Familienzusammenführungen, die auch extensiver gemacht werden sollen. Macht euch keine Sorgen, die Rückkehrabkommen. Herr Innenminister redet zwar, wir pushen diese Rückkehrabkommen, wir wissen doch alle, dass diese Rückkehrabkommen nicht funktionieren. Und der einfachste Weg, die zu umgehen ist, ich verliere meine Ausweispapiere. Und es ist nicht mehr feststellbar, aus welchem Land ich komme, wo wollen Sie dann hinrückführen, wenn Sie nicht wissen, aus welchem Land er kommt. Und das führt im Ergebnis dazu, dass wir von den abgelehnten Asylwerbern sieben von zehn im Lande verbleiben, hat der Herr Außenminister heute im Ausschuss gesagt und heute auch noch einmal bestätigt. Auch die Seenotrettung ist ein Riesenthema. Da spielen sich Dramen ab im Mittelmeer. Das ist bedauerlich, mehr als bedauerlich. Das ist ein Wahnsinn. Aber wir senden falsches Signal, ihr sagt, kommt und dann tun wir euch retten. Ein Punkt steht überhaupt nicht in dem Kapitel Seenotrettung, nämlich jener. Wo sollen jene, die gerettet wurden, wieder an Land gebracht werden? Naja, selbstverständlich dort, wo sie herkommen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Sie werden in Italien oder sonst wo an Land gebracht. Also, das sind alles Punkte, die wir nicht haben wollen, weil sie Europa belasten. Beziehungsweise, weil wir mit den jetzigen Problemstellungen ja schon nicht zur Rande kommen und diese noch verschärft werden. Das ist auch nicht für die Menschen, Menschen in Probleme hineinzududeln sozusagen und zu sagen, so, jetzt lösen wir das Problem. Aber nur sagen, wir lösen es ja eben nicht. Da gibt es ja riesige Probleme. Das wollen wir nicht. Und wir werden uns ganz genau die Rolle der ÖVP anschauen. Die ist für uns freiheitlich interessant. Wie gesagt, die Rolle oder den Zugang der Grünen, der NEOS und der SPÖ kennen wir, ist in Ordnung. Der Zugang der ÖVP, da hier eine harte Linie zu verfolgen, das müssen Sie uns beweisen im Rahmen des Migrationspaktes. Also, ich traue mir jetzt fast eine Wette abschließen, dass all diese Punkte, die ich hier jetzt beschrieben habe, die für uns freiheitlich ein Riesenproblem sind und zwar, das wollen wir nicht und das würden wir auch niemals dem zustimmen, dass das für Sie da hier möglicherweise ein Problem ist für den Kollegen Gödel oder den Herrn Minister beim Reden. In Brüssel stimmen Sie dem allen zu. Und zwar jeden Punkt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sie haben auch im EU-Hauptausschuss das schon zugestimmt und gesagt, das werden wir schon machen. Also, da bin ich sehr gespannt auf die Verhandlungen, die da in Brüssel stattfinden. Also, meines Erachtens bewegt sich die ÖVP auch hier in der Migrationspolitik auf der komplett selben Linie wie die NEOS, wie die Grünen und die SPÖ. Das ist auch in Ordnung. Nur müssen Sie das sagen und zugeben und da hier nicht spielen, den Harten spielen und dann in Brüssel genau das Gegenteil davon machen. Vielen Dank. Applaus So weit ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen, wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort. Das ist nicht der Fall. Bevor wir in den Abstimmungsfragen eingehen, wieder die Frage, wünschen die Klubs eine Pause? Das ist ebenfalls nicht der Fall. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Antrag des Ausschusses für innere Angelegenheiten, seinen Bericht 636 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Ich bitte jene Damen und Herren, die dazu die Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen, das ist einstimmig, angenommen. Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Hannes Amesbauer, Kolleginnen und Kollegen betreffend Ablehnung der EU-Verordnung zur Bewältigung von Krisensituationen und Situationen höherer Gewalt im Bereich Migration und Asyl. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung, das ist die Minderheit der Antrag, ist abgelehnt. Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Ingenieur Reinhold Einwallner. Kolleginnen und Kollegen betreffend Kindern aus den griechischen Flüchtlingslagern Schutz und Hoffnung geben. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung, das ist die Minderheit der Antrag, ist abgelangt. Wir gelangen nun zu den Punkten 5 und 6 der Tagesordnung. Und hier geht es um die Situation in Myanmar. Bilaterales europäisches und internationales Engagement erwartet sich die SPÖ von Außenminister Schallenberg nach dem Militärputsch in Myanmar. Der Außenminister solle sich dafür einsetzen, dass das gewaltsame Vorgehen des Militärs gegenüber den friedlichen Protesten gegen den Militärstreich sofort eingestellt wird. Behandelt wird jetzt auch ein Antrag der NEOS auf Unterstützung der demokratischen Kräfte in Myanmar. Erste Rednerin zu diesen Tagesordnungspunkten ist Petra Bayer. Sie ist Sprecherin für globale Entwicklung der SPÖ. Und am Wort ist nun die Frau Abgeordnete Petra Bayer. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Danke, Herr Präsident, Herr Außenminister. Ich habe das große persönliche Glück gehabt, ein Zeitfenster, ein politisch opportunes Zeitfenster für mich zu finden, in dem ich in Myanmar bereisen habe können. Das war um die Jahreswende von 2014 auf 2015, wo das Militär schon Zugeständnisse gemacht hat, nur noch ein Viertel der Parlamentssitze zu beanspruchen, dass es freie Wahlen geben kann. Und das war vor der Zeit, wo es ein Aufflammern der ethnischen Säuberungen gegenüber der Rohingya gegeben hat. Und nachdem Myanmar eine sehr junge Bevölkerung hat, haben viele Menschen, die aufgewachsen sind und die ich getroffen habe, nichts anderes gekannt, das ganze Leben als Militärdiktatur. Und die Hoffnung, der Glaube an ein Leben in Freiheit, an ein Leben in Demokratie, war in fast jedem Gespräch, das ich geführt habe, ausgesprochen bestimmend. Und darum hat es mich auch sehr persönlich sehr getroffen, wie alle diese Hoffnungen am 1. Februar dieses Jahres mit einem einzigen Streich zunichte gemacht worden sind, wie das Militär wieder die komplette Kontrolle über das Land übernommen hat und für ganz viele Burmesinnen und Burmesen ihren Traum mit einem Schlag ruiniert hat. Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig in diesem Fall, wirklich mit allen scharfen diplomatischen Instrumenten, die wir haben, dieses Vorgehen der Militärdiktatur gegen friedliche Demonstrantinnen, die Hunderte mittlerweile ermordet haben, die Tausende verschleppt haben und eingekerkert haben, wirklich ganz, ganz klar und scharf vorzugehen, zu fordern, dass das, was da passiert ist, seit dem 1. Februar unabhängig untersuchen zu lassen, und auch wirklich zu schauen, dass wir internationale Solidarität nicht nur verbal bekennen, sondern wirklich auch zu leben, wirklich auch den Menschen beizustehen, denen, die jetzt flüchten, sei es innerhalb der Landesgrenzen, sei es nach außen, wirklich auch Hilfe angedeihen zu lassen in Form von humanitärer Hilfe, weil sowohl diejenigen Burmesinnen und Burmesen, die Richtung Westen, Richtung Thailand fliehen, zum Teil innerhalb der Grenze oder außerhalb der Grenze leben, sind in furchtbarer Beträgnis, auch in Richtung Bangladesch, gibt es nach wie vor eine große Bewegung, wo auch jetzt erst vor kurzem ein Flüchtlingslager der Rohingyas abgebrannt ist, und auch was Indien betrifft, zeigt sich zwar die Regionalregierung des angrenzenden Bundesstaats, sehr kooperativ, aber Indien als solches, als Zentralregierung sehr, sehr unkooperativ gegenüber den flüchtenden Menschen. Ich glaube, es ist ausgesprochen wichtig zu fordern, und zwar bedingungslos zu fordern, dass alle Demonstrantinnen, alle Oppositionspolitikerinnen freigelassen werden. Es ist absolut wichtig, die Telekommunikation wiederherzustellen, um auch das Grundrecht auf Kommunikationsfreiheit, das den Burmesinnen und Burmesen genommen worden ist, wiederum zu garantieren. Es muss Rechtsstaatlichkeit, es muss Sicherheit wieder etabliert werden. Und was ganz besonders wichtig ist, darauf zu dringen, dass das Wahlergebnis von November, wo uns ganz, ganz viele internationale wie auch nationale Wahlbeobachtungen bestätigen, dass es durchaus faire, freie, vollkommen in Ordnung gewesene Wahlen gewesen sind, natürlich mit Beschwerden, denen auch nachgegangen sind, aber wo die Burmesinnen ganz offensichtlich die Möglichkeit hatten, ihren politischen Willen zum Ausdruck zu bringen und sich das in diesem Wahlergebnis reflektiert. Es ist also auch in Konsequenz wichtig, zu garantieren, dass das gewählte Parlament sich wirklich konstituieren kann und eine demokratisch legitimierte Regierung wählen kann. Last but not least sind alle Vorfälle seitens der Militärdiktatur und der Junta zu untersuchen. Von unabhängigen Stellen gilt nicht nur für den Streich an sich, gilt für alles, was danach gekommen ist und noch weiterkommen wird, fürchte ich. Und gilt natürlich auch für die ethnischen Säuberungen im Bereich von Rakin gegenüber den Rohingyas, die auch damals, wie ich dort war, schon wesentlich ärmer gelebt haben, wesentlich schlechtere Voraussetzungen für ihr Leben gefunden haben, wo es zum Beispiel gar keine Telekommunikation, gar kein Internet gegeben hat, wo eine unglaubliche Militärpräsenz war, wo es ganz offensichtlich auch Unterdrückung gegeben hat und wo dieses freudenstrahlende Warten auf Demokratie und Hoffen auf ein Leben in Freiheit auch damals schon sehr gedämpft war. Sehr geehrte Damen und Herren, tragen wir dazu bei, den Burmesinnen und Burmesen, die ihr Land lieben, ihren Glauben an ihr Land wieder zurückzugeben. Entschuldigung. Petra Bayer, sichtlich ergriffen, sie ist Sprecherin für die globale Entwicklung der SPÖ. Nächster Redner am Weg zum Pult, Reinhold Lubatka, ÖVP, er ist außenpolitischer Sprecher der Volkspartei. Herr Präsident, Herr Außenminister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich verstehe die Kollegin Petra Bayer, wenn man sich mit menschlichen Schicksalen auseinandersetzt und Amnesty International davon spricht, dass in Myanmar das Vorgehen des Militärs Hinrichtungen gleichkommt und das beginnt bei siebenjährigen Kindern. Wer ist davon nicht berührt? Aber als Politiker sind wir gefordert, alles zu tun, dass wir zu Ergebnissen kommen. Und diese Pandemie verstellt uns manchmal den Blick. Um das ganz offen zu sagen, wenn es um demokratiepolitische Fragen geht. Am Mittwoch haben wir uns den ganzen Tag mit den gesundheitlichen Herausforderungen auseinandergesetzt. Gestern sind wirtschaftliche Fragen im Blickpunkt gestanden. Und nützen wir heute hier diesen Tagesordnungspunkt, um auch auf die demokratiepolitischen Gefahren hinzuweisen, so ist das zutiefst notwendig, wie ich das sehe. Denn diese dritte Dimension dieser Pandemie dürfen wir niemals vergessen. Die Corona-Krise hat autoritäre Tendenzen in Staaten, die schon gefährdet waren. Und die gibt es vor allem in Afrika, in Lateinamerika, aber auch in Asien. Diese Tendenzen massiv verstärkt. Andersdenkende, Oppositionspolitiker und natürlich, wie immer, Minderheiten, die sind hier stark unter Druck gekommen. China hat mehr als eine Million Uiguren und Vertreter anderer muslimischer Minderheiten in Anhaltslager gebracht. Die werden mit kommunistischer Ideologie indoktriniert. Und auch hier gibt es schreckliche Berichte von exzessiver Gewalt. Und die Faktenlage ist eindeutig. Wäre sie nicht so eindeutig, hätte die EU, glaube ich, nicht den Mut gehabt, hier auch deutlich Stellung zu nehmen. Und selbst China hat letzte Woche das Militär von Myanmar aufgefordert, Akte der Gewalt einzustellen. Also was hier passiert, ist brutal und grausam. 275 Tote, mehr als 20 Kinder darunter. Ich habe schon gesagt, Amnesty International spricht hier von außergerichtlichen Hinrichtungen. Und alles auch durch Filmmaterial dokumentiert, muss man sagen. Gut, wir haben jetzt Sanktionen gesetzt. Und die Frage ist immer, ob sie wirken oder nicht. Fakt ist, von den 2.800 Inhaftierten sind bisher immerhin 600 wieder freigekommen. Das Schicksal der mit überwältigender Mehrheit wiedergewählten Aung San Suu Kyi, einer 75-jährigen, im Lande sehr beliebten und wie alle objektiven Berichterstatter sagen, untadeligen Frau, Friedensnobelpreisträgerin, ist ungewiss. Und sie ist eine mutige Frau. Vor 2010 war sie schon 15 Jahre unter Hausarrest gestellt. Aber Myanmar ist nur eines von vielen Beispielen. Und ich habe hier vor mir eine Tafel, eine sehr traurige Tafel, was Parlamentarier betrifft. Seit 1977 beobachtet die internationale Parlamentarierunion mit einem eigenen Ausschuss, wie es Mandataren in den 192 Mitgliedstaaten, 192 Staaten sind in der internationalen Parlamentarierunion vertreten, und wie es denen geht. Wir haben einen Rekordstand seit 1977 im letzten Jahr, was Mandatare betrifft, die entweder in der Ausübung ihres Mandats behindert sind, die verfolgt sind, die das Land verlassen mussten, die verschwunden sind, die inhaftiert sind. 552 in 42 Staaten im letzten Jahr, frei gewählte Abgeordnete. Jemen, Venezuela, die Türkei und eben Myanmar zählen zu diesen Staaten. Und was ich hier sagen möchte, ist, es ist gut, dass wir Myanmar diskutieren. Und wir würden nicht fertig werden mit diesen Staaten. Aber wir sollten natürlich auch, was unsere unmittelbare Nachbarschaft betrifft, hier auch einen besonders scharfen Blick haben. Im nächsten Tagesordnungspunkt werden wir uns ja noch mit der Situation in Russland auseinandersetzen. Ein anderer wichtiger und großer Nachbar ist die Türkei. Und da hier nun letzte Woche neben dem Niedergang der Währung, neben dem Niedergang der Börse in der Türkei, für mich eben diese demokratiepolitische Frage auch in den Blickpunkt gerückt ist, das angedrohte Ende, ein Verbot der pro-kurdischen Partei HDB, hat uns veranlasst, die Grünen und uns hier auch mit einem Entschließungsantrag noch einmal klar darauf hinzuweisen, dass wir auch hier nicht schweigen wollen. Und daher darf ich diesen Entschließungsantrag zur Verlesung bringen. Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten, wird ersucht, sich gegenüber der türkischen Regierung weiterhin für eine Beendigung der politischen Verfolgung von Oppositionellen, aber auch anderen Regierungskritikern einzusetzen, sowie auf bilateralen und multilateralen Ebene auf die Einhaltung demokratischer und rechtsstaatlicher Prinzipien zu drängen, sowie sich auch in Zukunft eine Verbesserung der Situation der Zivilgesellschaft und der Betroffenen einzusetzen. Gegenüber der türkischen Regierung auf Einhaltung ihrer internationalen Verpflichtungen im Rahmen des internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte und der Europäischen Menschenrechtskonvention zu bestehen. Und drittens, sich auch auf europäischer Ebene für einen verstärkten Austausch mit der türkischen Zivilgesellschaft unabhängigen Journalisten, Wissenschaftlern und Menschenrechtsaktivisten, Aktivistinnen einzusetzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, neben der weltweiten Gesundheits- und Wirtschaftskrise sollten wir keinesfalls auch die weltweite Demokratiekrise beachten. Das ist ganz wichtig. Wir haben hier die Möglichkeit, diese Pandemie ist eine Poly-Pandemie. Eine Gesundheitskrise, eine Wirtschaftskrise, aber auch eine massive Demokratiekrise. Danke. Die Pandemie sei auch eine Demokratiekrise, betont der außenpolitische Sprecher der ÖVP. Reinhard Lopatka, Amnesty International, spricht von außergerichtlichen Hinrichtungen in Myanmar. Selbst China hat das Militär von Myanmar aufgefordert, die Gewalt zu beenden. Und die außenpolitische Sprecherin der Grünen setzt fort, Eva Ernst Tschetschitsch. Herr Präsident, Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen, ich verstehe nicht nur die Emotionen der Kollegin Bayer, sondern kann mich auch den Worten vom Kollegen Lopatka anschließen. Wenn wir nämlich über den außenpolitischen, den innenpolitischen Tellerrand blicken und uns mit Außenpolitik beschäftigen, kommen wir aktuell nicht umhin, nach Myanmar zu schauen, weil dort schlicht akut ein Bürgerkrieg droht. Und wir wissen, wenn irgendwo auf der Welt Demokratien zerschlagen werden, wenn irgendwo auf der Welt Menschen verfolgt und getötet werden, wenn irgendwo auf der Welt es eine Repression gibt, die die Menschen zur Flucht drängt, dann betrifft es uns auch in Europa, dann betrifft es auch Österreich. Die Demokratie in Myanmar ist eine recht fragile gewesen, eine sehr junge gewesen. Erst vor zehn Jahren hat es hoffnungsvoll angefangen, als die Militärjunta damals mit ersten demokratischen Freiheiten, wenn man so möchte, experimentierte. Die Zensur wurde gelockert, politische Gefangene kamen frei. Viele kamen auch aus dem Exil zurück und fangen an, sich dort selbst vor Ort zu politisieren. Und auch die Investoren, das heißt auch der wirtschaftliche Faktor, wurde hier mit diesen Öffnungen auch attraktiver natürlich für Investoren aus dem Ausland. Bei den ersten freien Wahlen 2015 gewann, wie wir heute schon gehört haben, eben die Nationale Liga für Demokratie, aus der auch die heutige inhaftierte Regierungschefin stammt, und zwar mit einer überwältigten Mehrheit. Und es herrschte dort nicht nur eine allgemeine Aufbruchstimmung, sondern das war womöglich auch der Moment, wo die Militärjunta gewusst hat, das wird für uns knapp. Diese hat, was viele nicht wissen, 25 Prozent der Parlamentssitze nach wie vor zugesagt. Das heißt, den Generälen sind drei Ministerposten vorbehalten. Und genau das war das Problem. Man wollte hier nicht nur abrücken und mehr Demokratie zulassen, sondern man hat auch gemerkt, dass diese drei Posten zur Debatte stehen, weil die Bevölkerung nämlich gerne ihr gesamtes Parlament wählen wollen würde. Alles in allem finde ich, dass wir als diejenigen in Europa, die das Privileg haben, nicht unser Leben riskieren zu müssen für Demokratie, umso mehr in der Verpflichtung stehen, andere Staaten, die um Demokratie kämpfen, dabei zu unterstützen. Hier bei Myanmar, akut, geht es nicht so sehr um die Unterstützung einer demokratischen Transformation, sondern, wie ich eingangs gesagt habe, tatsächlich um das akute Abwenden eines Bürgerkrieges mit verheerenden Konsequenzen. In diesem Sinne möchte ich Sie einladen und erinnern, dass es morgen am Samstag den 27. Internationale Proteste gibt. Auch in Österreich, auch in Wien gibt es um 14 Uhr am Rathausplatz eine Solidaritätskundgebung mit Myanmar. Ich werde dort sein, vielleicht diejenigen von Ihnen, die morgen noch in Wien sind und nicht in die Bundesländer müssen, könnten auch vorbeikommen, sich hier solidarisch zeigen. Die Hauptforderung ist die Anerkennung der vom Komitee der Exilregierung jetzt in der Zwischenzeit eingerichteten Plattform. Und es wird auch hier demnächst mit den Parlamentariern und Parlamentarierinnen des österreichischen Parlaments eine Möglichkeit geben, sich mit diesen auszutauschen. In diesem Sinne hoffe ich auf Unterstützung genau dieser Anliegen und Aktivitäten, die wir hier als Regierungsparteien setzen. Und lade alle herzlich ein, auf Social Media oder eben auch Outdoor morgen dabei zu sein und Solidarität zu bekunden. Vielen Dank. Österreich habe die Verpflichtung, Myanmar zu helfen, betont Eva Ernst Schiedschitsch von den Grünen. Sie ist außenpolitische Sprecherin ihrer Partei SG um das akute Abwenden eines Bürgerkriegs. Morgen sei internationaler Solidaritätstag, auch in Österreich. Und am Wort ist ja gleich Tfried SPÖ. Der sagt, wenn ruft man zur Hilfe, wenn sich die eigenen Sicherheitskräfte wie ein brutales, kriminelles Kartell benehmen. Ja, wenn ruft man dann zur Hilfe. Es ist die internationale Gemeinschaft, die helfen kann. Die internationale Staatengemeinschaft, die nicht zulassen darf. Dass ihr Gewalt, Undemokratie, Willkür am Ende obsiegt. Und wir gehören, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, zu dieser internationalen Gemeinschaft. Wir Abgeordnete des österreichischen Nationalrats. Und es ist unsere Verpflichtung, unsere zutiefste Verpflichtung ganz klar zum Ausdruck zu bringen, dass wir diesen Putsch, diese Gewalt, diese Verbrechen, diese Willkür niemals, niemals akzeptieren wollen. Wir müssen uns solidarisch zeigen und so gut wir können helfen. Wir müssen wissen, dass mehrere hundert Menschen inzwischen getötet wurden, dass mehr als 2.800 Menschen verhaftet wurden. Menschen, die für die Demokratie und für die Einhaltung der Menschenrechte auf die Straße gegangen sind und protestiert haben. Und auch wenn jetzt 600 wieder freigelassen wurden, ist das keineswegs ein Zeichen von Frieden und keineswegs auch ein Zeichen, dass die Demokratie naht. Es ist so, dass die wahllosen Morde, die Entführungen und Festnahmen weitergehen. Wir fordern, und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, wir fordern das gemeinsam, und jeder schließt sich dieser Forderung an, die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen. Ein unverzügliches Ende des Ausnahmezustands. Eine Rückkehr zu den demokratisch legitimierten Institutionen. Das Wahlergebnis vom November 2020 muss anerkannt werden. Und die wirkliche Regierungschefin muss und soll in ihr Amt zurück dürfen, geschätzte Damen und Herren. Die Anerkennung dieses Wahlergebnisses ist die Grundlage für das Zusammentreten eines neu gewählten Parlaments und die Rückkehr zum demokratischen Staat. Die Bürgerinnen und Bürger in Miramar wünschen sich nichts ähnliches als ein Leben in Freiheit, in Sicherheit. Ich hoffe, dass heute wirklich alle Fraktionen dieses Hauses ein Zeichen der Unterstützung für diese Menschen setzen werden. Herzlichen Dank. Betont Jörg Leichtfried von der SPÖ erst, Stellvertreter der Club-Vorsitzenden in seinem Parlaments-Club und außenpolitische Sprecher. Der Neos setzt fort, Helmut Brandstetter. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ja, ich verstehe die Emotionen der Petra Bayer und werde auch, Kollegin Ernst Tschitschitsch, am Samstag wie das letzte Mal zu dieser Demonstration gehen, weil wir schon ein klares Zeichen setzen müssen für die Menschen in Myanmar. Und manchmal glaube ich, wir könnten schon noch ein bisschen eindeutiger sein. Wir haben den Entschließungsantrag im Ausschuss schon zugestimmt, aber wir haben gedacht, wenn wir nur einen Minister ersuchen, ist das ein bisschen wenig. Wenn wir nur den Coup verurteilen, dann selbstverständlich verurteilen wir den Coup. Wir hätten schon ein bisschen mehr machen können. Etwa nicht anerkennen dieser Regierung. Und da hat natürlich am Montag die EU genau das getan und wir sind ein bisschen später gekommen. Also glaube ich manchmal, wir könnten ein bisschen deutlicher sein in der Unterstützung der Menschenrechte und in der Unterstützung von unterdrückten Menschen. Und ich habe... Dankeschön. Und wenn die Kollegin Petra Bayer das Buch noch nicht hat, dann würde ich es ihr schenken. Es ist nämlich ein ganz neues Buch, The Hidden History of Burma, dass das eine blutige Geschichte ist. Das wissen wir, hat natürlich auch viel mit Kolonialismus zu tun. Und geschrieben hat das interessanterweise, die Älteren unter Ihnen erinnern sich an den Vorgänger von Herrn Waldheim als UNO-Generalsekretär, der Herr Isito Utant, und sein Enkel hat dieses Buch geschrieben, er war selbst ein Diplomat, er ist ein Historiker. Und er hat sehr interessant darüber geschrieben, nämlich das, was schon angesprochen wurde, dass es inzwischen auch Demokratie gegeben hat. Und er sagt, das war sogar so etwas wie das Vorzeigeprojekt für den Westen. Und aber kurz davor konnte es sich noch niemand vorstellen. Also Militärdiktatur, ganz schwierig. Und trotzdem, niemand hat sich gedacht, dass sich daran etwas ändern würde, dass Burma für immer unter Militärherrschaft bleiben würde. Und dann haben sich die Dinge doch geändert. Politische Gefangene wurden entlassen, Medien- und Internetzensur aufgehoben. Das war fast ein Wunder für uns. Aber es zeigt, der Einsatz ist richtig, der Einsatz kann auch etwas bewirken, wenn man das diesem Regime nur sehr deutlich ausrichtet. Und es ist schon gesagt worden, die Art und Weise, wie die Menschen dort eben nicht nur unterdrückt werden, sondern erschossen werden. Dieser Tant Mint U, also der Autor dieses Buches, ist auch auf Internet zu verfolgen. Und er schreibt jeden Tag, was in seiner Heimat los ist. Und dass einfach wirklich auf Menschen geschossen wird, auf Kinder geschossen wird, die auf der Straße sind. Das ist der Zustand in diesem Land. Aber ich möchte vielleicht noch etwas sagen, weil ich wirklich glaube, dass wir hier im Parlament deutlicher auftreten müssen. Wir haben etwa, was China betrifft, gesagt, wir fordern harte Maßnahmen, weil die Situation, Kollege Lobatka hat natürlich die Situation der Uguren völlig richtig angesprochen. Und auch da haben wir gesagt, wir sollten uns deutlicher äußern. Und kurz darauf ist das auch bei der EU ein Thema gewesen. Und auch die EU hat etwas später dann sehr deutlich gesagt, vorerst gibt es dieses Investitionsabkommen nicht. Und auch die EU hat deutlich die Vorfälle in der EU verurteilt. Deswegen mein Appell, sind wir klarer, sind wir deutlicher und stehen, wenn all diesen Fragen, auch wenn wir vielleicht da und dort sagen, das heißt das für uns wirtschaftlich, stehen wir zu den unterdrückten Menschen und stehen wir für die Menschenrechte. Danke. Ein Appell von Helmut Brandstetter von dem NEOS, er ist außenpolitischer, Sprecher seiner Partei deutlichere Worte des Nationalrats, wünscht er sich. Der Außenminister ist an Bord. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich kann mich nicht sehr kurz halten, weil ich glaube, ich kann eigentlich jedes Wort von dem, was bis jetzt gesagt wurde, unterstreichen und dem zustimmen, was wir hier in Myanmar erleben in den letzten Wochen, ist nichts anderes als ein Wahnsinnstrip der Militär runter zurück in die Vergangenheit. Und dieser Wahnsinnstrip darf Ihnen einfach nicht gelingen. Die demokratischen Wahlen und die Ergebnisse, die sehr, sehr deutlich waren, und es wurde auch gesagt, Wahlbeobachter haben gesagt, sie waren grosso modo frei und fair, die dürfen nicht einfach weggewischt werden. Und ich stimme da ganz überein mit dem, was auch Herr Abgeordneter Lopatka gesagt hat, wir dürfen das nicht vergessen. Diese Pandemie ist auch eine Menschenrechtskrise, ist auch eine humanitäre Krise. Wir dürfen nicht den Nabelschaufel fallen. Wir müssen über den Tellerrand schauen, wie auch die Frau Abgeordnete gesagt hat. Und daher ist, glaube ich, es ist sehr gut, dass wir als Österreich, aber auch als Europäische Union sehr klar und schnell Position bezogen haben. Wir haben Sanktionen verhängt gegen elf hochrangige Militärs. Wir haben die Entwicklungshilfe auf Eis gelegt. Aber wir beschränken uns nicht nur auf bilaterale Reaktionen oder auf europäische Reaktionen, sondern wir machen es auch multilateral in internationalen Organisationen zum Thema. Zum Beispiel Sondersitzungen im Menschenrechtsrat auf europäische Initiative, was wir stark unterstützt haben. Wir sprechen uns hier eng auch mit den amerikanischen Freunden und mit den ASEAN-Partnern ab. Es braucht eine internationale Druckkulisse. Die Junta muss merken, dass es hier kein Entkommen gibt und dass sie am Pranger stehen, international. Und dieser Protest, diese Druckkulisse muss auch weitergehen. Es wurde auch zu Recht gesagt, Myanmar, die Demokratie ist sozusagen im Ruckzuck begriffen, weltweit gesehen. Myanmar war einer der wenigen Fälle, wo es gesagt hat, Hartnäckigkeit und Beständigkeit von unserer Seite bewirken etwas. Jetzt müssen wir eben noch hartnäckiger sein. Wir dürfen nicht zurückfallen. Es muss zeigen, dass auch Rückfälle können geschehen, aber sie können nie und nimmer Erfolg haben. Also dieser schwierige Transitionsprozess, den wir in Myanmar gesehen haben. Und wir wissen alle, es war nicht perfekt. Stichwort Umgang mit Minderheiten in diesem Land. Da hatten sie noch eine weite Bewegung und Entwicklungsstrecke vor sich. Aber dieser Transitionsprozess verdient es, dass wir ihn unterstützen und dass er weitergeht. Danke sehr. Es braucht eine internationale Druckkulisse gegen Myanmar und der Außenminister Alexander Schallenberg von der ÖVP. Und der vorerst letzte gemeldete Redner ist Nico Machetti. Es ist schon viel jetzt über die Situation auch gesagt worden. Und ich glaube, Myanmar ist nicht nur am Weg, sondern quasi auf der Autobahn Richtung Feldstate. Und ich glaube, das ist eine unglaublich bedenkliche Situation. Es sind auch ganz viele Studierende dort auf der Straße, wurden auch inhaftiert. Einige wurden Gott sei Dank jetzt auch wieder freigelassen. Aber wir dürfen diese Situation auf keinen Fall zur Kenntnis nehmen. Und wir müssen aber den Zusammenhang auch noch sehen. Wie es der Minister schon gesagt hat, es ist nicht nur Myanmar. Es ist ein Muster an demokratischen Problemen und Auflösungserscheinungen, die diese Corona-Krise mit sich gebracht hat. Und wenn man zum Beispiel, wie es angesprochen wurde von der Kollegin Bayer, wenn man in Myanmar flüchtet, über die Grenze nach Thailand, landet man von der einen Militärdiktatur in der anderen Militärdiktatur. Und dieses Modell einer Militärdiktatur darf nicht Schule machen. Es geht auch um Myanmar. Es geht aber nicht nur um Myanmar bei dieser ganzen Frage. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch als Parlament, als der Ort, wo Demokratie gelebt wird, unsere Stimme erheben und eine Meinung dazu haben und sagen, wir wollen das so nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den wir nicht unterschätzen dürfen. Und ich glaube auch, dass wir als Parlament, um genau dieses Signal zu senden, dass Demokratie lebendig ist, dass Demokratie wichtig ist und dass sie auch krisenfest ist, dass wir bei diesem internationalen Konflikt her hinschauen und als Parlament, nicht nur als Regierung, nicht als internationale Organisation, sondern als Parlament sagen, nein, so geht es nicht und das wollen wir so nicht. Und ich glaube, es ist mir auch ganz wichtig, wenn wir auch unsere Demokratie und unsere Parlamente ein bisschen anschauen, dass wir im Moment auch Vergleiche anstellen, Richtung Diktatur, wo mir zumindest manchmal die Ganselhaut kommt. Man kann, und das hat die deutsche Kanzlerin ja gesagt, von einer Zumutung für die Demokratie auch in unseren Breitengraden durchaus sprechen. Aber ich bin Gott sei Dank und ich glaube hoffentlich ganz viel in diesem Raum der Überzeugung, dass wir meilenweit und ganz weit davon entfernt sind, von einer Auflösung der Demokratie oder gar einer Diktatur zu sprechen. Und ich glaube, es ist in der Politik immer populär, mit Superlativen auch zu bedienen. Aber ich glaube, wir sollten wirklich aufpassen, gerade wenn wir auf die Situation in Myanmar schauen, wann wir hier auch in diesem Haus von einer Diktatur reden und wem wir da was unterstellen. Weil ich glaube, wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir nicht in solchen Failed States und Diktaturen leben und dass wir davon weit entfernt sind. Das ist mir ganz wichtig und danke auch, dass wir hier überparteilich und auch mit der Bundesregierung gemeinsam uns auf eine Stellungnahme auch verständigen konnten. Weil ich glaube, umso unumstrittene Dinge auch sind, umso stärker ist auch das Signal. Und ich glaube, stark genug kann das Signal Richtung Myanmar gar nicht sein. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen und ist seitens der Berichterstattung ein Schlusswort gewünscht. Das ist nicht der Fall. Ich verlege wie vereinbart die Abstimmungen an den Schluss der Verhandlungen über die Vorlagen des Außenpolitischen Ausschusses und fahre in der Erledigung der Tagesordnung fort. Und wir gelangen zum 7. Vermühen wir jetzt nach Russland. Nach der Vorurteilung des russischen Oppositionsaktivisten Alexei Nawalny zu dreieinhalb Jahren Haft fordern ÖVP und Grüne in einem Antrag von Außenminister Alexander Schallenberg. Auch weiterhin auf bilateraler Ebene im Rahmen der Europäischen Union und im Rahmen anderer geeigneter internationaler Treffen darauf zu bestehen, dass auch in Russland Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Grundfreiheiten respektiert werden. Mit kahl geschorenem Kopf ist der Kreml-Gegner Alexei Nawalny in den sozialen Medien zu sehen. Er befindet sich 100 Kilometer entfernt von Moskau in einer Anstalt, die Nawalny selbst Konzentrationslager nennt, aufgrund der Baracken-ähnlichen Gebäude. Und er sagt, wenn er seine Mitgefangenen betrachtet, mit denen er nicht reden darf, es sind an die 800, dass er sich nicht wundert, wenn es Berichte gibt, dass bis vor kurzem diese Menschen halbtot geschlagen worden sind. Nawalny ist nicht inhaftiert, weil er ein Verbrecher ist. Ja, aus der Sicht des russischen Präsidenten hat er ein Verbrechen begangen. Er hat sich nicht untergeordnet. Er war renident. Ich war mit Kollegen Wahlbeobachter bei den letzten Präsidentenwahlen, wo Nawalny nicht antreten durfte. Aber Putin hat es zugelassen, dass Mitarbeiter von Nawalny als Wahlbeobachter für andere Kandidaten unterwegs waren. Und da merkte man, warum Putin so vorgeht, weil Nawalny entsprechendes Charisma hat und vor allem junge, engagierte russische Frauen und junge russische Männer in Bewegung gesetzt hat für mehr Demokratie und für mehr Freiheit. Er selbst ist momentan in keinem guten Zustand, das sagen seine Vertreter. Aber stellen Sie sich vor, Stunde für Stunde in der Nacht steht jemand vor Ihrem Bett und sagt zwei Uhr, Herr Reinhold Lobatka, eine Stunde später, drei Uhr, Herr Reinhold Lobatka. Und gesagt wird, es besteht Fluchtgefahr und daher ist es rund um die Uhr, Nawalny zu überwachen. Permanenter Schlafentzug, meine Damen und Herren, das ist für mich Folter, was hier gemacht wird mit Alexi Nawalny. Und er ist nur einer von vielen, denen es so geht. Nur sein Beispiel ist besonders drastisch. Und ich habe gerade mit Kollegen vorher gesprochen, ob das noch Mut ist, wenn man einen Giftanschlag überlebt, wenn man eigentlich weiß, was einem im wahrsten Sinn des Wortes blüht, wenn man zurückkehrt, dass man trotzdem zurückkommt. Aber wahrscheinlich braucht die Geschichte solcher Menschen, damit es eine Weiterentwicklung gibt für mehr Demokratie, für mehr Freiheit. Und ich möchte gar nicht länger werden, weil ich glaube, uns allen ist bekannt, dass Russland hier leider weit weg ist von einer freien und offenen Gesellschaft. Daher, um es auf den Punkt zu bringen, die Botschaft von unserem Parlament, Herr Präsident Wladimir Putin, lassen Sie Alexi Nawalny frei und zwar unverzüglich. Die Geschichte brauche solche Menschen, damit sich ein Land weiterentwickelt, betont Reinhard Lopatka von der ÖVP. Nawalny werde, sei nicht inhaftiert, weil er ein Verbrecher sei. Er werde in Haft durch Schlaf im Zug psychisch gefoltert. Und er sei nur einer von vielen in Russland. Am Wort ist Harald Bruch von der SPÖ. Seine Grundrechte, auf seine Bürgerrechte. Natürlich hat Alexei Nawalny ein Recht auf Sicherheit. Ein Recht auf die Aufklärung des Giftanschlages, dieses Mordanschlages. Und Alexei Nawalny hat ein Recht auf ein faires Verfahren innerhalb einer unabhängigen Justiz. Ich möchte aber trotzdem hier sagen, Alexei Nawalny sollte nicht zu einem Helden von Freiheit und Demokratie hochstilisiert werden. Und er ist für mich auch kein Säulenheiliger. Und mir geht es in Beirussland natürlich nicht nur um Alexei Nawalny, sondern um viele Tausende, hat mein Vorredner Kollege Lopatka ja auch bezohnt, die mitunter Vergessener, Schlimmer behandelt wurden als Nawalny. Und daher möchte ich auch ein differenzierteres Bild hier zeichnen von Alexei Nawalny. Und allein schon im außenpolitischen Bereich, im Konflikt zwischen Russland und Georgien, war die Position von Alexei Nawalny, na, die russische Armee soll Tbilisi besetzen. Die russische Armee soll bis Tbilisi marschieren. Ich glaube, das kommt in Europa und das sollte hier auch in dieser Runde nicht besonders gut ankommen. Putin ist nicht, und ich bin nicht der Pressesprecher und kein Verteidiger Putins, aber Putin ist nicht bis Tbilisi, Nawalny würde Tbilisi sagen und nicht Tbilisi, weil er auch kein großer Freund von Minderheiten ist. Es gibt den Ausdruck im russischen Vieh, Minderheiten seien Vieh. Nawalny sieht die Mittelasiaten, sehr, sehr kritisch. Er will sie nicht in Moskau haben. Man soll auch das nicht vergessen, wenn wir von Europa, von europäischen Werten und wenn wir von Menschenrechten sprechen. Die gelten auch für Herrn Nawalny als Politiker. Nichtsdestotrotz verdient Herr Alexei Nawalny seine Bürgerrechte, ein faires Verfahren, eine Aufklärung des Mordanschlages auf ihn. Und er sollte Teil natürlich einer Demokratie in Russland sein, die es in der Form allerdings, in der Form, wie sie sie schätzen und gewöhnt sind und auch ihr Verteidigen es nicht gibt. Zu seinem Nationalismus steht er. Das hat er auch in einem Interview mit den Guardian 2017, kann man nachlesen, in einem Interview 2020 mit dem Spiegel betont, dass er zu seinen früheren Positionen des extremen Nationalismus steht. Und auch die Krim sieht er eher bei Russland als bei der Ukraine oder sonst wo. Das möchte ich hier nur sagen. Meine Gedanken sind bei den vielen, vielen Menschen in Russland, die von der Justiz schlecht behandelt werden, für die es nicht die Menschenrechte gibt. Meine Gedanken und meine Solidarität ist auch bei jenen schwulen und lesbischen Russen und Russinnen, die auch kein leichtes Leben derzeit in der gesellschaftlichen Stimmung in Russland haben. Trotzdem wird die SPÖ diesem sehr, sehr Nawalny-lastigen Antrag für Menschen- und Bürgerrechte zustimmen, weil genau die SPÖ zu diesen Menschen- und Bürgerrechten steht und in Russland es tatsächlich Handlungsbedarf gibt. Danke. Nawalny verdiene seine Bürgerrechte, aber viele andere in Russland würden von der russischen Justiz im Verborgenen schlimmer behandelt. Oder ist Nawalny, der selber ist Nationalist, Rechte von Minderheiten ablehne, nicht hochhalte, pardon. Martin Graf von der FPÖ ist am Wort. Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, wir haben im Ausschuss erlebt, dass viele Anträge gestellt wurden, so unter anderem auch von der Freiheitlichen Partei, die breiter aufgestellt gewesen sind als diese Anträge, die derzeit zur Abstimmung kommen, ob das Myanmar ist oder auch Nawalny und dann kommt ja das eine oder andere auch noch dazu. Wir wollten auch einen umfassendenen Antrag und haben wir auch eingebracht, der wurde vertagt mit der Zusicherung, dass es wie immer vielleicht zu einem gemeinsamen Antrag kommt, wenn es darum geht, politisch verfolgte, zumeist oppositionelle Politiker, aber nicht nur oppositionelle Politiker, aber auch überhaupt Menschen in verschiedensten Ländern dieses Erdbeiles entsprechend auch zu unterstützen oder Hilfestellungen zu leisten. Wir blicken, wir leben in einer Zeit, wo es einen Hype gibt. Menschen und Einzelpersonen werden oft in den Vordergrund gestellt, obwohl es viele Dutzende gibt, denen es mindestens ebenso ergeht, an die gar nicht gedacht wird sehr oft. Es gab einige Initiativen auch von Oppositionsabgeordneten der NEOS oder auch von uns oder auch der SPÖ, die werden in der Regel dann vertagt. Der umfassende Einsatz für die Menschenrechte und auch für Politiker, die an Leiblebenvermögen bedroht sind und Ähnliches ist, glaube ich, für uns selbstverständlich. Dass gerade Nawalny, und mein Vorredner hat es gesagt, hier so hoch gehoben wird, verstehe ich in dem Zusammenhang auch nicht gerade. Ich glaube, dass es wesentlich zwingendere Personen gäbe oder Menschengruppen gäbe in Europa, aber auch außerhalb Europas, wo man Initiativen schon längst unternehmen hätte sollen. Beim Nawalny bin ich mir nämlich nicht sicher, ob er wirklich für die Demokratie kämpft oder bloß um die Macht. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Und im Prinzip ist es ja auch schwierig, generell hier einen Schulterschluss international zu ziehen, weil es ja keine allgemeingültige Formel oder Definition für Politjustiz oder politische Verfolgung gibt. Jedes Land definiert das anders. Es gibt einen Arbeitsausschuss in der Parlamentarischen Versammlung im Europarat, der beschäftigt sich seit 40 Jahren mit einer Definition über Politjustiz und geht nichts weiter. Ein schwedischer Abgeordneter, der 30 Jahre dort Mitglied war, hat einmal gesagt, dass er weiß es auch nicht bei seiner Abschiedsrede, was Politjustiz am Ende ist. Aber er hat Erfahrungswerte und seiner Erfahrung nach ist Politjustiz immer dann anzunehmen, wenn oppositionelle Politiker wegen allem mit dem Strafrecht verfolgt werden oder auch mit dem Zivilrecht nur nicht um politische Delikte es sich handelt. Das sind meistens Steuerdelikte, Betrug, Untreue und vieles andere mehr. Wir erleben das in kleinen Ansätzen auch in Österreich. Wir brauchen nicht weit blicken, auch in der Europäischen Union gibt es politische Verfolgung, wo wir kaum etwas unternehmen. Ich nehme nur den EU-Abgeordneten Pugimont her für die Unabhängigkeitbewegung in Katalanien. Kann nicht einmal sein Land mehr einreisen. Wir sehen da zu. Wir haben viel Handlungsbedarf hier, noch wesentlich aktiver und tätiger zu werden. Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir nicht auf Einzelpersonen alleine das immer abstellen, sondern wenn wir eine gemeinsame Initiative auch hier mittragen und dem Herrn Bundesminister, aber auch der gesamten Bundesregierung mitzugeben, eine umfassende Initiative, wenn es darum geht, nicht nur Menschenrechte einzufordern und umzusetzen, sondern auch, wenn es darum geht, Oppositionspolitiker zumindest einmal aus der Haft zu befreien, das ist ja das Allermindeste, aber ihnen auch ein bürgerliches Leben zu ermöglichen, weil das gehört dann in der weiteren Folge auch dazu. In dem Sinne werden wir diesen Anträgen, die jetzt gestellt sind, durchaus zustimmen, wenn wir auch der Meinung sind, dass sie ein bisschen wenig weitreichend genug sind. Danke. Auch in der Europäischen Union gäbe es politische Verfolgung, meint Martin Graf von der FPÖ. Der Außenminister ist am Wort, Alexander Schallenberg. Wie weit sind wir gekommen? Ich kann mich noch erinnern, in den Nullerjahren gab es die Vision einer Modernisierungspartnerschaft Europa-Russland. Es gab die Idee oder die Hoffnung, dass sich Russland langsam unseren Werten und Standards annähert. Ich glaube, wir sollten diese Hoffnung nicht gänzlich fahren lassen, aber mein Gott, wie sehr sind wir nicht zurückgefallen. Und ja, Herr Abgeordneter Troch, ich gebe Ihnen ganz recht, Nawalny ist sicher kein Säulenheiliger, aber er ist einfach der jüngste Akt in einer langen Kette. Stichworte, Attentatsversuch, Verhaftung bei der Rückkehr und jetzt Verurteilung. Und die Liste geht ja leider Gottes schon sehr viel weiter zurück. Ich brauche nur erinnern, Besetzung der Krim, kriegerische Auseinandersetzung der Ostukraine, Chemiewaffenangriffe an mehr als einem Ort in Europa, Cyberangriffe an mehr als einem Ort in Europa. Jedes Mal hat die Europäische Union notgedrungen mit Sanktionen reagieren müssen und jetzt ist Russland in die zweifelhafte Erde gekommen, der erste Anwendungsfall des neuen Menschenrechts Sanktionsregimes zu werden. Na, wollten wir das? Na, sicher nicht von der europäischen Seite aus. Aber wir sehen uns, denn wir haben sicher kein Interesse, dass die Beziehungen Europa-Russland endgültig Schiffbruch erleiden. Wir können aber auch einfach nicht als Wertegemeinschaft zur Tagesordnung übergehen, wenn Grundwerte mit den Füßen getreten werden, zu denen sich ja Russland im Europarat selber verpflichtet hat. Und ich glaube, es ist schon auch unsere Aufgabe, wenn man so will, auch als Partner, sie immer wieder an internationale Verpflichtungen zu erinnern. Vergessen wir nicht, Russland ist Teil der europäischen Geschichte. Ich muss da zurückgehen, Wiener Kongress, Z. Alexander, sie sind Teil unserer Geschichte. Und wir haben kein Interesse, dass sich die Russen endgültig abnabeln, einigeln, die Zugbrücke hochziehen. Das wollen wir nicht. Aber genau dafür, glaube ich, müssen wir manchmal Kante zeigen, wo es absolut notwendig ist, ohne darauf zu vergessen, dass wir immer auch die Dialogschienen offen halten. Und genau dafür steht diese Bundesregierung. Danke. Europa habe kein Interesse, dass die Beziehungen zu Russland endgültig Schiffbruch erleiden würden. Russland verpflichte sich zu Grundwerten im Europarat zum Beispiel. Man müsse das Land an diese Werte erinnern, betont der Außenminister Alexander Schallenberg, ÖVP Eva-Ernst Tschetschitsch. Die Grünen sind am Wort. ...eine Meinung sein, um seine Freiheit zu verteidigen und sich für seine Freilassung einzulassen. Diese Relativierung vom Kollegen Troch kann ich überhaupt nicht verstehen. Und Kollege Graf, nein, es gibt keine Straflager auf europäischem Boden. Das ist der gravierende Unterschied. Und ja, das stimmt, das haben wir heute schon gehört. Die Autokratien nutzen die Pandemie. Die Demokratien werden immer weniger, werden immer mehr zurückgedrängt. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt auf europäischer Ebene diesen Sanktionsmechanismus haben bei Menschenrechtsverletzungen. Deswegen bin ich froh, dass wir hier auch ganz klar Position beziehen und auch in den europäischen und internationalen Gremien Österreichs Position diesbezüglich klar machen. In diesem Sinne, Nawalny freilassen, egal ob wir seiner Meinung sind oder nicht, ist es unsere Verpflichtung, demokratische Grundrechte hochzuhalten. Betont die außenpolitische Sprecherin der Grünen Eva-Ernst Tschetschitsch. Man müsse nicht mit Nawalny einer Meinung sein, um seine Freilassung zu fordern. Das dürfte sich sehr gut ausgehen. Bitte schön. Helmut Brandstetter, NEOS hat das Schlusswort. Herr Bundesminister, werde ich das kurz machen. Ich glaube, es geht auch ums Tun. Und das, was Angela Merkel gemacht hat, war natürlich großartig und war wichtig. Und ich glaube, wir müssen dankbar dafür sein, weil das, was Nawalny gemacht hat, war auch sehr wichtig. Jetzt kann man über seine politische Einstellung im Detail diskutieren. Aber er ist ein großer Aufklärer. Er ist jemand, der aufgezeigt hat, wie sie Millionen und Milliarden gestohlen haben und in großartigen Häusern und Wien und anderes angelegt haben. In demsoe muss man schon für Nawalny sein. Und was verlangt der Antrag? Er verlangt wieder ein bisschen wenig, nicht? Er sucht nur, weiterhin für Rechtsstaatlichkeit einzutreten. Ja, eh. Aber ich glaube, wir müssen sehr deutlich sein. Und gerade gegenüber Russland, und natürlich haben Sie recht, das ist sehr schwierig, weil Russland eben keine demokratische Tradition hat. Aber wenn man das Buch von Mascha Gessen liest, und das ist ganz hervorragend, weil da geht es darum, dass es sehr wohl nach 2011 Demokratiebewegungen gegeben hat, bürgerrechte Bürgerbewegungen gegeben hat und diese Bürgerbewegungen schon was zusammengebracht haben. Aber dann ist etwa Boris Nemtsov erschossen worden, seine Tochter kommt hier vor und sie spricht auch sehr deutliche Worte. In diesem Sinn glaube ich schon, dass wir sagen müssen, wir müssen mit Russland reden, Russland gehört zu Europa, aber wir müssen den Russen noch viel deutlicher klar machen, dass das System Putin, das er aufgebaut hat und das er mit seinen Oligarchen verwaltet, dass das nicht das System ist, das wir akzeptieren können. Aber ich möchte schon, danke schön, ich möchte aber schon die Gelegenheit auch nützen, ganz aktuell etwas zu sagen, weil ich orte eine massive Neurosität in der ÖVP und da gibt es Leute, die sind dagegen, dass wir als Opposition aufklären. Der Ibiza-Ausschuss, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist dafür da, Skandale aufzuklären und es gibt riesige Skandale. Und selbstverständlich trifft man Informanten, die einem Information geben, deswegen heißen sie ja auch Informanten. Aber die Nervosität ist ganz groß geworden, da komme ich wieder auf Moskau, als der Herr Präsident Sobotka und der Herr Marsalek, das ist der Wirecard-Betrüger, der mutmaßliche, die waren 2017 miteinander in Moskau. Was haben Sie besprochen? Wir wissen es nicht, wir werden das im Ausschuss fragen. Und weil wir das alles fragen wollen, müssen diejenigen, die sowas fragen, heruntergemacht werden. Und es hat leider System. Ich bin der Frau Justizministerin Alma Sadic sehr dankbar. Warum? Weil sie sagt, die WKStA lässt sie nicht zerstören. Die WKStA darf nicht zerstört werden, danke Frau Justizministerin. Das, was ich in der Exekutive, in der Polizeiorte, ist problematisch. Da werden bewusst von ÖVP-Beamten Sachen rausgespielt. Wozu führt das? Dass das Vertrauen in die Polizei geringer wird und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Und noch etwas sage ich. Der Druck, der auf Journalistinnen und Journalisten in diesem Land ausgeübt wird. Wissen Sie, wo wir schon sind? Wir sind schon in Hedje Shalom. Ja? Das ist der Weg nach Budapest. Von Hedje Shalom kommt dann Moshan Mardodjah. Und dann ist man bei dem Budapest. Und dort wollen wir nicht hin. Und wir werden Sie daran hindern, dass wir nach Budapest fahren. Wir sind für die Freiheit der Journalistinnen und Journalisten in dem Land. Ich weiß, dass Sie jeden Tag Anrufe bekommen. Der Bundeskanzler hat nichts anderes zu tun, als jeden Tag die Journalisten anzurufen. Bitte schreibst das, nicht schreibst das. Der Druck ist enorm. Und wir stellen uns vor Sie. Wir lassen das nicht zu. Und jetzt merke ich, wie nervös Sie sind. Oh, wie nervös sind Sie. Ja, was ist denn passiert? Ja, was ist denn passiert? Wir wollen wissen, was in Moskau los war. Wir wollen wissen, was auf Ibiza besprochen wurde. Wir wollen wissen, wer finanziert wurde. Das werden wir alles wissen. Und ich sage Ihnen, so wahr ich hier stehe, wir werden uns nicht daran hindern lassen. Und die wichtigste Botschaft, die ich Ihnen heute mitgebe... Ich muss Sie leider unterbrechen. Es ist 15 Uhr. Nein, Sie sind 15 Uhr. Es tut mir leid, Herr Abgeordneter. Es ist 15. Hallo. Sie können nicht dann wieder weiterreden. Ihre Redezeit wird nicht geschmälert. Wir unterbrechen die Sitzung zur Aufruf der dringlichen Anfrage. Und Sie haben dann wieder die Zeit, Ihre Rede fortzusetzen. Ich unterbreche der Tagesordnung, damit die verlangte Behandlung einer dringlichen Anfrage gemäß... Es ist 15 Uhr, wenn auch etwas turbulent. Die dringliche Anfrage der SPÖ an den Finanzminister. Gernot Blümel folgt jetzt betreffend Spahn bei der Impfstoffbeschaffung wie die Bundesregierung leichtfertig mit Leben und Arbeitsplätzen der Menschen in Österreich spielt. Der Finanzminister hat auch schon Platz genommen. Zehn Fragen hat die SPÖ formuliert. Und der Antragsteller, der ist auch gleich am Wort, Jörg Leichtfried von der SPÖ. Herr Präsident, vielen Dank. Dieser Anfrage, Herr Präsident, liegt der dringende Vertracht zugrunde, dass es ein Dokument gibt aus dem Unterausschuss des Rechnungshofes, das gesetzwidrig manipuliert wurde. Es handelt sich hier um ein Dokument, das klassifiziert ist, somit vertraulich ist. Und wir sehen in dem Dokument ganz klar, dass dieser Anfrage zugrunde liegt, dass der Kopierschutz von einer Partei herausgenommen wurde. Herr Präsident, es ist ein Skandal, dass hier offenbar aus einem SPÖ-Parlamentsklub, weil dort wurde es zum ersten Mal auf der Internetplattform der SPÖ veröffentlicht, hier ein Dokument, ein klassifiziertes Dokument manipuliert wurde und nun als Grundlage für den dringlichen Antrag verwendet wird. Herr Präsident, ich ersuche Sie, dass Sie dieses Dokument überprüfen lassen, durch die EDV-Experten der Parlamentsdirektion in der Präsidiale besprechen und sanktionieren nach der Geschäftsordnung. Vielen Dank. Der erste Präsident muss sich mit den Juristen beraten, was den Wolfgang Gerstl von der ÖVP jetzt eigentlich formuliert hat. Es war eine Meldung zur Geschäftsordnung und Herr Leichtfried will auch eine solche abgeben. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich mache jetzt die Wortmeldung von hier und gehe dann rüber, um die Anfrage einzubringen. Ich möchte nur klarstellen, ich weiß jetzt nicht, was eine Internetplattform der SPÖ ist. Das wird der Kollege Gerstl vielleicht noch erklären, kann aber klarstellen, dass die SPÖ selbstverständlich nichts Illegales gemacht hat und wenn es einen Skandal bei diesem Papier gibt, dann ist es der Inhalt, Herr Präsident. Dankeschön. Gibt es noch eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung? Dann dürfen Sie mit der Wortmeldung bitten. Sie können das auch... Herr Leichtfried von der SPÖ ist jetzt auch als Redner am Wort. Die Herren Bundesminister, ich möchte jetzt nach diesem eigenartigen Auftritt vom Kollegen Gerstl in die Realität kommen und jetzt werden Sie nicht schon am Anfang nervös. Sie kriegen noch genug Zeit und genug Gelegenheit, nervös zu werden, geschätzte Damen und Herren von der ÖVP. Ich möchte mit einem Artikel des Deutschen Spiegels beginnen, von heute. Sie schreiben, es hätte, es geht um den Gipfel, den es jetzt gegeben hat, und Sie schreiben, es hätte also so etwas wie ein Gipfel der Harmonie werden können, wäre da nicht Österreichs Kanzler Sebastian Kurz gewesen. Er hatte sich vor vergangene Woche gemeinsam mit den Regierungschefs von Bulgarien, Kroatien, Slowenien, Tschechien und Lettland per Brief bei von der Leyen und Michel über die angebliche unfaire Verteilung von Impfstoffen in der EU beklagt und Änderungen verlangt. Und jetzt passen Sie genau auf, was der Spiegel weiterschreibt, weil das ist nämlich wichtig für unsere Debatte. Hintergrund ist, dass Österreich und andere Länder entschieden hatten, die ihnen nach Bevölkerungsgröße zustehenden Impfstoffkontingente nicht auszuschöpfen. Die übrig gebliebenen Mengen haben andere Länder gekauft, darunter Deutschland. So weit, so klar und so weit, so bekannt. Kurz fordert darauf einen Korrekturmechanismus und stieß damit in anderen Hauptstädten auf teils empörte Ablehnung, auch in Berlin. Es gebe nichts zu korrigieren, sagt ein Ranghofer Beamter der Bundesregierung, also der deutschen Bundesregierung in diesem Fall. Österreich habe mehrere Wochen Zeit für seine Kaufentscheidung gehabt. Es ist nicht einzusehen, warum andere Länder jetzt Impfstoffe an Wien abtreten sollten. Geschätzte Damen und Herren, das wird über uns geschrieben in Deutschland und wahrscheinlich anderswo auch. Und das haben wir dem Bundeskanzler und das haben wir dieser Regierung zu verdanken. Und wir haben dieser Regierung vor allem noch was zu verdanken. Und das ist meines Erachtens das Wesentliche, dass wir in Österreich jetzt viel zu wenig Impfstoffe haben. Dass es so viele Menschen gibt, die gern geimpft werden würden und dass sie nicht geimpft werden. Dass nicht einmal alle über 80-Jährigen jetzt geimpft worden sind. Und das ist die Verantwortung dieser Bundesregierung. Das ist die Situation, in der wir jetzt stehen, geschätzte Damen und Herren. Und seit Wochen wird jetzt die Verantwortung hin und her geschoben. Einmal war es am Anfang, was der Gesundheitsminister, der daran schuld ist. Dann ging das in Richtung Finanzminister. Der Bundeskanzler hat es zur Chefsache erklärt. Aber das ist ja eigentlich wurscht, wer es dann wirklich zu verantworten hat. Faktum ist, die Bundesregierung ist daran schuld, dass zu wenig Impfstoffe in Österreich da sind. Das Sparen beim Impfen hat dazu geführt, dass die Menschen in Österreich nicht geimpft werden können. Und das haben Sie alle gemeinsam zu verantworten. Und die Folgen werden jeden Tag dramatischer. Während in anderen EU-Ländern geimpft, geimpft, geimpft wird, dieser Slogan vom Impfen, Impfen, Impfen wirklich umgesetzt wird, hinkt Österreich hinten nach. Es war die falsche Kaufentscheidung. Ein viel zu geringes Ankaufsbudget. Keine oder zu späte Nachbestellungen. Gebunkerte Impfdosen und Impfpläne für jedes Bundesland. Am 5. März, am 5. März, geschätzte Damen und Herren, hat sich der Bundeskanzler trotzdem dazu verstiegen, zu versprechen, zu versprechen, jeder über 65-Jährige wird noch im April seine Impfung erhalten. Es ist in Abortag, April, geschätzte Damen und Herren. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Keine 65-Jährigen sind geimpft. So viel zu den Versprechen des Herrn Bundeskanzlers. Es ist wieder einmal die Ankündigungs- und Showpolitik auf die Härte der Realität getroffen. Das passiert ja öfters. Und Impfen ist Chefsache geworden, geschätzte Damen und Herren. War das Show? Diese Show hat am 27. Dezember begonnen. Können Sie sich erinnern, am 27. Dezember ist das Impfen in Österreich losgegangen. Sondersendungen des Fernsehens haben übertragen, wie der Bundeskanzler und einige Minister relativ hilflos daneben stehen, wenn Menschen geimpft werden und beglückt zuschauen. Dieser 27. war ein herrlicher Tag. Da hat das Impfen in Österreich begonnen. Und was war am 28.? Nichts mehr. Was war am 29.? Nichts mehr. Was war die Wochen darauf? Nichts. Es war wieder Show, geschätzte Damen und Herren. Show war es gewesen, auch zu sagen, koste es, was es wolle. Beim Impfen hat nicht koste es, was es wolle geherrscht. Beim Impfen hat Geiz ist geil geherrscht. Das ist das Motto der österreichischen Bundesregierung für die Impfungen. Und die Frage ist jetzt, warum sind wir an diesem Punkt? Was ist da passiert? Wie gesagt, die breite Öffentlichkeit hat am 27. mit dieser Show-Impfung erfahren dürfen, welches Glück über unser Land durch diese Bundesregierung hereinbricht. Aber warum ist es nicht hereingebrochen? Und das ist ja wirklich interessant. Und über das diskutieren wir an sich heute. Und Schuld war eine Kette von Fehlentscheidungen. Und die erste große Fehlentscheidung war, und das war eine unglaubliche Fehlentscheidung, dass im Ministerrat am 29. Juli des Jahres 2020 ein Kostendeckel in der Höhe von 200 Millionen Euro beschlossen wurde. Das ist Faktum. Das kann niemand von Ihnen abstreiten. Das kann niemand abstreiten. Dann lesen Sie einfach die Ministerratsvorträge, geschätzter Kollege. Dann wird sich Ihr Wissen massiv erhellen. Am 15. September 2020 wird diese Kostenobergrenze dieser Deckel im Ministerrat noch einmal bestätigt und vehement vom Bundesminister für Finanzen eingefordert. Ein Monat später, am 15. Oktober, kam dann das Budget in den Nationalrat. Und falls Sie hier gewesen sind, und ich nehme an, Sie waren hier, Kolleginnen und Kollegen von der ÖVP, haben Sie dann für die Covid-Impfungen ein Budget von, wissen Sie es noch, 120 Millionen Euro beschlossen. Das haben Sie beschlossen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Erst am 9. Februar 2021 erkennt offensichtlich jemand aus dieser Regierung, also ein paar Monate später, wo es eh schon spät ist, dass zu wenig Geld beschlossen wurde und dass diese 200 Millionen Euro bei Weitem nicht ausgereicht haben und dass es ein Fehler war, die Beamten mit 200 Millionen Euro nach Brüssel zum Einkaufen zu schicken. Die haben ja nichts anderes tun können. Das wäre ja Amtsmissbrauch gewesen. Und herausgekommen ist am Ende, dass mit diesen 200 Millionen nicht diese Impfstoffe bestellt hätten werden oder haben werden können, die aufgrund unseres Bevölkerungsschlüssels für uns zu bestellen möglich gewesen wären. Und das ist das Problem, das hier aufgetaucht ist. Es war das Budget zu gering, um ausreichend Impfstoffe und die Impfstoffe zu bestellen, die wir und die uns zugestanden sind, die wir bekommen hätten. Das ist das, was hier geschehen ist mit diesem Deckel. Und das war ein unglaublicher Fehler, geschätzte Damen und Herren. Ein wirklich unglaublicher Fehler. Und wenn man diese Impfknauserei in Zahlen vergleicht, wenn man diese Impfknauserei in Zahlen vergleicht, ein Tag Lockdown, ein Tag Lockdown kostet auch ungefähr 200 Millionen Euro. Und das Propagandabudget der Regierung für ein Jahr ist mehr als 200 Millionen Euro, geschätzte Damen und Herren. Das ist Ihre wirkliche Wertigkeit. Jetzt ist die Frage, wer es innerhalb der Regierung schuld. Es gibt Meinungen, die sagen, es wurscht, wer das jetzt wirklich zu verantworten hat. Es ist die Regierung, es liegt in der Hauptverantwortung des Bundeskanzlers. Ich möchte schon diesen Schritt weitergehen und auch hinterfragen, wer hat das wirklich verursacht. Und da gibt es eine ganz interessante Entwicklung, warum Sie, Herr Finanzminister, heute auch Adressat unserer Anfrage sind. Sie haben gesagt am Anfang, wie diese Dinge erstmals diskutiert wurden, es gibt keine Kostenobergrenze. Da haben Sie die Unwahrheit gesagt. Wenn Sie sich noch erinnern können an diese Zeit. War ja schon ein paar Wochen her, Herr Finanzminister. Die nächste Defensivlinie war dann, wie man diese Behauptung nicht mehr aufrechterhalten konnte, na, ist ja nicht so relevant, der Kostendeckel. Ja, was hätten die Beamten tun können in Brüssel, zu sagen, na ja, die haben 200 Millionen beschlossen, aber für uns ist das nicht relevant. Hallo, das ist nicht Rechtsstaat. Das wäre Amtsmissbrauch gewesen. Ganz einfach ist das. Und als sich auch diese Behauptungen in Luft aufgelöst hatten, Herr Blümel, sagen Sie dann, na ja, eigentlich hat das Gesundheitsministerium die Kostenobergrenze von 200 Millionen selbst vorgeschlagen. Das ist auch eine interessante These. Wenn man aber den Ministerratsvortrag und die Genese dieses Ministerratsvortrags verfolgt und die Dokumente sich anschaut, ist vollkommen klar, die Fakten sind, das Gesundheitsministerium wollte mehr als 200 Millionen. Das Finanzministerium wollte höchstens 200 Millionen. Und das hat das Desaster, das wir jetzt erleben, ausgelöst, Herr Blümel. Das ist die Situation, wie sie ist. Mich würde interessieren, Herr Blümel, waren Sie da selbst involviert in diesen Vorgang? Haben Sie den Bundeskanzler informiert über diesen Vorgang? War der Bundeskanzler auch informiert? Wie waren die Diskussionen zwischen dem Gesundheitsminister und Ihnen persönlich? Das wäre auch interessant und könnten Sie heute beantworten. Aber eins ist klar, es waren nicht die Beamten verantwortlich. Und ich sage ganz bewusst, es ist schäbig, wenn man selbst Verantwortung trägt, sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzuputzen, ganz egal, in welcher Position man ist. Was waren die Folgen? Die Folgen waren, dass die zuständigen Beamten natürlich versucht haben, diese 200 Millionen in Bestellungen optimal so umzusetzen, wie sie gedacht haben, dass es am sinnvollsten ist. Es wurde deshalb auf den billigsten Impfstoff AstraZeneca gesetzt. Österreich hat damit auf die zusätzlichen Impfdosen von Moderna, von BioNTech, Pfizer und Johnson & Johnson verzichtet. Man muss sich vorstellen, wenn wir den Rahmen, der uns zur Verfügung gestellt hat, ausgenutzt hätten, hätten wir im zweiten Quartal 750.000 Impfdosen von Johnson & Johnson erhalten können. Es hätten insgesamt mit all den anderen Dosen, die noch gekommen sind, 750.000 Menschen mehr in Österreich im zweiten Quartal geimpft werden können. Dann hätte der Herr Bundeskanzler vielleicht sein Versprechen einhalten können. Aber das hat man wirklich versompert. Das ist es. Das muss man ganz offen dazu sagen. Applaus Aber wenn wir schon bei Verantwortung sind, seit wann ist Impfen Chefsache? Seit Dezember, wenn ich das richtig den Medien entnommen habe. Und dann trägt natürlich auch der Bundeskanzler aus dieser Situation die gehörige Verantwortung. Und das wirklich Eigenartige, mir fällt kein parlamentsgenehmes Wort sonst ein, war, wie dann der Bundeskanzler in seiner Chefverantwortung auf diese ganze Situation reagiert hat. Es ist das übliche Muster, das man beim Herrn Bundeskanzler ganz klar verfolgen kann, wenn irgendwas passiert, was ihm unangenehm ist, wenn es passiert. Es werden einmal Schuldige gesucht. Das ist immer der erste Schritt. Können Sie sich erinnern an die Debatte, weil der Herr Innenminister jetzt da sitzt, nach dem Terroranschlag, da war auch zuerst die Justiz und das Justizministerium am ersten Tag in der Früh gleich schuld. Und es hat sich nachher herausgestellt, dass sie nicht schuld waren. Und jetzt, in dieser Situation, gab es immer einen Schuldigen der Woche, oder eine Schuldige der Woche. Die erste Schuldige der Woche war die Europäische Union. Zweite Schuldige der Woche war ein Beamter oder zwei Beamte im Gesundheitsministerium. Dritte Schuldigen der Woche, und das war besonders erheiternd, die Geheimgroßmacht Malta, die uns alle abgestaubt hat. Also diese Malteser, die müssen Sie drauf haben, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Und seit dem Sommer war es aber absehbar, dass da irgendwas passiert. Neunmal war die Impfkampagne Thema im Ministerrat. Es gibt so ein Gremium, wo die Kabinettschefs drinnen sind, das ist dreimal in der Woche, also 30 Sitzungen seither. Am 19. Jänner, Herr Gesundheitsminister, haben Sie selbst im Ministerrat berichtet, dass es die Möglichkeit gibt, Impfstoff zusätzlich zu bekommen. Am 9. Februar gibt es wieder einen Ministerratsvortrag über die Vorverträge, die es gibt, und was man mit Impfstoffen tun kann, die zu viel sind. Und am 19. Februar hat dann der Ex-Impfstoff-Koordinator, der Herr Auer, ganz genau in der Presse, in einem Interview, und bei ihren 62 Mitarbeitern in der Öffentlichkeitsarbeit, wird wohl irgendwer die Presse lesen, ganz genau erklärt, wie das mit der Impfstoffverteilung geht, geschätzte Damen und Herren. Er hat gesagt, dass einige Mitgliedstaaten die ihnen zugewiesenen Branchen nicht gekauft haben, und so war es etwa für Deutschland und Frankreich möglich, mehr zu bestellen. Und einige, die weniger bestellt haben, darunter Belgien und Polen, haben eben auf Teile ihrer Dosen verzichtet. So wie Österreich. Das passiert, wenn man Beamte um 200 Millionen zum Einkaufen schickt, und man eigentlich 600 oder mehr Millionen hätte ausgeben müssen, geschätzte Damen und Herren. Israel hat bis jetzt 600 Millionen ausgegeben und wird noch einmal 600 Millionen ausgeben. Und der Unterschied zwischen Israel und Österreich ist, dass dort wirklich geimpft wird, und bei uns wird schon geimpft. Das ist der Unterschied. Ja, der Bundeskanzler ist mitverantwortlich. Außer, Sie erzählen mir jetzt, er war diese neunmal nicht im Ministerrat. Außer, Sie erzählen mir jetzt, sein Kabinettschef hat ihm kein Wort von diesen 30 Impfsitzungen berichtet. Oder Sie erzählen mir jetzt sonst irgendwas, was der Bundeskanzler in diesen Sitzungen gemacht hat. Aber ich glaube, das, Herr Finanzminister, werden Sie wohl nicht machen. Wir haben Ihnen deshalb nicht viele Fragen gestellt, aber er wird Sie bitten, dass Sie nicht wie üblich bei diesen Fragen herumlavieren, sondern die klar beantworten. Das wäre jetzt sehr wichtig. Es könnte ja sein, dass es die Möglichkeit gibt, hier etwas auszuräumen. Aber da braucht es klare Antworten. Und zwar, ob es zutreffend ist, dass im Ministerrat dieser Vortrag so beschlossen wurde, dass es diesen Deckel gab, weil den hat es gegeben. Ob es zutreffend ist, dass die Beamten aufgrund dieser Vereinbarung dann nur so bestellen konnten. Ob Informationen dazu zum Bundeskanzler geflossen sind. Das sind die Dinge, die wir heute wissen wollen. Und Herr Blümel, ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie es beantworten würden. Und ich glaube, es wäre auch gut für die Menschen in Österreich, wenn diese Antworten kommen würden. Weil es geht im Wesentlichen in diesen Fragen, und jetzt noch einmal ganz einfach, damit Sie es auch verstehen, es geht um zwei Dinge. Es geht um den Deckel, den es gegeben hat. Es geht um den Fehler, der damit begangen wurde. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, es geht um das Vertuschen dieser Fehler, das versucht wurde. Und der dritte Teil, es geht um das große Ablenkungsmanöver, das der Herr Bundeskanzler dann initiiert hat, das uns zur Lachnummer in ganz Europa bei den Staats- und Regierungschefs gemacht hat und das am Ende nichts genutzt hat. Wissen Sie, es gibt jetzt, die ÖVP ist durchaus nervös, die Damen und Herren, die jetzt zuhören, kriegen das nicht so mit, aber sie sind es. Man hört sie immer reinrufen. Aber ich glaube, es gibt zwei ganz unterschiedliche Vorgehensweisen, wie man mit so einer Situation umgeht. Es gibt die Methode kurz, ablenken, verduschen, andere Themen setzen, möglichst schauen, dass man weiterkommt. Und es gibt die Methode Merkel, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, Entschuldigung, mir ist die zweite Methode lieber. Dankeschön. Ein Kostendeckel von 220 Millionen Euro im Ministerrat für Impfstoffe sei ein Fehler der Bundesregierung gewesen, sagt Jörg Leichtfeld von der SPÖ, es sei schäbig, sich dann am Beamten abzuputzen. Der Finanzminister ist am Wort und er muss zehn Fragen in dieser Anfrage beantworten. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, werte Zuseherinnen und Zuseher vor den Fernsehschirmen. Zunächst möchte ich diese Möglichkeit nutzen, um der an Corona erkrankten zweiten Präsidentin des Nationalrates Doris Buris baldige Genesung zu wünschen und auch allen anderen Kolleginnen und Kollegen, die an Corona erkrankt sind. Wir hoffen, dass sie diese Krankheit gut überstehen und bald wieder zur Arbeit zurückkehren können. Und damit bin ich auch bei der dringlichen Anfrage, Herr Kollege Leichtfried. Nach einem Jahr Corona hat sich im Parlament hier eine sehr interessante Achse aus NEOS, SPÖ und FPÖ gebildet. Hat man gestern gesehen. Es ist eine Achse der Angstmacherei in sehr schwierigen Zeiten. Schämen Sie sich, Herr Leichtfried. Das haben sich die Menschen in diesem Land nicht verdient. Sie wissen ganz genau, es ist falsch und unzutreffend, was Sie gestern gesagt haben. Und falsch und unzutreffend, was Sie heute gesagt haben. Und wenn Sie schon deutsche Medien konsumieren, um Ihr Wissen über den Ausgang des Europäischen Rates entsprechend aufzubessern, dann lesen Sie vielleicht die Welt, die Titel zum Beispiel, wie kurz Merkel beim Impfstoff ausgekontert hat. Lesen Sie diesen Artikel, dann werden Sie mehr Aufklärung erfahren, Herr Kollege Leichtfried. Was Sie hier tun, das hat mit Oppositionspolitik und Kritik nichts mehr zu tun. Das ist bewusste Verunsicherungspolitik der Bevölkerung, das ist bewusstes Unwahrheit verbreiten und das in schwierigen Situationen. Nun ist man von der FPÖ vielleicht gar nichts anderes gewohnt. Aber dass die NEOS hier mitmachen, das verwundert mich wirklich, denn zumindest da habe ich ab und zu auch Sachpolitik immer mitempfunden. Frau Klupper, Frau der SPÖ, auch Sie sollten es eigentlich besser wissen. Ich finde nicht, dass das der Redlichkeit entspricht. Interessant ist auch, dass Sie uns das letzte Jahr hier, vor ziemlich genau einem Jahr, bei dem 28 Milliarden Euro Überschreitungsfonds, den wir für Covid-Bekämpfung eingerichtet haben, uns damals dafür kritisiert haben, dass es zu unbestimmt war und dass vielleicht mit zu wenig Kontrolle Geld vergeben wird. Und jetzt kritisieren Sie, dass es zu bestimmt und möglichst konkret angegeben wird. Beides stimmt nicht und das wissen Sie auch, Herr Kollege Leipzig. Weißt du, das oberste Ziel der Bundesregierung war es von Anfang an vor allem die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher, so gut es geht zu schützen und alle notwendigen Schritte zu setzen, um sowohl Arbeitsplätze zu sichern, als auch die Unternehmen möglichst gut durch diese Krise zu bekommen. Und da haben wir bewusst die Formulierung, koste es, was es wolle, gewählt. Und ich selbst habe immer wieder erklärt, auch hier herinnen im Parlament bei diversen Debatten, wenn es mehr Geld braucht, wird es mehr Geld geben. Und deswegen wurden bisher knapp 34 Milliarden Euro mehr Geld ausgegeben. Recht, so bin ich zugesagt und teilweise geflossen. Warum? Weil es notwendig war für die Bekämpfung dieser Covid-Krise. Alleine an Soforthilfemaßnahmen, Beschaffungen und medizinischen Ausrüstungen sind bisher 3,4 Milliarden Euro geflossen. Bei der Kurzarbeit, wo hier im Parlament sogar im Gesetz 400 Millionen Euro verankert wurden, sind bisher 7 Milliarden Euro ausbezahlt worden und weit mehr zugesagt worden. So viel zum Thema Budgetierung, Herr Leichtfried. Wir geben seit Beginn der Krise in den verschiedensten Bereichen, wo es notwendig ist, viel Geld aus, um Österreich besser durch diese Situation zu bekommen. Denn jeder Tag, auch leichter Lockdown, kostet rund 100 Millionen Euro. Und Sie versuchen ernsthaft zu behaupten, dass wir beim Impfstoff sparen würden. Sie wissen es besser, Sie behaupten das wie der besseren Wissens, der Kollege. Und Sie wissen das auch. Sie sollten sich vielleicht bei dieser Debatte mehr an Fakten orientieren. Und ich werde Ihnen einige Fakten nun darlegen. Die Fakten sind, Basis für eine budgetäre Festlegung im Ministerratsvortrag ist immer die budgetäre Schätzung der zuständigen Ressorts. Es wurde keine Obergrenze vorgegeben, sondern der gemeldete Bedarf des Fachressorts entsprechend aufgenommen. Und darüber hinaus sind bereits weitere Ministerratsvorträge beschlossen worden. Und dort ist festgehalten worden, dass es, wenn es zusätzliche Mittel braucht, aus dem Covid-Fonds, auch zusätzliche Mittel geben wird. Und im Übrigen hat auch das Gesundheitsresort selbst festgestellt, dass der Kostenrahmen nach einer fachlichen Einschätzung definiert wurde und für die Bedürfnisse ausreicht. Auch im Zuge der Budgeterstellung für das Jahr 2020, was wir auch hier diskutiert haben, sind Bedarf von circa 200 Millionen Euro eingemeldet worden und für 20 und 21 genau entsprechend budgetiert worden. Und als sich Ende 2020 gezeigt hat, welcher Impfstoff von besonderer Relevanz ist und besonders aussichtsreich ist, da ist durch das Gesundheitsresort mehr Bedarf eingemeldet worden und das Budget wurde folgend auf 388 Millionen Euro aufgestockt, so wie es immer vorgesehen war. Sie wissen das, Sie ignorieren es nur absichtlich, Herr Kollege Leipzig. Ich darf nun zur Beantwortung der an mich gerechteten Fragen kommen. Zur Frage 1. Die Leitung der Sitzung des Ministerrates ist nicht Gegenstand der Vollziehung des Finanzministeriums. Zu den Fragen 2 bis 8. Ich möchte eingangs festhalten, dass Ministerratsvorträge innerhalb der Regierung einstimmig beschlossen werden. Ich darf weiters ausführen, die Formulierung mehr als entspricht weder den einstimmigen Beschlimmungen des Haushaltsrechts noch den verfassungsrechtlich verankerten Determinierungsgebots. Das Finanzministerium hat im Rahmen der Einvernehmensherstellung insbesondere die finanziellen Auswirkungen eines Vorabends zu prüfen, um die budgetäre Bedeckung im Rahmen des geltenden Bundesfinanzrahmengesetzes und Bundesfinanzgesetzes sicherzustellen. Daher sind die finanziellen Auswirkungen so gut wie möglich zu beziffern. Eine budgetäre Untergrenze, die mit der Formulierung mehr als festgelegt wird, kann budgetär nicht bedeckt werden. Vielleicht anhand eines Beispiels, damit Sie es etwas besser nachvollziehen können. Stellen Sie sich vor, es würde um die Beschaffung von Panzern oder Hubschraubern gehen und man würde reinschreiben, das kostet mehr als X. Sie würden zu Recht hier nicht zustimmen, weil dieser Begriff natürlich nicht adäquat ist für das Haushaltsrecht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist von meiner Seite auch immer klargestellt worden, dass es im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Krise natürlich mehr Geld brauchen wird und deswegen auch mehr Geld geben wird. Als Beispiel möchte ich Ihnen die Kurzarbeit ins Treffen führen, die gemeinsam mit den Sozialpartnern ausverhandelt worden ist. Am 15. März 2020 wurde der Rahmen für die Kurzarbeit auf 400 Millionen Euro erhöht. Knapp drei Wochen später, am 4. April, wurde der Rahmen auf eine Milliarde Euro angehoben und eine Verordnungsermächtigung eingeführt. Am 6. April wurde der Rahmen auf drei Milliarden Euro erhöht, am 14. April auf fünf Milliarden Euro und am 21. April auf sieben Milliarden Euro. Am 30. April waren wir bei 10 Milliarden Euro, am 20. Mai bei 12 Milliarden Euro angelangt. Ein Limit bei Impfstoffen wäre geradezu absurd und wie Sie allein bei der Kurzarbeit sehen, auch überhaupt nicht zur Anwendung gekommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Applaus Zur Frage neun. Jeder Tag leichter Lockdown kostet uns rund 100 Millionen Euro an Wertschöpfung. Zur Frage zehn. Selbstverständlich haben wir in der Bundesregierung immer wieder über das Thema gesprochen. Ich habe mich, wie übrigens auch der Herr Bundesminister Anschober, über die intransparente Vorgangsweise bei der Impfstoffbestellung auf europäischer Ebene sehr geärgert. Der Gesundheitsminister hat im Morgensjournal am 15. März selbst gesagt, dass er die Information über die Beschaffung zusätzlicher Impfdosen hätte haben müssen und darüber nicht informiert gewesen ist. Daher hat er ja auch den Rückzug von Clemens Martin Auer als Impfkoordinator akzeptiert. Unabhängig davon war für die Bundesregierung immer klar, dass wir so viel Impfstoff bestellen wie möglich und dass dafür die notwendigen Beträge auch zur Verfügung gestellt werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Eine Angstmache in schwierigen Zeiten, das seien die Vorwürfe der SPÖ. Aufgrund des Impfens in Österreich, sagt Finanzminister Gernot Böhmel von der ÖVP und Karin Greiner von der antragstellenden Partei der SPÖ ist die Nächste am Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen bei der Debatte. Sehr geehrte Damen und Herren vor den Bildschirmen, ich halte fest, ein Regierungsmitglied, der Finanzminister, meldet sich nach den Fragen an ihn gestellt, werden zu Wort und brüllt ins Auditorium, die Opposition soll sich schämen. Das ist eines Finanzministers unwürdig. Es steht Ihnen keineswegs zu, unsere Art der Fragestellung, unsere Politik zu bewerten. Sie haben uns bitte, ich betone das bitte, zu antworten, bisher war dieses Bitte vergeblich. Und wenn Sie von Show sprechen, Herr Finanzminister, das war eine billige Show, die Sie abgeliefert haben. Die ÖVP beteiligt sich mit Zwischenrufen, aber nicht ernsthaft an der Debatte. Sind Sie nervös? Und Herr Finanzminister, wollen Sie etwas verstecken? Mit dieser Performance haben Sie sich wirklich disqualifiziert. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben es leider auch mitverfolgen müssen, Österreich hat sich europaweit und darüber hinaus bedauerlicherweise mit dem Auftritt in Sachen Impfen nicht gerade professionell bemerkbar gemacht. Umso wichtiger ist es, dass sich der kleine Untersuchungsausschuss in diesem österreichischen Parlament mit den wirklich mehrstubiosen Impfstoffbeschaffungen auseinandersetzt. Mittlerweile wissen wir, aus Regierungsdokumenten geht hervor, dass wir es sehr wohl mit einem Finanzdeckel von 200 Millionen Euro zu tun haben, den der Bundeskanzler mit seiner Regierung beschlossen hat. Ich darf zitieren. Ich darf zitieren. Vielleicht auch für Sie interessant. Zitat. Einem Gesamtkostenrahmen von bis zu 200 Millionen Euro. Sie gehen davon aus, dass es ein Vorschlag des Gesundheitsministeriums ist. Sie wissen es offensichtlich nicht. Schauen wir uns das näher an. Und Sie sagen auch, wenn man mehr gebraucht hätte, hätte man jederzeit mehr in die Hand nehmen können. Diesen Worten sind aber wieder keine Daten gefolgt. Am 29.07. Ministerratsvortrag von bis zu 200 Millionen Euro. Aber das, wie Sie annehmen, dass es ein Vorschlag des Gesundheitsministeriums war, das war es nicht. Das Gesundheitsministerium hat vorgeschlagen, von mehr als, und Sie monieren hier, von mehr als ist kein Haushaltsrecht, hat haushaltsrechtlich keinen Bestand. Was soll das? Da geht es nicht um haushaltsrechtliche Normen. Ein Ministerratsvortrag ist eine Willensbekundung. Meine Damen und Herren, vor den Fernsehschirmen, die ÖVP wird zunehmend noch nervöser. Schauen wir uns den Ministerratsvortrag vom 15.09. an. Hier bestehen Sie auf der, ich zitiere, avisierten Obergrenze von 200 Millionen Euro. Ausschließlich im Rahmen der avisierten Obergrenze. Was heißt denn das für die Beschaffung? Das heißt für die Beamten, die damit befasst sind, sie dürfen mit höchstens 200 Millionen Impfstoff beschaffen. Kann sich jeder ausrechnen, dass sich das nicht ausgeht. Und dann lauft so Unruh und Umfragewerte, wenn schlechter, der Bundeskanzler stellt sich hin und sagt, Impfen ist ab jetzt Chefsache. Bis April sind alle über 65-Jährigen geimpft. Kleiner Faktencheck. Heute sind nicht einmal alle über 85-Jährigen geimpft, da sind wir weit weg von den 65-Jährigen. Eine Durchimpfungsrate von knapp über 4 Prozent. Ein bescheidenes Ergebnis. Israel hat gleich viele Einwohner wie wir in Österreich und nimmt bis zu 1,3 Milliarden in die Hand. Wir 200 Millionen. Interessant. Interessant. Wer ist verantwortlich? Der Kanzler. Chefsache. Nein. Es sind die Beamten, die schuld sind. Die sind schuld. Die haben das verbrochen. Haben aber nie was mit Finanzdeckel zu tun gehabt. Neun Ministerratssitzungen. Neunmal war Impfen ein Thema. Sie waren dabei, Herr Finanzminister. Der Herr Bundeskanzler war dabei. Ich nehme an, Sie waren dabei. Sie haben es eigentlich nicht so genau beantwortet. Aber eines ist klar. Sie, die Bundesregierung, haben am falschen Platz gespart. Und damit, mit Ihrer Unterstützung übrigens, damit spielen Sie mit den Arbeitsplätzen, mit der Gesundheit und mit dem Leben unserer Bevölkerung. Wie viel geben Sie für BR aus? 210 Millionen. 200 Millionen für Impfen in einer Pandemie. 210 Millionen für BR, für Eigeninszenierungen, für tägliche Pressekonferenzen mit Ankündigungen. Die Leute wollen keine Pressekonferenzen. Sie wollen Impftermine. Das haben Sie bestimmt. Vielen Dank, Herr Melle des Stapel, der Stocker. Vielen Dank, Herr Melle des Stapel, der Stocker. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Herren Bundesminister, vor allem aber sehr geehrter Finanzminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses, liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause. Diese Debatte führt eindrucksvoll vor Augen, warum das Superlativ von Billig Oppositionspolitik in diesem Haus heißt. Hier wird allen Ernstes behauptet, dass bei den Impfstoffen, die wir alle so dringend benötigen, ein Deckel eingezogen worden wäre mit 200 Millionen Euro. Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren dieses Hauses, Sie waren Zeuge hier, dass wir Unterstützungen beschlossen haben, in einem Ausmaß von 52 Milliarden Euro und 34 sind davon bereits ausbezahlt. Und die SPÖ und die Opposition will uns hier allen Ernstes weismachen, dass bei den Impfstoffen ein Deckel mit 200 Millionen bestanden hätte. Das ist peinlich und das ist lächerlich. Wir haben in allen Bereichen die Unterstützungsmaßnahmen angepasst und das bedeutet erweitert und zwar erheblich. Kurzarbeit ist angesprochen, aber auch die Unterstützungen für unsere Unternehmungen, die Unterstützungen auch für die Familien, die Unterstützungen für die Gemeinden, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Kommunalpolitik, die sind alle erweitert worden. Und ein Wort auch hier zum Spiegel, weil der Kollege Leichtfried gemeint hat, was hier in Deutschland veröffentlicht worden ist, wir bekommen aus diesem zusätzlichen Kontingent keine Impfdosen dazu. Da muss man auch dazu sagen, dass das dort damit begründet ist, dass wir im Durchschnitt der Impfungen liegen und auch im Durchschnitt der Versorgung mit Impfstoffen. Und das ist die Wahrheit und nicht, dass wir zu wenig haben, obwohl wir gerne mehr hätten. Diese billige Polemik. Meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, und ich nehme hier die Freiheitliche Partei gleich mit hinein, weil die hat ja wieder einmal einen Misstrauensantrag gegen den Finanzminister gestellt. Aus diesen eben hier besprochenen Gründen, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Frau Kollegin Belakowitsch, als Gesundheitssprecherin sich nicht testen zu lassen und hier eine Performance abzugeben, dass ich den Eindruck gewinne, der beste Freund des Virusdragerinnens sind Sie und die FPÖ. Das ist ein starkes Stück. Aber es sitzen in diesem Haus ja auch ehemalige Staatssekretäre, und zwar Staatssekretäre aus dem Finanzministerium. Der Herr Kollege Marzenetter und der Herr Kollege Fuchs. Beide sind nicht zu Wort gemeldet und schweigen und haben guten Grund, wahrscheinlich zu schweigen. Und ich hoffe, Herr Kollege Marzenetter, Sie genieren sich ja wenigstens ein bisschen für diese Anfrage, weil eine semantische Aufhängung hier vorzunehmen, mehr als, ich sage Ihnen, ich komme aus einer Stadt, wo ich ein Budget der SPÖ übernommen habe. Und ich weiß, was es heißt, wenn die SPÖ von mehr als spricht. Das ist kein Zugang, den ich mir hier wünsche. Und ich sage ganz deutlich, es ist hier schon gesagt worden, man braucht eine Maßzahl und bis zu heißt, dass es eine Beweglichkeit bis dorthin gibt und darüber hinaus wird alles zur Verfügung gestellt, was notwendig ist. Und wenn Sie sich schon darauf verstehen, dass Ihr Slogan heißen muss, kurz muss weg, das ist ja das Einzige, was Ihnen einfällt in der Corona-Krise, dann sage ich Ihnen, um bei der Einfachheit auch Ihrer Wortkonstruktion zu bleiben, die Ansage heißt, das Virus muss weg. Das Virus muss weg. Und das Virus muss deshalb weg, damit die Gefahr wegkommt, dass das Virus unseren Lebensrhythmus bestimmt, dass es unsere Existenz bestimmt, dass es die Gesundheit gefährdet und unsere sozialen Beziehungen gefährdet. Und diese Bundesregierung unter der Führung des Bundeskanzlers und Mitwirkung aller Minister tut alles, dass es gelingt. Und deshalb muss diese Regierung, der Bundeskanzler und insbesondere der Finanzminister bleiben. Die Anfrage der SPÖ sei der Semantik geschuldet und den Bärer jeder Grundlage, betont Christian Stocker von der ÖVP und Dagmar Belakowitsch von der FPÖ ist die nächste Rednerin. Ja, danke, Herr Präsident. Danke für den Aufstrittsapplaus. Wissen Sie, meine Kolleginnen und Kollegen der ÖVP, eines finde ich bewundernswert, einen solchen Auftritt so zu beklatschen. Ich beginne gleich mit einer tatsächlichen Berichtigung. Wäre ich jetzt nicht zu Wort gemeldet? Herr Kollege Stocker, bitte informieren Sie sich. Ich bin erstens nicht Gesundheitssprecherin. Das ist ein kleiner Vorbau, aber es wäre, wenn Sie mir das schon zum Vorwurf machen, auch gut gewesen, wenn Sie ein bisschen recherchiert hätten. Würde Ihnen nicht schaden, Herr Kollege Stocker. Was wollen Sie? Herr Kollege Stocker, Herr Bundesminister Blümel, es ist zwar sehr reizend und sehr nett, was Sie hier versuchen, aber dieser Versuch ist gescheitert. Wir wissen, es ist doch schon in den Medien. Und ich habe jetzt hier, also im Gegensatz zum Kollegen Gerstl, der ja bekannt ist für etwas skurrile Auftritte, nicht erkennen können, dass hier irgendetwas aus dem Unterausschuss, des Rechnungshofausschusses in dieser dringlichen Anfrage gewesen wäre. Was ich hier sehe, ist nichts anderes als ein Screenshot der Plattform ZackZack.at. Wem auch immer die nahe steht, das überlasse ich dem Kollegen Gerstl. Er wird sich da vermutlich informiert haben oder auch nicht. Das ist aber auch gar nicht wichtig. Und aus diesem Aufdeckungsartikel, Herr Bundesminister Blümel, geht schon ganz klar hervor, dass es natürlich einen Deckel gegeben hat für die Impfungen. Selbstverständlich. Das Gesundheitsministerium wollte mehr als 200 Millionen. Und das Finanzministerium hat gesagt, bis zu 200 Millionen. Und ich würde meinen, das ist ein ganz gravierender Unterschied. Denn mindestens 200 Millionen, das impliziert, dass man auch drüber gehen kann. Bis zu 200 Millionen. Das weiß jedes Volksschulkind. Da ist dann das Ende bei den 200 Millionen. Und genau das ist das Problem. Und dann geht man mit den 200 Millionen als Beamter der Republik Österreich Impfstoffe einkaufen, wenn man das jetzt bildlich sagt. Und muss um 200... Ja, das ist lächerlich für Sie, Herr Kollege, das ist schon ganz klar. Sie finden das alles lächerlich. Aber um diese 200 Millionen kann man dann Impfstoff einkaufen gehen. Und wenn man als Beamter versucht, so viel Impfstoff wie möglich zu bekommen, na dann konzentriert man sich natürlich darauf, den Billigsten zu nehmen, und damit man recht viel bekommt. Daher haben wir ja auch sämtliche Kontingente von AstraZeneca gekauft, während wir bei den viel teureren Impfstoffen hier Teile unseres österreichischen Kontingents eben nicht einkaufen konnten, weil das Geld nicht gereicht hat. Weil Sie, Herr Finanzminister, und Ihr Finanzministerium gesagt haben, bis zu 200 Millionen, dann ist Schluss. Das geht hier vorher vor, nicht nur aus Artikeln in Zeitungen, sondern vor allem auch aus den Ministerratsbeschlüssen. Und deshalb ist es ein Deckel. Und da können Sie noch so toben da drüben, und Sie sind ja so hochnotnervös, dass noch bevor diese Dringliche beginnt, einer Ihrer Abgeordneten herausgeht und irgendwelche Skurilitäten hier erklärt. Heute Vormittag hat der Sicherheitssprecher, oder wie auch immer sich das da nennt in der ÖVP, lassen wir das jetzt einmal so stehen, hat der Herr Sicherheitssprecher gemeint, irgendwelche Konstrukte zusammen sich denken zu müssen. Offensichtlich ist man in der ÖVP schon sehr ängstlich, dass da jetzt eine E-Wistleblower-Aktion folgt und dass hier möglicherweise die Mobiltelefone durchsucht werden. Und da könnte dann schon was passieren, weil es gibt in Österreich kein Verwertungsverbot. Und da könnten dann Zufallsfunde sein. Und da sind wir dann gespannt drauf, Herr Sicherheitssprecher. Und frei nach Minister Gernot Blümel sage ich Ihnen, Finger weg von meinem kleinen Bruder. Das hat der Herr Finanzminister auch im Untersuchungsausschuss gesagt. Also passen Sie auf, was Sie tun. Ich weiß ja nicht, was in den nächsten Tagen auf uns zukommt. Aber diese Trägerrakete, die ist jedenfalls schiefgegangen, meine Damen und Herren. Aber jetzt kommen wir wieder zur Dringlichen Anfrage zurück. Die Impfstoffbeschaffung ist ja nur ein Beispiel dafür, wie diese Bundesregierung seit einem Jahr arbeitet. Mit Desinformation, mit Desorganisation auf der einen Seite und mit Repression der Bürger auf der anderen Seite, meine Damen und Herren. Und jetzt stehen wir Freiheitlichen dazu, dass wir die Wahlfreiheit beim Impfen möchten. Ah, der Kollege Melichor, das ist ja der, der der Lüge überführt worden ist vom Innenminister. Ich wäre an Ihrer Stelle ganz leise, Herr Kollege Melichor. Da würde ich jetzt einmal ganz ruhig sein. Ganz, ganz leise würde ich mich verstecken unterm Tisch. Weil das, was Sie gemacht haben, ist eine irre Führung, auch der Journalisten, Herr Kollege Melichor. Nehmen Sie sich zurück. Sie können es sich nicht mehr leisten, dass Sie hier herausschreien, meine Damen und Herren. Und diese Kombination, meine Damen und Herren, da stehen wir nicht als Freiheitliche an, dass wir sagen, wir möchten die Wahlfreiheit beim Impfen. Wir möchten aber, dass jeder, der sich impfen lassen möchte, auch einen Impfstoff bekommt. Und das, Herr Bundesminister Blümel, das haben Sie verunmöglicht durch Ihr Knausern, durch Ihr Spahn und durch Ihren Geiz. Und das ist das, was wir Ihnen hier vorhalten. Und das haben Sie sich noch nicht einmal zugegeben. Sondern was ist dann passiert? Die übrig gebliebenen Impfdosen, die Österreich nicht gekauft hat, die sind dann in der EU unter den Staaten noch einmal weitergeweben worden, die bereit waren, dafür auch mehr Geld in die Hand zu nehmen. Und dann kommt irgendwann der Bundeskanzler auf den Plan und sagt, da ist schuld die EU. Die hat das einmal gleich zurückgewiesen. Offensichtlich ist der Bundeskanzler dann draufgekommen, das war nicht so gut. Und dann hat er gesagt, die Beamten sind schuld. Dann hat er den Gesundheitsminister aufgefordert, er muss die Beamten entlassen. Der hat das natürlich sofort gemacht. Der fragt ja gar nicht mehr nach. Dann sind die Beamten weggekommen. Und dann hat sich der Bundeskanzler hingestellt und gesagt, ich will jetzt 400.000 zusätzliche Dosen haben für Österreich. Und die EU hat gesagt, die Österreicher werden sich wundern, die werden gar nichts kriegen. Weil so wie sich dieser Kanzler kurz aufgeführt hat, da wird er schön schauen, wenn der überhaupt noch die 200.000 kriegt, die er zu wenig gekauft hat, meine Damen und Herren. Und wo stehen wir heute? Jetzt kriegen wir nichts, weil wir sind eh im Durchschnitt. Und das haben wir dem Verhalten dieser Bundesregierung zu verdanken, auch diesem Bundeskanzler, aber auch Ihnen, Herr Minister Blümel, weil bei Ihnen hat das ganze Problem den Ursprung genommen, meine Damen und Herren. Das sind die Dinge, die wir haben. Wir haben auf der anderen Seite Profiteure, und da stimmt dann Ihr Leitspruch, koste es, was es wolle. Das gibt es schon auch in dieser Republik. Da fällt mir mal ein, die Firma Hygiene Austria, koste es, was es wolle. Da war alles in Ordnung, da wird alles zugedeckt. Da wird ein Skandal vertuscht, meine Damen und Herren. Koste es, was es wolle, auch für andere ÖVPler. Seien Sie nicht immer so nervös, Kollege Weidinger? Beispiel. Na dann seien Sie mal ruhig, hochen Sie zu, vielleicht lernen Sie mal das, Kollege Weidinger. Es würde Ihnen nicht schaden, es hätte Ihnen wahrscheinlich in der Vergangenheit auch nicht geschadet zuzuordnen und eine Diplomarbeit selbst zu schreiben. Dann hätten Sie nämlich auch gewusst, dass Sie einen Titel nicht zurücklegen können, sondern dass Sie hatten müssen, wie Sie einen anderen Bescheid bekommen, Herr Kollege Weidinger. Aber da haben Sie schon das ganze Studium nicht zugehört, meine Damen und Herren. Koste es, was es wolle, ist dann auch für einen Niederösterreichischen Landtagsabgeordneten, der die Covid-Fighters gegründet hat und der damit ganz viel Geld verdient. Koste es, was es wolle, für einen ÖVP-Berater aus Oberösterreich, der für Schutzkleidung die sechsfachen Kosten bekommen hat. Koste es, was es wolle. Das gilt nur für ÖVP-nahe Berater und für ÖVP-nahe Unternehmer. Das gilt nicht für alle anderen. Nämlich alle anderen Unternehmen, die müssen schauen, wo sie bleiben. Und das gilt auch nicht für die Bevölkerung, meine Damen und Herren. Und diese Bundesregierung hat das verursacht, an allen Ecken und Enden. Und in Wahrheit bräuchte es nicht nur einen Untersuchungsausschuss über Corona. Wenn wir alles aufklären wollten, was es an Korruption, an Skandalen aus ihren Reihen gibt, dann können wir den Parlamentsbetrieb in Wahrheit einstellen, meine Damen und Herren, und hätten nur noch Untersuchungsausschuss. Aber Herr Bundesminister Blümel, Sie als Verursacher des Ganzen, für Sie stelle ich folgenden Entschließungsantrag. Der Nationalrat wolle beschließen, dem Bundesminister für Finanzen wird gemäß Artikel 74 Absatz 1 BVG durch ausdrückliche Entschließung des Nationalrats das Vertrauen versagt. Meine Damen und Herren, es ist Feuer am Tag in dieser Republik. Sie wird erschüttert von Skandalen und noch mehr Skandalen. Und es wäre dringend notwendig. Und wenn Sie ehrlich wären, und wenn Sie nichts zu verbergen hätten, stimmen Sie zu, machen wir einen Corona-Untersuchungsausschuss, wo dann auch die Auskunftspersonen kommen müssen und unter Wahrheitspflicht aussagen müssen. So Dagmar Belakowitsch von der FPÖ, sie ist Sozialsprecherin ihrer Partei und Ralf Schallmeiner von den Grünen setzt fort in dieser dränglichen Anfrage der SPÖ an den Finanzminister zum Impfen. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher zu Hause an den Bildschirmen und last but not least, sehr geehrter Herr Minister, ich versuche das Ganze wieder ein bisschen zurückzubringen und ein bisschen wieder sozusagen einzufangen, ein bisschen auch wieder mehr auf die sachliche Ebene herunterzubrechen. Schauen wir uns einfach einmal den ganzen Beschaffungsvorgang von Anfang bis zum Schluss einfach einmal in Ruhe an. Ganz in Ruhe. Wir haben letztes Jahr, wir haben das in den letzten zwei Tagen eh schon des Öfteren auch besprochen, aber gerne jetzt hier nochmals an dieser Stelle, wir haben letztes Jahr die Situation gehabt, dass im Sommer, Herbst die ersten Pharmafirmen eben mit, wahrscheinlich mit eben Zulassungen eben gekommen sind. Sie haben gesagt, okay, das könnte, das schaut gut aus, da könnten wir demnächst in ein Zulassungsverfahren hineingehen. In Summe haben sich damals sechs Firmen oder sechs Impfstoffe eben herausgestellt, die es realistisch gegolten haben. Da hat man dann eben als EU gemeinsam, ist man hergegangen und hat gesagt, wisst du was, liebe Firmen, wir machen das gemeinsam, wir setzen das alle gemeinsam eben auf. Die EU kauft gemeinsam bei euch ein. Man hat damals noch nicht gewusst, welcher Impfstoff wird zugelassen, man hat noch nicht gewusst, unter welchen Umständen er zugelassen wird, wie schaut es aus, muss ich einmal spritzen, muss ich zweimal spritzen, wie schaut es aus, gibt es irgendeine Altersbeschränkung, irgendwas dergleichen. Und auf dieser doch relativ unsicheren Lage noch hat man eben begonnen, als EU gemeinsam Vorbestellungen vorzunehmen. Da war eben auch Österreich dran beteiligt. Am 21.12., und was vielleicht noch wichtig ist davor, muss man heute auch noch dazu sagen, man hat natürlich das Ganze eben auf diese damit sechs Unternehmen deshalb eben auch verteilt, um eben das Risiko von einer Unterversorgung eben bestmöglich abzudecken, also abzuminimieren. Am 21.12. bekanntermaßen Zulassung durch die EMA für den Impfstoff von BioNTech-Pfizer, dann eben die erste Impfung, die ersten Lieferungen nach Österreich und dann im Jänner wurde eine zusätzliche Option im Wert von 115 Millionen Euro bei BioNTech-Pfizer gezogen. Das ist Fakt. Dann anschließend Zulassung von Moderna. Auch nach dieser Zulassung eine zusätzliche Option wurde bei Moderna gezogen, in der Größenordnung von 73 Millionen Euro on top. Die 115 Millionen Euro on top, die 73 Millionen Euro on top. Plus, es ist dann eben auch die Zulassung von AstraZeneca erfolgt. Es gibt bis heute, ich habe mir das ein bisschen rausgesucht, es wurden bis heute die Order eben gesetzt. Bei AstraZeneca 6 Millionen Dosen, bei BioNTech-Pfizer 11 Millionen Dosen, Moderna 4,8 Millionen Dosen. Damit sollte jetzt übrigens auch mit der MEA aufgeräumt sein, dass Österreich nur auf den angeblich billigen und schlechteren Impfstoff gesetzt hat, nämlich AstraZeneca, weil 11 Millionen Dosen ist dann doch ein bisschen mehr als 6 Millionen Dosen. Was man vielleicht dann auch noch in dem Zusammenhang sagen sollte, dieses unterschwellige, naja, der billige Impfstoff, es wurde immer noch auf den billigen Impfstoff gesetzt. Also Entschuldigung, der Impfstoff von AstraZeneca ist nicht schlechter als der von Moderna, als der von BioNTech-Pfizer oder von den anderen. Er ist genauso wichtig und er ist genauso ein integraler Bestandteil unserer Impfstrategie, die helfen soll, das Risiko zu minimieren, eben an Covid-19 zu erkranken. So. Aber gehen wir weiter beim Fakten darlegen. 31 Millionen Impfdosen sind bis heute bestellt, 11 Millionen davon, wie schon gesagt, bei BioNTech-Pfizer. Im März sind eine Million Impfdosen geliefert worden. Wir verimpfen derzeit 32.000 Impfdosen pro Tag in 24 Stunden oder wie gestern oder vorgestern der Minister es selber gesagt hat, 2,7 Impfungen pro, also Entschuldigung, eine Impfung pro 2,7 Sekunden, dass ich es richtig sage. Wir bekommen im April 2 Millionen Impfungen, also Impfdosen. Das heißt, wir werden dann im April übrigens die Geschwindigkeit verdoppeln müssen, um überhaupt das zu verimpfen, was uns da geliefert wird. Weil die eine Million Impfdosen, das ist in etwa 32.000 Impfungen pro Tag, das sind in etwa 2,7 Sekunden pro Impfung. Da hat man es ausgerechnet, wenn wir wirklich 2 Millionen Impfdosen bekommen, und das werden wir, dann werden wir 1,3 Sekunden benötigen. Also dann darf es maximal 1,3 Sekunden dauern, bis wir die Impfung durchgeführt haben. Auch das ist Fakt. Rechnen Sie es nach. Ich zeige Ihnen nachher, wie man einen Taschenrechner benutzt, und dann haben wir das. Okay? Ja, Kollege. Alles kein Problem. Alles kein Problem. Wir können es auch gerne wieder in Abacus machen, falls Sie doch noch so rückwärtsgewandt sind. Das ist auch kein Problem. Das heißt, unser Hauptthema ist in Wirklichkeit momentan nicht die Anlieferung, oder schon die Anlieferung, also unser Hauptthema ist nicht die Bestellmenge. Unser Hauptthema ist einerseits die Anlieferung, die Lieferlogistik, und zum anderen die Verimpfungsgeschwindigkeit. Und hier sind alle gefordert, hier ist nicht nur der Bund gefordert, hier sind die Bundesländer gefordert, die ja die Impfstrategie, die der Bund vorgibt, die am 25.11. bekanntermaßen eben als Ministerratsvortrag auch beschlossen wurde, jetzt eben umsetzen muss. Das ist die Aufgabe. Und das ist unsere Aufgabe, die wir jetzt eben momentan haben. Fakt ist, am 25.11. wurde ein Ministerratsvortrag, liebe Frau Kollegin, der wurde zweimal bis jetzt eben angepasst, die Impfstrategie. Und die Bundesländer sind jetzt übrigens seit 15.03. auch das ist Fakt, per Erlass sogar dazu verpflichtet, eben das eben dementsprechend umzusetzen. Also das sind ja alles die Fakten. Ich kann ja auch nichts dafür. Wenn Ihnen die Fakten nicht gefallen, nicht mein Problem. Und warum hat man eben diesen Erlass auch gemacht, um eben sicherzustellen, dass wirklich die Strategie dementsprechend eingehalten wird, dass das eben dementsprechend gemacht wird, weil es eben nicht sein kann, dass es eben die Risikogruppe Bürgermeisterinnen oder Markt- bis Stratzdirektoren gibt, so wie beispielsweise es ja jetzt auch gerade der Welser Bürgermeister bekanntermaßen ein freiheitlicher einfordert, dass eben Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder wir Politiker bevorzugt behandelt werden sollen gegenüber der Bevölkerung. Ich persönlich lehne das strikt ab. Für mich ist es kein Problem, eine Maske zu tragen und regelmäßig testen zu gehen. In Summe möchte ich jetzt noch zum Abschluss noch einmal ganz kurz auf das eingehen, was eben der Kollege Leichtfried in seiner Begründung dargelegt hat. Lieber Kollege Leichtfried, das billige Zeug wurde eben nicht nur gekauft, das habe ich eh erst, glaube ich, eben schon entsprechend dargelegt. Es ist halt nicht die ganze Wahrheit, wenn man nur von den 200 Millionen redet und dabei die 115 und die 73 Millionen eben beiseite lässt oder die 31 Millionen Impfdosen, die in Summe bestellt wurden oder auch die eine Million, die im März geliefert wurde oder die zwei Millionen, die im April geliefert werden. Es ist eben auch keine Show-Impfung oder Show-Impfungen, die bis heute stattgefunden haben, sondern es sind in Summe circa 1,4 Millionen Impfungen, die stattgefunden haben. Und wie gesagt, eine Impfung pro 2,7 Sekunden ist, glaube ich, auch etwas anderes als Show. In diesem Sinne, Dankeschön. Ralf Schallmeiner war das Gesundheitssprecher der Grünen und der Sozialsprecher der NEOS. Gerald Lohacker ist am Weg zum Pult. Danke, Herr Präsident. Schätzte Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus. Es ist der Bevölkerung eigentlich Schnuppe, ob das Finanzministerium oder das Gesundheitsministerium die Geschichte vermasselt hat. Der wahre Skandal ist, dass wir Impfstoffe nicht haben, die wir haben könnten und die wir haben müssten. Und der Kollege Schallmeiner ist ja in der misslichen Lage, er muss immer das Schönreden, was die Regierung, insbesondere was das Gesundheitsministerium vereiert. Und wenn er da sagt, ja, es sind 31 Millionen Impfdosen bestellt, die Frage ist ja, wann das Zeug kommt. Weil das, was 2022 kommt, interessiert doch niemanden. Der Punkt ist das. Durch das Herumgeeiere der Bundesregierung, egal welches Ministerium, kommen im zweiten Quartal 750.000 Impfdosen von Johnson & Johnson nicht. Die kommen hätten können und die kommen hätten müssen. Und diese 750.000 Impfdosen, Johnson & Johnson muss man einmal verimpfen, also das hätte für 750.000 Personen gereicht, das ist ein Zehntel der impfbaren Bevölkerung. Und diese 750.000 Impfdosen hätten 10,4 Millionen Euro gekostet. Also, dass es daran gescheitert ist, offensichtlich, mir wurscht, wegen welches Ministers, es ist gescheitert, wegen 10,4 Millionen. Und der Punkt ist ja doch, der Kollege Hanger regt sich schon auf und wärmt sich auf für seine Rede, wie der Manni Pranger im Starthäusl. Aber der Punkt ist doch der, die Regierung kommt immer zur Opposition und sagt, wir hätten gerne einen Schulterschluss. Aber die Regierung hat ja nicht einmal in den eigenen Reihen eine gemeinsame Linie und zieht an einem Strang. Man sieht ja an den Protokollen, die in dieser Dringlichen Anfrage veröffentlicht sind, dass die Ministerien gegeneinander arbeiten und nicht miteinander. Und wir wissen aus der Beantwortung der Dringlichen Anfrage des Minister Anschober vom Mittwoch, dass Sektionschef Auer nicht den Auftrag hatte, nicht den Auftrag hatte, immer ein Maximum zu kaufen. Zu Hause und da müssen Sie nur in Ihren Wahlkreisen, eigentlich müssen Sie nicht einmal in die Wahlkreise, Sie müssen nur Ihre Verwandten fragen, warten die Menschen auf Impftermine. Da sind alte Menschen dabei, da sind, ich meine, die Stadt Wien hat letzte Woche ein E-Mail verschickt und sich gerühmt, dass sie bereits 55 Prozent der über 90-Jährigen geimpft haben, bereits nach drei Monaten. Da geht nichts weiter. Die Menschen sitzen zu Hause, nicht nur die Alten, auch die Schwerkranken. Und vielleicht haben Sie gestern auf ORF3 das Kabarett gesehen vom Thomas Maurer, dessen Vater, schwer COPD-krank und übergewichtig, klassischer Risikopatient, verstorben ist, weil er eben nicht geimpft wurde, weil alle möglichen Bürgermeister zuerst dran waren und eben nicht die Risikopatienten, weil das Impfen nicht funktioniert. Auch wenn Sie es noch so schön reden, die Regierung hat, was hat die Regierung gemacht? Sie hat sich selbst vermarktet, sie hat geschaut, dass es einen schönen Auftritt gibt, am 27. Dezember hat der Gesundheitsminister von einem Probeimpfen gesprochen und damit noch mehr Unsicherheit in die Geschichte gebracht, aber wirklich etwas weitergebracht, hat die Regierung nicht. Und es wüssten alle, der einzige Weg, rasch in eine Normalität zu kommen, ist das Impfen. Und eigentlich müsste der Finanzminister sagen, diese Lockdowns sind so teuer, mir entgeht so viel Steuergeld, anschob, schau, wo du das Impfzeug herkriegst, koste es, was es wolle. Das wäre die Ansage gewesen. Wenn eine Woche Lockdown 2 Milliarden kostet und für den Impfstoff 200 Millionen zur Seite gelegt worden sind, dann sieht man, dass dem Finanzminister wieder etwas mit den Nullen passiert sein dürfte, weil da fehlt einer. Und man hat manchmal auch als Bürger und Zuschauer den Eindruck, diese vielen Lockdowns sind Ihnen gar nicht zu Unrecht, weil da kann man nachher Hilfen ausschütten und Förderungen und der Kollege Stocker kann herauskommen und sagen, wir helfen eh so viel und man bringt die Menschen in Abhängigkeiten vom Staat und die müssen dann dankbar sein, dass ihnen so viel geholfen wird von der großzügigen ÖVP und von der großzügigen Wirtschaftskammer. Und wenn man bei den Richtigen ist, dann gilt, koste es, was es wolle. Für die Auer, die nicht einmal Österreich gehört, da koste es, was es wolle, sofort ist das Geld da. Denen werfen wir es nach und jetzt kündigen Sie doch mehr Mitarbeiter, als eigentlich avisiert war. Und wenn es um die richtige Klientel geht, zum Beispiel um die Ärzteschaft, da ist das Geld auch da. Wenn ein Arzt impft in seiner Arztpraxis, kriegt er pro Impfling 45 Euro. Wenn ich das auf die impfbare Bevölkerung hinaufrechne, dann sind wir deutlich über 300 Millionen Euro nur an Ärztehonorar fürs Impfen, ohne die Impfung selbst. Dort spielt dann das Geld keine Rolle, weil da sind wir wieder bei der richtigen Klientel. Da haben wir die Richtigen versorgt, gell, Herr Dr. Smolle und Herr Dr. Sachsinger. Da spielt Geld keine Rolle. Warum dann ein Deckel beim Impfstoff? Ich weiß es nicht. Und das nächste Drama, das nächste Drama ist die Impfung. Ich höre, da geht es zu da drüben, das können die Fernsehzuschauer nicht hören. Da ist eine Unruhe. Man merkt, dass die ÖVPler lange nicht auf dem Fußballmatch gewesen sind. Da ist ein bisschen eine Nervosität zu spüren. Das nächste Drama ist die Impflogistik. Könnt ihr dann wieder in den Rapidsektor euch schleichen. Das nächste Drama ist die Impflogistik, die auf uns zukommt. Kollege Schallmeiner hat es gesagt, wir müssen die Geschwindigkeit verdoppeln. Aber das funktioniert nicht. Mir hat gerade ein Arzt erzählt, er kriegt in der Woche sieben Impfdosen. Na, wie soll das funktionieren, wenn er so wenig kriegt, auch wenn er das verdoppelt und 14 Impfdosen pro Woche kriegt, führt das nirgends hin und wir werden 2024 noch nicht mit dem Impfen fertig sein. Und ich sage Ihnen was, wenn das Ziel der Regierung bis zum Sommer, sagen wir, zwei Drittel der Menschen geimpft haben wollen, wenn das das Ziel ist, dann müssen am Tag ungefähr 50.000 Erstimpfungen, nur Erstimpfungen verabreicht werden bis zum Juni. Das schaffen sie nicht. Warum nicht? Weil wir haben natürlich, wir haben einen Gesundheitsminister gesagt, das machen die Länder, das gibt mir alles nichts an. Es hat sich um die Impflogistik in dieser Bundesregierung keiner, auch nur eine Sekunde Gedanken gemacht. Die Kugel ist zu den Ländern geschubst worden und das erst im Dezember und das kann nicht funktionieren. Wir haben einen Bundeskanzler, der erklärt hat, das Impfen ist Chefsache. Und der Herr Finanzminister hat vorher eine deutsche Zeitung zitiert. Ich möchte auch eine deutsche Zeitung zitieren, nämlich die Süddeutsche Zeitung. Und die hat gestern über den Kurz geschrieben unter der Überschrift das Staatsmännlein. Und hat geschrieben, das was der Kurz aufführt ist wörtlich nur peinlich. Das sollte vielleicht auch einmal gelesen werden, aber natürlich ausländische Zeitungen nicht so gern, am liebsten Kronenzeitung und Kurier, weil dort lesen sie das, was sie gerne lesen. Und dann haben wir einen Finanzminister, der sagt, koste es, was es wolle, bei allem, nur beim Impfen nicht. Gerhard Kloacker, Sozialsprecher der Neos. Wenn das das Impfen funktioniere nicht in Österreich, die Regierung habe sich bloß selbst vermarktet und beim Impfen nichts weitergebracht. Außerdem werde die Impflogistik die Verantwortung dafür den Ländern überantwortet. Dietmar Keck, SPÖ ist am Wort. Jetzt wurden drei deutsche Zeitungen zitiert mit unterschiedlichsten Aussagen. Ich zitiere den ORF.at und da steht drin und ich glaube nicht, dass ein Journalist des ORF lügt. Das stelle ich sofort außer Zweifel. Das stelle ich sofort außer Zweifel. Die, die lachen, unterstellen den Journalisten, dass sie lügen. Ich tue das nicht. Und in ORF.at, meine Damen und Herren, steht drinnen der Sektionschef Clemens Martin Auer hat schon vor dem Sommer gesagt, die Impfkosten werden sich auf circa 250 Millionen Euro belaufen. Und dann ist kurzfristig es geändert worden auf bis zu 200 Millionen. Und mich würde wirklich interessieren, Herr Finanzminister, lügt jetzt der Journalist des ORF, wenn er das sagt oder haben Sie nicht die Wahrheit gesagt? Mich würde wirklich interessieren, was da drauf ist. Und ich kann Ihnen noch etwas sagen, meine Damen und Herren. Ich bin vor einer Woche angerufen worden von einer Frau, ist 89 Jahre alt und die hat zu mir gesagt, bitte hilf mir, bitte hilf mir, ich bin seit 370 Tagen ja schon im Lockdown. Ich traue mich nicht auf die Straße. Ich habe Angst, dass ich mich infiziere, denn ich bin auch eine Risikopatientin. Wenn ich rausgehe, kann ich sterben. Und die Frau hat recht, sie ist mit heutigen Tag 376 Tage eingesperrt. Sie ist 376 Tage im Lockdown. Sie hat 376 Tage keine sozialen Kontakte und sie hat 376 Tage Einsamkeit. Und so wie es dieser Frau geht, geht es hunderttausend anderen Pensionistinnen und Pensionisten in diesem Land, meine Damen und Herren. Und wieso geht es Ihnen so? Weil die Impfstoffe nicht vorhanden sind, damit man es diesen Menschen wieder ermöglichen kann, dass sie ein normales Leben führen können in Österreich, meine Damen und Herren. Und das passiert, weil kein Geld für die Impfstoffe vorhanden sind, meine Damen und Herren. Und ich zeige Ihnen hier eine Tabelle, wenn immer großartig geredet wird, wie die Impfpraxis bei uns in Österreich ausschaut. Wir haben 872.415 Menschen in Österreich, die im Alter zwischen 65 und 74 Jahre alt sind. Und wissen Sie, wie viele von diesen 872.415 voll immunisiert sind? Erst 26.172. Wir haben 610.673 Menschen, die im Alter von 75 bis 84 Jahre sind in Österreich. Und wissen Sie, wie viele von denen voll immunisiert sind? 73.272. Und jetzt komme ich auf die älteste Gruppe. Wir haben 224.362 Personen, die über 65 Jahre alt sind. Und wissen Sie, wie viele von denen voll immunisiert sind? Erst 67.000. Und im Jänner hätten wir alle über 85 schon voll immunisiert haben sollen. Und wenn ich mir hier die Prozentzahlen anschaue, meine Damen und Herren, dann haben die Menschen, die über 84 beziehungsweise über 85 Jahre sind, davon haben 42% noch überhaupt keine Impfung gehalten. Und davon nur 58% erst die erste Impfung und 36% sind erst wirklich voll immunisiert. Das heißt, 36% können erst wirklich auf die Straße, der Rest muss eingesperrt bleiben zu Hause, weil sie Risikopatienten sind und nicht auf die Straße gehen sollen. Das ist eine Schande für diese Republik, meine Damen und Herren. Und nehmen Sie das zur Kenntnis auf der Regierungsseite. Diese Menschen, ja man kann schon deuten da hinten, du hast kein Gefühl und du hast kein Herz für diese Menschen, die seit 376 Tagen in Österreich eingesperrt sind, weil hier ein Finanzminister sitzt, der die Mittel für die Impfstoffe nicht freigibt und ich hätte mir erwartet, dass der Finanzminister hier und heute sagt, jawohl, ich sehe ein, dass wir diese Mittel nicht zur Verfügung gestellt haben, ich stelle sofort zusätzlich 400 Millionen zur Verfügung und wir sollten den Gesundheitsminister beauftragen, mit diesem Geld Impfstoffe zu kaufen, damit wir zumindest die ältere Generation impfen können, damit wir sie aus einem Lockdown, aus einer Gefangenschaft, die schon 376 Tage dauert, endlich befreien können. Zu Dietmar Keck von der SPÖ nächster Redner ist Andreas Hanger von der ÖVP. Herr Kollege Keck, zwei Vorbemerkungen, wenn man Sie besonders aufregt, weiß man, dass Sie die Unweid sagen und Herr Kollege Loacker, danke für die Einbegleitung, Sie haben vollkommen recht, ich freue mich sehr, dass ich hier Herr Rosten jetzt ein paar Dinge klarstellen kann. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, werte Kolleginnen und Kollegen, hohes Haus. Ich bin jetzt seit 2013 im österreichischen Haus, habe schon einige dringliche Anfragen kommen und gehen gesehen, aber Herr Klubobmann, leicht tritt, so eine unsinnige dringliche Anfrage hatten wir überhaupt noch nie. Das möchte ich Ihnen aller Deutlichkeit festhalten. In Wirklichkeit ist es eine Bankrotterklärung, in der SPÖ-Politik, eigentlich sollten Sie das Geld zurückverlangen, die Sie Ihrem SPÖ-Berater da zahlen müssen. Setzen Sie auf ein anderes Thema, das mehr Glaubwürdigkeit hat. Sie haben in einer Pressekonferenz gestern allen Ernstens gesagt, das ist der größte Skandal in der Zweiten Republik. Wissen Sie, was ich Ihnen sage? Ich sage Ihnen AKH, ich sage Ihnen Lucona, ich sage Ihnen Krankenhaus Nord, ich sage Ihnen Konsum, das sind die wirklich großen Skandale der Zweiten Republik und alle diese Skandale und alle diese Skandale tragen ganz eindeutig eine SPÖ-Handschrift, das sei Ihnen ein Stammbuch geschrieben, in dieser Eindeutigkeit. Ein paar Gedanken auch zur FPÖ, da kann ich Redezeit sparen. Die Corona-Politik der FPÖ ist mit einem Wort zusammengefasst, verantwortungslos, mehr braucht man gar nicht dazu sagen. Bei dem NEOS würde ich es gerne ein bisschen differenzierter anlegen. Herr Kollege Lorka, passen Sie auf, mit den Sie in die Hände schauen. Es gibt manchmal wirklich sachlich gute Debattenbeiträge von Ihnen, von der gesamten Fraktion. Leid ist es so, dass die in der letzten Zeit immer weniger geworden sind und der Gipfel ist heute, dass Sie sich wirklich einspannen lassen, bei diesem Oppositionskartes jetzt mitzutun, ja, das tut Ihnen nicht gut, aber das müssen Sie, glaube ich, eh selber einschätzen. Ist natürlich Ihre Entscheidung, gar keine Frage. Vielleicht noch zwei Themen zur Sache, die mir natürlich auch persönlich immer sehr wichtig ist. Ich habe es auch gestern schon gesagt, dieser Bescheidbeschaffungsprozess, der Kollege von den Grünen hat Ihnen, glaube ich, sehr ausführlich erklärt und dem ist in Wirklichkeit nichts hinzuzufügen, aber zusammengefasst, und das möchte ich noch einmal ganz klar und eindrücklich festhalten, denn unser Finanzminister hat natürlich zu jeder Zeit die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt, um Impfstoffe beschaffen zu können. Alles andere wäre ja auch absurd. 32 Milliarden Geld auszugeben zur Bekämpfung der Pandemie und dann 10 Millionen bei Impfstoffen zu tun. Das glaubt ja niemand. Und ich halte ausdrücklich noch einmal fest, und ich halte ausdrücklich noch einmal fest, dass natürlich zu jedem Zeitpunkt die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung waren. Und abschließend noch hat das Thema der europäischen Dimension, das ist ja ein paar Mal heute schon angesprochen worden. Ja, ich sehe das auch so, dass es europaweit zu einer ungleichen Verteilung von Impfstoffen gekommen ist. Halte aber auch fest, und das ist einmal ganz wichtig, Österreich war ja gar nicht betroffen oder ist ja gar nicht betroffen davon, weil wir Gott sei Dank im ersten Drittel ja sind, wenn es um die Durchimpfung der Bevölkerung geht. Das wird jetzt im April noch besser und bis Ende Juni haben wir ja dann 8 Millionen Dosen zur Verfügung und alle Österreicherinnen und Österreicher können geimpft werden, die das wollen. Aber was ist unserem Bundeskanzler gelungen? Und das können Sie jetzt drehen und wenden, wie Sie wollen. Es ist ihm gelungen, diesen Korrekturmechanismus politisch auf den Weg zu bringen. Das heißt, es kommt jetzt zukünftig zu einer gleicheren Verteilung von Impfstoffen in Europa. Und nebenbei ist es ihm auch noch gelungen, mehr Impfstoffe in Österreich zu organisieren. Und das ist ein großer politischer Erfolg. Vielen Dank. Andreas Hanger war das von der ÖVP. Wir sind mitten in der Debatte zu einer dringlichen Anfrage der SPÖ. an den Finanzminister zum Thema Corona und Impfen. Und der nächste Redner am Weg zum Pult, Erwin Angerer, FPÖ. Danke, Herr Präsident. Geschätzte Damen und Herren auf der Regierungsbank, Hohes Haus. Geschätzte Damen und Herren, Sparen bei der Impfstoffbeschaffung ist das Thema der dringlichen. Und ich möchte sagen, das ist nicht Impfstoffbeschaffung, sondern nicht Impfstoffbeschaffung. Und das ist eigentlich nur die Spitze des Eisberges eines kollektiven Fassadens dieser Bundesregierung. Danke, Herr Kollege. Und der Herr Bundesminister, der Herr Finanzminister hat heute von einer Achse der Angst gesprochen. Ich sage Ihnen, das ist die Achse des kollektiven Fassadens in dieser Republik. Diese Bundesregierung und Sie, Herr Minister, und Ihr Bundeskanzler hat mit Angst und Panikmache die Bevölkerung vom ersten Tag an beeinflusst. Sie haben Angst und Panikmache betrieben. Bis heute. 100.000 Tote werden wir sehen. Sie haben Särge durch die Medien fahren lassen. Sie haben die Menschen verängstigt. Sie haben die Gesellschaft gespaltet. Sie haben den größten wirtschaftlichen Schaden der Zweiten Republik angerichtet mit 100 Milliarden. Sie haben eine noch nie dagewesene Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten vollzogen. Sie haben Strafen, Bürgerstrafen verhängt, die verfassungswidrig waren in Millionenhöhe und sind nicht bereit, diesen Bürgern ihr Geld zurückzugeben, das sie ihnen aus der Tasche gezogen haben. Sie haben reihenweise Verordnungen erlassen, die verfassungswidrig sind und Verfassungsgericht aufgehoben wurden. Sie haben nicht nachvollziehbare Maßnahmen gesetzt vom ersten Tag an. Einmal Mund-Nasen-Schutz brauchen wir nicht. Einmal Mund-Nasen-Schutz setzen wir auf. Einmal FFP2-Maske brauchen wir nicht. Einmal FFP2-Maske setzen wir auf. Einmal Lockdown gibt es nur, wenn das Gesundheitssystem zusammenbricht. Jetzt sind wir im Dauer-Lockdown. Was sollen die Menschen in diesem Land überhaupt noch glauben? Was sollen die Menschen in diesem Land noch für ein Vertrauen in diese Regierung haben? Sie haben sich ausschließlich fokussiert auf ein Thema. Das ist Ihre mediale Auftritte, Ihre PR, Ihr Message-Kontroll. Das ist das, was für Sie wichtig ist. Und Sie fokussieren alles auf das Thema Corona. Alles andere wird ausgeblendet. Alle Kollateralschäden in der Gesellschaft werden ausgeblendet. Egal, ob es um die Bildung unserer Kinder geht, egal, ob es um die Alten geht, egal, ob es um Alternativen geht, wenn man heute schwedisches Modell oder die Schweden zitiert, dann werden sie beschimpft und dargestellt, dass dieses System nicht funktioniert. Jede Alternative wird vom Tisch gewischt und jeder, der sie in irgendeiner Form kritisiert, wird als Corona-Leugner hingestellt. Wo ist die Verhältnismäßigkeit und die Gesamtbeurteilung Ihrer Maßnahmen? Sie fehlt komplett. Und deshalb gehen die Menschen in diesem Land auch nicht mehr mit, mit Ihnen. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach ein paar einfache Fragen stellen, die sich viele Bürger draußen stellen. Warum wurde nicht ehrlich und offen informiert? Warum hat man die Bevölkerung, oder warum informiert man die Bevölkerung, bis heute nicht ehrlich und offen? Warum hat man die medizinische Versorgung im letzten Jahr nicht erhöht und ausgebaut? Warum sind nicht mehr Betten geschaffen worden in den Krankenhäusern? Warum sind nicht mehr Intensivbetten geschaffen worden in den Krankenhäusern? Warum hat man nicht mehr Personal ausgebaut? Warum hat man, und jetzt nur ein Beschaffungsvorgang, letztes Jahr im März 685 Beatmungsgeräte gekauft? Dann hat der Herr Innenminister offensichtlich auf Anfrage von mir, das hat mir der Herr Gesundheitsminister beantwortet, 45 dieser Geräte nach Tschechien verliehen und 16 dieser Geräte liegen noch irgendwo in einem Lager hier in Wien. Und der Herr Gesundheitsminister hat mir gesagt, die werden bei Bedarf ausgeliefert. Jetzt muss ich Sie fragen, Herr Finanzminister oder Herr Innenminister, ich weiß nicht, wer zuständig ist, weil der Gesundheitsminister ist schon wieder gegangen. Wann ist denn der Bedarf an diesen Beatmungsgeräten? Wir reden jetzt schon wieder, es müssen Triage gemacht werden. Wann ist denn der Bedarf in Krankenhäusern, dass man diese Beatmungsgeräte zum Einsatz bringt, die jetzt noch offensichtlich hier in einem Lager in Wien liegen? Und das Thema Impfen, wo ist die Organisation? Was haben Sie als Organisation vorbereitet in diesem Land? Wie soll das ablaufen? Unabhängig, dass der Impfstoff nicht da ist, es ist ja noch nicht einmal organisiert, dass er überhaupt verabreicht werden kann in der Zeit, in der Sie uns immer erklären, dass bis zum Sommer alle geimpft sein sollen. Und warum wird keine Antikörperstudie gemacht? Die Uni Innsbruck hat schon seit Monaten eine Studie vorliegen, wo sie auch darauf hinlässt, dass Menschen, die die Krankheit überstanden haben, und da sitzen ja in den Reihen der ÖVP einige, da hinten schaut mich gerade einer an, da war einer der Ersten, Herr Singer, die Antikörper haben und eigentlich jetzt nicht geimpft brauchen würden. Man bräuchte sie ja nicht impfen. Jetzt würde man sich erstens einmal das Impfen sparen, viel Geld sparen und auch diese Menschen nicht mehr mit Einschränkungen belegen. Aber jetzt muss ich den Menschen, die jetzt diese Hoffnung in diese Impfung setzen, weil mittlerweile gibt es ja Millionen Österreicherinnen und Österreicher, die sich angemeldet haben für eine Impfung, die sie leider nicht bekommen, weil ihr Versagen leider das nicht geschafft wurde, dass man Impfstoffe in einem entsprechenden Ausmaß anschafft. Die Hoffnung muss sich etwas eintrüben, weil wenn man auf der Homepage des Gesundheitsministeriums schaut, bei Fragen und Antworten, befreit ein positiver Antikörpertest nach einer überstandenen Erkrankung die Quarantäne? Antwort, nein. Muss ich auch in Quarantäne, wenn ich schon geimpft bin? Ja. Also alle, die heute glauben, sie werden durch diese Impfung nicht nur gesundheitlich geschützt, sondern kriegen auch ihre Freiheit zurück, müssen enttäuscht, leider muss ich leider enttäuschen. Das ist nicht so. Diese Regierung will sie weiterhin in Geiselhaft halten und einsperren. Wie gesagt, das Arbeiten dieser Bundesregierung auf das Messschutzkontroll beschränkt, auf ihre PKs, auf Beeinflussung von Medien, auf Abschieben von Verantwortung, da sind sie Weltmeister, egal ob die EU schuld ist, ob es die Menschen in diesem Land sind, ob es die Opposition ist, wer auch immer, nur sie selbst haben nie die Schuld. Sie sind nicht in der Lage, die Menschen in diesem Land zu schützen. Und deshalb ist der Antrag, den meine Kollegin Belakowitsch gestellt hat, für den Finanzminister, ja viel zu wenig weitreichend. Sie sind nicht in der Lage, die Gesundheit dieser Menschen zu schützen. Sie sind auch nicht in der Lage, die Sicherheit der Menschen zu schützen. Wie es uns der Herr Innenminister bewiesen hat, dass er einen Terroranschlag, der zu verhindern gewesen wäre, in diesem Land nicht verhindert hat. Und deshalb, und jetzt rede ich an die Verantwortung von Ihnen, Sie haben heute von Verantwortung gesprochen. Jetzt übernehmt es Ihre Verantwortung, Ihr ÖVPler und Ihr Grünen. Ihr habt die Möglichkeit, diese Regierung zu entlassen. Und das wäre Verantwortung, die ihr wahrnehmen solltet. Zu Erwin Angerer von der FPÖ und Petra Naribo von den Grünen macht sich am Weg zum Pult. Danke, Herr Präsident. Geschätzte Minister, geschätzte Staatssekretärin, liebe Kolleginnen, liebe Zuseherinnen. Genauso wie die Opposition nicht müde wird, Kritik zu äußern und auf Dinge hinzuweisen, die nicht gut laufen, werde ich auch nicht müde, um auf Dinge hinzuweisen, die in dieser extrem schwierigen Zeit unter extrem schwierigen Umständen gut liefen. Es wird heute, also nicht nur heute, eigentlich immer von der Opposition behauptet, Österreich hätte bei der Pandemiebekämpfung, bei den Impfungen versagt. Das stimmt einfach nicht. Das möchte ich hier nicht so stehen lassen. Schauen wir uns bitte die aktuelle Situation in den Alten- und Pflegeheimen an. In diesen Heimen leben gefährdete Menschen und es ist uns gelungen, diese auch zu schützen. Warum? Weil wir dort auf der Prioritätenliste die Impfungen ganz oben hatten. Egal, ob Bewohnerinnen oder Mitarbeiterinnen, alle, die wollten, haben auch eine Impfung erhalten. Bei den Bewohnerinnen war die Bereitschaft sehr hoch. Wir haben Heime von über 95 Prozent Durchimpfungsrate. Bei den Mitarbeiterinnen ist es so um die 60 Prozent. Das sind sehr gute Erfolge. Also man muss sagen, dass sie hier, vor allem hier in diesem Bereich, wo es so wichtig war, die Impfbereitschaft wirklich spürbar ist und die Zahlen belegen das auch. Egal, was man von Grafiken hält, aber diese möchte ich doch hier zeigen. Und zwar zeigt diese Grafik die aktiven Fälle in Alten- und Pflegeheimen wieder. Also wir sehen, dass die Kurve ordentlich beim Abflachen ist. Noch einmal hier, damit das alle sehen. Im Dezember hatten wir extrem hohe Zahlen und es ist uns gelungen, innerhalb von etwas mehr als zwei Monaten einen Rückgang von Neuinfektionen und von Todesfällen über 90 Prozent zu erreichen. Also einen Rückgang über 90 Prozent. Das ist wirklich großartig. Wir haben mit Impfungen, mit einer fast vollständigen Durchimpfung es geschafft, diese Zahlen wirklich massiv zu drücken. Und ich muss auch sagen, die jetzige Situation ist keine einfache in Österreich. Wir wissen, die Zahlen steigen. Aber ich bin wirklich froh, dass sich dieser Trend in den Alters- und Pflegeheimen nicht widerspiegelt. Dort haben wir stabile Verhältnisse, eben aufgrund von dieser vollständigen Durchimpfung. Und es gibt auch weitere Dinge, die in dieser Pandemie gut liefen. Zum Beispiel das Testen. Wir haben es gestern ausführlich diskutiert. Das Testen in Österreich läuft gut. Es wird gut angenommen. Es wurden bereits über 21 Millionen Tests in Österreich durchgeführt. Wir sind da auch im internationalen Vergleich extrem gut unterwegs. Warum? Weil wir in den letzten Jahren wirklich, also in den letzten Wochen und Monaten, das Testen immer zugänglicher, immer einfacher gemacht haben. Also man kann sich in den Teststraßen testen lassen, in den Apotheken. Es gibt die Gratistests. Also es ist viel gemacht worden in diesem Bereich. Und natürlich, und da möchte ich wirklich auch einen Dank an die Bevölkerung aussprechen, dieses Angebot wird angenommen. Noch einmal hier ein Danke an alle Menschen, die sich regelmäßig testen lassen. Bitte, bitte, bitte nutzt diese Möglichkeit weiterhin. Das hilft uns allen. Und ja, es hat bedauerlicherweise auch Fehler gegeben. Und es wird auch in Zukunft Fehler geben, weil hier viele Menschen in einer Pandemiebekämpfung arbeiten und wirklich hart arbeiten, die ihresgleichen sucht. Vieles muss neu entdeckt werden, neu aufgesetzt werden. Man muss ständig auf neue Entwicklungen reagieren. Das ist alles nicht so einfach. Aber Sie können sich sicher sein, dass alle, wirklich alle, quer durch die Bank ihr Bestes geben. Mir persönlich sind Menschen lieber, die ihre Fehler einsehen, die aus ihren Fehlern lernen, die auch dazu stehen, als wirklich, also mir ist diese Zugangsweise viel lieber, als einfach der Versuch, Fehler unter den Teppich zu kehren. Und an dieser Stelle möchte ich wirklich noch einmal ein großes Danke an den Gesundheitsminister ausrichten. Er ist leider jetzt im Moment nicht da, aber lieber Rudi, danke dir wirklich für dein Engagement, für deine tolle Arbeit. Du hast sicherlich einen sehr schweren Job in einer sehr schwierigen Zeit und machst es großartig. Danke. Pritbit Hanaribo von den Grünen mit Dank an den Parteikollegen Gesundheitsminister Anschober und Douglas Hoyus Trautmannsdorf ist der Nächste am Rednerpult von den EOS. Danke, Herr Präsident, Herr Finanzminister, werte Minister, Frau Staatssekretärin Hohes Haus. Ja, wir hören jetzt hier schon zum wiederholten Mal von den Regierungsparteien, wie großartig alles funktioniert. Ich stelle mir jedes Mal die Frage, wie kann das dann eigentlich sein, dass mein Vater, meine Großmutter, die knappe 80 ist und in Kärnten lebt und viele, viele andere Österreicherinnen und Österreicher bis heute nicht wissen, wann und ob sie geimpft werden und das in Dänemark schon seit Wochen der Fall ist, dass jeder Bürger und jede Bürgerin genau einen Impftermin hat. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Das funktioniert gar nicht und sie können sich nicht jedes Mal herstellen und das großartig kommentieren. Der Kollege Hanger hat hier vor wenigen Minuten einen großartigen Redebeitrag gehalten. Ich war mir nicht sicher, ob die Kabarettbühnen wieder offen sind in Österreich oder nicht. Aber wenn er sich hierher stellt und großartig erzählt, wie toll die EU das alles macht, dann frage ich mich ehrlich, ist der nächste Virus ausgebrochen und zwar ein Virus bei eurer Message-Control. Weil das ist was ganz was Neues, was wir da hören. Das ist was ganz was anderes. Der Bundeskanzler, hier, ich habe es Ihnen mitgebracht, Herr Kollege Hanger, ich kann Ihnen mehrere Zeitungsartikel nachher mitbringen und übergeben, hat großartig, das ist kein linkes Medium, das ist die Tagesschau. Lieber Herr Kollege, die Tagesschau ist wirklich kein linkes Medium. Der Bundeskanzler spricht hier von einer Benachteiligung bei der aktuellen Vergabepraxis und Sie stellen sich hier her und sagen, es ist alles großartig. Also Sie sollten sich echt überlegen, ob Sie nicht ein echtes Message-Control-Problem mittlerweile haben. Aber nun zur dringlichen Debatte, die wir heute hier führen. Ich finde das schon sehr spannend, der Finanzminister hat die letzten Wochen genauso wie der Bundeskanzler und viele andere in der ÖVP gesagt, naja, wir wissen von nichts. Also dieser Deckel, der kommt ja nur aus dem Gesundheitsministerium, wir wissen von gar nichts und das Gesundheitsministerium und so weiter. Und jetzt stellt sich heraus, dass diese 200 Millionen Euro aus dem Finanzministerium kommen. Und wir wissen hier alle, dass diese 200 Millionen Euro viel zu wenig sind. Sie sagen alles, das Impfen funktioniert so gut, naja, wir sind hinten nach und wir sind aus einem Grund hinten nach, weil wir zu wenig Geld dafür ausgegeben haben. Israel im Vergleich 660 Millionen Euro. Die haben genau das gemacht, was man machen soll. Die sind auch wesentlich besser als wir. Ich verstehe nicht, warum man das nicht gemacht hat. Ich finde das aber beruhigend, dass ich jetzt weiß, dass Sie alles gewusst haben, weil das zeigt mir zumindest, dass Sie doch mit dem Gesundheitsministerium konferieren und sich austauschen. Also das ist ja mal das Positive an der ganzen Geschichte, weil gerade in einer Pandemie ist es wichtig, dass eine Regierung zusammenarbeit. Problematisch ist aber schon, dass damit klar ist, dass Sie und die ÖVP und ich gehe auch übrigens davon aus, dass der Bundeskanzler das wusste, dass Sie ja durchaus eng sind und ein Duo schon seit vielen Jahren sind, dass Sie wussten, dass wir zu wenig Impfstoff haben. Und da stellt sich schon die Frage, warum haben Sie dann als Finanzminister nichts dagegen getan? Es gibt für mich drei Erklärungen. Entweder Sie haben einfach nicht mitgedacht, Sie sind gerade auf Ihrem Balance Board gestanden und haben Ovid gelesen oder ähnliches, als es um diesen Ministerratsvorschlag ging. Sie tauschen sich doch zu wenig aus mit allen Beteiligten oder es war Ihnen einfach egal. Egal, welche dieser drei Varianten ist, das ist für einen Finanzminister aus meiner Sicht unwürdig. Insbesondere, wenn wir vergleichen, die Zahlen, wie viel, also es ist ja schon gekommen, wie viel wir hier ausgegeben haben für andere Dinge. Wir haben allein im ersten Halbjahr für die Bekämpfung der Pandemie für Schutzausrüstung 700 Millionen Euro locker gemacht. Das ist wesentlich mehr als alle anderen Staaten. Da kann man sagen, auf der einen Seite, natürlich ist das sehr positiv, aber wenn man es pro Kopf runterrechnet, dann haben wir halt viel zu viel ausgegeben. Deutschland sind es 24 Euro pro Person, in Österreich 80 und die Deutschen sind nicht schlechter aus der Krise gekommen. Und dann geht es um das Impfen und wir wissen alle, das Impfen ist der Schlüssel. Also ich glaube, das hat auch Sebastian Kurz schon im Sommer letzten Jahres gesagt, diese Pandemie können wir nur mit einem Impfstoff bekämpfen. Und da zählt plötzlich jeder Cent. Also ganz nachvollziehbar ist das nicht. Da wird man wirklich das Gefühl nicht los, wie es der Kollege Lohacker gesagt hat. Es geht Ihnen darum, das zu verlängern, um möglichst lange hier Förderungen zu vergeben und die Bevölkerung abhängig vom Staat zu machen. Jede Woche Lockdown, und das haben Sie uns gesagt, der softe Lockdown, glaube ich, haben Sie gesagt, 100 Millionen Euro pro Tag, das sind 700 Millionen Euro pro Woche. Das heißt, wir könnten uns ersparen durch diesen soften Lockdown, das, was der uns kostet, hätten wir ohne Problem den Impfstoff, den Israel hat, finanzieren können und wir wären wesentlich weiter gewesen. Das wäre der Weg gewesen, den wir einschlagen hätten müssen und den wollten Sie als Finanzminister nicht einschlagen. Und auch sehr spannend an der ganzen Debatte ist die Sündenbock-Thematik, die die ÖVP ja aufgemacht hat. Also auf der einen Seite, ich habe es vorher gesagt, war die Europäische Union schuld, auf der anderen Seite der Spitzenbeamte Auer. Das Spannende ist, dass der Herr Auer der Einzige war, der mehr Geld am Anfang gefordert hat. Der hat von Anfang an gesagt, die 200 Millionen Euro werden zu wenig sein. Und das ist insbesondere spannend, weil Sie den ja auch recht gut kennen. Soweit ich weiß, ist es da sein Bundesbruder von Ihnen. Da fragt man sich wieder, redet die ÖVP noch miteinander? Das passiert anscheinend alles nicht. Im Endeffekt ist es so und es bleibt so, dass diese Pandemie uns aufzeigt, dass sie nur miteinander kämpfen. Also das Beste aus den zwei Welten ist dazu geworden, dass der eine Minister sagt, der andere ist schuld, der andere sagt wieder, der ist schuld. Und das ist nicht das, was die Bevölkerung will. Die Bevölkerung will endlich eine Lösung. Die Bevölkerung will wissen, wann kann ich endlich wieder meine Großmutter besuchen, ohne damit ein Problem zu haben oder Angst zu haben, dass ich sie anstecke. Wann kann ich meine Freunde, die Asthma haben, wieder besuchen? Wann kann ich endlich wieder ins normale Leben gehen? Aber das Einzige, was sie machen die ganze Zeit, ist uns keinen Schritt näher diesen Ziel zu bringen beziehungsweise viel zu langsam diesen Ziel näher zu bringen und einfach abzuwarten. Ich kritisiere nur, weil sie es einfach nicht weiterbringen, Herr Kollege. Wenn Sie sich hier hinstellen, jedes Mal, nein, das geht mir langsam wirklich auf die Nerven, Sie stellen sich jedes Mal hierher, sagen, wie großartig es ist und es ist eine reine Katastrophe in diesem Land. Sie können das nicht schönreden. Ich sage Ihnen was, Herr Kollege, ich sage Ihnen was. Schauen Sie, wir haben diese Pandemie, wir haben diese Pandemie und das ist unbestritten und wir haben jetzt diesen kleinen Untersuchungsausschuss eingerichtet und seitdem dieser kleine Untersuchungsausschuss wenige Wochen arbeitet, kommen wir jeden dritten Tag drauf, dass irgendwas schiefgegangen ist. Egal, ob das Hygiene Austria war, Ihre Inseratevergabe, wo Sie sich jede Woche um eine Million Euro Krisen-PR gönnen, eine Million Euro, dass der Bundeskanzler schön dasteht. Das sind wiederum 150.000 Impfungen, 150.000 Impfungen pro Woche. Wäre viel sinnvoller, weil dann kommen wir raus, aber Sie machen lieber Inserate, Inserate, Bundeskanzler muss gut ausschauen. Und dann jetzt dieses Impfhaus. Es zeigt, dass dieser Untersuchungsausschuss, dieser kleine Untersuchungsausschuss wichtiger denn je ist, weil einfach in dieser Krise von Ihrer Seite nichts weitergeht. Und ich sage Ihnen auch eine Sache, Herr Finanzminister, die Fragen, die hier alle offen geblieben sind, werden wir noch einmal im kleinen Untersuchungsausschuss angehen müssen. Wir werden dann noch einmal uns darüber unterhalten müssen, was wussten Sie wirklich und warum haben Sie nichts dagegen getan. Warum sind Sie Ihrer Verantwortung nicht nachgekommen und haben der Bevölkerung endlich eine Perspektive gegeben, eine, auf die wir schon sehr, sehr lange warten. Dankeschön. Zu Wort gemeldet ist die Magister Oberaner. Petra Oberauder kommt von der SPÖ und geredet hat Douglas Hoyos-Trautmannsdorf von den NEOS. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzter Minister, Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer von zu Hause, die Menschen interessiert wirklich nicht, wer was wann gemacht hat, mit wie vielen Zahlen das auch noch so unterstrichen wird und die Menschen interessiert es, wie es gemacht wird und wie es bei Ihnen ankommt und ob sie überhaupt wissen, was gemacht wird und was Ihr Beitrag ist. Sie verlangen wirklich den Menschen seit Wochen und Monaten über ein Jahr ab, dass sie die sozialen Kontrakte einreduzieren, dass sie damit zurechtkommen, dass sie keinen Arbeitsplatz mehr haben, dass sie ihre Großeltern nicht sehen und so weiter. und die Bevölkerung spielt bis zu einem großen Teil mit, weil sie Angst hat und ihnen vertraut hat, dass diese Maßnahmen dazu führen, dass sie wieder Freiheit im Leben bekommen. Dann kam es endlich zur glücklichen Möglichkeit, eine Impfung zu haben, die dann wirklich eine Lösung bringt und jetzt hätten wir diese Lösung und wir setzen sie nicht ein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Herr Bundesminister und Finanzminister Blümel, wenn sie also die Mittel hatten, warum haben sie dann nicht gekauft? Das ist meine Frage, weil wenn sie es gedeckelt haben und dann trotzdem genügend Mittel haben, es mehr zu kaufen und mehr in Auftrag zu geben, dann frage ich mich, warum haben sie es nicht getan? Es muss Ihr Interesse sein als Finanzminister. Alleine wenn Sie hochrechnen, was Sie in den letzten Wochen Lockdown an Geldern verloren haben, müssen Sie alles, aber wirklich alles, daran setzen, dass das sofort aufhört. Weil Sie verlieren Geld, die Menschen verlieren Perspektive und wir haben nicht das, was wir brauchen. Also ist es nicht richtig. Und wenn Sie einen Fehler gemacht haben und Ihre Kollegen auch einen Fehler gemacht haben als Minister, dann sollten Sie sich hinstellen vor die Bevölkerung und sagen, ich habe mich getäuscht, wir haben das falsch eingesetzt, zurück zum Staat, wir werden das korrigieren und die Perspektive ist, Ende April können so und so viele Menschen geimpft werden und das findet dann auch statt. Ohne Ihre... Das ist nicht wahr, weil alle Ankündigungen, die bis jetzt stattgefunden haben, haben nicht stattgefunden. Und eine vertrauensbildende Maßnahme ist auch, sich zu entschuldigen, wenn es notwendig ist. Und die Frau Merkel hat es vorgezeigt und sie hat nicht Image verloren, sie hat Image bekommen und kein Euro wird Ihnen helfen, den Sie in Image-Kampagnen stecken, wenn Sie nicht die Menschen respektieren und wenn Sie den Menschen nicht Perspektive geben. Das Zweite, was ich sagen wollte, Sie reden über eine Achse der Opposition, die ich weiß nicht, wie gesehen wird von Ihnen. Ich möchte nur sagen, diese Achse ist trotz unterschiedlicher ideologischer Zugänge immer noch eine Achse, die im Interesse der Menschen in diesem Land arbeitet und die dieser Interessen in den Mittelpunkt stellt. Und das wäre auch gut für Sie, dass Sie kooperieren mit allen, die Interesse an den Menschen haben. Und zur Sachpolitik, die Sie auch so irgendwie ein bisschen leicht despektierlich da formuliert haben, möchte ich Ihnen auch sagen, Sachpolitik ist Politik im Interesse der Menschen und zwar über alle politischen Grenzen hinaus. Das Dritte, auf das ich noch zurückkommen möchte, ist die Kollegin von den Grünen, die Kollegin Ribow, die gesagt hat, es ist uns gelungen und das ist uns gelungen. Ich möchte Ihnen nur sagen, Ihnen ist nichts gelungen, weil wir haben einen Impfplan, aber wir haben keinen Umsetzungsplan und kein einziger von Ihnen und von uns hat eine einzige Impfung verabreicht oder irgendeine einzige Umsetzung mit begleitet. Also bitte, machen Sie Ihre Hausaufgaben im Rahmen der politischen Verantwortung im Parlament und lassen Sie die Menschen arbeiten, weil wenn es die Bundesländer nicht gegeben hätte, dann hätte man nicht einmal einen einzigen Test bis heute. Und ich möchte noch etwas sagen, die Bevölkerung hat Ihnen vertraut und Ihnen Ihr Geld auch anvertraut im Sinne der Steuergelder und die haben nicht nur ein Recht, sondern Sie können es von Ihnen erwarten, dass dieses Geld jetzt zur Verfügung gestellt wird und zwar ausschließlich, um aus dieser Krise herauszukommen, damit Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Tourismus, Kultur und ein würdiges Leben wirklich wieder würdig wird. Und ich möchte noch etwas zum Herrn Kollegen Hanger sagen. Der Herr Bundeskanzler hat es geschafft, die Möglichkeit in das Spiel gebracht, das in der EU gerechter verteilt wird. Das erinnert mich daran, dass er die Mittelmeerroute zugesperrt hat und wir fragen uns alle bis heute, mit welchen Schlüssel und bei welchem Schloss. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Smolle. Danke, Herr Präsident, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, möchte vorausschicken, sehr geehrter Herr Finanzminister, Sie und die gesamte Bundesregierung haben unser volles Vertrauen und sie verdienen es auch. Es ist jetzt bald auf den Tag genau 40 Jahre, dass ich zu arbeiten begonnen habe. Es sind jetzt vier Jahrzehnte, wo ich ärztlich-wissenschaftlich tätig war und da komme ich aus einer Welt, wo es nicht in erster Linie darum geht, wer am lautesten oder wer am aggressivsten ist, wo man sich bemüht, sachliche Argumente in Ruhe auszutauschen, sie zu bewerten und zu Schlüssen zu kommen. Ich habe viele, viele Politikerinnen und Politiker in allen Fraktionen kennengelernt, die genau diesen Stil pflegen. Und gerade deshalb bin ich über den Ablauf der heutigen Debatte etwas befremdet. Wir haben uns als Mitglied der Europäischen Gemeinschaft dazu bekannt, dass es sinnvoll ist, dass die EU gemeinsam in der Impfstoffbeschaffung auftritt. Und wir haben uns dazu committet, da mitzuziehen und da natürlich koste es, was es wolle, das nötige Geld auch herzunehmen. Man darf eins nicht vergessen, und das kann jeder nachrechnen, allein mit den ursprünglich geschätzten 200 Millionen Euro hätte man ausschließlich den nunmehr teureren Impfstoff gekauft, wären wir immer noch auf etwa 15 Millionen Dosen gekommen, das heißt, auf viel mehr als notwendig ist, um die gesamte impfbare Bevölkerung in Österreich zu immunisieren. Es war nicht bekannt, wann welche Firma jetzt wie liefern kann, darum war es vernünftig, dass man sich warm angezogen hat. Und das, was man mit den 388 Millionen Euro geordert hat nun, entspricht mehr als 30 Millionen Impfdosen. Und wir sind im Rahmen der Europäischen Union da absolut gut unterwegs. Man kann sich die Zahlen anschauen. Wir sind jetzt, Statistik von gestern, auf Platz sieben in der Europäischen Union. Aber das ist kein Wettrennen. Ich will was anderes betonen. Wir gehören als Österreich zu der großen Gruppe von EU-Staaten, die sich an die ursprünglichen Abmachungen, an die gerechte Verteilung auch halten, genau danach auch beliefert werden und wirklich gelebte Solidarität in einem gemeinsamen Europa zeigen. Wir haben in Österreich bisher etwas mehr als 16 Dosen pro 100 Einwohnerinnen und Einwohnern verimpft. Das ist etwas über dem EU-Durchschnitt. Es sind fast 1,5 Millionen Dosen, bedeutet das, die wir in Österreich verimpft haben, mehr als 30.000 jetzt pro Tag. Das steigert sich die nächste Zeit. Wir haben die Aussicht, bis zum Sommer 8 Millionen Dosen, was bedeutet, Impfung für wirklich alle Impfbaren und Impfwilligen in Österreich bereitstellen zu können. Ganz bewusst hat die Europäische Arzneimittelbehörde auch keine übereilten Notzulassungen gemacht, sondern rasch, effizient, aber solide und ohne Abstriche bei der Sicherheit die entsprechenden Untersuchungen, Prüfungen und Zulassungsverfahren abgewickelt. Und wenn jetzt ein Vergleich kommt mit Nicht-EU-Ländern, wie zum Beispiel Israel oder Großbritannien, dann wundert mich schon eines, weil das hätte ja für uns bedeutet, der Europäischen Union in diesem Punkt den Rücken zu kehren. Und wenn SPÖ oder NEOS das nun wirklich so haben wollten, dann würde ich mich drüber etwas wundern. Es ist heute hier schon gesagt worden, die Menschen in unserem Land interessiert es nicht unbedingt, wann welches Ministerium was. Sie interessiert, ob wir als Österreich im Rahmen der EU dafür Sorge tragen, dass möglichst viel Impfstoff zu uns kommt, dass möglichst gut abgewickelt wird. Und darum bemühen wir uns alle. Darum bemüht sich die Bundesregierung, es bemüht sich die Bundesregierung, dass allfällige gewisse Imbalancen in der Verteilung innerhalb der EU korrigiert werden. Aber es bemühen sich alle, die im Management der Impfungen, der Infrastruktur, der Logistik und letztlich beim Verabreichen zuständig sind. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich all diesen Personen aus allen Berufsgruppen ein aufrichtiges und herzliches Danke sagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin der Wissenschaft, aber auch der Industrie dankbar, dass es gelungen ist, Impfstoffe in dieser vorerst nicht vorausgeahnten kurzen Zeit bereitstellen zu können. Ich wünsche mir mit Ihnen allen, dass Sie möglichst gut und rasch produzieren können, uns alle rasch beliefern können und dass wir den guten Weg, auf dem wir jetzt sind, auch entsprechend fortsetzen können. Ich danke Ihnen herzlich. Sagt Josef Smolle von der ÖVP, er war Rektor der Medizinischen Universität Graz und der nächste Redner kommt von den grünen Gesundheitssprecher, Umweltsprecher Hermann Beratschnig. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Abgeordnete, werte Minister, mit, also ich wollte ursprünglich über die Regionalität reden und werde auch kurz das Beispiel Schwarz als Modellregion auch kurz nochmals erklären und welche Chancen auch in der Regionalisierung von Maßnahmen in Zukunft stehen. Möchte aber vorweg Richtung Opposition schon noch meine Vote richten, mit Bashing alleine erhöhen wir keine Impfquote, aber einige aber einige scheinen geimpft zu sein, um hier zu bäschen, um zu erniedrigen und um schlecht zu reden und das bringt uns glaube ich in der Debatte nicht weiter. Großartiges Großartiges, großartiges, ich glaube großartig ist das Wenigste in einer Krise, das haben wir glaube ich in den letzten Monaten erleben können. Da gibt es nichts zu Lobpreisen, sondern daran zu arbeiten, dass wir diese Krise bewältigen und schneller sind als das Virus. Und es wurde heute die Impfquote sehr oft in den Mittelpunkt gestellt und der Hauptgeordnete Smolle hat hier den Europa-Vergleich nochmals angestellt. Ich verstehe diese Tiraden, dass wir da so hinten liegen und nichts gemacht haben die letzten Monate, die verstehe ich nicht. Und versuche das zu versachlichen mit den Daten des Robert-Koch-Institutes und einen Blick über die Grenzen zu unseren Nachbarn zu wenden, zu unseren Nachbarstaaten und kurz ein paar Daten darzustellen. Wir liegen derzeit bei circa 12 Prozent der Bevölkerung, die geimpft ist. Nur als Beispiel, Deutschland liegt bei 10,1, Slowakei bei 10,6, Tschechien bei 10,1, Schweiz bei 9, Italien bei 9,9, Slowenien bei 9,2, Kroatien bei 7,6, nur ein einziger Nachbarstaat, Ungarn, liegt bei 18,7, das ist aber weniger dem europäischen Zusammenhalt geschuldet, sondern weil hier bereits nicht zugelassener Impfstoff auch verwendet wird, wo wir uns ganz klar in Europa und auch in Österreich dazu entschlossen haben, diesen Weg gehen wir nicht. Wir sind also im Kanon der Nachbarstaaten vorne mit dabei. Das ist nicht zum Feiern, aber es ist ein Faktum. Und der Herr Abgeordnete Schalmeiner hat es bereits schon anklingen lassen. Es geht nicht um den Hebel umzusetzen, um Online-Impfdosen zu bestellen, um einkaufen zu gehen, sondern es geht um die Logistik im Hintergrund dementsprechend auch zu haben, das umzusetzen. Dazu brauchen wir die Bundesländer, dazu brauchen wir die Gemeinden und da will ich auch nochmal überleiten zur Situation in Tirol, in der Modellregion Schwarz. Ich glaube, hier kann man sehr gut erkennen, dass wir hier regionalisiert haben. Und regionalisieren geht nur, wenn es einen Zusammenhalt in der Region auch gibt und an dieser Stelle danke ich an alle Ehrenamtlichen, die in den Regionen in Österreich mithelfen, dass das Testen funktioniert, dass das Impfen funktioniert. Ihr müsst euch vorstellen, im Bezirk Schwarz 84.000 Einwohner, 26 Impfstationen mussten hier bedient werden, damit das in den drei Tagen auch schaffbar ist. 76 Prozent der Schwarzerinnen haben sich impfen lassen. Und da geht es weniger um Impfneid, sondern wir haben damit geschafft, mit einer klaren Teststrategie und mit einer Impfstrategie, die Ausbreitung der weit gefährlicheren südafrikanischen Mutation hier einzugrenzen, hier einzudämmen und zu schauen, dass wir das unter Kontrolle behalten. Das war eine richtige Entscheidung. Und das war eine gute Abstimmung zwischen dem Gesundheitsministerium, den Gesundheitsbehörden, dem Land und den Gemeinden. Genau diesen Zusammenhalt, die Abgeordnete, brauchen wir auch in der Zukunft. Und es wird einen nächsten Impftermin geben, es wird Impftermine für alle geben und wir werden hier sitzen, wir werden hier sitzen und uns darüber unterhalten, jetzt haben wir ganz viel Impfstoff und jetzt müssen wir Bewusstseinsarbeit machen, dass auch noch die letzten zehn Prozent, die wir brauchen, um eine optimale Impfwirkung zu haben, überzeugen zu können und gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir eine hohe Impfquote erreichen. Und letzter Satz, ich verstehe nicht, warum sich hier die FPÖ herausstellt, eine FPÖ, die jetzt, ja wo ist jetzt, da ist nichts gemacht worden, ja, 200 Millionen, es wurde nicht geimpft, da ist schon viel mehr möglich, eine FPÖ, die sich gegen Testen ausspricht, die sich allgemein, ich habe gestern gehört vom Abgeordneten Wurmer, der gesagt hat, in Schwarz, da gibt es den Impfzwang, freiwillig wurde natürlich geimpft, freiwillig haben sich zwölfeinhalbtausend Leute für eine Studie gemeldet von BioNTech Pfizer für Erkenntnisse in der Zukunft, die wir brauchen, um zu wissen, wie diese Impfwirkung wirklich auch wirkt und was zu tun ist. Die FPÖ, die gegen Testen ist, gegen Impfen, gegen Eingrenzen, gegen Eindämmen und das alles am besten ohne Maske. Das ist die Strategie der FPÖ. Zu Wort gemeldet, Entschuldigung. Und ein wenig überrascht war ich heute über die Theatralik der SPÖ mit Bühnenqualität. Gerade von der SPÖ hätte ich mir hier Solidarität erwünscht. Solidarität auch gegenüber unseren Nachbarstaaten. Es ist gerade in der Pandemie wichtig, dass auch hier die Impfquoten steigen. Wir haben nichts davon, wir haben 30 Prozent und unsere Nachbarn liegen bei 10, 15 Prozent. Davon haben wir nichts. Hermann Beratschnig war das von den Grünen erst Verkehrssprecher seiner Partei und die nächste Rednerin in dieser dringlichen Anfrage der SPÖ an den Finanzminister ist Karin Doppelbauer von den NEOS. Vielen Dank, Herr Präsident, werte Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus. Ja, wir alle haben immer gewusst, dass die Impfungen der Ausweg aus der Krise sein werden. Und die ganze Welt hat sich auf diese Impfungen vorbereitet. Möchte man neinen, nicht die ganze Welt, weil Österreich hat offenbar gepennt. Falsche Entscheidungen wurden getroffen, viel wurde nicht umgesetzt und ja, es wurde hier einfach schlecht gearbeitet. Und wir haben den Satz noch im Ohr, Österreich ist besser durch die Krise gekommen als an der anderen, wir tun da alles dafür, wir haben inzwischen die Daten, Nein, es ist nicht so, das ist einfach falsch und alles ist nicht erklärbar durch den höheren Anteil an Tourismus oder Gastronomie hier. Und dann hat der Bundeskanzler Sebastian Kurz gesagt, ich mache das jetzt zur Chefsache. Diese Impfstrategie, die Impfplanung, das wird Chefsache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht schlecht, das ist ja auch durchaus das wichtigste Thema, das uns beschäftigt, aber dann schauen wir uns das Resultat an, es hat halt nichts gebracht. eine pädagogische und eine soziale Katastrophe, sondern es ist eben auch eine wirtschaftliche Katastrophe, denn wenn ein Tag Lockdown bis zu 200 Millionen Euro kostet, dann muss man jetzt wirklich kein Star-Ökonom sein, damit man sich anschauen kann, dass bei der Beschaffung von Impfstoff eben nicht gespart werden sollte. Und es liegt einfach auf der Hand, dass jede Verzögerung, wirklich jede Verzögerung, die dadurch passieren könnte, und Verzögerung einfach immense Kosten verursacht. Und das muss ja doch wirklich allen klar sein. Und das ist eben auch die ganz große Kritik hier am Finanzminister. Denn da müsste man schon verlangen können, dass er die Kosten des kompletten Zusperrens hier in Erwägung zieht. Es geht um den gesamten Zugang, es geht um die Volkswirtschaft. Und da muss man sich als Finanzminister hier hinstellen und wie möglich löst. Stattdessen mussten wir mit ansehen, wie unser Finanzminister von wieder mal einer Panne zur nächsten hier gondelt. Die Budgetierung für die Beschaffung von Impfstoff, das war einfach Bautschad. Die Panne zwei, die inzwischen lange Geschichte von Fehlentscheidungen in den Wirtschaftshilfen. Und ich komme immer wieder auch darauf zurück, weil es einfach auch dieses Muster dieser Verfehlungen der Bundesregierung gut aufzeigt. Nämlich statt auf die und mit denen zu arbeiten, die haben die Daten in der Hand, die Prozesse in der Hand. Nein, was macht man? Man schafft eine Kofag. Chronisch unterbesetzt, ohne Know-how, vollkommen intransparent. Was sind die Folgen? Die Unternehmer haben nicht mal einen Rechtsanspruch auf ihre Hilfen. Und die erwartete Überlastung, die auch wirklich eingetroffen ist, die hat natürlich dazu geführt, dass man sich jetzt über die Bande eh wieder die Finanzbeamten hier hereinholen muss, weil man letztendlich es sonst gar nicht schafft, diese ganzen Anträge abzuwickeln. Das Resultat ist, dass wegen dieser Fehlentscheidung nach wie vor ganz, ganz viele Unternehmer auf ihre Hilfen warten. Und dann gibt es auch noch die andere Seite und da komme ich jetzt zum Stichwort Treffsicherheit und Transparenz und auch das ist heute schon ein paar Mal angesprochen worden. Denn andere Unternehmen, so hört man, die haben Millionen an Steuergeld bekommen beziehungsweise Millionen an Stundungen genehmigt bekommen, obwohl sie für 2020 hohe Gewinne ausweisen. Und da geht es beispielsweise um einen befreundeten Unternehmer des Bundeskanzlers, dessen Unternehmen, so hört man, offenbar durch Fixkostenzuschuss 1, hier Millionen bekommen hat an Mietzuschüssen, die man dann bei einer Schwester im gleichen Konzern abgibt, weil dort ist man ja eingemietet. Dazu gibt es angeblich Millionen schwere Steuerschwungen. Also ganz im Ernst, was soll das? Das versteht kein Mensch, das ist nicht nachvollziehbar. Und ich sage, man hört und man sagt, weil wissen tun wir es ja nicht, weil die Kofag ist eine Blackbox und wir wissen ja wirklich nicht, wo die Hilfen hingehen und wer sie eben auch erhält. Es gibt hier keine Transparenz. Es sind ja offenbar eh bloß Steuergelder, ist eh wurscht, oder? Kann man ja offenbar einfach so ausgeben. Und nein, ich zettle hier auch keine Neiddiskussion an, weil das immer wieder kommt. Ich hätte nur wirklich gern eine Frage beantwortet. Und diese eine Frage lautet, wenn wir hier alle Hilfen transparent vergeben würden, glauben Sie wirklich, dass alle Unternehmen, die jetzt diese millionenschweren Hilfen bekommen haben, wirklich angesucht hätten? Und glauben Sie wirklich, dass alle Hilfen so ausbezahlt worden wären, wenn es diese Transparenz hier geben würde? Ich glaube nicht. Und da frage ich auch noch mal in Richtung der Grünen, wen hätte der Anstand gewählt? Mich macht das wirklich wütend, mich macht es verdammt wütend, vor allem auch als Steuerzahlerin in diesem Land. Und man könnte hier noch stundenlang weiterreden, aber ich komme zu einer dritten Panne, die jetzt auch noch gerade passiert ist und auch sehr aktuell ist. Die EU hat gerade hier einen EU-Aufbau vorgemacht. Für Österreich stehen hier 3,3 Milliarden Euro mindestens so sagt man zur Verfügung, die man sich abholen könnte. Was braucht es dazu? Es braucht Vorbereitung, es braucht einen Plan. Und was ist hier passiert? Naja, andere Länder in der Europäischen Union kümmern sich schon seit Monaten darum. Da gibt es Stakeholder-Prozesse mit der Wirtschaft, mit der Wissenschaft. Hier wird gearbeitet, um hier wirklich innovative Projekte auf den Weg zu bringen. In Österreich hört man wieder mal ganz, ganz wenig. Seit Monaten fragen wir hier nach. Wir haben uns vor Weihnachten schon mal Was passiert? Wie wird hier gearbeitet? Naja, es gibt einen drei Wochen Prozess, der hier offenbar sozusagen ins Spiel kommt, wo man bei einer E-Mail-Adresse einmelden kann, welche Ideen man hier vorbringen möchte. Meine Damen und Herren, das ist wirklich nicht viel. Dann kam auch gestern noch meine Anfrage Beantwortung zu diesem Thema zurück. Das war natürlich auch wieder ganz spannend zu lesen. In aller Kürze Euro keine Priorität für den Bundeskanzler. Okay. Die Wirtschaftsministerin auch ganz spannend, fühlt sich auch nicht wirklich zuständig, hat sich nicht mit der Europäischen Kommission auseinander gesetzt und sagt, nicht mein Thema offenbar. Die Europaministerin koordiniert zumindest, das ist ja durchaus zumindest mal ein Staat und alle zeigen aber mit dem Finger auf den Finanzminister und sagen, ja, der Finanzminister ist hier im Lied, der ist zuständig und was steht dann in der Anfrage Beantwortung vom Finanzminister drinnen? Naja, ich kann Ihnen sagen, viel was nicht. Vage Hinweise auf laufende Gespräche. Da zeigt sich einmal mehr, dieses Projekt wurde auch verschlafen und jetzt wird wieder improvisiert werden und in letzter Sekunde wird man schon wieder irgendwas nach Brüssel schicken und ich frage mich jetzt wirklich in diesem Zusammenhang wenn es wieder eng wird, wenn wieder Probleme auftauchen eine Frage an das Auditorium hier Na wer wird denn schuld sein? Herzlichen Dank ich glaube es ist klar genau schuld sein wird wieder die Europäische Union Zusammenfassend kann ich nur sagen Sie und Ihr Stab agieren hier wahnsinnig nachlässig Sie einigen sich offenbar immer nur auf Lösungen wo es halt den kleinsten Widerstand gibt und auf das große Ganze auf das schaut man nicht was fehlt ist Leadership was fehlt ist eine klare Linie es fehlt auch oft am handwerklichen auch das haben wir schon gesehen und es fehlt vor allem ein transparenter ein effizienter Umgang mit unserem Steuergeld Herr Finanzminister die Liste der Versäumler ist lang sie wird offenbar jeden Tag länger und das ist einfach sehr gefährlich es ist wirklich bedrohend für dieses Land die Bürgerinnen haben Ihnen mehr und mehr das Vertrauen entzogen das hören wir jeden Tag von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern und auch wir werden heute unser Misstrauen hier aussprechen vielen Dank anwendet mit der dringlichen Anfrage ist vollkommen legitim die Opposition hat zu kontrollieren was wir machen hat Zwischenergebnisse zu überprüfen und hat es zur Diskussion zu stellen und dass sie das mit einem gewissen Oppositionspopulismus macht na gut das ist halt so Tatsache ist da ist ein Zwischenergebnis jetzt zur Anfrage gestellt worden und gefragt worden ob das Zwischenergebnis als solches passt Rudi Anschober gerade jetzt nicht da ist laufend mit solchen Zwischen und Verhandlungsergebnissen konfrontiert und es ist sein Job seit Monaten die alle wegzukriegen es ist richtig die alle jetzt hier zu diskutieren und noch mal aufzubeiteln aber wir sollten deswegen nicht zu sehr in einen Konflikt gehen weil immerhin haben wir erst am Wochenende eine große Verhandlung wieder gehabt zur Ostregion da war eine der Verhandlungspositionen bevor es losgegangen ist die Öffnung der Thermen im Burgenland wenn wir das jetzt wochenlang thematisieren was das für ein Skandal gewesen wäre kommen wir nicht weiter wir sollten von den Verhandlungsergebnissen wie sie sind ausgehen weitergehen und gemeinsam weiterarbeiten es ist nicht gut uns jetzt da in Allianzen zu teilen mit Rot-Pink Blau auf der einen Seite und die Koalition auf der anderen Seite und dann kraucht man möglichst hart aufeinander genau deshalb wenn wir uns so brauchen um da durchzukommen und deswegen war ich erstens nicht erfreut dass das gekommen ist von sowohl ÖVP als auch SPÖ Seite aber ich habe mich gewundert jetzt haben wir diese Diskussion hier die dringliche Anfrage völlig legitime Oppositionspolitik und zudem haben wir heute in der Früh erfahren nach der FPÖ einen Misstrauensantrag gegen den Finanzminister wir haben den ganzen Tag gewundert wie funktioniert der weil das sind ja Impfgegner die werden ja nicht das Misstrauen aussprechen weil er zu wenig Geld auf Zeiten gestellt hat um zu impfen die können ja einen Misstrauensantrag nur aussprechen weil er überhaupt einen Euro fürs Impfen ausgegeben hat der Kikrisch steht auf der nächsten Demo und schreit dort in die Impfgegner mit den ganzen Rechtsextremen die dort herum marschieren im Judenstern Impfzahn und sagt und die haben Geld ausgegeben und steht dann dort und sagt wir haben einen Misstrauensantrag eingebracht und NEOS und SPÖ haben dem zugestimmt wie formulieren sie das habe ich mir gedacht dass sie das ausgeht dann kommt jetzt während dieser während dieser Sitzung während dieser Sitzung kommt der Misstrauensantrag und das ist seitdem ich Politik beobachte der erste Antrag der keine Begründung hat der hat keine Begründung schaut sich euch an es wäre nicht der Sitzung gekommen es haben wahrscheinlich noch nicht alle drauf geschaut es gibt keine Begründung weil sie können die Begründung nicht reinschreiben und jetzt sage ich was man stimmt nicht mit einem Antrag der auf der nächsten Impfgegner Thema von den Rechtsextremen zum Johlen verwendet wird ich sage es euch wie es ist es kommt nach mir eine Rednerin die Frau Strache die redet jetzt fünf Minuten überlegt euch ob ihr so benutzt werden wollt es stimmt es der die Michelle Reimann von den Grünen war das und Philippa Strache hat schon angekündigt fraktionslos ist die wäre gewesen die vorerst letzte Rednerin aber Kajan Greiner hat sich noch dazu gemeldet aber jetzt einmal am Wort Pia Philippa Strache fraktionslos sehr geehrter Herr Präsident hohes Haus liebe Zuseherinnen und Zuseher werte Regierungsmitglieder ich weiß nicht ich habe es nicht genau oder nicht richtig verstanden was das war in meine Richtung ich glaube das war wegen mir oder wegen meinem Nachnamen kann ich nicht genau sagen ich weiß nicht ob da pauschalisiert wird ist jetzt vielleicht neu warte mal lieber einfach mal ab was ich zu sagen habe vielleicht ist gar nicht so schlimm es Es ist viel schon gesagt worden vieles was auch richtig ist ich werde es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen meine Rede ist heute mit einem Hang zu Ironie gespickt ich habe versucht es ein bisschen raus zu schreiben ist mir leider nicht gelungen auch wenn das Thema natürlich ein sehr ernstes ist die Beschaffung von Impfstoff wurde relativ rasch als Lösung für die Krise erkannt als Weg raus aus der Corona Krise dann natürlich auch wie das halt so ist bei wirklich wichtigen Dingen zur Chefsache erklärt der Chef der ist offenbar dann Herr Auer aus dem Gesundheitsministerium und der hat dann auch wirklich nichts richtig gemacht er hat zu wenig Budget freigegeben er hat zu wenig Impfstoff bestellt er hat zu wenig Kommunikation mit seinem Minister gelebt gut da muss man fairerweise dazu sagen dass Beamte proaktiv informieren müssen also ja dafür gab es aber sowieso Konsequenzen man hat auch diesmal nicht lange gezögert und hat sofort gehandelt oder eigentlich hat Auer gehandelt und hat seinen Bereich als Impfstoff Koordinator geräumt die Begründung von Anscho war damals der ÖVP nahe warum auch immer diese Information so wichtig ist Beamte hat eigenmächtig auf weitere Bestellungen verzichtet obwohl genug Geld zur Verfügung gestanden ist man hat also der Meute relativ rasch einen Schuldigen geliefert rasch geschafft einen Menschen der die Corona Krise sicherlich gerade im Gesundheitsministerium mit zahlreichen Überstunden und zahlreichen Konfliktlösungen unterstützt hat öffentlich dafür verantwortlich gemacht da bedenke ich dass ein Minister grundsätzlich die Aufgabe hat oder es auch Teil seinem Führungsstil sein sollte sich schützend vor die Beamtenschaft zu stellen denn eine starke geeinte Beamtenschaft ist auch der größte Schutz dafür dass alles ordentlich und ohne politische Willkür abläuft in Wahrheit der sicherste Schutz vor einer politischen Einflussnahme und somit auch ein Agieren im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher und eine Frage die man sich sehr wohl stellen darf ob sowas überhaupt in so einer angespannten eh schon sehr konfliktreichen Situation Stimmung überhaupt sein muss der Kardinalfehler am Impfstoff Tunnel das war eindeutig die Obergrenze für die Beschaffung die von Finanzminister Blümel nicht nur einmal nein sogar zweimal im Ministerrat fixiert wurde die Folgen die kennen wir jetzt alle auch meine Vorredner sind darauf schon ausführlich eingegangen und daran ist eben der Minister schuld der dieses Budget nicht freigegeben oder der dieses Budget eigentlich mit einer Obergrenze gedeckelt hat und sollte man jetzt als Minister noch immer so tun als hätte Herr Auer mit seinem Verhandlungsmandat als Privatperson gehandelt und nicht für die Republik Österreich dann kommt jetzt sogar Hilfe auf EU Ebene die EU Kommission hat nämlich bereits Ende Dezember 2020 öffentlich bekannt gegeben dass Österreich die Option hat aus dem EU Kontingent des Impfstoffs von BioNTech weitere 2% zu beziehen das hat sie nicht heimlich ja und von der ÖVP wird und das ist völlig richtig vollumfängliche Transparenz seiten des Gesundheitsministeriums verlangt ich denke aber vollumfängliche Transparenz die muss es gerade in Krisenzeiten immer geben das muss die oberste Prämisse sein der letztverantwortliche ist eben der Minister auch der Rechnungshof ist keine Begründung Mangel an Kommunikation ist grundsätzlich schlecht ist aber auch keine Begründung weil auch für den Bedarfsfall gibt es den Generalsekretär der einem Minister dann die Last von den Schultern nehmen kann aber was ist jetzt wirklich wichtig wichtig ist dass jetzt gehandelt wird dass wir aufhören zu streiten aufhören uns gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben wer wann wo wie falsch gehandelt hat was da an Koordination oder Kommunikation falsch gelaufen ist interessiert nämlich die Österreicherinnen und Österreicher relativ wenig die sehnen sich nach ihrem alten normalen Leben und sie sind es auch die in Wahrheit diese Krise seit einem Jahr wirklich tapfer mittragen haben wir eine kurze Bestandsaufnahme 2020 2021 es hat sich im Grunde nichts geändert wir verbringen Ostern im Lockdown wir haben nur noch mehr Schulden noch mehr Arbeitslose noch mehr Zukunftsängste noch mehr Frustration noch mehr Wut die sich da eingemischt hat und Wut ist nie gut Wut darf nie ein Nährboden sein in einer Gesellschaft da gilt es alles dagegen zu unternehmen um dagegen zu steuern in einer derartigen Krise haben weder Streitereien noch Eifersüchteleien Platz und sicherlich keine Priorität jetzt geht es um Schadensbegrenzung keinen Sparkurs der sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich bereits dramatische Folgeerscheinungen birgt Streit haben die Menschen mehr als satt und Streit tut auch wirklich nichts zur Sache reparieren sie bitte kommunizieren sie bitte behandeln sie die österreicherinnen und österreicher mit dem notwendigen respekt so pia philippa strache mit ihrer wortmeldung in dieser dringlichen anfrage und nächster redner kajang reiner von der spö präsident meine sehr geehrten damen und herren nach dieser debatte glaube ich können wir ein paar fakten zusammen fassen das erste ist dass der finanzminister blümel zunächst behauptet hat es hat nie einen deckel gegeben für die impfstoff befassung das war das erste was er gesagt hat als es dann schwarz auf weiß aufgrund der ministerratsvorträge klar war ja es gab einen deckel von 200 millionen hat der finanzminister behauptet das war ja nicht sein vorschlag sondern das war der vorschlag des gesundheitsministers anschober wie dann aufgrund vom mehlverkehr nachgewiesen werden konnte es war nicht der herr anschober sondern das waren die engsten mitarbeiter von herrn blümel hat er so getan als ob das keine auswirkungen gehabt hätte wir wissen aber dass es auswirkungen hatte weil wir wissen dass die europäische union ausverhandelt hat gewisse impfdosen und jedes land dann angeboten hat gemäß der bevölkerung so viele impfdosen kannst du haben und wir wissen dass österreich verzichtet hat auf fast eine million impfdosen auf fast eine million impfdosen alleine 750.000 von johnson und johnson wo eine impfung bereits zur immunisierung führt das heißt wir hätten hier 8 800 850.000 menschen zusätzlich impfen können früher impfen können als wir das tun andere länder haben die impfdosen auf die wir verzichtet haben gekauft wie zum beispiel malta und dänemark das sind fakten jetzt ist die frage natürlich wer ist dafür verantwortlich und das ganz ehrlich der finanzminister meint das ist der gesundheitsminister der gesundheitsminister meint das ist der finanzminister am ende des tages ist es immer der regierungschef zumindest in deutschland in österreich nicht und es ist ganz ehrlich für mich jetzt auch nicht die primäre verantwortung die primäre frage wer von den dreien jetzt die verantwortung trägt für mich tragen alle drei die verantwortung dafür dass österreich verzichtet hat auf fast eine million impfdosen die jetzt in dänemark und malta verimpft werden das zweite was wir lernen und das nicht zum ersten mal ist dass der herr blümel immer nur das zugibt was man ihm unmittelbar nachweisen kann wir kennen ja dass ihr alle im untersuchungsausschuss waren haben das erlebt wie er befragt worden ist im untersuchungsausschuss im juni glaube ich war das gefragt worden ist ihnen eine spende von einem glücksspielkonzern angeboten worden daran kann ich mich nicht erinnern sind anliegen von glücksspielkonzernen an sie herangetragen worden da kann ich mich nicht mehr erinnern eine einzige sms hat gezeigt da hat er sich plötzlich erinnern können da hat er sich plötzlich erinnern können ja es wurde eine spende ihm angeboten von der Novomatic aber die ist ganz sicher nie bezahlt worden die hätten wir nicht angenommen und zweitens ja die wollten eine konkrete Hilfe nämlich weniger Steuern in Italien zahlen und natürlich habe ich ihnen geholfen und ganz ehrlich diese Vorgangsweise zeigt meiner Meinung nach von einer Unehrlichkeit ist eine Unehrlichkeit und ich muss Ihnen sagen Unehrlichkeit ist ein schlechter Nährboden für Vertrauen und wenn es hier geht um die Frage ob ich Vertrauen habe in den Minister Blümel Kollege Raimon stellt ja die Frage wieso habt ihr Vertrauen habt ihr nicht Vertrauen dann kann ich ihm schon einfach sagen ja ich habe kein Vertrauen in den Minister Blümel und ich kann das auch glaube ich sehr einfach begründen ein Wir erinnern uns letztes Jahr im Mai mit welcher Missachtung der Herr Blümel hier aufgetreten ist vor dem Parlament beim Budget bis wir ihn darauf aufmerksam gemacht haben dass sein eigener Abänderungsantrag dazu geführt hätte wenn wir nicht rechtzeitig halt geschrien hätten dass Österreich nicht 102 Milliarden Euro zur Krisenbekämpfung gehabt hätte sondern 102 000 Euro da hätten man wahrscheinlich nicht einmal das Parlament impfen können um das Geld wir erinnern uns an die 86 Gedächtnislücken im Untersuchungsausschuss die gegipfelt haben in der Frage ob er überhaupt noch weiß ob er einen Laptop hatte der Laptop wurde dann auch gefunden während einer Hausdurchsuchung nicht im Zuhause sondern im Kinderwagen bei einer Straßenbahnstation von seinem Kabinettschef weil er wurde kurz vorher weggetragen aus der Wohnung wir wissen dass der Deckel der 200 Millionen Deckel vom Finanzministerium damit unter seiner Verantwortung passiert ist und wir wissen vor allem auch eines und das ist etwas was besonders erschütternd ist am 3. März hat der Verfassungsgerichtshof den Herrn Blümel aufgefordert nicht nur aufgefordert sondern erkannt und ihn verpflichtet dem Untersuchungsausschuss mehrere tausend Dateien E-Mails und elektronische Dateien die er widerrechtlich dem Untersuchungsausschuss vorenthält und zwar seit einem Jahr vorenthält zu liefern am 3. März wie viele hat er bis heute geliefert null null hat er bis heute geliefert der Minister Blümel hat nicht nur keinen Respekt vor dem Parlament und vor der Bevölkerung er hat auch keinen Respekt vor dem Rechtsstaat und deswegen verdient er auch nicht mein Vertrauen Kollege Reimund erklären Sie mir doch wieso er ihr Vertrauen hat vielen Dank Kein Vertrauen in den Finanzminister Kajan Greiner von der SPÖ und Gerald Hauser von der FPÖ wird sein Misstrauen in Kürze rechtfertigen Danke Herr Präsident geschätzte Minister geschätzte Kolleginnen und Kollegen die Debatte jetzt interessant war nur zum Beispiel dass der Kollege Raimund hier heraus geht und sagt es war eine sachliche Debatte und dann mit scharfen Ton hineinfährt und sagt in Richtung Freiheitlicher Partei wir sind verantwortungslos weil wir mit lauter Rechtsradikalen demonstrieren gehen das ist eine Unterstellung Sie diffamieren Sie diffamieren alle Sie diffamieren Ihr diffamiert und Sie Herr Kollege Raimund Ihr und Du diffamierst alle Demonstranten die ein demokratisches Recht für sich in Anspruch nehmen und stellst alle in ein rechtsradikales Recht was wir schärfstens zurückweisen Herr Kollege Hanger du gehst heraus und unterstellst uns Verantwortungslosigkeit schärfst kennt ihr die Politik der Freiheitlichen Partei in Sachen Covid wir sagen Risikopatienten na hört es einmal zu Risikopatienten schützen Pflegepersonal Patienten und und insassen in Alten und Pflegeheimen schützen auf die kritische Infrastruktur aufpassen und sonst möglich viel Freiheit gewähren und Freiwilligkeit zum Beispiel beim Impfen das ist die Linie der Freiheitlichen Partei Was macht hier Was macht hier Ihr stellt uns permanent an die Pranger zwei Tage lang Klubobmann Möginger der uns vorwirft dass wir uns nicht an die Covid Regeln halten Also wenn ich wenn ich wenn ich ja ich habe eines ich habe in meinem Leben vieles gelernt aber eines habe ich gelernt wenn ich jemanden mit Dreck besudeln will und da muss ich selber sauber sein So zu den Faxen Heute bitte in der Kronenzeitung heute in der Kronenzeitung acht Covid Anzeigen gegen den Grünen Landtagsklub in Tirol Das war vorgestern Das war vorgestern Ja der komplette grüne Landtagsklub acht Anzeigen um 23 Uhr ohne Sicherheitsabstand ohne Masken etc um 23 Uhr zusammengesessen bitte wisst was das ist hier draußen uns anpatzen scheinheilig sein und selber komplett anders agieren zu ÖVP zu ÖVP ihr wisst ich könnte die ganzen Verfehlungen in der ÖVP ja gar nicht aufzählen nur beginnen wir einmal im Oktober da mussten die Gastwirte um 22 Uhr zusperren und was hat ÖVP Landtagsklub um 23 Uhr in der Cafeteria des Landtages getan unter Anwesenheit vom Landesrat Trata Landtagspräsidentin Rossmann und so weiter Sie sind bitte zusammengesessen bei vollen Gesern haben gefeiert haben gefeiert und ihr Leben Genossen wisst ihr macht ich weiß schon ich weiß schon ihr macht das immer wenn die Kamera da ist und hinschaut dann werden Masken getragen ist die Kamera weg dann ist das genau das Gegenteil das ist keine das ist keine ehrliche Politik das muss man euch einmal das muss man euch einmal vorzeigen so geht es nicht das ist eine scheilheilige Politik und jetzt zur Politik in Summe geschätzte Minister euer Dauerlockdown der ist doch schon längst gescheitert das wisst ihr doch selber die Kollateralschäden die Kollateralschäden sind doch immens groß angefangen bei Kindern bis hin zu den Pensionisten bis hin zu den Verwandten und Bekannten Alten und Pflegeheimen die wir nicht besuchen können bis hin zur Wirtschaft die am Hungertuch nagt bis hin zu der Bevölkerung die vom Arbeitslosengeld leben muss und wir im Parlament niedergestimmt wurden wenn wir sagen wir müssen das Arbeitslosengeld erhöhen die Nettoersatzrate von 55% ist zu wenig da habt ihr uns niedergestimmt bitte der permanente Lockdown ist gescheitert das wisst ihr ganz genau nur wisst ihr nicht wie ihr aus diesem Dauer Lockdown herauskommt so kann es nicht weitergehen schaut bitte in Saarland Saarland heute der deutsche Fokus berichtet der Ministerpräsident von Saarland CDU Politiker Tobias Hans sagt es ist nach Ostern vorbei wir können diese Politik nicht länger mehr betreiben Schluss mit dieser Politik und ich zitiere aus dem deutschen Fokus während also die Bundesregierung in Marotonsitzungen darüber diskutiert wie man den Lockdown strenger gestalten kann und die Frage wälzt ob es eine Ausgangssperre benötigt um die dritte Corona Welle zu brechen öffnen im Saarland ab den 6. April Gastronomie Sport und Kultureinrichtungen auch Kontaktbeschränkungen werden gelockert obwohl auch im Saarland auch im Saarland ich zitiere weiter die die tödliche Mutation B112 vorhanden ist Saarland sagt wir können nicht weiter zusperren und das fordern wir auch in Österreich für die Bevölkerung für die leitgeplagten Kinder mit dem permanenten Homeschooling wir fordern das auch für unsere Mitbürgerungser für unsere alten Menschen die wir besuchen wollen das hört auf mit dem permanenten Logstab und nun zu den Hilfen weil hier die ÖVP Mandatare sagen dass so große Hilfspakete geschnürt werden ja es ist Aufgabe der Regierung zu helfen es kann ja eines nicht sein dass man hergeht Betriebe behördlich schließt und sagt schaut bis raus kommt das ist keine Politik es ist eure Aufgabe zu helfen so weit so gut aber Herr Finanzminister und deswegen haben sie unser Vertrauen nicht die Hilfe muss ehrlich und fair sein sie darf nicht in eine Richtung gehen wo Großkonzerne Großbetrieben Großgeholfen wird und kleine Betriebe und kleine Betriebe auf der Strecke bleiben so kann es einfach nicht sein und niemand Herr Finanzminister niemand war gegen die Kur so weit ist richtig das ist eure Verpflichtung aber es wäre auch eure Verpflichtung darauf zu schauen dass die Betriebe die vor einem Jahr behördlich geschlossen wurden gemäß Epidemie Gesetz dass diese Betriebe endlich auch die Entschädigung gemäß Epidemie Gesetz bekommen 90% der Betriebe warten noch auf die Bescheide 90% der Betriebe warten auf die Entschädigung gemäß Epidemie Gesetz Herr Finanzminister das ist doch ein untragbarer Zustand man schließt Betriebe man schließt Betriebe man schließt Betriebe behördlich und lässt die Betriebe auf einen gesetzlichen Anspruch Geld zu bekommen ein Jahr lang warten bitte das darf es in dieser Republik nicht geben und dann sich noch hier großzügig herzustellen und zu sagen wir geben eh so viel Geld aus über die Kofag und Herr Finanzminister das ist der nächste Vorwurf den wir Ihnen machen Sie haben das Epidemie Gesetz ausgehebelt Sie haben die Kofag gegründet nur mit dem Unterschied dass die Kofag macht was sie will und sie als Unternehmer nicht einmal einen Bescheid bekommen das heißt wenn die Kofag sagt du bekommst kein Geld dein Ansuchen ist abgelehnt dann hat man keine Chance gegen diesen Bescheid zu berufen und das ist ein rechtsstaatliches Prinzip das man nicht brechen darf deswegen haben wir als freiheitliche Partei immer eingefordert die Redezeit ist zur Gänze der ganzen Fraktion zu Ende Schlusssatz bitte deswegen haben wir eingefordert die Kofag aufzulösen und die Abwicklung der Entschädigung über die Finanzämter zu machen die Daten haben wo man wenigstens Bescheide bekommt Dankeschön Österreich müsse Saarland werden dort werde am 6. Mai wieder aufgesperrt sagt Gerald Haus von der FPÖ und davor erst letzt gemeldet der Redner in dieser dringlichen Anfrage ist Jakob Schwarz von den Grünen Vielen Dank Herr Präsident Ich glaube die wichtigste Erkenntnis aus den letzten beiden Wortmeldungen ist dass sich die dringliche Wortmeldungen war zu allem nur nicht zum Gegenstand der dringlichen Anfrage und da möchte ich euch und mich auch nicht länger aufhalten vom Marsch ins Wochenende ich möchte nur weil es auch der Kollege Greiner wieder am Ende falsch dargestellt hat noch einmal eine kleine Sache richtig stellen die 200 Millionen Euro die da in diesem Ministerrat Beschluss entstanden sind die haben haushaltsrechtlich überhaupt keine Wirkung aufs Budget die Budget hoheit hat ein gewisses Haus das wir alle gut kennen nämlich dieses hier der Nationalrat und wenn man das Gefühl gehabt hätte man bräuchte man Geld für Impfungen dann geht man zum Finanzminister kriegt eine Mittel Verwendungs Überschreitung genauso haben wir das Ganze aufgestellt insbesondere im 2020 Budget aber auch im 2021 Budget und der Finanzminister auch der Erste der billigste Variante zur Krisenbekämpfung und zur Pandemiebekämpfung dafür die Mittel zur Verfügung stellt und nicht so wie es jetzt immer dargestellt worden ist dann irgendwelche Zuschüsse und Kompensationen auszahlt ist ja ungut alle wissen die Betriebe wollen arbeiten wir wollen die Wirtschaft wieder hochfahren und niemand will quasi diese Unterstützung haben das ist ja vollkommen unpopuläre und für den Finanzminister das wäre sozusagen vollkommen sinnbefreite Vorgangsweise natürlich hat er Interesse die Mittel möglichst effizient zu verwenden gerade der Finanzminister das ist ja irgendwie logisch also insofern war ich froh dass Sie wieder über Corona und Ihre Einstellungen dazu gesprochen haben weil da wissen wir ja alle schon ungefähr wie verlässlich und vertrauenswürdig das Ganze ist und ich hoffe dass die Zuseherinnen und Zuseher sich entsprechend auch ein Bild gemacht haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend Dankeschön Zu Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Hauptmann Sehr geehrter Herr Präsident geschätzte Damen und Herren auf der Regierungsbank geschätzte Kolleginnen und Kollegen schau ich dann in diese Reihe Vereinigte Allianz der Unwahrheiten und Märchenerzähler Ich glaube ich möchte dort wieder weiter tun wo der Kollege Smolle nämlich aufgehört hat nämlich in der Hinsicht dass wir darüber reden was ist wirklich passiert und was passiert wirklich in Österreich mit dem Impfen Ich kann Ihnen nur sagen es gibt kein Limit beim Impfen und es gibt kein Limit bei der Gesundheit das möchte ich einmal ganz klar hier betonen und ich bin jetzt auch schon einige Zeit da und ich muss ganz ehrlich sagen diese Dringliche die richtet sich auch von selber und war das dünnste an Inhalt was ich je hier herinnen erlebt habe meine Damen und Herren und irgendwie ist es heute so ein bisschen der Beweis dafür was Sie am besten können anpatzen anzeigen und anschütten meine Damen und Herren und der Herr Finanzminister hat es doch am Anfang beim Ausbruch der Pandemie ganz klar gesagt dass der Schutz der Menschen in Österreich an erster Stelle ist und dafür setzen sich alle alle in der Regierung ein und alles andere wie seine Unterstellung meine Damen und Herren und wir weisen das auf das Entschiedendste zurück der Kurs war immer ganz klar zuerst geht es um die Rettung von Menschenleben und danach um die Sicherung von Arbeitsplätzen und darum noch einmal ganz klar und deutlich für Sie es gibt kein Limit beim Impfen es gibt kein Limit bei der Gesundheit für die Österreicherinnen und Österreicher meine Damen und Herren und wenn Sie sich wirklich damit beschäftigen und bei Ihrer Klubobfrau gehe ich davon aus Sie wissen alle ganz genau es wurde nichts eingeschränkt wir tun nämlich alles für die Gesundheit und für die Impfung und darum ist auch eines ganz klar und das hat der Kollege Stocker heute schon gesagt der Virus muss weg der Minister muss bleiben meine Damen und Herren und auch noch zu den ganzen Hilfen und zu den Arbeitsplätzen es ist uns ganz wichtig dass wir die Unternehmen durch diese Krise begleiten und es ist uns ganz wichtig dass jeder Arbeitsplatz erhalten bleibt und wir tun alles um die Menschen in Beschäftigung zu halten und die Kurzarbeit ist das beste Beispiel dafür und die anderen Hilfen ebenfalls und sie kommen an neun von zehn Hilfen sind ausbezahlt meine Damen und Herren und wenn es dort und da noch etwas gibt wo es Verbesserungen gibt dann werden wir das auch tun aber es ist gut meine Damen und Herren dass wir in dieser Regierung sind weil wenn ich mir das alles angehört habe was Sie heute gesagt haben dann weiß ich unsere Regierung ist alternativlos meine Damen und Herren ich habe es schon gesagt der Misstrauensantrag richtet sich auch von selbst der Kollege Reimann hat die Begründung für ihre Nichtbegründung abgegeben und es ist so meine Damen und Herren er baut halt auf diese dringliche auf Unwahrheiten auf Verunsicherungen und dann noch auf manipulierten Dokumenten und er ist alleine deshalb schon abzulehnen und manche haben es auch immer nicht verstanden meine Damen und Herren wir sind in einer Wirtschaftskrise und da wechselt man keinen der vorne steht der sich voll einsetzt viel Arbeit Verantwortung trägt und Erfolge hat Herr Finanzminister Sie haben unser volles Vertrauen Herr Finanzminister wir danken für Ihren Einsatz es kommt ja es kommt ja jetzt die Osterzeit die Osterwoche da rate ich der Opposition doch ein wenig in Sicht zu gehen und auf den Weg der Wahrheit zurückzufinden danke meine Damen und Herren zuerst Menschenleben dann Arbeitsplätze retten das sei wichtig betont Peter Haubner von der ÖVP beim Impfen da gäbe es kein finanzielles Limit sagt er und Christoph Matzner der SPÖ hat sich noch zu Wort gemeldet Danke Herr Präsident meine Herren auf der Regierungsbank Frau Staatssekretärin hohes Haus ich schätze den Kollegen Haubner an sich sehr nur das war ein bisschen sonderbare Darstellung jetzt lieber Peter Haubner lieber Peter Haubner wann sonst ist eine dringliche fällig als wenn herausappert dass nach wochenlangen Leugnen tatsächlich ein Ministerrat der Republik Österreich bei einem Bedarf von über 200 Millionen limitiert und sagt ihr dürft nur bis zu 200 Millionen kaufen und wie schlecht es euch geht sieht man doch daran dass sich da Abgeordnete der Regierungsparteien herstellen und sagen ist doch Schätzko jedem egal was der Minister hat beschließt jedem kaufen können was sie wollen jeder und auch jede unserer Zuseherinnen und Zuseher wissen ganz genau das entspricht mit Sicherheit nicht der Wahrheit keiner kann wohl hingehen und einfach kaufen und spätestens nach den Ausführungen des Abgeordneten Krainer war auch klar wenn man sich nur punktuell die letzten zwölf Monate das Handeln ansieht das Schlimmste wäre wenn das eintritt was du dir wünschst Peter Haubner nämlich dass der bleibt denn es heißt zwar das Virus aber da hätte man Finanzminister gebraucht der nicht im Epidemiegesetz verlangt dass der Rechtsanspruch für die Unternehmen rausgenommen wird in Paragraph 32 der nicht hineinschreibt ins Ministerratsvortrag bis zu 200 Millionen und dann fehlen uns eine Dreiviertelmillion Impfdosen Johnson & Johnson für eine Dreiviertelmillion Österreicherinnen und Österreicher und ihr sagt dünne dringliche Anfrage also wenn was dünn ist dann ist das die hysterische Art wie die ÖVP das verteidigt lass es sein die Absatz versaut es ist leider es hat nicht funktioniert die Opfer sehen wir jeden Tag und es ist beschämend dass nicht das Mindestmaß möglich ist wie es Angela Merkel gemacht hat sich zu entschuldigen für das was man falsch gemacht hat auf das warten wir leider noch länger zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Führlinger meine Damen und Herren auf der Regierungsbank hoher Präsidium ich will ja den Osterfrieden nicht stören aber die schauspielerischen Leistungen die die beiden Frontführer des Untersuchungsausschusses die Kollegen Matzenhütter und Greiner hier anbieten in dem sie zum einen das wichtige Thema Impfen und Gesundheit vollkommen missbrauchen für völlig unsinnige parteipolitische Agitation und für ihre eigene persönliche Profilierung das ist ein unwürdiges Thema das sie hier machen für schauspielerische Leistungen meine Damen und Herren gibt es normalerweise Kremis oder Oscars Ihnen aber Herr Kollege Greiner gebührt höchstens die goldene Zitrone für diese entschuldige Himbeere das ist weil ich sauer geworden bin weil ich ihn gehört habe es genügt natürlich auch eine Himbeere ist in Ordnung ich bewundere ja den Kollegen Greiner an und für sich weil er so eine schöne autosuggestive Art hat er stellt sich ja auch nach jedem Untersuchungsausschuss da vor die Kameras und erzählt dann seit heute wissen wir seit heute wissen wir und man hört zu und fragt sich die ganze Zeit ja wo war denn der bei welcher Veranstaltung der muss ja in irgendeinem anderen Ausschuss gesessen sein aber mit dem was sich da gerade abgespielt hat hat das nichts zu tun also es ist eine schauspielerische Leistung wenn eins und eins zwei ist und da keiner geht hinaus es ist vier ist ja in Ordnung und das hat er hier heute auch gemacht aber wofür ich meine Damen und Herren im Sinne des Osterfriedens schon werben möchte ist wir tun der Politik insgesamt nichts Gutes wenn wir in dieser Situation ständig Löcher in das Boot bohren in dem wir alle sitzen denn das Wasser trinkt ein und wir sinken alle miteinander wenn wir es nicht schaffen ein bisschen am eigenen Strang zu ziehen Abschließend Herr Kollege Matzenetter ich wünsche mir ganz dringend mir den Unternehmern in diesem Land denen wir in den letzten Wochen und Monaten viele Hilfe zuteil werden haben lassen ich wünsche den Arbeitnehmern in diesem Land die wir in dieser Situation sozial unterstützt haben in vielen Bereichen und nicht alleine gelassen haben ich persönlich wünsche mir für dieses Land dass dieser Bundesminister noch möglichst lange in verantwortungsvoller Position sein wird denn wir, Herr Kollege Matzenetter haben Verstehen unter Politik nicht gegen Personen zu sein sondern für eine Idee mit den passenden Personen und die ÖVP hat sie mit Sebastian Kurz und Gernot Blümel Danke Zu Wort ist jetzt niemand mehr gemeldet Die Debatte ist damit geschlossen Ich frage Wir kommen nun zur Abstimmung und ich darf fragen ob wir mit dem Abstimmungsvorgang beginnen können SPÖ Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Einschließungsantrag der Abgeordneten Dagmar Belakowitsch Hier geht es um den Misstrauensantrag den die Freiheitlichen vorgelegt haben Sie sprechen dem Finanzminister das Misstrauen aus Das Bundesverfassungsgesetz ist dazu solch ein Beschluss des nationales gemäß Absatz 2 zur dritten Verfassungsbestimmung die Anwesenheit der Hälfte der Abgeordneten erforderlich ist stelle ich die ausdrücklich fest Ich bitte die Damen und Herren die sich für diesen gegenständlichen Misstrauensantrag aussprechen um ein dementsprechendes Zeichen das ist die Minderheit abgelehnt Ich nehme die Verhandlungen für den Punkt 7 der Tagesordnung Die Opposition hat mitgestimmt sowohl SPÖ als auch NEOS sind mitgegangen mit dem Antrag der Freiheitlichen Parteien Wir kommen zurück zu Tagesordnungspunkt 7 zu Alexej Nawalny und Russland und dem letzten Redner bei diesem Tagesordnungspunkt Helmut Brandstetter NEOS Der Kollege Führlinger hat schon vom Osterfrieden gesprochen und den möchte ich jetzt auch gleich weiterführen Ich werde es ganz kurz machen weil ich ja dank der Kollegin Ernst Tschitsche ich bedanke mich zur Sache ja schon sehr viel sagen konnte Aber eines ist mir jetzt schon noch wichtig Zwei Aufgaben oder zwei Hinweise für die Osterfeiertage Das eine an der ÖVP-Fraktion Es gibt ein sehr gutes Buch das heißt All the Presidents Mender geht es um den Watergate-Skandal Ein Abgeordneter der ÖVP hat mir vorgeworfen Watergate Die Jungen, die sich nicht mehr auskennen Das war ein Einbruch Da hat jemand eingebrochen Ja Und was ist dann passiert Dann hat es Aufklärer gegeben Zwei Journalisten Bernstein und Bob Woodward Ja Und was war dann Die haben dann Bücher darüber geschrieben Und was war dann Da hat es einen abgehobenen Präsidenten gegeben Der ist dann zurückgetreten Also den Vergleich mit Watergate finde ich eh super Aber überlegt euch wo es geendet hat Ja Vorsicht Und das Zweite Ich komme also von den Osterfeiertagen und wünsche allen wirklich erholsame, ruhige Osterfeiertage in schwierigen Zeiten Komme ich noch einmal zum Weihnachtsevangelium So eine katholische Ausbildung vergisst man eben nicht Und ich habe es schon einmal hier zitiert Fürchtet euch nicht Ja ich kann nur alle dazu aufrufen Ich weiß aber Und das ist jetzt der ernste Punkt Ich weiß, dass es Menschen gibt die sich fürchten in dem Land Das waren Menschen Und wir haben das im Ibiza-Ausschuss gesehen In der Staatsanwaltschaft Die nicht mehr ermitteln durften Es gibt Menschen im Beamtenapparat Die von den Kabinetten niedergemacht werden Und es gibt Journalistinnen und Journalisten Die bedroht werden Und ich bitte um nichts anderes Als einmal darüber nachzudenken Ob das nicht das, was unser Österreich ausmacht Das rot-weiß-rote Österreich Ob das nicht gefährdet ist Ich möchte kein mies türkises Österreich Sondern ich möchte dieses rot-weiß-rote Österreich Wieder haben Das für Wohlstand gesorgt hat Das für Frieden gesorgt hat Indem wir alle Möglichkeiten gehabt haben Das wollen wir doch auch für unsere Kinder erhalten Und gehen Sie bitte nicht auf Leute los Tun Sie nicht Leuten sagen Dass sie sich fürchten sollen Und ich werde ganz im Gegenteil Die Menschen auffordern Ihnen zu sagen Wenn es Informationen gibt Wo ihr unterdrückt werdet Wo man euch etwas anschafft Etwas Falsches zu machen Wo man euch bedroht Bringt sie mir Ich werde das öffentlich machen Ich werde das sehr anonym natürlich behandeln Ich werde nicht dafür zahlen Ich habe immer Informationen bekommen Ich habe nie dafür zahlen müssen Das war das Schöne an meinem Journalistenleben Und ich werde versuchen Da für dieses rot-weiß-rote Österreich zu arbeiten In diesem Sinne, Herr Präsident Herr Bundesminister Ich wünsche wirklich erholsame, ruhige Feiertage Und ein bisschen nachdenken Ein bisschen mit den Emotionen runter Und mit den positiven Emotionen Für unser Österreich hinauf Dankeschön Zu Wort ist niemand mehr gemeldet Die Debatte ist damit geschlossen Wünscht die Berichterstatterin das Schlusswort Auch nicht der Fall Wir kommen zu den verlegten Abstimmungen Über die Berichte des Außenpolitischen Ausschusses Die ich über jeden Tagesordnungspunkt getrennt vornehme Ich gehe davon aus, dass wir mit der Abstimmung beginnen können Wir gelangen jetzt zur Abstimmung mit dem Tagesordnungspunkt 5 Die dem Ausschussbericht 729 der Beilagen angeschlossene Entschließung betreffen die Situation in Myanmar Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen Das erscheint einstimmig zu sein Wir gelangen nun zur Abstimmung in den Entschließungsantrag der Abgeordneten Lopatka und Ernst Cedic Kolleginnen und Kollegen betreffend menschenrechtlicher Situation in der Türkei Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen Das ist einstimmig angenommen Wir kommen zur Abstimmung in den Tagesordnungspunkt 6 Antrag des Außenpolitischen Ausschusses Das sei in dem Bericht 730 der Beilagen zur Kindnis zu nehmen Wie es tut, den bitte ich um ein Zeichen Das ist die Mehrheit und angenommen Tagesordnungspunkt 7 Der Ausschussbericht 731 der Beilagen Die angeschlossene Entschließung betreffen die Vorurteilung von Alexej Nawalny in Russland Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen Das ist einstimmig angenommen Schließlich kommen wir zur Tagesordnungspunkt 8 Und das ist auch schon der letzte Tagesordnungspunkt des heutigen Sitzungstages Es geht um eine dritte Lesung ums Geschäftsordnungsgesetz 1975 Es geht um einen Allparteinantrag Bundesgesetzes, mit dem das Geschäftsordnungsgesetz 1975 geändert wird, in 725 der Beilagen Da die Voraussetzungen des §108 der Geschäftsordnung erfüllt sind, gelangen wir gleich zur Abstimmung Da es sich bei dem vorliegenden Gesetzesentwurf um eine Änderung des Geschäftsordnungsgesetzes handelt Stelle ich zunächst im Sinne des §82 Absatz 2 Ziffer 2 der Geschäftsordnung Die für die Abstimmung erforderliche Anwesenheit der verfassungsmäßig vorgesehenen Anzahl der Abgeordneten fest Jene Damen und Herren, die dem erwähnten Gesetzesentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen Auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen Der Gesetzesentwurf ist somit in dritter Lesung einstimmig angenommen Ich stelle nur einmal die verfassungsmäßige Anwesenheit von zwei Dritteln fest Die Tagesordnung ist erschöpft Es liegt mir das schriftliche Verlangen von 20 Abgeordneten vor die vorgesehene Fassung des amtlichen Protokolls Hinsichtlich des Tagesordnungspunktes 8 zu verlesen, damit dieser Teil mit Schluss der Sitzung als genehmigt gilt Tagesordnungspunkt 8 Nachdem die 24-stündige Frist gemäß §108 GOG abgelaufen ist, wird der vorliegende Gesetzesentwurf bei Anwesenheit der vorgesehenen Anzahl der Abgeordneten in dritter Lesung und zwar mit der erforderlichen zwei Drittel Mehrheit angenommen Erheben sich Einwendungen gegen die Fassung oder den Inhalt dieses Teiles des amtlichen Protokolls Das ist nicht der Fall dieser Teil des amtlichen Protokolls gilt daher gemäß §51 Absatz 6 der Geschäftsordnung mit dem Schluss dieser Sitzung als genehmigt Ich darf Ihnen allen und Ihren Angehörigen nach diesen doch sehr intensiven Tagen ein ruhiges und besinnliches Osterfest wünschen Sondern vielleicht eine ruhigere Woche und etwas auszuspannen, es geht dann intensiv nach Ostern weiter Ich darf bekannt geben, dass in der heutigen Sitzung die selbstständigen Anträge 1457 A bis 1475 A eingebracht worden sind Ich darf das noch, weil ich es zuerst vergessen habe, mich ganz ganz herzlich bei unserer Parlamentsdirektion und den Mitarbeitern des Nationalratsdienstes und des Ausschussdienstes bedanken Gerade in Zeiten der Krise Und diese Arbeit kann nicht im Homeoffice verbracht werden, haben Sie Erfolgendes geleistet, herzlichen Dank Die nächste Sitzung des Nationalrates, die geschäftsordnmäßige Mitteilungen, Zuweisungen betreffen, berufe ich für 17.56 Uhr ein Das ist gleich im Anschluss an diese Sitzung, die Sitzung ist geschlossen, ich eröffne die 94. Sitzung des Nationalrates Meine Damen und Herren, drei intensive Tage im Nationalrat sind somit zu Ende gegangen Das Wichtigste vom Tag sehen Sie heute noch um 19.18 Uhr in Österreich Heute, ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Fernsehabend mit UF3 Auf Wiedersehen Die Anträge 1471 durch AI, 1472 durch A und 1474 durch AI dem Ausschuss für Menschenrechte zu Den Antrag 1473 dem Justizausschuss sowie den Antrag 1475 dem